Unter Toten Aftermath Aus dem Amerikanischen von Wally Anker Gelesen von Michael Hansones Camp Rider Wer sind die wahren Opfer? Die Infizierten oder die Überlebenden? Schüsse perforierten die Dunkelheit von Lees Träumen und rissen ihn jäh aus dem Schlaf. Er setzte sich in seinem Bett auf. Um ihn herum herrschte beinahe undurchdringliche Finsternis. Seine schlafblinden Augen kämpften darum, Konturen in den verschwommenen Bildern seiner Umgebung auszumachen. Im Halbschlaf beschwor er die letzte von Schüssen und tiefen Dunkel geprägte Erinnerung herauf. Das Treppenhaus der Petersens, die Luft von Schießpulvernebel geschwängert, der Gestank der Infizierten. Ihn stockte der Atem. Das Grauen hämmerte unaufhörlich in seinem Hinterkopf. Etwas Fürchterliches war im Haus der Petersens geschehen. Etwas Entsetzliches, Unumkehrbares. Jack war gebissen worden. Nein, das ergab keinen Sinn. War Jack nicht schon längst tot? Er schüttelte den Kopf, um die Bilder des Treppenhauses der Petersens aus seinem Kopf zu kriegen, und wollte sich nicht mehr daran erinnern, wie Jack voller Blut im Schlafzimmer lag. Er wusste, dass er sich jetzt nicht im Haus der Petersens befand. Nein, er war irgendwo anders. Irgendwo, wo es sicher ist, dachte er. Aber vielleicht doch nicht mehr so sicher. Denn draußen hör ich Schreie und Schüsse. Eine weitere Feuersalve heilte durch die Nacht. Es klang sehr nah. Adrenalin schoss durch seine Adern, und sein Herz begann heftig zu pochen. Immer mit der Ruhe. Schätze erst mal die Lage ein. Versuche, dich zu erinnern, was zum Teufel du hier verloren hast. Er besann sich, blickte sich um und verarbeitete das Gesehene. Um ihn herum herrschte nicht die völlige Dunkelheit, von der er anfangs ausgegangen war. Ein Windlicht leuchtete schwach in einer Ecke und erhellte die gewellten Wände aus Stahl. Er war splitterfasernackt. Lediglich ein weißes Laken bedeckte ihn von den Füßen bis zur Hüfte. Er lag auf einer Pritsche in einer Art Container. Die Schmerzen in seinem Rücken trieben ihn fast in den Wahnsinn. Aber er konnte sich nicht mehr erinnern, wie er sie sich zugefügt hatte. Seine Zunge fühlte sich dick und teigig an, und er war unbewaffnet. Wo zum Teufel ist meine Knarre? Von draußen drang das Heulen von Tango an Lees Ohren. »Tango«, dachte er, und sprang beinahe vom Bett auf, hielt aber inne, als das Geräusch nachhallte. »Da stimmte etwas nicht. Das hört sich gar nicht wie Tango an.« Das Heulen verstummte und machte einem kehligen Knurren Platz, das allerdings nicht so klang, als ob es von einem Hund stammte. Nein, das war ein Mensch. Auf jeden Fall nicht Tango, denn auch er war tot. Plötzlich fiel ihm alles wieder ein. Die Erinnerungen überfluteten ihn wie ein Tsunami. Tango war tot. Jack war tot. Er hatte seine Waffe in Timber Creek verloren. Jemand namens Milo hatte sie überfallen. Lee war durch ein mit Brettern verschlagenes Fenster gekrochen, und die Nägel hatten seinen Rücken aufgerissen. Die beiden Typen mit den Kopftüchern hatten ihm, Angela, Abby und Sam mit ihren Molotow-Cocktails das Leben gerettet. Und zusammen hatten sie es gerade noch bis zum Camp Rider geschafft. Die Überlebenden. Camp Rider. Gab es nicht einen drei Meter hohen Zaun um das ganze Gelände? Wie verdammt noch mal sind die Infizierten überhaupt hier hereingekommen? Das eben war eine der Kreaturen gewesen, dessen war er sich sicher. Und wer schoss auf sie? Die Fragen überstürzten sich in seinem Kopf. »Ich kann hier nicht einfach rumliegen«, dachte er. »Ich muss mich zusammenreißen.« Er zog sich das weiße Laken vom Körper, stand auf und stolperte unsicher durch die Gegend, bis ein Schwindelanfall ihn einholte. Die Fragen schossen ihm noch immer durch den Kopf, aber er fand im Augenblick einfach keinerlei Antworten. Seine Gedanken bildeten ein wirres Knäuel. Nichtsdestotrotz gab es zwei Dinge, die sich langsam aber sicher in den Vordergrund drängten. Er brauchte eine Waffe. Alles war besser als seine bloßen Hände, und er musste unbedingt aus diesem Container raus. Jetzt trieb ihn sein Instinkt an, und die beiden Gedanken verwandelten sich in absolute Notwendigkeiten, ohne die er nicht weiterzuleben vermochte. Sie waren für ihn genauso vonnöten wie die Luft zum Atmen. Dann wieder ein Heulen, aber diesmal ertönte es nur wenige Meter vom Container entfernt. Aus einem Jagdgewehr explodierte ein Schuss, und der Schrot prallte gegen die stählerne Containerwand. Taschenlampen warfen ihre Lichtkegel gegen die Wand und ließen den zittrigen Schatten eines Mannes auf den Boden fallen, der direkt auf Lee zustürmte. Die Bewegungen waren unverkennbar wild und animalisch. Eine klein gewachsene, aber kräftige Gestalt erschien hinter einer Ecke des Containers, um kurz darauf von einer weiteren Ladung Schrot aus der Flinte getroffen zu werden. Ihre Beine gaben nach, als ob man ihr den Teppich unter den Füßen weggezogen hätte. Der Infizierte schlug hart mit dem Rücken auf den Boden und versuchte trotz seiner Verletzungen wieder aufzustehen. Seine weit aufgerissenen Augen glänzten fiebrig in den Strahlen der Taschenlampen, während sein zerfetztes rechtes Bein von den verletzten Muskeln angetrieben, unkontrolliert in verschiedene Richtungen zuckte. Das Ding fiel erneut, zischte laut auf, schob sich dann den Boden entlang auf Lee zu und hinterließ auf der Erde eine breite Spur aus Blut. Wie ein Auto mit kaputtem Getriebe schaffte Lee es endlich, einen Gang einzulegen. Er stürzte sich auf den Tisch voller medizinischer Gerätschaften. Er war sich zwar nicht sicher, was genau er dort vorfinden würde, aber wenn ihm irgendetwas in diesem Container als Waffe dienen könnte, dann lag es auf diesem Tisch. Er wischte mit der Hand über die Oberfläche wie ein Blinder. Er stieß dabei ein Metalltablett mit Sandskalpellen und in Alkohol desinfizierten Pinzetten zu Boden. Das Tablett schepperte und die Gerätschaften verteilten sich in alle Himmelsrichtungen. Er wollte sich schon ein Skalpell schnappen, aber ein Schnitt würde nicht sonderlich tief ins Fleisch eindringen, und in Betracht der Tatsache, dass die infizierten Fleischwunden kaum registrierten, entschied er sich, dass er eine Waffe mit mehr Durchschlagskraft benötigte. Lee entschied sich für das Schwerste, das er in den Händen halten konnte, ein großes Mikroskop, das sich anfühlte, als wäre es aus Eisen gegossen. Er drehte sich rasch in Richtung des Infizierten um und sah, dass dieser bereits in den Container gerobbt war und gerade nach Lees Beinen griff. Lee schrie vor Überraschung laut auf, wich zurück, nahm das Mikroskop am Okular und schlug es mit aller ihm zur Verfügung stehenden Wucht auf den Kopf seines Angreifers. Der schwere Sockel traf auf den Schädel und verursachte ein feuchtes Geräusch, als er den Knochen eindrückte. Der Wahnsinnige lag auf dem Boden und rang laut keuchend nach Luft. Er verdrehte die Augen gen Himmel und begann krampfhaft zu zucken. Der Anblick drehte Lee augenblicklich den Magen um. Er blieb für einige hektische Herzschläge lang wie angewurzelt stehen und starrte auf die Kreatur zu seinen Füßen, ehe er erneut ausholte. Der Schlag traf seinen Angreifer an der Schläfe. Seine Augäpfel traten hervor und die Schädeldecke wurde zu einer merkwürdigen, trichterartigen Form zerdrückt. Lee schluckte den Gallensaft wieder hinunter, der ihm in den Rachen stieg, ließ das Mikroskop fallen und trat zögernd einen Schritt zurück. Er versuchte Luft zu schöpfen, während sein Puls zu rasen begann. Der Schmerz in seinem Rücken war zumindest für wenige Sekunden vollkommen zweitrangig gewesen, kehrte jetzt aber in einer Welle aus explodierendem Kerosin zurück. Er taumelte Richtung Bett, schaffte es aber nicht, verlor den Halt, fiel auf die Knie und stützte sich mit den Händen ab. Er spürte, wie sein Magen gegen alles rebellierte, was sich in ihm befand. Plötzlich liefen warme Brocken seiner Arme hinab. Lee ließ den Kopf hängen, keuchte nach Luft und übergab sich erneut. Hinter ihm ertönten laute Schritte. Obwohl es Lee extrem dreckig ging, war er noch immer in Alarmbereitschaft. Blitzschnell drehte er sich um und schwang beide Fäuste in Richtung des sich nähernden Geräuschs. Hey! Wow! Lee richtete die Augen auf das Gesicht, das sich zu ihm hinabbeugte. Ein breites Gesicht mit einem dichten Bart. Ein Mann. In der einen Hand hielt er einen Colt 1911. Mit der anderen ergriff er Lies Schulter und schüttelte ihn sanft. Können Sie aufstehen? Lee wischte sich das Erbrochene von den Lippen und versuchte sich an den Namen des Mannes zu erinnern. Äh, was? Ja. Plötzlich wurde Lee bewusst, dass er noch immer nackt war. Er stand schwankend auf. Buzz griff ihm sofort unter die Arme. Kann ich eine Hose kriegen? Der große Mann deutete auf das Fußende von Lies Bett, auf dem ein Stapel fein säuberlich zusammengelegter Kleidung lag. Auf dem Boden standen Lies alte Bates M6 Stiefel. Näher haben wir auf die Schnelle nicht zusammengebracht. Lee nickte, ging zum Bett, wobei er vorsichtig die Pfütze seines Erbrochenen miet, Reis und Bohnen. Plötzlich konnte er sich wieder erinnern. Auf dem Bett lagen eine kurze Turnhose und ein grünes T-Shirt mit einem gelben Smiley auf der Brust. Das war zwar nicht zu vergleichen mit seiner vertrauten Tarnhose und dem dazugehörigen T-Shirt, aber zumindest hatte er seine Stiefel wieder. Die raue Realität der letzten vier Tage hatten ihn in seiner Meinung bestärkt, dass es keine besseren Stiefel auf der Welt gab. Als er sie anziehen wollte, merkte er, dass jemand seinen GPS-Empfänger in einen der Schäfte gesteckt hatte. Ehe Doc und Jenny seinen Rücken wieder zusammenflickten, hatten sie versucht, ihm den Empfänger abzunehmen, was Lee natürlich nicht zuließ. Entweder hatte er ihn fallen lassen, und sie waren freundlich genug gewesen, ihn wiederzugeben, oder sie hatten ihn ihm im Schlaf entwendet. Wie auch immer, die Tatsache, dass er jetzt wohlgeborgen in seinem Stiefelschaft lag, diente nur dazu, sein Vertrauen in diese Fremden weiter aufzubauen. Er hatte einen einfachen Wunsch geäußert, und sie hatten ihn sich zu Herzen genommen. Ein junger Mann mit einer großen Flinte in der Hand erschien im Eingang zum Container. Er war zwar spindeldirr, besaß aber ein rundes, jungenhaftes Gesicht und einen blonden Schopf, der seinen Kopf gleich einem heiligen Schein umgab. Trotz seines Milchgesichts schätzte Lee ihn auf zwanzig Jahre. Als er hereintrat, blickte er erst Lee an, und dann Buzz, ehe er die Überreste dessen, was einst ein Mensch war, auf dem Boden bemerkte. »Verdammte Scheiße!« Lee schlüpfte in die Turnhose und wandte sich dann an Buzz. »Wie sind sie reingekommen?« »Nehme an, dass sie ein Loch im Zaun gefunden haben. Oder vielleicht haben sie selbst eins hineingeschnitten. Das sind die beiden Möglichkeiten, die mir in den Kopf kommen.« Dann drehte er sich zu dem jungen Mann und meinte, »Josh, gib Captain Harden deine Pistole.« Josh zog eine Ruger LCP aus seiner Gesäßtasche und reichte sie Lee. Es handelte sich um eine winzige Taschenpistole, die locker in Lees Handfläche passte. Für alles, was sich weiter als sechs Meter entfernt bewegte, war sie so gut wie wertlos. Gerade als Lee sie entgegennehmen wollte, zog Josh die Hand zurück und musterte ihn argwöhnisch. Ein Ausdruck, der nicht zu seinen Gesichtszügen passte. »Die bekomme ich aber wieder zurück, oder?« Lee hatte keine Ahnung und warf Buzz seinen fragenden Blick zu. Buzz zuckte mit den Achseln. »Ich werde Ihnen bald etwas Besseres besorgen. Aber erst einmal müssen Sie damit Vorlieb nehmen.« »Dann gehe ich davon aus, dass ich sie nicht behalten werde,« sagte Lee zu Josh, der ihm jetzt die Pistole überreichte. Lee warf das Magazin aus und zählte die 380er Kaliberpatronen. Es waren noch vier. Dazu kam eine im Lauf. Diese Waffe war nur im Nahkampf effektiv, aber immerhin war sie handlicher als das Mikroskop. Er schob das Magazin wieder in den Griff und stieg in seine Stiefel, nachdem er den GPS-Empfänger in der Tasche seiner Turnhose hatte verschwinden lassen. »Ich glaube, wir haben sämtliche Infizierte ausgelöscht,« sagte Josh und verführte eine ausladende Geste Richtung Camp Rider. Buzz schüttelte den Kopf. »Dessen können wir uns nicht sicher sein. Sag allen Bescheid, dass sie zum Platz kommen sollen.« »Wird gemacht,« erwiderte Josh, drehte sich um und verschwand im Dunkeln. Buzz musterte Lee. »Alles klar mit Ihnen?« »Sie wurden nicht gebissen?« Lee untersuchte sich rasch, ehe er antwortete, »Nein, mir ist nichts passiert.« »Dann mal los!« Lee folgte dem Riesen im Laufschritt aus dem Container. »Was ist dieser Platz? Und warum sollen die Leute sich versammeln?« »Das ist nicht das erste Mal, dass wir angegriffen werden?« entgegnete Buzz kryptisch. Lee wusste darauf keine Antwort und akzeptierte Buzz' Worte einfach, wie man unsinnige Fakten in wilden Träumen mangels Alternativen als Tatsachen akzeptierte. Außerdem hatte Lee das Gefühl, dass er den Sinn hinter diesem Satz schon bald herausfinden würde. Er freute sich bereits auf den bevorstehenden Schnellkurs über Camp Riders Verteidigungsmaßnahmen. Merkwürdigerweise verspürte Lee keinerlei Unbehagen, bei dem Umstand Befehle von anderen entgegenzunehmen. Während der letzten vier Tage ging es nicht nur um sein Überleben, sondern um das seiner kleinen Gruppe. Angela, Abby und Sam und bis vor kurzem noch Jack und Tango. Sie alle hatten auf ihn gezählt, sich auf ihn verlassen. Jetzt aber war Buzz das Alphatier. Der Mann mit einem Plan, und die fehlende Verantwortung kam Lee vor, als ob er einen 50 Kilo schweren Rucksack abgeworfen hatte. Er kannte Buzz nicht gut genug, um dem Mann hundertprozentig zu vertrauen, aber immerhin hatte er sich bisher Lee gegenüber einwandfrei verhalten. Zudem besaß er etwas Hartes, Unverwüstliches. Beides waren Eigenschaften, die Lee sehr schätzte. Kaum war er aus dem Container getreten, konnte er den Platz schon ausmachen. Eine Ebene aus Kies und Erde in der Mitte von Camp Rider. Er erinnerte ihn an die Hauptstraße in einem alten Western, war aber viel schmaler. An seinen Seiten hatten die Bewohner aus allen erdenklichen Materialien Unterschlüpfe für sich und ihre Familien gebaut. Der Anblick, der sich Lee bot, glich dem von Barackenstädten, wie er sie aus Dritte-Welt-Ländern kannte. »Ich sollte mir nichts vormachen,« dachte Lee benommen. »Das ist eine Bretterbudenstadt. Die Vereinigten Staaten sind jetzt ein Dritte-Welt-Land.« Langsam begann der Platz zum Leben zu erwachen, wie ein Ameisenhaufen, nach dem man mit dem Fuß die obere Schicht abgestreift hatte. Menschen in abgetragener Kleidung kamen aus alten Autos, Bretterbuden und Zelten hervor. Jeder hatte eine Taschenlampe oder eine Laterne in der einen Hand und eine Waffe in der anderen. Nur wenige besaßen Pistolen oder Gewehre. Die meisten trugen Äxte, Schaufeln, Brechstangen oder Baseballschläger. Lee musste an einen Lünchmob denken. Vor seinem inneren Auge erschien die Meute, die sich aufmachte, um Frankensteins Monster zu jagen. Sie rannten an Lee und Buzz vorbei, auf die Mitte von Camp Ryder zu, in der sie eine mit Steinen befestigte Grube ausgehoben hatten. Vielleicht eine Feuerstelle? Lee glaubte, Asche in ihrer Mitte zu sehen. Lee nahm an, dass das der Platz sein musste. Plötzlich sprang ihm ein Gedanke in den Kopf. Er hielt an, reckte den Hals und suchte etwas in der Menge von Menschen, die sich in der Finsternis versammelt hatten. Als er es nicht fand, wandte er sich an Buzz. Wo sind Angela und die Kinder? Buzz gab ihm mit einer Geste zu verstehen, weiterzugehen. Josh hat allen gesagt, sich auf dem Platz zu sammeln. Die müssen also auch da sein. Auf dem Weg schnappte sich Buzz einen Axtstiel, der gegen ein Zelt gelehnt war. Das Griffende war schmaler als der Kopf, an dem der metallene Kopf fehlte. Eine nahezu perfekte Keule. »Harris?« rief Buzz. Ein Mann in der Menschenmenge blickte sich um. »Captain Harden leitet sich für heute Abend einen Axtstiel aus.« Der Mann nickte und streckte einen Daumen in die Höhe. Buzz reichte Lee den Knüppel. Zu seinem Verwundern las er das Wort »Hirntöter« darauf. Nedlich. Lee zog den Bund der Turnhose fest und schob die Ruger LCP hinein. Buzz stellte sich vor die versammelten Leute. Es sah aus, als ob er sie hastig zählte. Lee schätzte, dass ungefähr fünfzig versammelt waren, so viele wie Buzz am vorigen Abend erwähnt hatte. Als er seinen Blick über die Meute schweifen ließ, erkannte er weit hinten einen blonden Schopf. Im flackernden Schein einer Lampe sah er Angelas von Sorgen gezeichnetes Gesicht. Neben ihr standen zwei Kinder. Plötzlich löste sich etwas in ihm. Eine Angst verließ ihn, von der er nicht gewusst hatte, dass sie überhaupt existierte. Er wollte ihnen schon etwas zurufen, besann sich aber eines Besseren. Sie waren hier und befanden sich in relativer Sicherheit. Das musste vorerst reichen. Josh gesellte sich zu ihnen und nutzte die Gelegenheit, um Luft zu holen. »Jetzt sind alle hier!« »Das will ich hoffen«, nummelte Buzz leise. »Also«, Lee sah sich um und musterte die Menge, die sich vor ihnen versammelt hatte. Es fiel ihm auf, dass jeder mit dem Rücken zur Feuerstelle stand und seine Taschenlampe zu Boden richtete. Es war eine hell leuchtende, laute Gruppe von Menschen. Lee wollte sich gerade nach dem Plan erkundigen, als er von selbst kapierte, was ablief. Er drehte sich um, sodass er ebenfalls mit dem Rücken zur Feuergrube stand und nahm seinen Prügel in die rechte Hand. Er warf Buzz einen Blick zu und schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht behaupten, dass ich diese Idee gut heiße.« Buzz aber zuckte nur mit den Achseln und adressierte dann die versammelte Truppe. »Alles klar, Leute! Ihr wisst, was zu tun ist!« Lee sah eine ganze Reihe steinerner Gesichter, gezeichnet von grellem Licht und tiefen Schatten. Ängstliche Augen leuchteten und starrten in die Finsternis. Wettergegerbte Hände umklammerten die bunte Ansammlung behelfsmäßiger Waffen. Leute mit Schusswaffen standen in der ersten Reihe und zielten mit ihren Jagdgewehren und Flinten in die scheinbar ruhige Nacht. Wieder wie in Western. Quasi eine Wagenburg. Die Stille der Nacht schien trügerisch, aufgesetzt, als wenn man Luft holte und dann den Atem anhielt, um nicht gehört zu werden. Selbst die Vögel und zirpenden Zikaden glänzten durch Abwesenheit. Lee reckte sich und versuchte das auszumachen, was hinter dem Ring aus Taschenlampenlicht im Dunkeln der Nacht lag. Die Stille hielt unangenehm lange an. Dann ertönte ein Flüstern. Warum greifen sie nicht an? Dann die Antwort. Das ist komisch. Eine weitere Stimme. Seid ihr sicher, dass es noch mehr von ihnen gibt? Ein Hund begann zu bellen. Dann rief jemand. Da hat sich etwas bewegt. Ich habe es gesehen. Die ganze Gruppe schien auf einmal noch angespannter. Da! Bei den Müllcontainern! Alle Köpfe drehten sich wie fünfzig Simultanschwimmer, alle außer Lee's, denn er hatte keine Ahnung, wo die Müllcontainer standen. Als er ihrem Beispiel folgte, sah er eine Ansammlung alter Stähler nach Container, wie der, in dem Doc seine Krankenstation betrieb. Allerdings fehlten diesen die Dächer, sodass sie gigantischen Sardinen-Dosen glichen. Einige von ihnen waren bereits mit einer atemberaubenden Menge Müll vollgestopft, dem Unrat unzähliger Flüchtlinge, die auf kleinstem Raum zusammengepfercht miteinander auskommen mussten. Lee versuchte, Anzeichen von Bewegung in den tiefen Schatten der Müllcontainer zu erkennen. Einige der stärkeren Taschenlampen durchsuchten die Finsternis, blieben aber ohne Erfolg. Die Dunkelheit wirkte desorientierend. Lee wusste, dass er noch immer nicht klar denken konnte, nicht auf der Höhe war. Die Verletzungen und die Entbehrungen der letzten Tage, insbesondere was Essen und Trinken betraf, waren nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Erst jetzt schien er langsam auf dem Weg der Besserung zu sein. Wie ein Mantra wiederholte er leise die Worte, es gibt Arbeit zu erledigen, es gibt Arbeit zu erledigen. Das hatte er seiner Einheit damals auch immer vorgebetet, ehe sie sich auf eine Mission begeben mussten, es gibt Arbeit zu erledigen. Da! rief jemand. Tatsächlich, eine Bewegung zwischen zwei Müllcontainern. Ich sehe es! Ein Mann mit einem Jagdgewehr trat einen Schritt vor, zögerte dann aber. Warum greifen sie uns nicht an? Plötzlich schien sich der Müll zu verschieben, und ein merkwürdiger, schauerlicher Schrei drang an die Ohren der Überlebenden. Lee konnte keine weiteren Details erkennen, aber die Gestalt rannte direkt auf sie zu. Als sie nur noch zwanzig Meter von ihnen entfernt war, änderte sie die Richtung und lief, wie ein Wolf, der eine Herde nach einer Schwachstelle absuchte, am Rand des Lichtkranzes entlang. Die Überlebenden erstarrten und schienen verwirrt. Alle versuchten verdammt noch mal zu verstehen, was diese Kreatur vorhatte. »Knall das Ding ab!«, rief Buzz dem Mann mit dem Jagdgewehr zu. Ein Schuss ertönte. Lee sah, wie der Boden vor den Füßen des Infizierten explodierte. Weitere Schüsse folgten. Offenbar war die Anspannung für manche zu groß, um die Kontrolle über ihre Abzugsfinger zu wahren. Plötzlich war die Nacht in einen Kugelhagel aus Schrot, Gewehrmunition und kleinkalibrigen Pistolen getaucht. Zuerst wurden die Beine getroffen, dann bohrten sich die Patronen in Schulter und Brust, ehe der Schädel explodierte. Erst als Lee die elende Kreatur zu Boden gehen sah, begann er eine leise ihm bekannte Stimme in den Ohren zu hören. Sie löste den Nebel um sein Gehirn auf. Plötzlich fühlte er sich nicht länger desorientiert. Er wusste wieder, wer er war und erinnerte sich an sein Training. »Pass auf deine Schusslinie auf!« Als er lernte, als Teil eines Teams zu agieren, hatte jedes Mitglied eine festgelegte Schusslinie, die einzig und allein in dessen Verantwortung lag und die er ständig nach möglichen Feinden absuchen musste. Wenn man sich also ständig um die Schusslinie seines Kameraden kümmerte, kam die eigene zu kurz. In anderen Worten, mach dir keine Sorgen über die anderen und tu das, wozu du angewiesen wurdest. »Einführungskurs in Gruppentaktik. Pass auf deine Schusslinie auf!« Lee drehte sich gerade noch rechtzeitig um, um zwei krallenartige Hände zu sehen, die sich in das Fleisch einer jungen Teenagerin vergruben und sie nach hinten zogen. Als sie zu Boden gerissen wurde, flogen ihre Haare wie in schwereloser Zeitlupe in die Luft. Sie starrte Lee an, und er erkannte eine verängstigte Empörung in ihren Augen, als ob sie dachte, »So etwas sollte mir eigentlich nicht passieren.« Die Infizierte war eine ältere Frau. Sie beugte sich über die Teenagerin und schnappte nach ihrem Nacken. Das Mädchen stieß einen leisen Schrei aus. Dann warf sie die Arme in die Luft, um sich vor dem Maul der Infizierten zu schützen, das sich ihrer Halsschlagader näherte. Die ältere Frau biss kräftig in das Handgelenk des Mädchens. Lee hörte, wie die Sehnen rissen. »Hinter uns!« schrie er und holte aus. Der Axtstiel traf die Infizierte genau hinter dem Ohr und hinterließ eine tiefe Delle im Schädel der älteren Frau. Dann erst entdeckte Lee einen zweiten Infizierten. Die Kreatur stürzte sich aus der Dunkelheit auf das Mädchen, ergriff sie und versuchte sie weg von der Menge und zurück in die Finsternis zu schleppen. Die ganze Zeit zischte sie aggressiv und zerrte das Mädchen mit der einen Hand am Hemdkragen, während sie mit der anderen unentwegt auf das Gesicht der Teenagerin eindrosch. Bereits nach zwei oder drei Hieben hatte die Kleine das Bewusstsein verloren. Lee sprang nach vorn und spannte seinen Körper, um dem Monster einen gewaltigen Hieb zu verpassen. Aber als er ausholte, ertönte ein Schuss direkt neben seinem Kopf. Der Hals des Infizierten detonierte und er stürzte sich windend zu Boden. Lee sprang instinktiv zurück, schließlich hatte man direkt neben seinem Schädel eine Kanone abgefeuert. Als er die Zähne zusammenbiss, um gegen das Klingeln in seinen Ohren anzukämpfen, wurde er von Menschen umrundet, die das Mädchen zurückzogen und den Infizierten zu Tode prügelten. Er blickte nach rechts, in Richtung des Schusses, und sah, wie ein Mann einen kleinen Revolver zu Boden warf. Sein Gesicht war kreidebleich. Dann eilte er an Lee vorbei auf das Mädchen zu und begann zu wimmern. In der Versammlung brach Verwirrung aus. Alle begannen zu schreien und drängten auf das Mädchen zu. Ein jüngerer Mann drehte sich um und starrte Lee anklagend an, als ob es sein Fehler gewesen war, dass sie angegriffen wurde. Verärgert überlegte Lee, ob er den Axtstiel nicht an ihm ausprobieren sollte. Aber im Hinterkopf dachte er, War es nicht mein Fehler? Hätte ich nicht aufpassen müssen. Schließlich bin ich der Profi hier. Über all dem Lärm hörte er Buzz' Stimme. Steve! Steve! Und der Mann, der gerade noch den Revolver in der Hand gehalten hatte, schrie, Oh Gott, oh Scheiße! Los, Kleines, wach auf! Baby, es tut mir so leid! Handelte es sich um den Vater des Mädchens? Buzz versuchte sich durch die Menge an Lee vorbei, zu ihnen vorzukämpfen. Lee war inzwischen wieder weitestgehend bei sich, und überlegte, wie die Infizierten es schaffen konnten, sich vor ihnen zu verstecken und überraschend ihre Flanken anzugreifen. Er streckte den Arm aus, legte entschieden die Hand auf Buzz' Schulter und riss ihn zurück. Gibt es noch mehr? Buzz schien ihn zu ignorieren und reckte stattdessen den Hals nach dem auf dem Boden liegenden Mädchen. Erst dann merkte er, dass Lee ihn angesprochen hatte. Was? Lee zog ihn näher an sich heran und sprach mit leiser Stimme eindringlich auf ihn ein. Er wollte keine Panik auslösen. Er schlug den Lauf seines Colt 1911 gegen seinen Oberschenkel und wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Verdammt, woher soll ich das wissen? Die Gruppe begann bereits, sich aufzulösen. Doc und Jenny verschafften sich Platz, kämpften sich durch die Menge, und Docs dünne Stimme war nicht zu überhören, denn er rief unentwegt, »Aus dem verdammten Weg! So helft mir doch, sie in die Krankenstation zu tragen!« Es meldeten sich mehr Menschen, als unbedingt nötig waren, um ein junges Mädchen zu tragen, das wahrscheinlich kaum fünfzig Kilo wog. Jeder überflüssige Helfer war eher ein Hindernis als alles andere. Der Vater des Mädchens hielt ihren Kopf in den Armen, während sie in die Krankenstation getragen wurde. Buzz starrte sie an, sodass Lee ihn sanft schütteln musste, um seine Aufmerksamkeit zu erlangen. »Trommeln Sie Ihre besten Leute zusammen! Wir müssen das verdammte Loch finden und flicken, durch das Sie gekommen sind! Wir müssen den gesamten Zaun absuchen!« Die Ermittlung Buzz schien endlich wieder zu Sinnen zu kommen. Als Josh an ihm vorbeieilte, um das gebissene Mädchen zur Krankenstation zu tragen, streckte er seinen kräftigen, mit dicken schwarzen Haaren bewachsenen Arm aus und schnappte sich den jungen Mann. »Du kommst mit uns«, sagte er, und seine Stimme war wieder die alte, ruhig und bestimmend. »Wir müssen herausfinden, wo sie durch den Zaun geschlüpft sind.« »Aber was ist mit Kara?«, verlangte Josh mit Vorsorge weit aufgerissenen Augen zu wissen. Buzz blickte ihn an. »Dee ist beim Doc gut aufgehoben. Du kannst nichts für sie tun. Wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Also, auf geht's!« Josh fügte sich und nickte. Die beiden Männer blickten Lee an. Der schaute sich kurz um und traf eine Entscheidung. »Wir brauchen noch jemanden. Einen vierten Mann.« Dann sah er ein ihm bekanntes Gesicht. »Miller?« »So hieß er doch, oder?« »Der Mann mit dem roten Kopftuch, der ihnen bei der Flucht aus Timber Creek mit den Molotow-Cocktails geholfen hatte.« Lee winkte ihn zu sich. »Hey!« »Können wir dich kurz mal ausleihen?« Miller erkannte Lee in der Finsternis zuerst nicht, aber nachdem er den Strahl seiner Taschenlampe auf ihn gerichtet hatte, kam er zu ihnen. Er hielt die Hand über den Holster, in dem seine 38er-Special steckte, damit sie ihm nicht ständig gegen das Bein schlug. »Was denn?« Er war ungefähr so alt wie Josh, aber größer und noch hagerer. Während Josh ein echtes Milchgesicht war und viel jünger schien, erweckte alles an Miller einen älteren Eindruck, vom leicht schielenden Blick bis zu seinem selbstbewussten Gang, der aber jegliche Arroganz vermissen ließ. Millers Kopfhaltung und sein markanter Unterkiefer zeigten, dass er für den Kampf geboren war. Lee deutete auf das Stück Zaun hinter den Müllcontainern, das ihnen am nächsten war. »Wir fangen gleich dort an. Eine Gruppe geht nach links, die andere nach rechts. Wir müssen das Loch finden, durch das die Infizierten hereinkommen. Sobald eine Gruppe es aufgespürt hat, sofort sichern, melden und warten, bis die andere Gruppe kommt.« Drei Köpfe nickten schnell. »Bass, Sie und ich gehen im Uhrzeigersinn. Ihr Jungs nimmt die andere Richtung.« Lee und Buzz joggten zum Zaun und eilten ihn entlang, die Augen stets auf die Maschendrähte gerichtet. Lee hatte Buzz als Partner ausgewählt, weil er mit ihm sprechen wollte. Es gab ein oder zwei Sachen bezüglich der jüngsten Konfrontation, die ihn beunruhigten. Er wollte herausfinden, was Buzz darüber dachte. Lee erhob das Wort. »Was passiert jetzt mit dem Mädchen?« »Cara?« murmelte Buzz abwesend. »Dock wird amputieren und auf das Beste hoffen.« Beinahe wäre Lee stehen geblieben. »Aputieren? Wollen Sie mich verarschen?« Buzz schüttelte mit dem Kopf und schien kurz verärgert. »Nein!« Je schneller Sie Caras Arm abtrennen, desto höher stehen die Chancen, dass sie sich Fury nicht einfängt. Doc meint, dass die Chancen 50 zu 50 stehen. Das ist immerhin besser als eine hundertprozentige Infektionswahrscheinlichkeit. Das einzige Problem ist, dass die meisten Amputationen sich entzünden und septisch werden, oder die Patienten verlieren zu viel Blut. Buzz fluchte verbittert. »Unsere medizinischen Vorräte sind einfach nicht ausreichend. Manchmal komme ich mir vor wie in der verdammten Steinzeit, oder wie im Bürgerkrieg, wo Gliedmaßen einfach abgehackt und danach die Daumen gedrückt wurden.« Lee verschlug es die Sprache. Die Vorstellung, einen Arm zu amputieren, um die Infektion von einem Biss oder einer offenen Wunde zu verhindern, schien ein beinahe unverantwortliches medizinisches Vorgehen. Wenn man aber damit konfrontiert wurde, mit absoluter Sicherheit einer von denen zu werden, dann schien es die einzige, angemessen kalter Berechnung, entsprechende Lösung. Lee fuhr fort. »Ist Ihnen bei den Infizierten irgendetwas aufgefallen?« Buzz antwortete nicht sogleich, ging einfach weiter und beleuchtete mit seiner Taschenlampe den Zaun vor ihnen, ohne ein Loch oder eine kaputte Stelle zu finden. Als er endlich den Mund aufmachte, wählte er seine Worte mit Bedacht. »Ich kann mich noch daran erinnern, wie sie sich vor einem Monat verhielten.« Er blieb stehen und warf Lee einen Blick zu. Sie waren völlig unkontrolliert und verwirrt. Quasi verloren. Wahnsinnig. Die haben sich mindestens genauso oft gegenseitig angegriffen, wie sie auf uns losgegangen sind. Ich habe keine Ahnung, was genau hier vor sich geht. Aber die verändern sich. Sie lernen. Und zwar schnell. Lee rief sich die dunkle Figur noch einmal ins Gedächtnis, die von den Müllcontainern auf sie zugekommen und außerhalb des Lichtkegels um sie herumgeschlichen war, während sie auf ihrem Platz verharrt und die Waffen auf die Angreifer gerichtet hatten. Die kalten, blutverkrusteten Krallen, die die junge Frau niederrissen, während eine andere Gestalt versuchte, sie fortzuziehen. »Wie ein Rudel Wölfe«, meinte Lee mehr zu sich selbst als zu Buzz. »Sie passen sich an. Evolution in schier unfassbarer Geschwindigkeit. Das hat nichts mehr mit kopflosem Angreifen zu tun. Es scheint ganz so, als ob sie Jagd auf uns machen.« Buzz zögerte und blickte Lee in die Augen. »Schwachsinn«, sagte er schließlich. Lee zuckte mit den Achseln. »Denken Sie einen Augenblick darüber nach. Das war das erste Mal, dass sie von zwei Seiten auf einmal angegriffen wurden. Normalerweise bilden die Infizierten eine Gruppe und rennen dann auf einen zu. Das hier aber war anders. Zuerst schien es ganz so, als ob sie uns ablenken wollten, sodass die beiden anderen sich von hinten an uns heranschleichen konnten.« Buzz blieb ihm eine Antwort schuldig, ging einfach weiter und suchte den Zaun ab. Die Wahrheit, die in Lees Worten lag, schmeckte ihm überhaupt nicht. Das war kein Aha-Moment, eher ein »Ach du Scheiße«-Moment. Die Infizierten waren schon schlimm genug, wenn sie einfach nur eine wahnsinnige Herde bildeten. Der Gedanke, dass sie jetzt in kleinen Gruppen auf Jagd gingen, war eine bittere Pille für Buzz, die er erst einmal schlucken musste. Aber Lee wollte der Sache weiter nachgehen. Er konnte die neue Sachlage nicht einfach ignorieren. »Das ist das erste Mal, dass wir sie so handelnd erlebt haben.« Er folgte Buzz und fuhr fort. »Denn die Situation sich ändert, muss man seine Taktik ändern. Wenn sie auf einmal schlau genug sind, um den Zaun zu überwinden, müssen wir uns etwas anderes einfallen lassen, um sie uns vom Leib zu halten.« Buzz schüttelte entschlossen den Kopf. »Selbst ein Hund kann sich unter dem Zaun durchgraben. Das heißt nichts. Sie sind nichts als hirnlose Hüllen ehemaliger Menschen. Bei denen wurde einfach nur ein Autopilot eingeschaltet. Das hat nichts mit Evolution zu tun.« Er klang verzweifelt, als ob er sich selbst von etwas überzeugen wollte. »Ich weise deine Realität von mir und suche mir stattdessen meine eigene aus.« Lee entschied sich, Buzz nicht weiter zu bedrängen. Vielleicht hatte er im Augenblick andere Sorgen. Früher oder später würde Lee vernünftig mit ihm reden können. Lee musste zugeben, dass die Infizierten tatsächlich schwer einzuschätzen waren. Manchmal schienen ihre Aktionen das Resultat logischer Überlegungen, dann wieder schienen sie von nichts anderem als purem Instinkt getrieben. Die meisten konnten mit einfachen Werkzeugen umgehen, auch wenn sie sie nicht vernünftig einzusetzen vermochten, sondern sie nur wild durch die Luft schwangen und auf alles einschlugen, was ihnen im Weg stand. Nur weil ein Affe mit einem Schraubenschlüssel in der Hand herumfuchtelte, wies das noch lange nicht, dass er damit auch einen tropfenden Wasserhahn reparieren konnte. Sie schienen alle eine rudimentäre Intelligenz zu besitzen, die aber von Infiziertem zu Infiziertem variierte. Manche waren aggressiver, manche intelligenter als andere. Aber dann stellte sich die Frage, handelte es sich tatsächlich um Intelligenz oder nur um Instinkt? Lee kehrte immer wieder zu der Vorstellung eines Wolfsrudels zurück. Wenn sie auf Jagd gingen, machten sie zunächst das schwächste Mitglied ihrer potenziellen Beute aus und flankierten es dann mit der Absicht, es zu reißen. War diese Vorgehensweise Resultat eines durchdachten Plans oder basierte sie auf animalischen Instinkten? Plötzlich ertönte eine Stimme von der anderen Seite des Camps. Was? Bas und Lee drehten sich um und sahen, wie Miller keuchend auf sie zurannte. Wir haben etwas gefunden. Wir glauben, dass sie da durch sind. Er schnappte nach Luft. Seine Augen suchten panisch die Gegend ab, ehe er die beiden vielsagend anblickte. Das solltet ihr euch vielleicht selbst anschauen. Miller drehte sich auf der Stelle wieder um und joggte zurück. Sie folgten ihm. Die Lichtkegel ihrer Taschenlampen wippten auf und ab. Lee schenkte der versammelten Menge um Docs Krankenstation einen kurzen Blick. Sie wurde von einem Mann, den Lee nicht kannte, zurückgedrängt. Aus dem Container ertönten Schreie, schrill und erbärmlich. Doc hatte aller Wahrscheinlichkeit nach mit der Amputation begonnen. Hier! Miller hatte angehalten und deutete auf den Zaun. Sie kamen um die Ecke einer notdürftigen Hütte aus Aluminiumblechen und blauen Planen. Lee und Bas hielten die Augen offen, als sie langsamer wurden, und stellten sich dann kurz vor Miller auf. Ihre Minen spiegelten ihren Gemütszustand wieder. Zuerst schienen sie verwirrt, dann packte sie eine schier bodenlose, grausame Ungewissheit. Sie tauschten Blicke aus, ehe sie die Augen wieder auf den Zaun richteten. Sie sahen ein Loch, aber nicht irgendein Loch. Ein Stück Zaun war von oben bis unten säuberlich demontiert. Der Maschendraht war wie eine alte Schriftrolle zu beiden Seiten hin aufgerollt, aber nicht nach innen, sondern nach außen gezogen und ordentlich befestigt, sodass ein Mensch ohne Probleme durchschlüpfen konnte. Dieser Anblick ließ keinen Raum für Zweifel, wer oder was es getan haben könnte. Plötzlich hörten Bas und Lee eine leise, heisere Stimme, die eine merkwürdige Geschichte zu erzählen anhob. Aber nur langsam näherten sie sich dem Feind. Und als sie beinahe vor ihm waren, legte sich das Meer, schien einen Teppich über seine Wogen zu legen. »Was zum Teufel ist das?« murmelte Bas und richtete seine Taschenlampe auf die Quelle der Unterbrechung. Der Lichtkegel schwirrte ein wenig in der Luft herum, ehe er auf die Ursache stieß. Auf dem mit Gras überwachsenen Boden, an der Ecke der Hütte, stand ein kleiner CD-Spieler. Er war rund und schwarz und glänzte wie ein Insektenkopf, während die beiden runden Lautsprecher sie wie Fliegenaugen anstarrten. Der atemlose Jäger lauerte seiner scheinbar unbekümmerten Beute auf, war so nah, dass der gesamte imposante Buckel deutlich zu sehen war. Bas ging auf den CD-Spieler zu, hob das Bein, als ob er ihn in Trümmer treten wollte, aber Lee streckte eine Hand aus und ergriff ihn am Arm. Er zog ihn zurück, und Bas schoss ihm einen Blick zu, der nichts Gutes verhieß. Kurz darauf entspannte er sich jedoch schon wieder, und Einsicht machte sich auf seiner Miene breit. Lee nickte. Wir sollten das Ding vielleicht erst einmal genau untersuchen, ehe wir es zerstören. Könnte auch eine Falle sein. Kommt ganz darauf an, wer es dort hingestellt hat. Bas lächelte schwach. Genau deswegen sind Sie hier. Er gestikulierte in Richtung des CD-Spielers. Ich gehe mal davon aus, dass Sie wesentlich mehr Erfahrung mit Fallen gesammelt haben als ich. Die Stimme fuhr völlig unbeirrt von den Geschehnissen um sich herum stumpf fort. Die blauen Wasser vereinten sich mit dem sich bewegenden Tal seines steten Sogs. Lee grinste den großen Mann humorlos an und lehnte sich dann mit größter Vorsicht vor, leuchtete mit der Taschenlampe zuerst die Umgebung ab, dann seine Füße, und untersuchte das lange Gras. Als er nichts bemerkte, was ihm bedrohlich erschien, trat er einen Schritt vor, musterte das Gras um den CD-Spieler eindringlich und hielt mit der Taschenlampe aus allen erdenklichen Winkeln darauf. Die Jäger, entzückt und verlockt von der sie alles umgebenden Ruhe, schickten sich, ihre Beute anzugreifen, fanden jedoch die Stille verhängnisvollerweise. Lee atmete lang und tief aus und entspannte sich ein wenig. Dann kniete er sich hin und drückte einen Knopf auf der Oberseite des CD-Spielers. Die schwarze Klappe öffnete sich und die körperlose Stimme verstummte augenblicklich. Eine weiße CD drehte sich anfangs noch wie wild, wurde dann aber langsamer und kam endlich zum Stillstand. Lee streckte die Hand danach aus, löste sie von der Arretierung und las den Titel vor. Moby Dick von Herman Melville Ein Hörbuch Buzz verzog keine Miene Zum Todlachen Lee schüttelte den Kopf Ich glaube nicht, dass es sich um einen Scherz handelt Miller meldete sich zu Wort und deutete auf die ordentlich durchgeschnittenen Maschen des Zauns In mir ziemlich sicher, dass jemand da einen Bolzenschneider benutzt hat Buzz warf ihm einen zweifelnden Blick zu, woraufhin Miller mit gesenkter Stimme meinte Ich bin nicht immer der aufrechte Bürger gewesen, der ich jetzt bin Milo? Warf Lee in die Runde Buzz verschränkte die Arme vor der Brust Ich wüsste nicht, wer sonst noch daran Interesse hätte, uns vor die Runde gehen zu sehen Und wenn man die jüngste Auseinandersetzung in Betracht zieht, glaube ich, dass sie den Nagel auf den Kopf getroffen haben Und warum greift er uns nicht direkt an? Wollte Josh wissen Weil man sich gegen einen Angriff tagsüber zu leicht verteidigen kann Zudem wissen sie, dass sie sich während der Nacht nicht im Wald aufhalten können, weil die Infizierten sich auf sie stürzen würden Also benutzen sie diese Kreaturen, schneiden ein Loch in unseren Zaun und stellen einen CD-Spieler auf, der gerade laut genug ist, um sie anzulocken und von uns überhört zu werden Gab Lee zu bedenken Gar nicht dumm, wenn man darüber nachdenkt Buzz starrte finster in den Wald hinter dem Camp Ein Hörbuch klingt, als ob nur ein Mensch redet Musik wäre uns eher aufgefallen Jeder der Überlebenden wusste genau, dass die Infizierten ein fast übermenschliches Gehör besaßen Insbesondere nachts, wenn sie richtig aktiv wurden Lee glaubte, dass Camp Rider aus diesem Grund eine Art Sperrstunde für Geräusche eingeführt hatte Obwohl der CD-Spieler sehr leise eingestellt war, war er doch wohl das Lauteste, was aus Camp Rider an die Außenwelt gelangte Und ein Passant hätte es entweder nicht gehört oder für eine leise Familienunterredung gehalten Lee richtete sich wieder auf und ging zu Buzz hinüber Ich glaube, sie sollten mir mehr über Milo erzählen Buzz nickte und deutete dann auf Miller und Josh Ihr beiden richtet das hier wieder Ich will, dass immer nur einer arbeitet, während der andere aufpasst Lasst bloß niemanden mehr hinein Ich schicke euch noch jemanden als Verstärkung Dann wandte er sich an Lee Und sie kommen mit mir Die beiden Männer stapften durch die Finsternis Ihre Taschenlampen schienen auf den Boden vor ihnen Und das matte Licht reichte kaum aus, um ihre müden Gesichter zu erhellen Die meisten anderen befanden sich bereits wieder in ihren behelbsmäßigen Hütten Und nur gelegentlich trafen sie auf andere Menschen Die sich ebenfalls einen Weg durch die Dunkelheit bahnten Im Gegensatz zu der Stille, die frühmorgens herrschte Raunte jetzt noch immer ein aufgeregtes Flüstern durch die Luft über dem Camp Leise Stimmen, die aus den Hütten an ihre Ohren drangen und sich unterhielten Lee fragte sich, wie viele Infizierte sich wohl noch in der Nähe aufhielten Und diese kaum hörbaren, unterdrückten Stimmen wahrnahmen Lee blickte zum Himmel auf Und sah im Osten bereits die ersten Anzeichen des neuen Tages Oder er bildete es sich ein Nur wenn man sich eine gewisse Zeit lang außerhalb der Zivilisation befand Die einem stetige Sicherheit vermittelte Wurde einem klar, warum unsere Ahnen Angst vor der Nacht gehabt hatten Sie war lang, unangenehm und obendrein gefährlich Die Morgendämmerung kündigte das Ende des finsteren Elends an Bereitete die Menschen auf die Rückkehr von Wärme und Sicherheit vor Wissen Sie, wie spät es ist? Wollte Lee von Buzz wissen Ungefähr vier Uhr morgens Lee spürte, wie ihm das Herz in die Hose rutschte Die Dämmerung im Osten war doch nur ein Produkt seiner Vorstellungskraft Das erste Licht des neuen Tages würde noch mindestens zwei lange Stunden auf sich warten lassen Und nach dem Vorfall war an Schlaf nicht zu denken Der Schmerz in Lees Rücken meldete sich erneut Eine dunkle Gestalt trat auf sie zu, als sie in der Mitte des Camps angekommen waren Lee konnte nur ihre rechte Seite sehen, die von dem kalten Licht einer LED-Lampe angeschienen wurde Als sie sich näherte, hob sie die Lampe auf Augenhöhe und Lee erkannte die geschürzten Lippen und den Beginn einer Glatze Das Antlitz des Mannes war von dem Licht wie ausgewaschen und der Winkel des Lichtstrahls ließ ihn sehr finster und ernst reinschauen Lee glaubte sich zu erinnern, dass Miller den Mann mit Bill angesprochen hatte Er war der einzige gewesen, der sie nicht mit ins Camp hatte nehmen wollen Ehe Lee ihn mit Hilfe von Millers Betteln ihnen eine Chance zu geben überredet hatte Er war weder groß noch klein und wahrscheinlich weder dick noch dünn gewesen Ehe er in diesen rauen Zeiten den Gürtel enger hatte schnallen müssen Er war irgendwo zwischen vierzig und fünfzig Jahre alt Und ihm wuchs ein Ring drahtiger grauer Haare um den Schädel Sein Gesamteindruck, die Körpersprache und seine Miene gaben Lee zu verstehen, dass er kein angenehmer Zeitgenosse war Das Er nickte seinem Vorgesetzten respektvoll zu und drehte sich dann abschätzig zu Lee Dürfen sie überhaupt schon auf den Beinen sein? Ich dachte, Doc hätte ihnen befohlen, sich zu erholen Lee wollte schon antworten, als Bass ihm zuvor kam Eine Tatsache, für die Lee ihm dankbar war Er war zu müde, um sich jetzt auch noch zu streiten Mit einem abweisenden Winken seiner fleischigen Hand meinte Bass Harper, wir haben ein Problem Captain Harden, ihr hilft mir kurz dabei Dann schicke ich ihn wieder ins Bett Die kalte Stille, mit der der Mann antwortete, sagte mehr als tausend Worte Lee hob die Augenbrauen Heißen sie nun Bill oder Harper? Bill Harper Kam es murmelnd zurück Nella ist der Einzige, der mich Bill nennt Alle anderen sagen Harper zu mir Lee nickte Harper also Bass führte die beiden zum Rider-Gebäude, das über den notdürftigen Hütten wie ein Schloss über den Lehmhütten eines mittelalterlichen Dorfes thronte Es handelte sich um einen zweistöckigen Bau aus Beton mit wenigen Fenstern Ein Fabrikgebäude ohne jeglichen Schnickschnack, der die strengen Formen aufgehellt hätte Lee konnte sich nicht sicher sein, welchem Zweck es gedient hatte, ehe seine heutigen Bewohner eingezogen waren Aber er begann es sogleich nach Schwachstellen abzusuchen und überlegte, wie man es als defensive Hochburg noch ausbauen konnte Falls es zu einem Feuergefecht kommen sollte, würden die dünnen Wände der Hütten sehr wenig bis gar keinen Schutz bieten Also blieb nur noch dieser Koloss übrig, um sich zu verschanzen Eigentlich war die Stellung nicht schlecht Außer der Tatsache, dass sie kaum Fenster und Wände aus Beton besaß, konnte Lee nur einen einzigen Ein- bzw. Ausgang ausmachen Zwei Stahltüren, die von zwei schmalen Glasstreifen seitlich eingerahmt waren So schmal, dass niemand es schaffen würde, sich dort durchzuzwängen Es sah so aus, als ob man relativ einfach auf das Dach gelangen konnte Und Lee sah vor seinem inneren Auge bereits ein paar Sandsäcke mit Sandmaschinengewehren darauf stationiert, um einen Kugelhagel herabregnen zu lassen Der jeden Angreifer einige Zeit beschäftigen würde, infiziert oder nicht Lee zeigte auf das Gebäude Wozu dient ihnen dieses Monster? Nachdem wir hier ankamen, haben wir zunächst alle da drin gewohnt, erklärte Buzz Sind kaum rausgegangen Um den Zaun haben wir uns kaum gekümmert Denn da drin waren wir bombensicher Wir haben die Verladungstüren zugeschweißt, sodass wir uns lediglich um zwei Paar Stahltüren kümmern mussten Das eine Paar direkt vor uns und ein anderes auf der anderen Seite Damals waren wir ungefähr zwanzig Sie kamen zu den Türen und Buzz trat ein Das erste, was Lee wahrnahm, war der Geruch Es roch genau wie im Flüchtlingslager Al-Walid Oder in der Notunterkunft für Obdachlose in Washington D.C., die er mal besucht hatte Es stank nach schwitzenden Körpern und dreckigen Klamotten Die Mischung gewann durch die warme Luft an Intensität Lee konnte sich kaum vorstellen, um wie viel schlimmer es tagsüber hier drin riechen mochte Hinter den Türen lag ein kleiner Vorraum, der in die Haupthalle des Gebäudes führte Hier wurden früher die Rider-Trucks gewartet Aber anstatt von Lastern, Werkzeugen und Hebebühnen sah Lee lediglich weitere behelfsmäßig zusammengeschusterte Hütten Sie waren noch wackeliger als die draußen und dienten lediglich der Wahrung von zumindest etwas Privatsphäre Lee zählte ungefähr fünfzehn von ihnen und die meisten wurden von einer Lampe im Inneren beleuchtet Das Licht drang zwischen den hölzernen Brettern hervor und warf ein schimmerndes Kaleidoskop an die Decke Was ging voran, bog nach rechts und stieg dann eine metallene Treppe hinauf Nachdem die Kacke offiziell am Dampfen war und die Katastrophenschutzbehörde in den Schwanz eingezogen und sich auf und davon gemacht hatte kam ein stetiger Strom von Flüchtlingen bei uns an Wir haben versucht nur solche aufzunehmen, die uns etwas bieten konnten aber was Stimme verstummte Es war hart Das waren keine einfachen Entscheidungen, die wir damals treffen mussten Als sie oben angekommen waren, sah Lee ein Fenster zu seiner Rechten Eine große Glasscheibe vor einem Büro von dem aus man die Fabrikhalle übersehen konnte In dem dunklen Fenster konnte er seine Spiegelung erkennen und der Anblick ließ ihn beinahe erstarren Er war dünner, als er zu meinen glaubte Seine Arme und der Nacken waren kaum mehr als Sehnen Dazu gesellten sich noch ein paar Muskeln, die mit Haut überzogen waren Sein vormals so gut gepflegter Bürstenhaarschnitt schien sich selbstständig gemacht zu haben und er trug einen Dreitagebart Er war schockiert, als er seine einst freundlich sanften Gesichtszüge massiv verhärtet sah Seine Lippen waren zusammengepresst Die Mundwinkel nach unten gezogen Das Kinn herausgestreckt, als ob es sich auf einen jederzeit eintreffenden Kinnhaken vorbereitete Die Augen, von denen seine letzte Freundin Diana behauptet hatte, dass sie gutmütig waren glänzten jetzt kalt und wild Er zwang sich dazu, die Gesichtsmuskeln zu entspannen bis er zumindest im Ansatz die Person sah, die er zu sein glaubte Aber es war nichts weiter als eine trostlose Parodie Die Person hatte zu existieren aufgehört Erst dann merkte er, dass Bass weitersprach Er riss sich von seinem schroffen Antlitz los und konzentrierte sich wieder auf die Unterhaltung Ich war immer dafür, dass wir niemanden abweisen Herr Arbeitskräfte, verstehen Sie Aber es gibt viele Leute hier, die meine Meinung nicht teilen Bass öffnete die Tür zum Büro, von dem aus man die Halle überblicken konnte Lee nahm an, dass hier früher einmal ein Vorarbeiter oder Aufseher gearbeitet hatte Das Büro war eher spartanisch möbliert Einige Klappstühle, ein großer Schreibtisch und dahinter eine große Korktafel mit einer Karte des Bezirks Bass stellte sich hinter dem Schreibtisch auf, setzte sich aber nicht hin Er fuhr einfach stehend fort und suchte gleichzeitig etwas in einer der Schubladen Aber obwohl wir ziemlich wählerisch waren, wurden es immer mehr Leute Schließlich haben sie nicht mehr alle hier hereingepasst Es blieb uns nichts anderes übrig, als ihnen zu erlauben, draußen zu schlafen Als sie merkten, dass es draußen auch sicher war, sind manche ihr ausgezogen Wenn sie glauben, dass wir im Augenblick nicht allzu viel Platz haben, hätten sie es vorher sehen sollen Bass seufzte Aber wir werden immer mehr Und bald schon werden wir zu viele sein Dann reicht auch der Platz im Freien nicht aus Dafür brauchen wir ein paar gute Lösungsansätze Endlich fand er, wonach er gesucht hatte und holte eine Flasche Whisky hervor Er lächelte schwach und bat seine beiden Begleiter, Platz zu nehmen Gentlemen, darf ich Ihnen etwas anbieten? Harper und Lee nahmen sich je einen Stuhl und setzten sich Bass gegenüber Bass schnappte sich seinen Stuhl hinter dem Schreibtisch, riss ihn in die Höhe, hob ihn über die Platte hinweg und stellte ihn so auf, dass die drei Männer einen kleinen Kreis bildeten Dann setzte er sich seufzend hin und lockerte die Riemen seines Pistolenholsters Er lehnte sich zurück und öffnete die Flasche Wenn ich nur behaupten könnte, dass das hier gutes Zeug ist, aber... Fusel bleibt nun mal Fusel Er nahm einen Schluck und reichte dann Harper die Flasche, der sie dankend annahm Also, begann Lee und klopfte mit den Fingern auf sein Knie Es folgte eine lange, leicht unangenehme Pause, während der Bass Harper anstarrte, der sich wiederum auf die Flasche in seiner Hand zu konzentrieren schien Endlich schien Harper das Schweigen zu bemerken und warf Lee einen Blick zu Hatten wir nicht ein Problem, bei dem sie uns helfen wollten? Bass lehnte sich vor, die Ellbogen auf die Knie gestützt Harper, wir haben ein Loch im Zaun gefunden Jemand hat einen CD-Player ins Camp gestellt, auf dem ein Hörbuch lief, um Infizierte anzulocken Wir glauben, dass es Milo war Harper gab ein lautes Stöhnen von sich und sackte in sich zusammen Endlich nahm er einen großen Schluck aus der Flasche und schnitt eine Grimasse Dann reichte er Lee den Whisky Ja, Milo Lee lächelte unsicher Ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch Könntet ihr mich in die Geschichte einweihen? Harper warf Bass einen fragenden Blick zu und schien zu warten, dass dieser zu erzählen begann Oh nein, meinte Bass und verschränkte die Arme vor der Brust Du erzählst es ihm Schließlich ist Milo dein Bruder Blutsbrüder Lee beäugte die Plastikflasche in seiner Hand, während er darauf wartete, dass Harper endlich zu erzählen begann Vielleicht befand sich noch ein Dreiviertel Liter in der Flasche, das Billigste vom Billigen Eigentlich unzumutbar, aber Lee wollte niemandem auf die Füße treten Er setzte die Flasche an und schluckte den Fusel rasch hinunter, damit die beißende Flüssigkeit keine Sekunde länger seine Geschmacksnerven beleidigte, als unbedingt nötig war Er schaffte es, keine Grimasse zu ziehen, reichte die Flasche dann weiter, lehnte sich in seinem Klappstuhl zurück und blickte Harper an In dem gut beleuchteten Büro konnte er ihn viel besser sehen, als in dem kalten Licht der LED-Lampe Jetzt erst bemerkte Lee die dreckigen Hände voller Blasen und Risse von harter Arbeit, aber ohne die Hornhaut, die ein Leben voller körperlicher Arbeit mit sich bringt Bei den Falten in seinem Gesicht, die vorher noch so abstoßend auf Lee gewirkt hatten, handelte es sich um Lachfalten, die aber schon lange nicht mehr strapaziert worden waren Jetzt, da er sich ein gutes Bild von dem Mann gemacht hatte, war ihm klar, dass Bill Harper kein von Natur aus unangenehmer Geselle war, sondern die Umstände ihn so hatten werden lassen Und ehrlich, konnte man ihm deswegen etwas vorwerfen? Vielleicht war er mal ein glücklicher, empfindsamer Mann gewesen, der ein glückliches, empfindsames Leben geführt und eine angenehme Arbeit verrichtet hatte Jetzt aber, in der harten Realität dieser postapokalyptischen Welt, musste er sich zurechtfinden, seinen eigenen Platz behaupten und, das war das Wichtigste, überleben Harper befand sich auf dem besten Weg, sich in einen kälteren, härteren, pragmatischeren Menschen zu verwandeln Bill Harper schien sich die Geschichte erst durch den Kopf gehen zu lassen, ehe er laut ausatmete und zu sprechen begann Milo und mich trennen zehn Jahre Ich bin der Ältere Unsere Mutter hat uns aufgezogen Alleine Und als Milo in die Schule musste, hat sie darauf bestanden, dass ich zu arbeiten anfange Habe ich auch getan Nebenbei noch die Schule fertig gemacht und ein Stipendium erhalten Selbst während der College-Zeit habe ich gearbeitet Milo jedoch Der hat sich nie um irgendetwas gekümmert Vor allem nicht um seine Familie Er war der Ungezügelte Während ich gearbeitet habe, hat er einfach gefeiert, ein paar Mal im Knast gesessen und mir ordentlich auf der Tasche gelegen Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich unserer Mutter Geld überweisen musste, damit sie die Kaution für ihn zahlen konnte Milo ist einfach nie erwachsen geworden Er hat zusammen mit meiner Mutter in diesem scheiß Wohnwagen gewohnt, bis sie vor einigen Jahren an Lungenkrebs gestorben ist Nach 60 Jahren Virginia Slims Danach ist er einfach dort geblieben und hat sein verkacktes Leben weitergeführt In der Zwischenzeit hatte ich mich hochgearbeitet, war bei einer Bank angestellt und habe weit über 100.000 Kröten verdient Davon habe ich mir ein Stück Land in der Nähe von Wilkesboro gekauft Und obwohl er in seinem ganzen Leben nie eine Hand gerührt hat, glaube ich, dass Milo neidisch auf mich war Als alles den Bach runterging, taucht Milo auf einmal auf meinem Land auf und hält mir eine Predigt über Familie Dasselbe Blut in unseren Adern und unsere Verpflichtungen gegenüber einander Ich habe meinen Ohren kaum trauen können, welcher einen Scheiß er da verzapft hat Ich kenne meinen Bruder, auch wenn wir nie ein inniges Verhältnis hatten Und er manipuliert jeden und alles Aber verdammt, ich bin ein schwacher Mann Wollte keinen Staub aufwirbeln Schließlich war er mein Bruder Also haben wir, meine Frau und ich, ihn aufgenommen Dann kam die Evakuierung Zuerst zum Wilkes County Flughafen Von wo aus wir per Bus und Helikopter ins Lager nach Sanford gebracht wurden Wir waren nicht einmal einen Tag dort, ehe Infizierte es überrannten Harper hielt inne und lachte bitter Damals wusste noch niemand, dass man sich leise verhalten muss, um die Infizierten nicht anzulocken Jetzt stellen sie sich das Lager in Sanford vor Zu gut wie keine Verteidigungsmaßnahmen Kein Zaun Flutlichter rund um die Uhr Und Hubschrauber, die die ganze Nacht hindurch abheben oder landen Mittlerweile glaube ich, dass sie es darauf angelegt haben Jeden verdammten Wahnsinnigen im Umkreis von hundert Kilometern anzulocken Wie auch immer Das bittere Lächeln verschwand Und hinterließ lediglich den für ihn typischen finsteren Blick Milo hat es geschafft Eine Frau nicht? Ein Drecksdeal, wenn sie mich fragen Andersherum wäre es besser gewesen Egal Wir beide haben überlebt und uns auf die Socken gemacht Keine Ahnung wohin Waren einfach nur mit dem tagtäglichen Überleben beschäftigt Irgendwann sind wir dann auf Camp Rider gestoßen Damals war das Auswahlverfahren noch nicht so rigoros wie heute Und was hielt es für richtig, einen Banker mit zwei linken Händen und seinen Arschlochbruder aufzunehmen Nach ungefähr einer Woche fing Milo an auszurasten Wollte Leute organisieren, um die Infizierten zu bekämpfen Lagerkoller Man hätte glatt glauben können, dass er eines Morgens aufwachte und sich in einem Kriegsfilm glaubte Dämlicher Idiot Dann verschwand er einfach Und kehrte abends mit einem verdammten Hammer und einem Maschinengewehr auf der Ladefläche zurück Zwei weitere Vollidioten waren dabei, denen er über den Weg gelaufen war Das konnte er Er war ein Magnet für Vollidioten Und so ist er ins Camp gefahren, als ob es ihm gehörte Und hat uns allen ein Ultimatum gestellt Entweder sind wir für ihn und kämpfen an seiner Seite Oder wir sind gegen ihn und müssen die Konsequenzen tragen Harpers Miene verfinsterte sich noch mehr Natürlich haben wir ihm gesagt, dass er uns am Arsch lecken kann Dann ist er einfach ohne ein Wort zu sagen auf und davon Aber ehe er um die Ecke bog, schickte er uns noch eine Salve aus dem Fünfziger-Kaliber-Maschinengewehr auf dem Hammer hinterher Harper rieb sich die Augen Hat ein zehnjähriges Mädchen und ihre Mutter getroffen Das war bevor Doc hier ankam Die Frau haben wir sofort verloren Hofften aber, dass wir zumindest das Mädchen durchbringen würden Aber dann entzündete sich ihre Wunde und auch sie starb Harper drückte den Rücken durch und stützte sich mit den Händen auf den Knien ab Seitdem scharrt er reihenweise solche Typen um sich Kriminell und degeneriert wie er Und fährt durch die Gegend, um alles und jeden auszublündern Jetzt wissen sie, warum wir auf Milo nicht gerade gut zu sprechen sind Und ich ihm ohne zu zögern eine Kugel in den Schädel jagen werde, wenn ich ihn das nächste Mal sehe Lee runzelte die Stirn Er dachte an die Leute, die ihn in Jack Burnsells Haus angegriffen hatten, um dann seines abzufackeln Die hatten einen Hamweh und die Beschreibung passte auch Dann kam ihm ein Gedanke und ein heißer Schmerz schoss seinen Rücken hinunter Gibt es sonst noch Gruppen wie Milos? Jetzt meldete sich Buzz zu Wort Soweit wir wissen, hat sich Milo alle anderen Gangs einverleibt Wir glauben, dass seine Gruppe mittlerweile 30 Mann stark ist, aber verteilt über die gesamte Gegend Milo zieht nur mit 10 Männern oder so herum Lee musste diese neuen Informationen erst einmal verdauen Er lehnte sich langsam zurück, starrte auf den Boden und dachte nach Auf den ersten Blick war Milo ein Feind, der besiegt werden musste Bei näherem Hinschauen jedoch war er ein Anführer von ungefähr 30 weiteren Überlebenden Es war ziemlich offensichtlich, dass Buzz Milo und seine Bande ins Jenseits befördern wollte Aber Lee musste eigene Prioritäten setzen und das tun, was seiner Mission dienlich war Zugegeben, wenn man ihr bisheriges Verhalten in Betracht zog, standen die Chancen für eine Verbrüderung schlecht Aber er musste zuerst mit ihnen reden, um sich ein genaueres Bild machen zu können Natürlich behielt er seine Gedanken vorerst für sich Buzz nahm erneut einen Schluck des Fussels aus der Flasche und schüttelte sich Okay Jetzt, da wir die Geschichtsstunde hinter uns gebracht haben, können wir mit dem interessanten Teil anfangen Dem Loch im Zaun Buzz verschloss die Flasche und stellte sie auf den Schreibtisch hinter sich Dann verschränkte er die Arme vor der Brust und erlaubte einer düsteren Miene, sein wuchtiges, bärtiges Gesicht zu verdunkeln Jemand hat den Zaun aufgeschnitten Und ich will wissen, wer und wann Harper prustete, sah sich im Büro um, gab aber kein Wort von sich Tja, meinte Lee und blickte die beiden anderen an Ich schätze, dass es heute Nacht passiert ist Wahrscheinlich sogar innerhalb der letzten zwei Stunden Okay, brummte Buzz und wartete darauf, dass Lee seine Gedanken weiter ausführte Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Infizierten länger gebraucht haben, um den CD-Spieler als Geräuschquelle aufzuspüren Zudem mussten sie bereits in der Nähe des Camps gewesen sein Ganz gleich, wie gut sie nachts hören können, erklärte Lee Und daraus schließe ich, dass es nicht allzu lange vor dem Angriff passiert ist Naja, als ein oder zwei Stunden vorher auf gar keinen Fall Im Gegenteil Nun, wenn ich Milo wäre Hätte ich jemanden noch vor Einbruch der Dunkelheit in den Wald geschickt Erklärte Lee weiter Irgendwo in der Nähe des Zauns Und wenn es dann so weit war, konnte er einfach aus dem Versteck schlüpfen und sich an den Zaun machen, ohne viel Aufsehen zu erregen Aber er muss immer noch zurück zu Milo's Männern Entgegnete Buzz Und wenn man schon einen Mann schickt, warum nicht gleich zwanzig, um das gesamte Camp einzunehmen? Einfach Ganz gleich, wie leise zwanzig Mann sind Sie werden einen Haufen Lärm verursachen Wesentlich mehr als nur einer, der gut schleichen kann Antwortete Lee Und was die Flucht angeht, so musste der Typ einfach nur den Zaun entlang bis zum Schotterweg Buzz wägte Lees Worte ab und wandte sich dann Harper zu Wer hat Wache geschoben? So und Stan Kam es sofort zurück Vielleicht sollten wir die fragen, was passiert ist, schlug Buzz vor Lee lehnte sich vor Wie oft checken Sie den Zaun? Einmal pro Stunde? Einmal alle halbe Stunde? Harper schien es nicht zu gefallen, Lees Fragen beantworten zu müssen Aber er kniff die Augen zusammen und überschlug ein paar Zahlen im Kopf Dauert circa zehn Minuten, den Zaun einmal abzulaufen Dann verbringt die Wache ungefähr zehn Minuten oder eine Viertelstunde auf ihrem Posten Ja, ich schätze so alle zwanzig oder dreißig Minuten Genug Zeit für ein Schnipp-Schnapp und um den CD-Spieler aufzustellen Gab Lee zu bedenken Und dann noch den Zaun zum Schotterweg entlang zu laufen und zu flüchten Vielleicht hat sogar ein Auto auf ihn gewartet Wenn er schnell genug unterwegs war, konnte er sowohl die Wachen als auch die Infizierten meiden Harper schien sich mit dem Gedanken anzufreunden Außerdem brauchte er danach nicht mehr leise zu sein Hat vielleicht sogar extra etwas Lärm veranstaltet, um die Infizierten schneller anzulocken Hat ihm schließlich nichts ausgemacht, dass sie hinter ihm her waren Er wusste ja, dass ein Auto auf ihn wartete Buzz holte Tiefluft und wollte schon zu sprechen anfangen Als jemand plötzlich so hart gegen die Bürotür klopfte, dass sie in den Angeln schepperte Lee blickte auf und konnte eine dunkle Gestalt im Flur hinter dem rauchgrauen Glas ausmachen Buzz atmete langsam aus und schnaubte niedergeschlagen Lee konnte sich vorstellen, dass Buzz genau wusste, was die Figur wollte Und es war nichts Gutes Komm schon rein Sagte Buzz gerade laut genug, um gehört zu werden Die Tür öffnete sich und das Gesicht eines Jungen auf dem Körper eines Mannes trat ein Er war groß, über einen Meter achtzig, bog mehr als zwei Zentner und trug eine dreckige Latzhose Die ihn wie einen Landarbeiter aussehen ließ In den Händen hielt er eine Baseballkappe, die er bis zum Zerreißen verdrehte Seine Augen waren rot und aufgequollen und er schien am ganzen Körper zu zittern Äh, was? Der Junge starrte zu Boden Wir haben Kara verloren Doc hat alles versucht, aber... Dann schluchzte er und senkte mit zusammengepressten Lippen den Kopf Ein tiefes, klägliches Raunen entkam Harper Er lehnte sich zurück und blickte zu den schmuddeligen Deckenplatten hoch Dann riss er den Mund auf, als ob er einen tiefen körperlichen Schmerz empfinden würde Buzz stand auf, ging zu Harper und klopfte mit seiner riesigen Hand sanft auf dessen Knie Der Junge schien kurz davor, erneut die Kontrolle zu verlieren Buzz legte die andere Hand auf dessen Schulter und bedankte sich dafür, dass er zu ihnen hochgekommen war Um ihnen die traurige Nachricht zu übermitteln Der Junge nickte kurz und verschwand dann wieder Harper richtete sich ebenfalls auf und schüttelte tief betroffen den Kopf Gefasst wie immer, meinte Buzz Wir sollten auch runtergehen Die Krankenstation war von Blutspritzern und Gewebefetzen übersät Der Infizierte, den Lee mit dem Mikroskop außer Gefecht gesetzt hatte War lediglich wie ein Haufen dreckiger Wäsche beiseite geschoben Eine dunkle Schleifspur führte von der Lache geronnenen Bluts, wo die Kreatur gelegen hatte, bis zur Wand, gegen die man sie gelehnt hatte Ein lebloser Arm hing schlaff über ihrem Gesicht Lee blickte in die ausdruckslosen Augen, leblos wie die einer Puppe, die zur Decke hinaufstarrten Doc hatte Lees Bett für die Amputation von Caras Arm genutzt Es war ein vergeblicher Versuch gewesen, ihr Leben zu retten Ohne Betäubung, ohne Bluttransfusion Es gab nicht einmal einen Operationstisch Nur ein dreckiges Krankenbett mit einem dünnen, jetzt blutüberströmten Laken aus Plastik Die nicht zu überhörenden Trauerbekundungen von draußen klangen für Lee wie kratzende Fingernägel auf einer Schultafel Das Weinen und Wehklagen der Familie drang an seine Ohren Und er kam sich auf einmal sehr merkwürdig vor Er war nervös Plötzlich musste er an die afghanischen Mütter denken Ihre toten Kinder aus den Ruinen einer Hütte bargen Welche von einer fehlgeleiteten JDAM Einer Joint Direct Attack Munition Oder Direkt Angriffsmunition der gemeinsamen Streitkräfte getroffen wurde Buzz und Harper befanden sich mit den Trauernden vor der Tür Wieder einen Menschen verloren Es war nicht der erste und sicherlich auch nicht der letzte Verlust Aber ein weiterer Verlust Nur Doc war noch in der Krankenstation Er saß auf einer Kiste an dem Tisch mit den medizinischen Gerätschaften Sein zottiges braunes Haar hing ihm ins Gesicht Er starrte einfach geradeaus Vielleicht auf seine blutigen Hände Die wie tote Gegenstände auf dem Tisch lagen Vielleicht aber auch einfach nur auf die ihm gegenüberliegende Wand Das Wehklagen schien sich von der Krankenstation zu entfernen Lee ging zum Doc hinüber und legte ihm eine Hand auf die Schulter Der dürre Medizinstudent zuckte zusammen und schüttelte sie dann So sollte das nicht enden Meinte er und schüttelte langsam den Kopf So nicht Lee antwortete nicht sofort Er kam sich fehl am Platz vor Wie der sprüchwörtliche Elefant im Porzellanladen Endlich entschied er sich auf Plattitüden zu verzichten Und die Sache auf den Punkt zu bringen Doc Sie haben nicht einmal die Ausstattung, jemanden nach einem Sturz zu versorgen Beschweige denn, Leute zu operieren Aber es musste getan werden Und sie waren derjenige, auf den die Last fiel Niemand wird ihnen einen Vorwurf machen, weil es schiefgegangen ist Es ist einfach so gekommen, wie es kommen musste Doc legte den Kopf in den Nacken und stieß ein merkwürdiges, humorloses Kichern aus Er erwiderte Lies Blick und seine Augen leuchteten intensiv, beinahe verstörend Lee wurde augenblicklich mulmig zumute Sie verstehen es einfach nicht, oder? Es ist meine Schuld Und Sie werden es mir vorwerfen Früher oder später werden Sie es tun Lee öffnete schon den Mund, um Doc zu antworten Als eine schwere Hand auf seine Schulter fiel Er wollte sich umdrehen, um zu sehen, was los war Aber die Hand drückte zu und wirbelte ihn herum Lee hatte gerade noch genug Zeit, um den Schwinger zu sehen Und den linken Arm hochzureißen, um den Schlag abzublocken Sein Arm nahm die meiste Wucht aus dem Hieb Aber wer auch immer sein Angreifer war, hatte die Kraft seines ganzen Körpers in den Schlag gelegt Lee stolperte, als die Faust auf seinen Kopf traf Was zum... Instinktiv stellte er sich breitbeinig hin und zog die Ellbogen an den Körper Er erkannte das Gesicht nicht Sah nur eine dunkle, aggressive Silhouette Augen, die zusammengekniffen waren Und eine Miene, die bereits den nächsten Schlag vorbereitete Einen harten Kinnhaken, der aber nicht auf Lies Kinn gerichtet wurde War, sondern auf seinen Solarplexus Noch während er die Vorbereitungen für den Hieb beobachtete Überlegte Lee, was hier vor sich gehen konnte Es war sicherlich kein Infizierter Dafür legte sein Angreifer viel zu viel Kontrolle an den Tag Aber wer aus dem Camp könnte ihm etwas anhaben wollen? War es vielleicht einer von Milo's Männern? Lee drehte sich, um dem Schlag auszuweichen Wurde aber trotzdem getroffen Die Faust schoss ihm in die Seite Und der Treffer war heftig genug, um seine Rippen explodieren zu lassen Aber er schaffte es, den Arm seines Angreifers einzuklemmen und ihn festzuhalten Der Mann versuchte sich zu befreien Lee duckte sich, rammte sein Knie seitlich gegen den Oberschenkel seines Gegners Und traf genau dessen Wadenbeinnerv, sodass er augenblicklich zu Boden sank Lee warf sich auf ihn, den Arm seines Angreifers noch immer fest im Griff Mit der freien Hand holte er aus und wollte den finalen Schlag gegen den Kehlkopf ansetzen Als er Luft holte und seinen Gegner anblickte Unter ihm lag ein Kind Vielleicht etwas größer als ein Kind Aber definitiv noch kein Mann Lee hielt mitten im Schlag inne Der Augenblick dehnte sich Schien beinahe unendlich lang Lee starrte seinen Angreifer schockiert an Aus dessen Augen der pure Hass leuchtete Der einzige Gedanke, der Lee beschäftigte, arbeitete sich langsam zu seinem Mund vor Endlich stammelte er Was... was zum Teufel ist mit dir los? Dann hörte er Schreie Erst jetzt bemerkte er, dass eine ganze Horde um sie herumstand Die während des kurzen Kampfes durch die Tür der Krankenstation gestürmt war Der Lärm verriet Lee, dass die Menge nicht auf seiner Seite war Plötzlich ertönte eine Stimme über den Schreien Lassen Sie meinen Sohn in Ruhe! Lee sah gerade noch rechtzeitig auf, um den Stiefel zu sehen, der ihn an der Schulter traf und zu Boden schleuderte Er stemmte sich nicht dagegen, sondern drehte sich von dem Stiefel weg und rollte sich dann ab Er spürte den kalten Stahlboden an seinem Rücken, gefolgt von weißglühenden Schmerzen entlang seiner Nähte Er zuckte zusammen, als er sich wieder hinkniete Mehr Schreie Hatte ihr gesehen, was er getan hat? Er ist einer von ihnen Er hat diese Arschlöcher reingelassen Reden die über mich? Dann ertönte Docks Stimme Sie klang gestresst und schrill und erhob sich über die Schreie der anderen Würdet ihr alle bitte verdammt nochmal aus meiner Krankenstation verschwinden? Haut ab! Raus! Lee kämpfte gegen die brennenden Schmerzen in seinem Rücken an und versuchte sich zu konzentrieren Er sah Docks schützend vor sich stehen und wie wild mit den Armen in der Luft rudern Als ob die Menschenmenge eine Schar Vögel wäre, die man einfach aufscheuchen konnte Über Docks Schultern konnte er noch einige Blicke von den Gaffern erhaschen und mochte überhaupt nicht, was er sah Zorn, Misstrauen, Hass Der Mann, von dem Lee annahm, dass er Caras Vater war, kam raschen Schrittes auf sie zu, zog den Jungen auf die Beine und schrie »Lassen Sie ihm einen Sohn zufrieden!« Sein Angreifer war also Caras Bruder gewesen Das war alles eine Sippe Caras Vater und Bruder zogen sich zurück und wurden sogleich von der Menge verschluckt Alle Augen waren noch immer auf Lee gerichtet, während Docks sein Bestes tat, die Menschen endlich hinauszuwerfen Lee starrte die Gaffer fassungslos an und kam sich völlig entfremdet vor Konnten sie ihm wirklich die Schuld für die schrecklichen Geschehnisse der letzten Stunden zuweisen? Lag der Grund vielleicht darin, dass er ein Fremder war? Oder gab es ein anderes Puzzleteil, das ihm noch fehlte? Buzz glitt durch die versammelte Meute wie ein Schiffsbug durch eine brechende Welle Er machte keinen fröhlichen Eindruck Der Mann war beinahe ein Kopf größer als der Rest, und Lee konnte seine funkelnden Augen unter der gerunzelten Stirn erkennen »Was zum Teufel geht hier vor sich?« brüllte er Lee war sich nicht sicher, ob die Frage an ihn oder die brodelnde Menge gerichtet war Buzz richtete sich jetzt zwischen ihr und Lee auf, beide Arme ausgestreckt, als ob er die verfeindeten Parteien durch bloße Willenskraft auseinanderhalten konnte Caras Vater trat vor, machte aber keine Anstalten, sich an Buzz vorbeidrängen zu wollen Er hob lediglich einen Finger, deutete auf Lee und begann zu schreien »Er ist einer von Milos Männern! Lasst euch nichts vormachen!« »Ihr haben von dem Loch im Zaun gehört!« »Er war es! Er muss es gewesen sein!« Speichel flog aus seinem Mund, als er weiter brüllte, und seine Wangen und Stirn liefen vor Aufregung und zornrot an Lee merkte, dass Buzz seinen derartigen Ausbruch nicht erwartet hatte denn er blieb völlig verdutzt und wie angewurzelt stehen Doc klang, als ob ihn gleich die Panik ergreifen würde »Ich habe keine Ahnung, was zum Teufel du da faselst!« »Der Käpt'n war die ganze Nacht in der Krankenstation!« Caras Vater, Steve, oder? wandte sich wutentbrannt an Doc »Woher willst du wissen, dass er den ganzen Abend hier war?« »Schließlich warst du mindestens eine Stunde lang im Rider-Gebäude. Das ist genug Zeit!« Buzz versuchte sich einzumischen »Steve, das ist doch völliger Schwachsinn!« »Schwachsinn?« schrie Steve »Schwachsinn, dass ich einem Typen nicht vertraue, der gerade erst hier angekommen ist?« »Es ist wirklich völliger Schwachsinn, was ich sage?« »Ist uns so etwas jemals zuvor passiert?« »Hat es so ein Loch schon einmal gegeben?« »Jemand hat den Sound zerschnitten, das hat Miller selbst gesagt.« »Und wir nehmen Fremde auf und schützen sie.« »Was sagst du dazu, Buzz? Glaubst du etwa, dass es einer von uns war?« Das verschlug Buzz kurz die Sprache. Er konnte entgegnen, dass Milos Männer den Sound zerstört hatten, aber Steve und seine Anhänger vertraten offensichtlich die unerschütterliche Meinung, dass Lee sich mit Milo verbündet hatte. Es war außerdem klar, dass sie viel zu aufgebracht waren, als dass Buzz sie mit logischen Erklärungen zur Vernunft bewegen konnte. Sie brauchten Zeit, um sich wieder zu fangen. Und Lee würde mit ihnen sprechen müssen. Wenn er das tat, konnte er sie vielleicht von seiner Unschuld überzeugen, so wie er Buzz von sich überzeugt hatte. Buzz blieb nichts anderes übrig, als erst einmal zwischen den Fronten zu stehen. Er nickte kurz. »Okay, raus mit euch. Ich nehme das in die Hand.« »Und was genau hast du vor?«, verlangte Steve zu wissen. »Steve?«, brummte Buzz, und in seiner Stimme klang etwas leicht Bedrohliches mit. »Du kennst mich.« »Du kannst mir vertrauen.« »Und jetzt geh.« »Lass mich das machen.« Steve starrte Lee hasserfüllt an, schien sich aber Buzz' Worte durch den Kopf gehen zu lassen. Er hatte die Hände an seinen Seiten zu Fäusten geballt, seine Lippen bildeten einen schmalen Strich und Tränen stiegen ihm in die Augen. Letztendlich aber nickte er Buzz zu und wandte sich von ihnen ab. Das feindselige Gemurmel der Menge nahm ab, als sie Steve aus der Krankenstation folgte. Lee stand auf und spürte Kraftlosigkeit in den Muskeln entlang seines Rückgrats, ehe er sich schüttelte, was aber nur dafür sorgte, dass die Schmerzen in seinem Rücken erneut aufflammten. Die beiden Männer standen sich keinen Meter voneinander entfernt gegenüber, und Lee wartete. »War das klar bei Ihnen?«, fragte Buzz leise. Und zum ersten Mal konnte Lee sich die komplexen Machtverhältnisse vorstellen, die zwischen Buzz und den Leuten von Camp Rider herrschten. Buzz, der starke Mann, klar, die Galleonsfigur, auch gut. Ihr mutiger Wortführer, ja, aber in einer solchen Situation konnte er die Kontrolle nicht bewahren. Wenn Angst die einzige Emotion war, welche die Leute antrieb, konnte er ihnen Befehle geben. Sie hörten auf ihn, weil sie einen Anführer brauchten. Wenn aber Wut zur dominanten Emotion wurde und die Angst verdrängte, gewann der Mob. Der Anführer verlor seine Macht. Lee nickte langsam. »Wenn ich richtig liege, war das Caras Familie.« »Ja«, es folgte ein langes Schweigen. Buzz sah aus, als ob er tief in Gedanken versunken war. Nach einer Weile wandte er sich an Doc. »Wie lange, bis die Nähte verheilt sind?« Doc war nervös, schwitzte und fuhr sich mit den Fingern durch die Haare. »Hä, die Fäden kann ich erst in sechs Wochen ziehen.« »Und wie lange dauert es, bis er fit genug ist, um sich wieder einigermaßen vernünftig bewegen zu können?« Doc warf Lee einen Blick zu. Seine Kiefermuskeln zuckten unkontrolliert und unter seinem linken Auge pochte eine Vene. »Wahrscheinlich eine Woche, ich weiß, ob sie sich entzünden oder nicht. Aber selbst dann sind sie noch nicht vernünftig verheilt, könnten jederzeit wieder aufreißen. Und dann fängt das ganze Spiel wieder von vorne an.« Buzz pfiff durch die Zähne. »Captain, können Sie mir irgendwelche Beweise dafür liefern, dass Sie keiner von Milos Männern sind?« Lees Magen verkrampfte sich. »War das ernst gemeint?« Buzz konnte dieser aufgebrachten Meute doch unmöglich Glauben schenken. Vor einer Stunde noch war er ein Freund gewesen, und von einer Minute auf die andere sollte er sich einen von Milos Spionen verwandelt haben. Das grenzte an Absurdität. Aber so grotesk Lee es auch finden mochte. Er hatte keinerlei Beweise, dass es nicht der Fall war. Das Einzige, was ihm jetzt übrig blieb, war, die Vorwürfe zurückzuweisen. »Nein. Beweise habe ich keine. Sie haben nur mein Wort.« »Okay. Wir lassen uns schon etwas einfallen.« Dann wandte Buzz sich ab. »Mela? Harper?« Die beiden Männer lösten sich aus der Menge und traten auf ihn zu. Beide schienen peinlich berührt, ihre Gesichter waren gerötet. Betreten näherten sie sich der Krankenstation und stellten sich dann neben Buzz auf, Miller zu seiner rechten, Harper zu seiner linken. Lees Muskeln spannten sich. Er musterte die beiden Männer, taxierte sie, als ob sie in jedem Augenblick angreifen könnten. Er wollte den beiden nichts antun, aber wenn Gewalt ins Spiel kommen sollte, hatte er vor, derjenige zu sein, der unbeherrlich davon kam. Harper machte einen harten Eindruck, aber Lee hielt an seiner vorherigen Einschätzung des Mannes fest. Ganz gleich, wie Stählern er sich jetzt gab, ehe die Zivilisation zusammengebrochen war, hatte er ein ruhiges Leben genossen, und er würde für Lee kein Problem darstellen. Bei Miller jedoch war er sich nicht so sicher. Bei seinem Anblick glaubte man, einen Mann zu sehen, der einen Kampf genoss und den ein oder anderen hinter sich hatte. Auch wenn er nicht richtig ausgebildet worden war, durfte man seine gesammelten Erfahrungen nicht unterschätzen. Lee hätte wetten können, dass Miller lieber im Stehen kämpfte. Er würde also zuerst die Beine ausschalten müssen. Was, blickte Lee an, sprach aber zu den beiden an seiner Seite. Passt auf den Käpt'n auf, während Doc sich um ihn kümmert. Er fuhr sich kurz mit dem Handrücken über die Stirn. Es tut mir wirklich leid, Käpt'n, aber ich fürchte, es ist besser, wenn Sie die Krankenstation vorerst nicht verlassen. Lees Schultern verhärteten sich. Soll das etwa heißen, dass ich festgenommen werde? Er ließ den Blick zwischen Buzz, Harper und Miller hin und her wandern. Keiner von ihnen konnte ihm eine Antwort geben, denn im Grunde hatte Lee es genau auf den Punkt gebracht, aber sie wollten es nicht zugeben. Sie hatten ihn soeben gefangen genommen. Er war nach Camp Rider gekommen, hatte ihnen Proviant und Hilfe versprochen, aber anstatt sie anzunehmen, wollten sie ihn jetzt gegen seinen Willen in der Krankenstation festhalten. Einem geschenkten Gaul schaut man ganz genau ins Maul. Lee konnte sich gerade noch zurückhalten, ihnen Schimpftiraden an den Kopf zu werfen. Er könnte einen Ausbruch wagen. Schließlich hatte er seinen GPS-Empfänger bei sich. Er könnte die Mission mit einer anderen Gruppe versuchen, mit Überlebenden, die weniger paranoid, weniger feindselig waren. Dann aber kam ihm der Gedanke, was, wenn es keine anderen Gruppen mehr gibt? Und was geschah mit Angela, Abby und Sam? Und was war mit seiner Mission? Er musste sich auf seine Mission konzentrieren. In dieser beinahe surrealen Situation schenkte ihm der Gedanke an seinen Auftrag ausnahmsweise Trost. Er gab ihm Halt, diente ihm als Basis, auf der er aufbauen und das große Ganze im Blick behalten konnte. Das hier war kein persönlicher Feldzug, sondern sein Geschäft, und sein Geschäft bestand darin, seine Mission zu erfüllen. Hier hatte er eine Gruppe von Leuten gefunden, denen zu helfen, er imstande war. Eine Gruppe, die letztendlich nicht nur Stabilität in die Region bringen, sondern als Basis für weitere Operationen dienen konnte. Das hier stellte den ersten Schritt des langen Weges hin zu einer funktionierenden Regierung für ihn dar. Aber zuerst musste er ihr Vertrauen gewinnen, und das musste er sich erst verdienen. Die andere Möglichkeit war, sie einfach zurückzulassen. Wenn er jetzt kurzerhand verschwinden würde, kämen sie zu dem Schluss, dass sie Recht gehabt hatten. Entweder würde die Gemeinde weiter schrumpfen und sterben, oder Lee müsste sich ihnen zu einem späteren Zeitpunkt erneut stellen, und beim nächsten Mal hätten sie einen guten Grund, ihm gegenüber misstrauisch zu sein. Wenn Camp Rider ihm als Basis dienen sollte, dann musste er jetzt oder nie handeln. Lee hob sehr langsam die rechte Hand. Mit seiner linken zog er das T-Shirt mit dem Smiley hoch, um die kleine Taschenpistole zu entblößen, die in seinem Hosenbund steckte. Er sah, wie alle auf die Waffe starrten, selbst einige von den Leuten, die bereits draußen standen. Lee musste nichts sagen. Die Implikation, dass er eine Waffe besaß, reichte aus. Ein Schuldiger, einer von Milos Spionen, hätte sie nicht preisgegeben, sondern einbehalten, um sie später für die Flucht zu benutzen. Lee aber entschied, sich zu kooperieren. Lee nickte Harper zu. Machen Sie schon. Harper warf Lee einen Blick zu, die Augen wach und aufmerksam. Lee nahm an, dass sein Gegenüber das gleich folgende Schauspiel genießen würde. Schließlich war er Lee gegenüber von Anfang an skeptisch gewesen. Jetzt aber schien es ganz so, als ob er sich in seiner Haut nicht wohlfühlte, denn er machte einen noch finsteren Eindruck als gewohnt. »Miller«, flüsterte Harper, »nimm Käpt'n Harden bitte die Waffe ab.« Miller trat vorsichtig einen Schritt näher. Er schien innerlich zerrissen. Ein Teil von ihm wollte seinen Freunden und seiner Familie glauben, dass er tatsächlich einen Feind vor sich hatte, dass der zweifelhafte Fremde die alleinige Schuld an den schrecklichen Geschehnissen trug. Aber ein anderer Teil in ihm wusste, dass es falsch war, dass Lee ihnen wirklich helfen wollte. Und ein dritter Teil hatte schlicht und ergreifend Angst, dass Lee ihm das Genick brechen würde, wenn er auch nur einen Schritt näher kam. Aber Lee bewegte keinen Muskel. Es schien, als ob er aus Stein gemeißelt war. Miller kam näher, den Blick nicht von seinem Gegenüber abwendend, und Lee erkannte die Anzeichen einer Entschuldigung in seinen Augen. Dann legte er die Hand an die Taschenpistole und zog sie aus Lees Hosenbund. Eine Stimme aus der Menge kreischte, »Und was ist mit dem Ding in seiner Tasche?« Hier folgte eine weitere, »Ja, nimm ihm das Ding auch ab.« Millers und Lees Augen wanderten gemeinsam zu seiner rechten Hosentasche hinab, in der Lees GPS-Empfänger steckte. Miller machte keine Anstalten, ihn zu ergreifen, sondern blickte Lee um Erlaubnissuchend an. Lees schüttelte kaum merklich den Kopf und hauchte »Nein«. Der junge Mann nickte und entfernte sich wieder. Der junge Mann nickte und entfernte sich wieder. Der Menschenmenge entfuhr ein missbelingendes Raunen, sodass Bass sich genötigt sah einzugreifen. »Das ist sein persönliches Eigentum, und wir werden es ihm nicht abnehmen. Wir halten ihn vorerst aufgrund eurer Anschuldigungen fest, aber wir werden ihn nicht wie irgendeinen gemeinen Kriminellen behandeln.« Schweigen. Bass warnte sich zu Doc. »Kümmere dich um ihn, Doc.« Dann sagte er zu Lee, »Es tut mir wirklich sehr leid, Käpt'n. Aber so wie es im Augenblick aussieht, haben Sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht viel Zeit, um sich zu erholen. Im Gegenteil. Sie müssen Ihr Versprechen vielleicht früher einlösen, als Sie und ich gedacht haben.« Komitee Doc blickte sowohl Harper als auch Miller düster an und ging dann zu Lee, wo er kurz unschlüssig herumstand, ehe er meinte, »Kommen Sie, setzen Sie sich. Ich möchte nachschauen, ob die Nähte gehalten haben.« Lee erlaubte Doc, ihn zum Krankenbett zu geleiten. Doc nahm das blutbesudelte Plastiklaken und warf es mit einer raschen Handbewegung in die Ecke. Lee setzte sich auf den Rand des Betts, stützte die Ellbogen auf die Knie und spürte, wie die Haut auf seinem Rücken sich dehnte und an den Nähten zerrte. Es war ein merkwürdiges Gefühl, aber tat gar nicht so weh. Mit dem Kopf in den Händen kauerte er auf der Bahre und schaute durch die Tür in die Nacht hinaus. Die schiefergrauen Töne des kommenden Sonnenaufgangs beherrschten die Landschaft. Grau wie ein Leichnam, wie verwesendes Fleisch. In der verblassenden Morgendämmerung sah Lee, wie auch die letzten Überreste des Menschenauflaufs in ihren Zelten und Behausungen verschwanden, um ihren allmorgendlichen Aufgaben nachzugehen. Plötzlich ruckelte das Krankenbett. Doc hatte es sich hinter ihm bequem gemacht und das Hemd nach oben gezogen, ehe er vorsichtig die alten Bandagen löste, die sich teilweise in die Wunden vergraben hatten und jetzt höllisch schmerzten. »Gar nicht so übel,« murmelte Doc, als er das Resultat seiner Arbeit betrachtete. Lee blickte auf und sah, wie Harper auf ihn hinabstarrte. Der Mann schien ihn zu mustern, als ob er nicht genau wüsste, was er von Lee halten sollte. Lee erwiderte seinen Blick eine Weile, aber Harper verzog keine Miene. Langsam fand Lee das Schweigen unerträglich. »Und? Was glauben Sie, Harper?« Der Mann biss die Zähne zusammen und spannte die Muskeln über seinen kahl werdenden Schläfen. »Entkümmert es schon, was ich denke.« »Oh, da kenne ich ein paar Leute,« gab Lee zurück. »Was zum Beispiel ist sehr an ihrer Meinung interessiert.« »Ich glaube nicht, dass Bassi dafür verantwortlich macht,« lenkte Harper ab. Lee lächelte ihn humorlos an. »Ja, mag sein. Aber was glauben Sie?« »Ich glaube, Sie sind zur falschen Zeit am falschen Ort,« antwortete er. Lee musste laut auflachen. »Tja, da haben Sie wohl recht.« Alles, was er während der letzten vier Tage in die Hände genommen hatte, war von Mühsamkeit geprägt. Nichts außerhalb seines Bunkers war so, wie er es sich vorgestellt hatte. Ständig schien irgendetwas schief zu gehen. Eine Tatsache, die eine gedrückte Stimmung in ihm heraufbeschwor. Es schien überhaupt nichts auszumachen, wie er sich entschied. Er konnte der ständig um die Ecke lauernden Katastrophe nicht entkommen. Es kam ihm beinahe so vor, als ob Murphys Gesetz speziell für ihn ins Leben gerufen worden war. Auf dem Schotter vor dem Container ertönten Schritte, und kurz darauf erschienen vier Gesichter im Türrahmen. Drei von ihnen kannte Lee, das vierte nicht. »Lee!« rief Angela und schob Sam und Abby vor, ehe auch sie eintrat. Hinter ihr stand ein Mann mit einer kleinkalibrigen Pistole in der Hand. »Was ist passiert?« »Was geht hier vor sich?« fragte sie. Lee antwortete ihr nicht sofort, sondern beäugte den Mann, der Angela und die Kinder zur Krankenstation gebracht hatte. Der war nicht wie Harper oder Miller. Dieser zeigte den gleichen Ausdruck von Misstrauen und Feindseligkeit wie Caras Familie. Lee winkte der Frau und den beiden Kindern zu. »Kommt ruhig, er!« Der Mann mit der Pistole zuckte mit den Achseln, wandte sich ab und verschwand außer Sicht. Lee war sich erst jetzt bewusst, dass es in Camp Rider, wie bei jeder größeren Ansammlung von Leuten verschiedene Lager gab. Menschen formten Allianzen. Manche Gruppen stellten sich auf Lees Seite, andere hielten zu Caras Familie. Lee konnte nur hoffen, dass der Großteil des Camps noch immer bereit war, mit ihm zusammenzuarbeiten, statt ihn bei lebendigem Leib kreuzigen zu wollen. Sam stand jetzt vor dem Krankenbett und ließ den Blick durch die Station schweifen. Er hatte die Zähne zusammengebissen und die Arme verschränkt. »Die glauben, dass wir die Bösen sind, weil das geschehen ist. Die glauben, dass wir Schuld daran haben.« »Was?« stammelte Angela und schaute entsetzt rein. »Nein.« »Doch,« unterbrach Lee sie. »Soweit ich weiß, gibt es eine Fraktion, die fest davon überzeugt ist, dass ich für Milo arbeite. Da ist es gar nicht abwegig, sie und die Kinder über den gleichen Kamm zu scheren.« Angela schien nun völlig verwirrt. »Wer soll denn dieser Milo sein?« Hinter Lee lachte der Dock bitter auf und klopfte Lee dann auf die Schulter. »Alles klar bei Ihnen, Käpt'n.« Der junge Mann mit dem wirren Haar schob sich die notdürftig reparierte Brille zurecht und las dann die alten Bandagen und das Plastiklaken mit Caras Blut auf, um alles in ein zweihundert Liter fassendes metallenes Fass zu stopfen, das in einer Ecke stand. Lee bemerkte, dass die Ränder schwarz und zerschmolzen waren und schloss daraus, dass sie den Inhalt einfach anzündeten. Die Überreste der Teenagerin stellten jetzt eine biologische Gefährdung dar. Dock strich sich die Haarsträhnen hinter die Ohren und stellte sich vor der kleinen Gruppe aus Lee, Angela und den beiden ziemlich verloren aussehenden Kindern auf. Er hatte den Mund geöffnet, als ob er etwas sagen wollte, aber die richtigen Worte schienen ihm nicht über die Lippen kommen zu wollen. Endlich schloss er seinen Mund wieder, wandte sich zügig von ihnen ab und verließ dann die Krankenstation. Beim Gehen murmelte er noch, »Ich kümmere mich um einen Happenfrühstück.« Lee schaute ihm nach, ehe er sich Angela und den Kindern widmete. Sam hatte sich niedergeschlagen, auf dem anderen Ende des Krankenbärts niedergelassen. Er saß vorn übergebeugt und starrte mörisch die Wand vor sich an. Abby stand neben Angela, ihre kleinen Arme eng um den Oberschenkel ihrer Mutter geschlungen. Ihr Blick schien abwesend. Lee berührte sie sanft am Arm. »Wie geht es dir, Kleine?« Für einen kurzen Augenblick glaubte Lee es, sich eingebildet zu haben, aber Abys Augen wurden zu eiskalten Punkten, wie die Spitzen von Eis zapfen, ehe sie wieder zu diesem abwesenden Blick zerschmolzen. »Okay.« Sie nickte und schaute zu ihrer Mutter auf. »Mom, was machen wir hier?« Angela fuhr ihrer Tochter durch die Haare und drängte sie sanft zwischen Sam und Lee. Dann sagte sie, »Wir setzen uns erst mal hin und unterhalten uns ein wenig mit Käpt'n Harden.« »Wir haben ein Problem.« Die Worte klangen merkwürdig, insbesondere aus Abys Mund, denn ihr Gesicht schien völlig unbesorgt. »Die Leute hier mögen uns nicht.« Lee warf Harper einen Blick zu, der jedoch jeglichen Augenkontakt vermied. »Nein, die sind nur verwirrt. Sobald sie wissen, was wirklich vor sich geht, wird alles wieder gut.« Sie zuckte mit den Schultern. »Wie auch immer.« Lee lehnte sich zurück und drückte Sams Schulter. »Und wie geht's dir, Kumpel?« Sam drehte sich genervt zu ihm. »Warum haumt ihr nicht einfach ab?« »Weil sie unsere Hilfe brauchen,« gab Lee zurück. »Und weil das hier mein Job ist.« »Sie kommen hierher, um den Leuten zu helfen, und die behandeln sie wie einen Kriminellen. Und was ist mit uns? Was ist, wenn wir nicht länger hierbleiben wollen? Es muss doch ein anderes Camp geben, wo wir hin können.« Lee schüttelte langsam den Kopf. »Ich weiß nicht, ob es hier in der Umgebung ein anderes Lager Überlebender gibt, und wenn ja, wie schwierig es wäre, dort hinzugelangen. Wir alle sind nur knapp dem Tod entrauen.« »Das dürfen wir nicht vergessen.« Sam schnaubte, wandte sich wieder ab und starrte weiter die Wand an. Angela setzte sich neben Lee auf das Krankenbett, und Abby kletterte erschöpft auf ihren Schoß. Lee spürte Angelas Hitze neben sich, ihre warme Präsenz. Hätte er sie besser gekannt, hätte ihre Nähe ihm vielleicht Mut eingeflößt oder Trost gespendet. So aber war es ihm nur etwas peinlich. Sie schien ihm eine Rolle zuzuweisen, die er nicht verstand. Vielleicht waren es die fürchterlichen Erfahrungen der letzten Tage oder der Schock über den Verlust ihres Mannes. Glaubte sie, dass sie sich an Lee klammern könnte, nur weil er sie von dem Dach gerettet hatte? Als ob er ihr Ritter ohne Furcht und Tadel wäre, und sie, die Holde Maid, in Not? Da ist nichts zwischen uns, dachte er. Himmel noch mal, ich habe deinen verdammten Mann umgebracht. Sie hatte einfach keinen klaren Gedanken fassen können, hatte noch keine Zeit gehabt, sich mit den Tatsachen vernünftig und in Ruhe auseinanderzusetzen. Vielleicht war es auch einzig und alleine sein Problem. Vielleicht war er zu lange einsam gewesen und wusste nicht mehr, wie er sich verhalten sollte. Andererseits war ihm aber auch klar, dass eine Beziehung auf der Basis des gemeinsamen Überlebens während der letzten vier Tage überhaupt keine Beziehung sein konnte. Er warf ihr einen verstohlenen Blick zu und sah, dass sie zu ihm aufschaute. Er konnte sehen, dass sie sehr traurig war und es schien ihm, als ob sie ihn bemitleidete. Das allerdings war eine Sache, die ihm überhaupt nicht gefiel und die Empörung darüber ließ alles etwas normaler erscheinen. Sie weiß, dass wir keine Beziehung haben. Sie glaubte einfach nur, dass sie mir helfen kann. So ist sie nun mal. Immer auf der Suche nach einem Hilfsbedürftigen. Stört sie das etwa nicht? verlangte sie plötzlich von ihm zu wissen. Lee schaute ihr in die Augen. Wie kommen sie denn zu dem Schluss? An ihnen scheint alles einfach nur abzuprallen. Sie zog Abbys dreckiges Hemd zurecht, als die Kleine auf ihrem Schoß einzuschlafen drohte. Klar, ab und zu sind sie etwas angespannt, aber irgendwie scheint sie das Ganze nicht zu berühren. Als ob sie etwas wüssten, von dem wir keine Ahnung haben. Lee setzte ein schwaches Lächeln auf. Im Gegenteil. Ich lerne gerade, dass ich sehr wenig weiß. Was ist es dann? Haben Sie denn keine Angst? Doch. Lee lehnte sich ein wenig zurück, um die Nähte nicht weiter zu dehnen. Aber das hat damit nichts zu tun, versicherte er Angela. Hm, sie überlegte. Ich dachte, sie sind viel zu gut ausgebildet, um Angst zu haben. Jetzt musste er schmunzeln. Da hat es mal eine Studie gegeben. Zwei Special Force Soldaten wurden Herzmonitore umgeschnallt, ehe sie mit einem Fallschirm über einem Kriegsgebiet abspringen mussten. Einer kam direkt aus der Akademie. Der andere hatte sechs Jahre Erfahrung auf dem Buckel. Als sie sich dem Einsatzort näherten, begann der Jüngere im Flugzeug auf und ab zu laufen und ständig seine Ausrüstung zu untersuchen. Er war nervös, konnte einfach nicht still sitzen. Und während der ganzen Zeit saß der Veteran einfach da, die Augen geschlossen, als ob er schlafen würde. Es schien, als ob nichts in der Welt ihm etwas anhaben konnte. Nach der Mission wurden die gesammelten Daten ausgewertet. Und siehe da! Es gab keinen Unterschied bezüglich der Herzfrequenz der beiden. Der Veteran hatte genauso viel Angst wie der neue. Der Unterschied bestand einfach darin, was Angst nichts Neues für den Veteran war. Also hatte er sie einfach nicht gezeigt. Lee blickte sie erneut an. Mir geht es ähnlich. Ich habe Angst, zeige sie aber offensichtlich nicht so. Die sechs Menschen saßen angespannt in der Krankenstation. Es herrschte nachdenkliches Schweigen. Harper und Miller beobachteten die vier Fremden leicht beschämt und schienen über diese merkwürdige Situation nachzudenken. Endlich kehrte der Dock mit vier kleinen Schalen Haferflocken zurück. Mit einem bedauernden Lächeln meinte er, mehr war nicht übrig. Wer auch immer für die Küche verantwortlich war, hatte aufgrund der schwindenden Vorräte sehr viel Wasser und kaum Haferflocken verwendet, sodass sie vor einer dünnen Suppe saßen, die mit ein wenig Salz aufgepeppt worden war. Trotz des ungewöhnlichen Geschmacks stopfte die Gruppe das Essen eifrig in sich hinein. Erst nachdem Lee seine Schale leer gegessen hatte, merkte er, wie hungrig er gewesen sein musste. Schließlich hatte er das letzte Essen bei dem Angriff des Infizierten wieder ausgekotzt. Reis und Bohnen, dünne Hafer-Schleimsuppe, kein Fleisch weit und breit. Diese Menschen verhungern, dachte Lee. Sie hatten nur noch wenig Proviant. Mehr davon zu holen, grenzte angesichts Milos umherstreunender Banden an ein Ding der Unmöglichkeit, und die Horden von Infizierten ließen es nicht zu, dass man auf die Jagd ging. Lee zog das Aufstellen von Fallen in Erwägung, aber um alle im Camp zu ernähren, müsste man es auf größere Tiere anlegen, wie etwa Rotwild oder Wildschweine. Nicht, dass das ein Problem darstellen würde, aber verletzte Tiere machten einen Höllenlärm, und Lee war sich sicher, dass die Infizierten zuerst an Ort und Stelle sein würden, um das jeweilige Tier in Stücke zu reißen. Selbst wenn sie etwas übrig lassen sollten, würde mit aller Wahrscheinlichkeit ein Bissen ausreichen, um sich ebenfalls zu infizieren. Seine Gedanken schweiften von der Jagd und dem Aufstellen von Fallen zu Wasser. Hier schien es keine Probleme zu geben, sie hatten genug zum Überleben. Lee fragte sich, ob es in der Nähe wohl einen Bach oder eine Art Regenwasserspeicher gab, entweder von anderen vor der Apokalypse oder den Lagerbewohnern selbst gebaut. Die Bäche hier waren wahrscheinlich von der Industrie verseucht, aber bald schon würden wie jeden Sommer die schweren Regenfälle, welche die Hurricanes begleiteten, über sie hereinbrechen. Die Stürme wanderten während der Jahresmitte üblicherweise die Küste hoch, um dann landeinwärts ins Zentrum North Carolinas zu rollen. Sie würden die meisten Schadstoffe wegwaschen, sodass das Wasser aus den Bächen wieder genießbar wurde, zumindest nachdem man es gekocht hatte. Im Unterbewusstsein wusste Lee ganz genau, dass er sich zu diesen Überlegungen zwang. Das Geschäft des Überlebens ließ einem keine Ruhe, während die Angst des Versagens einen stets begleitete, wie Haifische, die um ein klappriges Rettungsboot kreisten. Lee war fest entschlossen, einfach weiter zu rudern. Es war unmöglich, für immer auf See zu bleiben. Früher oder später würde er an Land kommen. Aber die Angst begleitete jeden seiner Schritte. Sie wartete darauf, dass er verzweifelte und klein beigab, um ihn dann ganz und gar einzunehmen. Eine Stunde verging. Das Licht draußen war jetzt nicht mehr schiefergrau, sondern leuchtete hell und lebhaft. Die Sonne war aufgegangen. Liebe merkte, dass die Temperaturen für Ende Juli relativ niedrig waren, und er schätzte, dass es heute um die 30 Grad warm werden würde. Harper und Miller unterhielten sich leise, während Angela und Abby es sich auf einer weiteren Krankenbare bequem gemacht hatten. Abby war sofort eingeschlafen, aber Angela lag mit offenen Augen da und starrte ins Leere. Sam war aufgestanden und lief unruhig auf und ab. Menschen, die draußen vorbeigingen, warfen verstohlene Blicke in die Krankenstation. Liebe obachtete sie vom Rand seiner Bahre und las eine ganze Reihe von Emotionen von ihren Gesichtern ab. Einige waren wütend, die meisten nur neugierig. Aber alle hegten irgendeinen Verdacht. Wenn sie alleine waren, wandten sie rasch den Blick ab. Wenn aber zwei oder mehr den Container passierten, flüsterten sie sich hinter vorgehaltenen Händen etwas zu. Ganze Gruppen wiederum waren ohne jede Scham und sprachen mit normaler Stimme. Ist er ein Spion? Er hat Kara umgebracht. Und er hat die Infizierten ins Camp gelassen. Aber er hat uns Proviant versprochen. So ein Schwachsinn. Liebe merkte, wie immer mehr Leute an der Krankenstation vorbeigingen, und zwar alle in die gleiche Richtung, nämlich zum Platz. Das stete Treiben von Menschen, die ihren alltäglichen Aufgaben nachgingen, schwollt zu einer mehr oder weniger aufgeregten Menge an, und Lee konnte das Bild einer alten Westernstadt nicht aus seinem Kopf verbannen, in der die Ladies hübsche Kleider mit Rüschen trugen und den Schuldigen am Galgen baumeln sehen wollten. Es dauerte nicht lange, ehe Buzz eintrat. Er nickte Harper und Miller zu, die sich langsam aufrichteten und sich streckten. Dann ging er zu Lee, stellte sich vor ihm auf und faltete die Hände. Er warf einen Blick auf Angela und ihre Tochter und veräugte Sam, der trotzig zurückschaute. Endlich wandte er sich wieder an Lee. Sie müssen etwas verstehen, sagte er schließlich. Ich schmeiße den Laden nicht. Diese Leute hier haben keine Ahnung, was sie tun, glauben aber, dass sie alle Experten sind. Wenn die Kacke also am Dampfen ist, schauen sie zu mir auf, damit ich ihnen sagen kann, wo es lang geht. Ich bin so eine Art Schmusedecke für sie. Wenn es brenzlig wird, soll ich sie beschützen. Er blickte bitter drein. Aber ich habe keine Kontrolle über sie. Und jetzt haben wir fünfzig Menschen dort draußen, die versuchen, sich ein Urteil über sie zu bilden. Caras Familie ist fest davon überzeugt, dass sie und Milo das Loch in den Zaun geschnitten haben. Aber das ist doch völliger Schwachsinn, zischte Angela Buzz an. Buzz drehte sich zu ihr. Das weiß ich. Ich behaupte auch gar nicht, dass ich diese Meinung teile. Ich sage, dass sie es glauben und darüber reden. Viele andere schließen sich ihnen an, weil... Tja, es ist natürlich sehr einfach, die Schuld Fremden zuzuweisen. Ich wollte nur Bescheid geben, wie sich die Stimmung entwickelt. Was soll das? Sind wir hier vor Gericht? fragte Lee mit leiser Stimme. Buzz schüttelte den Kopf. Nur eine Versammlung. Nicht jeder hat sie kennenlernen können. Die Meinung der meisten Leute im Camp basiert auf nichts weiter als der Gerüchteküche. Da dachte ich mir, dass es vielleicht das Beste ist, wenn sie eine Rede halten. So kann jeder hören, was sie zu sagen haben und sich seine eigene Meinung bilden. Lee nickte. Und was soll ich den Leuten auftischen? Nur ihren Fragen, Rede und Antwort stehen. Hoffentlich werden sie ihnen glauben. Niemand wird mir glauben, Buzz, meinte Lee im Flüsterton. Es sei denn, jemand von Camp Rider steht mir offen zur Seite. Käpt'n, es gibt bereits Leute, die auf ihrer Seite sind. Verdammt, die meisten wollen ihnen sogar glauben. Ihr Auftauchen schenkt ihnen Hoffnung. Buzz kratzte sich im Nacken. Aber im Augenblick muss ich unparteiisch bleiben. Wieso? Wollte plötzlich Sam wissen, der sich neben Lee aufgestellt hatte. Sie haben doch gesagt, dass sie uns glauben. Das ist kompliziert, antwortete Buzz ausdruckslos. Camp Rider ist in sich selbst nicht so geschlossen, wie es vielleicht den Anschein hat. Es gibt Leute, die mit meiner Art, das Camp zu führen, nicht zufrieden sind. Wenn ich mich also auf ihre Seite stelle, wird das als Zeichen gedeutet, dass ich unzuverlässig bin. Und das Camp wird sich gegen mich auflehnen. Er seufzte. Ich mag diese politischen Spielchen überhaupt nicht, habe sie noch nie ausstehen können. Aber die Alternative lautet, dabei zuzusehen, wie ein paar Idioten das Camp von innen heraus zerstören. Tut mir leid, aber das kann ich nicht zulassen. Ich muss Neutralität bewahren. Was? sagte Lee und stand auf. Versprechen Sie mir einfach, dass er, falls es so weit kommen sollte, das Camp unbeherrlicht verlassen können. Barst dachte eine Weile darüber nach, länger als Lee erwartet hatte. Letztendlich nickte er, aber Lee bezweifelte, dass er dieses Versprechen auch einhalten können würde. Die Menschen sammelten sich. Es herrschte mürrisches Schweigen. Sie starrten Lee mit versteinerten Gesichtern an, als er sich näherte. Zu seiner Linken und Rechten begleiteten ihn Harper und Miller. Was führte die kleine Prozession an? Und Angela, Abby, Sam, Doc und Jenny bildeten die Nachhut. Lee suchte die Menge ab, fand aber nirgends Karas Vater oder ihren Bruder. Er stellte sich vor den Menschen auf und fühlte sich in seiner gebrauchten Freizeitkleidung irgendwie falsch. Es war schwer genug, Leute von seiner Mission zu überzeugen, wenn er in voller Kampfausrüstung vor ihnen stand, von einem T-Shirt mit einem verdammten Smiley und irgendeiner abgetragenen Sporthose zu schweigen. Sie trugen kaum zu seiner Glaubwürdigkeit bei. Buzz positionierte sich zwischen Lee und der Menschenmenge und verlagerte sein Gewicht von einem Bein auf das andere. Okay, Leute, ungeachtet dessen, was ihr bisher zu Ohren gekriegt habt, möchte ich, dass das hier friedlich und ohne Zwischenfälle über die Bühne geht. Dies ist Captain Lee Harden und die Frau heißt Angela und die beiden Kinder sind Sam und Abby, nur für den Fall, dass ihr sie noch nicht getroffen habt. Ich weiß, dass unsere Gerüchteküche schon einiges aufgetischt hat. Das ist nichts Neues hier, aber wir müssen Ruhe bewahren. Dieser Mann hat uns seine Hilfe angeboten und wir müssen entscheiden, ob wir sie annehmen wollen oder er und seine kleine Gruppe unser Camp verlassen soll. Buzz fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und kratzte sich am Bart. Jetzt wisst ihr, warum wir uns hier versammelt haben? Schießt also los mit euren Fragen, aber bitte immer einer nach dem anderen. Sofort schoss eine Hand in die Höhe und Lee dachte sich, ach du Scheiße, es geht los. Ja? Buzz zeigte auf die gehobene Hand. Leg los, Keith! Keith war ein älterer Mann, ungefähr Mitte 60, mit ein paar weißen Haaren auf dem Kopf, einem Gesicht voller Furchen und schmalen, markanten Zügen. Er trug eine Latzhose, die den Eindruck erweckte, sie habe bereits vor Ausbruch der Fury-Epidemie die bessere Tage gesehen. Keith ließ die Hand wieder sinken und schob sie in die Hosentasche. Er musterte Lee kritisch, ließ seine Augen über den Käpt'n wandern, als ob er von Lees Körperhaltung alles erfahren würde, was er wissen wollte. Ich sage einfach mal alles, was die meisten von uns denken, begann er. Sie machen mir nicht den Eindruck, als ob Sie ein geheimer Supersoldat sind, den die Regierung geschickt hat, um uns aus der Patsche zu helfen. Im Gegenteil, Sie sehen völlig normal aus. Was ich damit sagen will, wenn Sie ein solcher Hautegen sind, wo haben Sie Ihre ganzen Waffen versteckt und Ihre Uniform? Wo ist all der Proviant, den Sie uns versprochen haben? Die Menge gab ein zustimmendes Raunen von sich. Das war etwas, was jeder beantwortet haben wollte. Das ist eine gute Frage, antwortete Lee und versuchte locker zu bleiben. Ich werde aufrichtig antworten. Ich bin kein Supersoldat. Aber ich bin gut. Wenn Sie wissen wollen, wo meine Ausrüstung ist, werde ich es Ihnen sagen. Sie befindet sich in einem Bunker, sechs Meter unterhalb der Ruinen meines Hauses, das Milo abgefackelt hat. Rasch fügte er hinzu. Aber ich habe Zugang zu mehr Rationen. Ich muss nur... Die Menge brummte missbilligend. Dann trat ein neuer Redner hervor. Eine Frau mit blasser Haut und dunklen Haaren, die sie zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte. Aber Sie haben uns bisher keinerlei Beweise geliefert. Wo soll dieser Proviant sein, den Sie uns versprochen haben? Ich bin erst seit einem Tag hier, gab Lee zurück und achtete darauf, nicht gereizt zu klingen. Wir haben bisher noch keine Chance gehabt, einen Ausflug zu organisieren. Aber sobald wir... Und warum haben Sie sie nicht einfach mitgebracht? Unterbrach ihn eine männliche Stimme. Warum sind Sie nicht mit Lebensmitteln und Waffen hergekommen? Jetzt wurde es Lee langsam mulmig. Er mochte es nicht, in Verlegenheit gebracht zu werden. Und ganz gleich, was Buzz ihm gesagt hatte, es schien so, als ob kaum jemand ihm Glauben schenkte. Teil meiner Aufgabe ist es, Überlebenden zu helfen. Angela und ihre Tochter hier saßen auf einem Dach fest. Als ich losgezogen bin, um sie zu befreien, habe ich nicht alles mitgenommen, denn es wäre viel zu schwer und unhandlich gewesen. Als wir dann nach Hause zurückkehrten, war mein Haus abgebrannt. Ich konnte meine Vorräte nicht wieder auffüllen, denn zunächst mussten wir einen sicheren Ort für Angela, Abby und Sam finden. Angela trat vor und erhob zögernd das Wort. Es ist wahr. Meine Tochter und ich saßen auf dem Dach unseres Hauses fest. Wir waren umzingelt. Captain Harden hat uns das Leben gerettet. Leider haben ihm währenddessen einige Männer den Truck gestohlen und sein Haus angezündet. Wir sind doch hin zurückgegangen, kamen aber zu spät. Wir standen vor einer Ruhe. Sie hielt ein Moment lang inne und nickte in Lees Richtung. Ich konnte es zuerst auch nicht glauben, aber Captain Harden weiß, was er tut. Wenn sie ihn kämpfen gesehen hätten, würden sie ihm auch glauben. Woher sollen wir wissen, dass ihr nicht Milos Leute seid? rief jemand aus der Menge. Der Lärmpegel steigerte sich. Die Versammlung schien aufgeregter. Was, wenn ihr Spione seid? Ist das alles nur ein Trick? Lee holte Tiefluft und Buzz starrte eisern auf die Menschen hinab, gab aber keinen Ton von sich. Endlich beruhigten die Menschen sich wieder und eine weitere Person meldete sich zu Wort. Haben Sie den Zaun aufgeschnitten? Wieder gemurmel, aber immerhin blieben die Rufe und Schreie aus. Nein, sagte Lee ohne Umschweife. Er wusste, dass eine lange, komplizierte Antwort lediglich als Versuch gedeutet worden wäre, der Frage auszuweichen. Können Sie beweisen, dass wir nichts mit Milo zu tun haben? Lee wollte antworten, als Miller ins Rampenlicht trat und Buzz fragte, Kann ich etwas sagen? Der vermeintliche Anführer des Camps nickte und alle Augen richteten sich erwartungsvoll auf Miller. Miller drehte sich zu ihnen um. Ich habe keine Ahnung, woher das Gerücht stammt, dass Captain Harden einer von Milos Handlangern sein soll. Ich habe auch keine Ahnung, ob der Captain über all die Sachen verfügt, von denen er uns vorschwärmt. Aber ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie er, Angela und die beiden Kleinen vor Milo geflüchtet sind. Ich weiß es, denn ich habe Milos Männer gesehen. Die haben ihr Bestes gegeben, den Captain abzuknallen. Ich habe außerdem mit eigenen Augen gesehen, wie er sich durch ein verschlagenes Fenster mit rostigen Nägeln gezwängt hat, um zu entkommen. Wenn ihr mich also fragt, ob er einer von ihnen ist, dann lautet die Antwort eindeutig Nein. Daraufhin herrschte erst einmal Ruhe, während die Leute diese Informationen verdauten. Ich will es mal so sagen, ertönte eine neue Stimme. Was jeden hier beschäftigt ist, ob dieser sogenannte Captain uns wirklich all das besorgen kann, was er versprochen hat. Der Mann war groß und schien das genaue Gegenteil von Keith, der aussah, als ob er sein ganzes Leben am Fließband gearbeitet hatte. Der hier war ein Geschäftsmann, jemand, der sich vielleicht sogar für einen angehenden Politiker hielt. Er legte Manieren an den Tag, die eher aus den wohlhabenden Sphären der Gesellschaft stammten und besaß ein weiches, freundliches Gesicht, das offensichtlich noch nicht so viel durchgemacht hatte, wie die Gesichter derer, die ihn umgaben. Lee konnte ihn vom ersten Augenblick an nicht ausstellen. Der Fragesteller trat nach vorn, sodass die Menge sich zu seiner linken befand, während Lee zu seiner rechten stand. Seine Haltung verriet Lee, dass er ein geübter Redner war. Ein Blick zu Buzz verriet ihm auch, dass Buzz alles andere als angetan von dem Schwachsinn war, den dieser Idiot verzapfte. Das Publikum jedoch schien er in der Hand zu haben. Ein Manipulator. Ein Politiker. Vielleicht war das der Mann, von dem Buzz gemeint hatte, dass er die Kontrolle über Camp Rider an sich reißen wollte. Lee musste Buzz zustimmen. Falls es tatsächlich passieren sollte, wäre das Camp in schlechten Händen. Der Mann wandte sich an Lee. »Können Sie sich noch an Ihr Versprechen erinnern?« »Wir nehmen Sie und Ihre Gruppe auf und geben Ihnen alles, was Sie brauchen, und Sie versprachen uns im Gegenzug Essen, Wasser, Waffen und medizinische Ausrüstung.« Er setzte ein entwaffnendes Lächeln auf. »Wir alle wissen, dass Buzz sie mit den allerbesten Absichten ins Camp gelassen hat, aber ich glaube für jeden hier zu sprechen, wenn ich sage, dass wir angesichts des Vorfalls gestern etwas mehr als nur Ihr Wort brauchen, damit Sie sich länger hier aufhalten können.« Es folgte ein Chor von »Ja und genau, und du sagst es.« »Jetzt macht mal alle halblang!« rief Doc und ruderte mit den Armen. »Nein, nein! Wenn Ihr wollt, dass Käpt'n Harden ausrücken soll, um Proviant zu holen, muss ich einen Riegel vorschieben. Das geht frühestens in einer Woche. Der Mann hat schwerste Verletzungen am Rücken und leidet unter ungeheuren Schmerzen. Ich bin überrascht, dass er sich überhaupt aufrechthalten kann. Außerdem besteht noch das Risiko von Wundbrand. »Da muss ich höllisch aufpassen, dass...« »Ich kann morgen aufbrechen!« unterbrach Lee ihn. Doc starrte ihn an. »Nein, das können Sie unter gar keinen Umständen. Ihre Wunden sind nicht annähernd ausreichend verheilt um...« Lee verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich habe heute gekämpft. Ich kann morgen kämpfen. Und wenn es notwendig ist, um die Menschen von Camp Rider von meiner Unschuld zu überzeugen, dann werde ich es tun.« Selbst dem Politiker verschlug es die Sprache. Niemand hatte von Lee erwartet, dass er sich so bereitwillig fügte. Tatsache war, dass er die Idee überhaupt nicht gut hieß. Die Wunden in seinem Rücken brannten noch immer bei jeder Bewegung. Lee hatte auch gehofft, die mäßige Sicherheit von Camp Rider etwas länger als nur einen Tag genießen zu können, ehe er wieder hinaus in die Wildnis musste, zu der die Vereinigten Staaten mittlerweile verkommen waren. Hier galt zumindest die alte Regel, in Gesellschaft ist man sicherer. Außerdem gab es Wasser. Allein der Gedanke, Camp Rider wieder verlassen zu müssen, ließ seinen Magen einen Salto Mortale vollziehen, genau wie damals, als sein vorgesetzter Colonel Reed sich nicht mehr bei ihm gemeldet hatte. Ganz gleich, wie gut trainiert er war, wie viele Erfahrungen er gesammelt hatte, die Furcht vor dem Tod blieb immer gleich. Man musste sie einfach umgehen. Also verdrängte er das Gefühl erneut und zwang sich dazu, den bevorstehenden Job anzugehen, ganz gleich, wie unmöglich er schien und wie gefährlich er war. Das war nun einmal Lee's Schicksal. Und auch wenn es ihn manchmal zu überwältigen drohte, so schaffte er es doch immer wieder, sich damit abzufinden. Irgendwie schien es in seine DNS eingebaut zu sein, wie die Farbe seiner Augen oder die Form seines Gesichts. Was erhob die Stimme? Sie können nicht allein das Kämpfer lassen. Jemand muss mit ihnen gehen. Der Politiker räusperte sich. Es tut mir leid, wenn ich es so deutlich ausdrücke, aber ich glaube kaum, dass sich auch nur einer von uns freiwillig melden wird, alleine mit dem Käpt'n auszurücken, ehe wir uns seiner Loyalität nicht hundertprozentig sicher sein können. Wir haben gerade einen herben Verlust unter einigen verdachterregenden Umständen erleiden müssen. Und obwohl wir nicht beweisen können, dass Mr. Harden etwas damit zu tun hatte, können wir es nicht gänzlich ausschließen. Eine Frau in der vordersten Reihe stemmte die Hände in die Hüften. Wenn ich mich richtig erinnere, Jerry, war es Käpt'n Harden, der Kara geholfen hat, nicht du? Ich kann mich außerdem da rein erinnern, dass wir alle in die andere Richtung geschaut haben, bis Käpt'n Harden genug Menschenverstand an den Tag gelegt hat, um sich umzudrehen und uns zu warnen. Es scheint mir ganz so, dass noch mehr Menschen heute Nacht umgekommen wären, wenn er nicht bei uns gewesen wäre. Offen gesagt, ich finde, dass wir uns bei ihm bedanken sollten. Jerry, der Politiker, war schlau genug, sich nicht auf einen Streit einzulassen. Also hob er die Hände und tat so, als hätte er die Diskussion verloren, nur um eine andere Taktik zu versuchen. »Marie, wenn du ihm so sehr vertraust, warum meldest du dich nicht freiwillig?« Maries Augen blitzten auf. »Ich trage hier einige Verantwortung, Jerry, im Gegensatz zu dir.« Jerry ignorierte den verbalen Hieb, drehte sich der Menge zu und setzte ein breites Lächeln auf. »Gibt es denn niemanden hier, der sein Leben in die Hände des Käpt'ns legen und ihn begleiten will? »Meldet euch ruhig!« Die folgende Stille war überwältigend. Lee warf Buzz, der wie eine verärgerte Gottheit mit seinen muskulösen Armen vor der Brust verschränkt dastand und vor Wut dunkelrot anlief, einen Blick zu. Es war offensichtlich, dass dies nicht das erste Mal war, dass Buzz und Jerry eine Meinungsverschiedenheit hatten. Die Stille hielt noch immer an. »Ich gehe mit ihm!« Lee konnte es kaum glauben, als Harper einen Schritt vortrat, und Jerry mit dem gleichen mürrischen Blick würdete wie Buzz. Harper war einer von Buzz' Männern, seine Loyalität unangefochten und der Feind eines Freundes wird zum eigenen Feind. Lee wusste, dass Harper sich nur freiwillig gemeldet hatte, um Jerry zu trotzen, nicht weil er an Lee glaubte oder ihm gar vertraute. Aber der eigentliche Grund war ihm egal. Lee war Harper dankbar. Es dauerte nicht lange, ehe auch Miller sich meldete. »Ich komme ebenfalls mit.« Jerry schien fassungslos, fing sich aber schnell und zog ein verdrießliches Gesicht. Lee nickte Harper und Miller zu. Er fühlte sich ihnen verbunden, ganz gleich, welche Beweggründe sie besaßen. Buzz lächelte Jerry Hamish an. »Damit ist die Sache wohl gegessen. Harper und Miller werden Captain Harden begleiten. Sie rücken morgen aus.« Vorbereitungen Harper, Miller und Buzz hatten sich gegen die Wand in Buzz' Büro gelehnt, während Lee ihnen gegenüber vor der Karte stand und sie studierte. Er hatte bereits seinen GPS-Empfänger zu Rate gezogen und umkreiste jetzt einen Bereich ungefähr 50 Kilometer ost-südöstlich von der roten Reißzwecke, die Camp Rider darstellte. Das Straßennetzwerk wurde immer dünner, je näher er seinem Ziel kam, bis es komplett aufhörte. Sein Bunker lag offenbar im Niemandsland. »Dort müssen wir hin«, sagte er und klopfte mit dem Zeigefinger auf den leeren Punkt auf der Karte. Er drehte sich um uns bemerkte drei grimmige Blicke, die direkt auf ihn gerichtet waren. Vor zwei Monaten noch wären 50 Kilometer ein Spaziergang gewesen. Jetzt aber bedeuteten sie ein Selbstmordkommando. »Kann man so eine Reise überhaupt sicher bewältigen?« erkundigte sich Buzz. Lee schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht garantieren. Das wissen Sie.« Er fuhr mit dem Finger die dicke Linie des Highway 210 entlang, die von Angier aus über die Karte führte. Ihr Ziel lag genau in der Mitte eines Dreiecks zwischen den Interstates 40, 95 und 7, 95. »In welchem Zustand befinden sich die Straßen? Oder ist es besser, wenn wir Schleichwege benutzen? Darüber wissen Sie wesentlich besser Bescheid als ich.« Harper winkte ab. »Wenn wir den Highway und die Interstates nehmen, wird es nicht lange dauern, bis wir von Straßensperren aufgehalten werden. Auf den Schleichwegen dagegen ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass wir auf Infizierte treffen.« Mela zog eine Grimasse. Es schien, als ob er sich an etwas erinnerte, das ihm nicht schmeckte. »Ich würde die Interstates wie die Pest meiden, selbst mit einem Panzer unter dem Arsch.« »Und Panzer wäre trotzdem nicht schlecht.« Harper lächelte wehmütig. »Können Sie nicht einen aus dem Ärmel schütteln, Käpt'n?« Lee schnaubte und drehte sich erneut der Karte zu. »Ja.« »Damit wären wir gut bedient.« Buzz trat vor und deutete auf Highway 210. »Ich bin hier entlang gefahren, von der anderen Seite der Interstate 40 kommt. Mir ist nichts aufgefallen, aber das ist natürlich schon ein paar Wochen her.« Lee zeigte auf eine kleine Ortschaft nordwestlich der Interstate 95. Wenn Sie tatsächlich den Highway nahmen, würden Sie daran vorbeikommen. »Gibt es irgendwelche Informationen über Smithfield?« Obwohl Lee es vorzog, größere Bevölkerungszentren zu meiden, war eine kleine Ortschaft wie Smithfield möglicherweise zu einer Geisterstadt vorkommen. In einer Situation, in der jede Minute auf der Straße mit Gefahren verbunden war, konnte es von Vorteil sein, die direkteste Route zu nehmen. »Das Letzte, was ich von Smithfield mitgekriegt habe, war eine riesige Rauchwolke,« erwiderte Buzz. »Die war sogar vom Highway aus nicht zu übersehen.« »Die hat es erwischt,« stellte Miller mit ernüchternder Gewissheit fest. Lee drehte sich zu dem jungen Mann um. »Was wollen Sie damit sagen?« Miller zuckte mit den Achseln. »Ich habe gehört, dass es dort eine Explosion gab oder ein Feuer oder so. Sie wissen schon, die Gerüchteküche.« Lee war nur an Smithfield interessiert, weil es dort vielleicht Vorräte gab, die sie mitgehen lassen konnten, und falls es tatsächlich noch Überlebende geben sollte, könnte er Kontakt mit ihnen aufnehmen. Obwohl er weder Harper noch Miller unnötige Gefahren aussetzen wollte, musste er sich dennoch stets seine Mission vor Augen halten, und wenn er eine weitere mögliche Gruppe relativ sicher erreichen konnte, dann blieb ihm nichts weiter übrig, als es zu probieren. »Na gut.« Lee nickte. »Denn niemand Einwände hat, dann nehmen wir die 210. geradeaus Richtung Osten. Sobald wir uns Smithfield nähern und sehen, was dort los ist, können wir uns noch überlegen, ob wir es uns anschauen oder ob es sicherer ist, es zu umfahren.« Mit dem Zeigefinger verfolgte er eine schmale Linie, die von Smithfield nach Südosten führte. »Sobald wir auf dieser Landstraße hier sind, können wir sie beinahe den ganzen Weg bis zum Bunker nehmen. Wir müssen dann vor Ort sehen, wo genau es lang geht.« »Wenn alles gut geht,« flüsterte Harper. »Und das ist ein großes Wenn.« »Was mich zum nächsten Punkt bringt.« Buzz setzte sich auf die Schreibtischkante. »Jerry mag so tun, als ob er die Lage hier im Camp unter Kontrolle hat. Aber ich werde nicht dabei zusehen, dass er die Waffen und den Proviant unter seine Kontrolle bringt. Dafür bin ich zuständig. Und ich will, dass ihr alles zur Verfügung habt, was ihr für den Trip braucht.« Buzz blickte jedem der Anwesenden tief in die Augen. »Ich werde die besten Pistolen und Gewehre zusammensuchen und euch so viel Munition zur Verfügung stellen, wie es in meiner Macht steht.« Lee legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Vielen Dank. Aber es muss genug für die Verteidigung des Camps übrig sein. Sollten wir in Schwierigkeiten geraten, können wir immerhin noch flüchten. Außerdem sollten wir nicht allzu viel mitnehmen, denn jeder Quadratzentimeter Platz zählt, um möglichst viel aus meinem Lager herzubringen.« Miller meldete sich zu Wort. »Apropos, welchen Truck nehmen wir überhaupt?« »Den größten, den es gibt,« antwortete Lee. Buzz kratzte sich am Bart. »Keith Jenkins Dodge Ram ist nicht schlecht. Ich glaube, der hat den größten Stauraum. Außerdem sind die Geländereifen in gutem Zustand, falls ihr mal durch die Botanik fahren müsst.« »Und wie wird Mr. Jenkins reagieren, wenn wir uns seinen Truck nehmen?« Buzz zeigte in Richtung Tür. »Fragt ihn!« Keith Jenkins entpuppte sich als derselbe Keith in dem abgewetzten Overall, der vorher bei Lees Inquisitionsgericht den Stein ins Rollen gebracht hatte. Als Lee ihn sah, überlegte er sofort, wenn man sonst noch davon überzeugen konnte, ihm einen Truck für seine Expedition zu leihen. Keith schien privat jedoch wie ausgewechselt, und überhaupt nicht aggressiv. Jetzt kaute er auf einem Grashalm und starrte wehmütig auf seinen Dodge Ram 2500, als ob er ihn nie wieder zu Gesicht bekommen würde. Lee und Harper gingen zu ihm, um ihn um den Truck zu bitten, während Miller Buzz half, so viele Waffen und Munition für die Expedition zusammenzutragen, wie Camp Rider er übrigen konnte. Der ältere Mann lehnte sich gegen die Karosserie seines Pickups und fuhr mit der Hand über die Ladefläche, als ob er die Flanke eines geliebten Pferdes streichelte. Also, begann Harper etwas unbeholfen. Scheiße! Keith Jenkins spuckte auf den Boden. Das ist ne harte Nummer, Jungs! Truck und ich, wir haben schon einiges überstanden, ne Menge miteinander durchgemacht. Seht ihr die große alte Delle am vorderen Kotflügel? Die kommt von zwei verdammten Infizierten, die ich auf dem Weg hierher über den Haufen gefahren habe. Ja, wir haben schon eine Menge hinter uns, wir beide. Mr. Jenkins, begann Lee und betrachtete das Monster von Truck. Ich kann Ihnen natürlich nichts versprechen, aber wir müssen nur hundert Kilometer damit fahren und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit ich Ihnen den Wagen wieder vor die Tür stellen kann. Und zwar so, wie er jetzt dort steht. Keats scharfe alte Augen wanderten noch einmal den Dodge entlang, ehe sie Lee fixierten. Wissen Sie, ich war von 67 bis 69 in Vietnam. Hartes Brot, bemerkte Lee und fragte sich insgeheim, wohin das führen sollte. Manchmal, wenn die Kacke am Dampfen ist, blicke ich mich nach meinem alten Gewehr um. Aber jetzt habe ich nur noch so eine nutzlose alte Flinte. 23006 Patronen, das war's schon. Keith verschränkte die Arme und senkte den Kopf. Ich leih euch meinen Truck, wenn ihr ihn haben wollt, aber unter einer Bedingung. Ich darf mir als erster eine der Waffen aussuchen, die ihr mitbringt. Sind da etwa auch M16er dabei? Ich habe M4er, gab Lee zurück. Immerhin eine Karabiner-Version vom M16. Keith nickte. Klingt gut? Ja, ich nehme eine M4er. Er zog die Nase hoch. Wenn ihr mir versprecht, dass ich bei so einem Baby die erste Wahl habe, könnt ihr den Pickup nehmen und damit tun, was ihr wollt. Lee und Harper lächelten einander an und wollten Keith schon die Hand reichen, als er abwehrte. Da ist noch etwas, unterbrach er sie. Der Tank ist fast leer. Damit schafft ihr garantiert keine 50 Kilometer mehr. Den Rückweg könnt ihr sowieso vergessen, denn das Ding schluckt solche Unmengen, dass einen schlecht werden kann. Wenn ihr ihn benutzen wollt, dann bitte sehr. Aber Sprit müsst ihr euch selbst besorgen. Lee's lächeln schien nun aufgesetzt, während Harper's völlig verschwand. Harper legte eine Hand auf Lee's Schulter und drehte ihn, sodass sie Keith den Rücken zukehrten. Das ist leichter gesagt als getan, flüsterte er ihm zu. Können wir nicht einfach ein bisschen von den anderen Fahrzeugen hier abzweigen? Wollte Lee wissen. Klar, das geht schon, aber wir haben nicht viele andere Fahrzeuge. Der Großteil der Leute ist zu Fuß gekommen. Die meisten Tanks waren bereits so gut wie leer, als sie hier ankamen. Harper seufzte. Hier in der Gegend Sprit aufzutreiben, ist schwerer, als sich das manche Leute vorstellen können. Die meisten Tankstellen sind bereits leer. Natürlich können wir etwas von den anderen abzapfen, aber ich bezweifle, dass wir genug für einen Tank zusammen bekommen. Nein, für so viel Sprit müssen wir uns auf die offene Straße wagen. Lee fluchte durch zusammengebissene Zähne. Tja, dann bleibt uns wohl keine andere Wahl. Harper warf ihm einen Blick zu, und Lee wusste, dass auch ihm das Ganze nicht schmeckte, nicht wirklich. Gut, Lee drehte sich wieder zu Keith um und reichte ihm die Hand. Eine Waffe ihrer Wahl, und wir kümmern uns um den Sprit. Schlagen wir ein? Keith nahm Lees Hand entgegen und schüttelte sie ausgiebig, während er über sein altes wettergegerbtes Gesicht von einem Ohr bis zum anderen grenzte. Lee und Harper kamen zu dem Schluss, dass es vielleicht ein wenig optimistisch war, den riesigen 120-Liter-Tank des Dodge Ram bis oben hin auffüllen zu können. Lee überschlug also die Zahlen erneut, wie er es schon bei dem Truck der Petersons gemacht hatte. Er ging davon aus, dass ein voller Tank, also 120 Liter, für gute 550 Kilometer reichten. Für ihre Zwecke einigten sie sich auf 65 Kilometer hin und die gleiche Menge wieder zurück. Außerdem rechneten sie noch einen 60 Kilometer umfassenden Puffer ein, man konnte schließlich nie wissen. Das hieß also, dass sie genug Sprit für 190 Kilometer brauchten, was ungefähr einem Drittel des Tankvermögens entsprach, was wiederum mindestens 50 zusätzliche Liter bedeutete. Das Einfachste an dem Plan war, die Kanister aufzutreiben. Beinahe jeder, der mit einem Fahrzeug nach Camp Rider gekommen war, hatte Reservekanister mit sich geführt, die inzwischen natürlich leer und so nutzlos wie die Autos ohne Sprit waren. Harper jedoch glaubte, dass es angesichts der angespannten Situation in Camp Rider nicht ratsam war, bei den Leuten betteln zu gehen. Wie das Glück es wollte, wusste er von einem Vorratslager hinter dem Rider-Gebäude. Als die ersten Überlebenden hier ankamen, war es an Harper gewesen, sich im Lager umzuschauen und alle nützlichen Sachen zu erbeuten, und er erinnerte sich, dass er dort auch ein paar leere Benzinkanister gesehen hatte. Während er sich auf den Weg machte, um sie zu holen, traf Buzz auf Lee, der vor Harpers altem Nissan Frontier stand, mit dem sie auf Benzinjagd gehen wollten. Lee begrüßte den großen Mann mit einem reservierten Lächeln und lehnte sich gegen die Seite von Pickup-Truck. Buzz hatte eine olivgrüne Tasche dabei, die dem Seesack glich, den Lee damals von der Army erhalten hatte. Offentlich befand sich darin etwas, das ihre Chancen erhöhte. Und? War die Suche erfolgreich? Buzz öffnete die Ladeklappe und legte die Tasche ab. Als er sie auf der metallenen Ladefläche abstellte, schepperte es gehörig. Nun, es ist kein Arsenal, sollte aber reichen, um den Job zu erledigen. Lee spähte auf die Ladefläche, als Buzz die Tasche öffnete und ein Mossberg 500 Jagdgewehr, eine schwarze Savage Axis Kaliber 308, einen schwarzen Revolver und eine kleine schwarze Pistole hervorholte. Angesichts des kleinen Innendurchmessers der Läufe schätzte Lee, dass die Handfeuerwaffen nicht größer als Kaliber 22 waren. Bei der Mossberg handelte es sich um eine eher schlichte Flinte. Ihre Aufgabe war es Kugeln in eine generelle Richtung zu schießen, nicht mehr, nicht weniger. Sie hielt 512 Kaliber Schrotpatronen, von denen Buzz immerhin zehn aufgetrieben hatte. Das Savage Axis war ein einigermaßen präzises Gewehr, mit dem man mit einer einzigen Ladung einen Mann locker umlegen konnte. Von den 308 Kaliber Patronen wurde behauptet, dass sie jedes Tier in Nordamerika töten konnten, Menschen inklusive. Buzz hatte 13 die meisten waren Vollmantel Geschosse, aber ein paar hatten rote Köpfe. Bei den Vollmantel Geschossen handelte es sich um eine handelsübliche Munition, während die mit den roten Köpfen bei Aufschlag expandierten, was den Schaden erheblich erhöhte. Der Revolver hielt 8 22 Patronen, die kleine Pistole zehn. Vom gängigen 22 Kaliber hatte Buzz 50 Patronen herangeschafft. Auch wenn sich das 22 Kaliber nicht dafür eignete eine große Show zu veranstalten, hatte es andere Vorteile. Die Patronen waren klein genug, um mehr als genügend Munition mit sich herum tragen zu können, ohne durch das Gewicht stark beeinträchtigt zu sein. In der Praxis hatte sich erwiesen, dass, obwohl eine solche Kugel auf einer Entfernung von 100 Metern kaum mehr als ein Eichhörnchen aufhielt, sie im Nahkampf genug Schlagkraft besaß, um in den Körper einzudringen, nicht aber wieder auszutreten. Dafür irrte sie im Körper hin und her, um die Organe neu anzuordnen. Die 22er Kugel besaß die gleiche Größe, wie die Munition in Lees M4, hatte aber wesentlich weniger Wucht. Buzz warf sich die leere Tasche über die Schulter und meinte, und bitte vergesst nicht, dass das alles war, was ich zusammenbetteln konnte. Es wäre nicht schlau, sämtliche Reserven schon heute beim Spritz sammeln auf der Straße zu verschießen. Das Beste wäre, jegliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Lee lächelte. Geht mir zwar gegen den Strich, aber wenn sie es sagen. Harper näherte sich ihnen und schleppte zwei rote 20 Liter Kanister hinter sich her. Er hob sie auf die Ladefläche und schob ihr Werkzeug gewählt, Käpt'n. Lee machte eine ausladende Geste. Nach ihnen. Okay. Harper rieb sich den Nacken. Ich nehme die Schrotflinte und die Pistole. Sie nehmen das Gewehr und den Revolver. Hört sich gut an, stimmte Lee zu. Buzz hatte sich bereits umgedreht und blickte nachdenklich auf die umliegende Landschaft. Nach ungefähr dreißig Metern Gras und Unkraut begann der Wald, durch den eine sich windende Schotterpiste bis zum Highway führte. Wo wollt ihr das Benzin eigentlich organisieren? fragte er Harper. Gute Frage, seufzte Harper. Normalerweise klappern wir die ganzen Autos in Timber Creek ab, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es eine gute Idee wäre, sich dort so schnell wieder blicken zu lassen. Außerdem gibt es da wahrscheinlich sowieso nichts mehr zu holen. Auf Hauptstraßen und Interstate wimmelt es aller Wahrscheinlichkeit nach nur so von verlassenen Autos und Trucks, als alle Hals über Kopf geflüchtet sind, bemerkte Lee. Da sollte es was zu holen geben. Highway 55 ist direkt um die Ecke, schlug Harper vor. Ich habe da ein übel aussehendes Wrack gesehen, gar nicht weit weg von hier. Natürlich schwer zu sagen, ob wir noch Sprit finden. Irgendwie bezweifle ich, dass wir die Ersten sind, die auf die Idee kommen, sich zu bedienen. Immerhin ist es ein Vorschlag, meinte Buzz. Er machte einen nervösen Eindruck und wandte sich an Lee. Wie lange, glauben Sie, wird es dauern? Lee mochte es gar nicht, an einen Zeitrahmen gebunden zu sein, aber gleichzeitig war ihm auch klar wie nervenaufreibend es für die zurückbleibenden in Camp Rider sein musste, in einer womöglich lebensbedrohlichen Situation für unbestimmte Zeit warten zu müssen. Er hatte beide Seiten der Medaille erlebt und war zu dem Schluss gekommen, dass nicht nur die Kehrseite beschissen war. Trotzdem musste er antworten, fühlte sich dazu verpflichtet. Wenn alles glatt geht, sollten wir nicht mehr als ein paar Stunden brauchen. Ich würde sagen, schien mit Lees Einschätzung zufrieden zu sein. Auf seiner Glatze bildeten sich Schweißperlen, die bei jeder Bewegung aufblitzten. Erst als Lee sie sah, merkte er, dass auch er zu schwitzen begann. Die Temperaturen waren angenehm im Schatten, in der Sonne aber wurde es langsam ziemlich heiß. Was zog sich das klebende T-Shirt von der Haut? Harper, Miller und sie? Lee schüttelte den Kopf. Noah Harper und ich, das sollte reichen. Miller brauchen wir erst, wenn wir uns zum Bunker aufmachen. Alles klar. Dann wünsche ich viel Glück. Bas nickte und wollte sich bereits umdrehen, als er sich an etwas erinnerte. Er fuhr mit der Hand in die Tasche, holte eine alte Kampfanzughose hervor und reichte sie Lee. Die habe ich extra für sie abgestaubt. Hat mir gedacht, dass sie sich in einer richtigen Hose wohler fühlen. Lee war ihm wirklich dankbar, denn in diesen Shorts kam er sich lächerlich vor. Er freute sich wie ein kleines Kind und nahm sie entgegen, wobei er sich nicht daran erinnern konnte, wann er das letzte Mal wegen einer einfachen Hose so aufgeregt war. Verdammt, Bas! Das ist aber eine angenehme Überraschung. Nun, eigentlich habe ich damit nicht so viel zu tun. Bas! Bas! Zeigte auf Lees nackte Beine. Mir sind einige Beschwerden zu Ohren gekommen. Harper kicherte leise und Lee zog sich grinsend die Hose an. Sie war zu groß und zu lang, aber das störte Lee nicht im geringsten. Er schlug die Hosenbeine um, sodass sie nicht auf dem Boden schleiften, zog die Kordel aus dem Bund der Sporthose und fädelte sie durch aus zweckmäßigen Gürtel gebastelt. Vielen Dank noch mal, Bas! meinte Lee und klopfte dem großen Mann fest auf die Schulter. Nicht der Rede wert. Dann richtete er den Zeigefinger auf die beiden und sagte, nehmt euch in acht. Fünfzig Liter Der breite Schotterweg führte von Camp Rider zu einer zweispurigen asphaltierten Straße. Lee kurbelte das Beifahrer Fenster hinunter, um etwas Luft in das stickige Auto zu lassen. Außerdem legte er den Lauf seines 308er Savage Axis Gewehrs in die Einsparung zwischen Karosse und Seitenspiegel, damit er stets schussbereit war. Der warme Wind blies durch das offene Fenster, während Harper mit konstanter Geschwindigkeit Richtung Highway 55 brauste. Seitdem sie das Camp verlassen hatten, war Harper nicht der gesprächigste gewesen. Stattdessen kaute er nervös auf der Unterlippe, lenkte mit der linken Hand, während er mit der rechten stets die Schrotflinte umklammerte, die zwischen ihm und Lee lag. Er kniff die Augen zusammen und suchte die Schotterpiste ab, ehe er immer wieder kurze Blicke in Rück- und Seitenspiegel warf. Er wollte verhindern, dass sich etwas Unerwartetes von hinten an sie heranschlich. Lee hielt den Blick stets auf den Wald und die Felder gerichtet, die den Pfad säumten. Hier und da stand ein Haus, aber sie befanden sich immer noch auf Schleichwegen. Er hielt die Augen für alles offen, was irgendwie aus dem Rahmen fiel, steckte sogar die Nase in den Wind und lauschte nach dem verräterischen Jaulen der Infizierten. Aber hier in der Gegend schienen sie nicht so schlimm gewütet zu haben. Es gab keine niedergebrannten Wohngebäude oder geplünderten Geschäfte, die das Bild eines alltäglichen Lebens hätten ruinieren können. Es gab sogar Momente, in denen Lee sich ganz normal fühlte, aber sie dauerten nicht lange an, waren bereits vorüber, ehe er sie richtig hätte auskosten können. Seine neue Realität bestand aus Überleben. Ständig warf er unruhige Blicke hinter sich, wachte mitten in der Nacht mit wild pochendem Herzen auf, spannte sich bei jedem Geräusch im Gras oder einem Knarzen eines Astes aufs Äußerste an. Jede wache Minute wurde von einem dumpfen Pochen aus Angst begleitet. Aber inmitten dieser Situation gab es etwas Klareres, Schärferes, dass Lee half, konzentriert und fokussiert zu bleiben. Er war in seinem Element, komplett entschlossen, als ob er für diesen Kampf geboren wäre. Die Bremsen des Nissans quietschten, als Harper sanft auf das Pedaltrad. Direkt vor ihnen lag eine Kreuzung. Die Bäume schienen sich von der Straße zurückgezogen zu haben, und das Stoppschild vor der Hauptstraße war nach rechts eingeknickt, als ob jemand mit voller Wucht dagegen gefahren wäre. Eine Ampel, die einst rot geblinkt hatte, baumelte phlegmatisch von den Stromleitungen, die über der Kreuzung gespannt waren. Von einem Telefonmast hing ein zerfranstes verwittertes Werbeplakat. Obwohl die Schrift bereits vergilbt war, konnte Lee die fett gedruckten Buchstaben ausmachen. Das ist das Urteil Gottes. Harper blickte erst nach links, dann nach rechts. Was ist der Highway 55? informierte er Lee. Die Straße erstreckte sich auf beiden Seiten, war leer und zeigte keinerlei Anzeichen von Leben. Eine Windböe ließ einen kurzlebigen Staubwirbel entstehen, der über die Straße fegte, um hinter dem Seitenstreifen wieder zu verschwinden. In welche Richtung fahren wir? Geht es da zur Stadt? fragte Lee und zeigte nach links. Ja? Dann sollten wir da entlang und unser Glück versuchen. Wir können davon ausgehen, dass in der Richtung mehr Autos herumstehen. Harper schien zu zögern. Und mehr Infizierte auf uns warten. Lee rutschte auf seinem Sitz hin und her und legte die Hand auf das Gewehr. Wenn wir aussteigen, sollten wir uns nie weit vom Truck entfernen. Und immer darauf achten, dass wir zu allen Seiten freie Sicht haben. Wortlos lenkte Harper nach links. Die Servolenkung ächzte unter seinen Bemühungen und Lee fragte sich, wie lange die Maschinen ohne jegliche Wartung oder Ersatzteile noch halten würden. Auf seiner Liste von Menschen, die er retten musste, kletterte ein fähiger Mechaniker gerade ein paar Plätze nach oben. Der kleine Pickup fuhr langsam über die Kreuzung und bog dann Richtung Nordwesten auf den Highway 55 nach Angier ab. Harper beschleunigte langsam auf 50 Kilometer pro Stunde und behielt dann die Geschwindigkeit konstant bei. Auf beiden Seiten der Straße war außer Bäumen und Strommasten nichts zu sehen. Außer dem Geruch des heißen Asphalts konnten sie nichts riechen, sie hätte unruhig werden lassen. Die Reifen sangen auf dem Straßenbelag, der Motor nagelte im dritten Gang sonor vor sich hin. Aufgrund der völligen Abwesenheit von Menschen bestand die Geräuschkulisse nur aus hypnotisch anmutenden Klängen der Natur und erschien ihnen lauter als je zuvor zu sein. Die Zikaden zirpten, das Gezwitscher der Vögel ertönte, und Millionen anderer Lebensformen erfüllten die Luft mit den Geräuschen ihrer alltäglichen Existenz. Ihnen schien gar nicht bewusst zu sein, wie sehr sich die Welt verändert hatte. Das Schicksal der einen Spezies auf diesem Planeten, die es immer wieder schaffte, sich bei jedem Drehen und Wenden ins Unheil zu stürzen, hatte sich nun dramatisch zum Schlechten gewendet. Lee fiel eine unnatürliche Farbgebung in der Ferne ins Auge. Er konzentrierte sich auf die Straße vor ihnen, die jetzt eine sanfte Rechtskurve vollzog. Mitten im Scheitelpunkt, der gerade in Sicht kam, konnte er ein kleines weißes Fahrzeug sehen, das von der Fahrbahn abgekommen war und im flachen Graben neben dem Seitenstreifen lag. Langsamer, murmelte Lee, aber Harper war bereits vom Gas gegangen. Der Wagen war ungefähr einen Kilometer von ihnen entfernt. Schon ratterten die üblichen Gedankengänge eines Scharfschützen durch Lee's Gehirn, ohne dass er sich dazu anhalten musste. Entfernung circa tausend Meter. Die schimmernde Luft über dem Asphalt wehte von rechts nach links, wies also auf einen starken Westwind hin. Sie befanden sich gerade noch in potenzieller Reichweite eines guten Gewehrs. Lee machte diese Entfernung eine Chance haben. Er nahm das Gewehr in Anschlag und legte die Wange gegen die Schulterstütze. Der Sucher auf der Savage war absolut überdimensioniert. Damit konnte man nichts weiter anfangen, als Löcher in Kilometer weit entfernte Blätter zu schießen. Lee schätzte, dass es einen Vergrößerungsfaktor von 30 oder 40 bot. Während seiner Scharfschützen Ausbildung hatte Lee stets mit einem einstellbaren Sucher mit bis zu neunfacher Vergrößerung gearbeitet. Je niedriger dieser Wert war, desto einfacher war es, Bewegungen zu verfolgen. Nach wie vor bevorzugte er Sucher mit einem eher kleinen Vergrößerungsfaktor. Zumindest konnte er hindurchschauen und selbst aus dieser Distanz Details erkennen, die ihm etwas über das Auto im Graben verrieten. Einen sich bewegenden Schatten, dunkle Silhouetten von Füßen unter dem Wagen oder außer einem leeren Fahrzeug. Es handelte sich um einen Chevrolet Cavalier. Vorne rechts fehlte eine Radkappe und ein weißes Tuch wehte im Fenster der hinteren Beifahrertür im Wind. Lee wandte sich dem Waldrand zu. Die helle Mittagssonne tauchte den Wald in tiefe Schatten. Hinter der ersten Wand aus Blattwerk konnte man so gut wie nichts mehr erkennen. Es verging eine Minute. Der Pickup knurrte blickte vom Sucher auf. Sieht aus, als ob die Luft rein ist. Wollen wir schauen, ob noch Benzin drin ist? fragte Harper und trat bereits aufs Gaspedal. Ja. Halten sie direkt daneben an. Sie fuhren los und legten innerhalb weniger Sekunden einen Dreiviertel Kilometer zurück. Als sie dem zurückgelassenen Wagen näher kamen, erschloss sich ihnen der Rest der Kurve. Ungefähr 500 Meter in der Sonne. Unfall? fragte Harper. Lee nickte. Sieht ganz nach einer Massenkarambolage aus, entgegnete Lee und drehte sich erneut Richtung Wald. Als sie neben dem Chevy anhielten, sank Lee das Herz in die Hose. Der Tank war bereits offen und der Deckel baumelte an einer Kette im Wind. Jemand war ihnen zuvor gekommen und hatte den Tank Inhalt bereits abgesaugt. Harper zog eine Grimasse. Verdammt noch mal! Wir sollten trotzdem nachschauen, meinte Lee und öffnete die Tür. Vielleicht haben sie etwas übrig gelassen. Ohne Einwand öffnete Harper die Fahrertür und stieg aus. Er ging zur Ladefläche und schnappte sich einen Benzinkanister und einen schwarzen Schlauch. Lee überließ es ihm, alles vorzubereiten, während er sich auf die Ladefläche schwang. Das Metall der Fahrerkabine Hapa begann zu husten und zu würgen. Lee warf ihm einen seitlichen Blick zu. Und? Erfolg? Harper stand vornüber gebeugt, hatte die Hände auf die Knie gelegt und ein dicker Faden Speichel hing von seinem Mund. Nichts als Dämpfe! Gott, ich habe ganz vergessen, wie sehr ich das hasse! Dann wollen wir mal weiter, schlug Lee vor. Ich bleibe hier oben. Harper zog den schwarzen Schlauch aus dem Tank des kleinen Chevy und warf ihn mitsamt dem Kanister auf die Ladefläche neben Lee. Murmelnd setzte er sich auf den Pfarrersitz. Glück gehabt, dass ich heute Morgen nichts zwischen die Zähne gekriegt habe. Das wäre sofort wieder hoch gekommen. Lee hielt sich am Dach fest und klopfte dann auf das Blech, um Harper zu verstehen zu geben, dass er bereit war. Sie sind ein alter Hase, Harper. Der ältere Mann murrte etwas Unverständliches, aber es hörte sich recht unwirsch an. Sie fuhren weiter die Straße entlang und nahmen Kurs auf die Autos in der Ferne. Während Harper versucht hatte, die letzten Tropfen aus dem Chevrolet abzusaugen, hatte Lee sie sich bereits durch den Sucher angesehen. Es sah nicht nach einer Straßensperre aus. Menschen waren ihm auch nicht aufgefallen, weder bei den Autos noch in der Umgebung. Als sie näher kamen, verstand Lee auf einmal, weshalb all diese Wagen auf dem Highway standen. Ein großer SUV war von der gegenüberliegenden Fahrbahn abgekommen und quer über den mittleren Grasstreifen geschleudert worden. Trotz des unbändig sprießenden Rasens konnte Lee die Narben sehen, welche die Reifen in die Erde gegraben hatten. Ein Kastenwagen hatte ihm ausweichen müssen, um einen Frontal Zusammenstoß zu vermeiden, war umgestürzt und lag auf der Seite. Danach waren ihm drei kleinere Wagen ins Fahrgestell gerast. Dem war offensichtlich eine Kettenreaktion gefolgt, und ein Haufen Idioten, die viel zu dicht aufgefahren waren, hatten die Massen Karambolage perfekt gemacht. Allerdings versprachen ihre Fahrfehler auch eine gute Ausbeute für Lee und seine Leute. Einer der fünf Wagen musste noch Benzin im Tank haben. Vielleicht würden sie auch Glück haben und fünfzig Liter zusammen kriegen. Der Aufbau des Kastenwagens lag gleich einem gestürzten Ungeheuer über der Fahrbahn und bildete eine nahezu perfekte Verteidigungsstellung. Lee ließ ihnen keinen Moment außer Augen, aber niemand sprang hervor und begann auf sie zu schießen. Die Wracks lagen weiterhin still und ruhig auf der Straße, als Bildhauerwerk eines einzigen Augenblicks grausamer Ereignisse. Harper holte rechts aus und lenkte dann scharf links ein, sodass der Pickup mit der Beifahrerseite vor den Autos zum Stillstand kam. Lee hüpfte von der Ladefläche und begann die Fahrzeuge zu untersuchen, während Harper sich erneut den Benzinkanister samt Schlauch schnappte. Sämtliche Wagen waren leer. Bei Zweien waren die Airbags ausgelöst worden und einer hatte ein kaputtes Beifahrerfenster. Zu ihrer Linken und Rechten fehlte jegliches Gras auf dem Mittelstreifen, was erklärte, warum sich kein Verkehrschaos hinter dem Unfall gebildet hatte. Alle Wagen, die nach Angier wollten, waren einfach auf der anderen Spur um den Unfall herumgefahren. Lee fragte sich, sollte wohl ein Geheimnis bleiben. Vielleicht waren sie einfach abgehauen, oder eine Horde Infizierte hatte sie sich geschnappt. Harper hustete und prustete. Verdammt! Er begann zu röcheln. Heureka? Oh ja! Er spuckte auf den Boden. Wird allerdings ein wenig dauern. Lee nickte und wandte sich dem Kastenwagen zu. Auf dem Weg behielt er seine Aufmerksamkeit stets auf den Waldrand und die Straße gerichtet. Als er an dem Rolltor angekommen war, sah er ein großes Logo einer Bäckerei mit einer bunten Auswahl verschiedener frischgebackener Brote und Brötchen darunter. Allein bei dem Anblick der Bilder lief Lee das Wasser im Mund zusammen und sein Magen begann zu knurren. Er blickte sich noch einmal gründlich um, um sicher zu gehen, dass sich auch wirklich niemand an sie heranschlich. Dann bückte er sich zu dem Schloss hinab, fand es aber offen. Er zog an der Tür. Anfangs wollte sie nicht nachgeben, also ruckelte er daran und zog härter. Endlich bewegte sie sich. Er schaffte es, sie zur Hälfte zu öffnen, sie erneut blockierte. Lee lugte in die Finsternis. Das erste, was ihm auffiel, war der Gestank. Es war nicht so schlimm wie verwesendes Fleisch, auch nicht so penetrant wie menschliche Ausscheidungen oder der Körpergeruch der Infizierten, sondern merkwürdig muffig, wie ein altes Haus, das seit Jahren nicht mehr sauber gemacht worden war. Lee rümpfte die Nase. Sämtliche Backwaren im Kastenwagen waren verschimmelt, es konnte gar nicht anders sein, und er hatte keine Lust, die dunkle Ladefläche weiter zu durchsuchen. Er wollte sich schon abwenden, überlegte es sich aber noch einmal anders und schloss die Rolltür hinter sich. Er bezweifelte zwar, dass sich irgendetwas Gefährliches im Inneren befand, wollte aber kein Risiko eingehen. Was gefunden? rief Harper ihm zu. Lee drehte sich zu ihm um und sah, wie er langsam den Benzinkanister auffüllte, die eine Hand auf der Hüfte, die andere als Schirm gegen die grelle Sonne über die Augen gehalten. Die Flinte war gegen den Wagen gelehnt, während der große rote Kanister langsam voll lief. Lee schüttelte den Kopf. Alles verschimmelt. War ja klar. Klar, das hätte Lee sich auch denken können. Einen Monat in der Ladefläche eines Kastenwagens, dazu die hohe Luftfeuchtigkeit und die Hitze. Es gab nicht viel, was unter solchen Umständen nicht verdorben wäre. Lee lehnte sich gegen den Kastenwagen, hob das Gewehr an die Schulter und blickte erneut durch den Sucher. Aufgrund der extremen Vergrößerung musste er sich anstrengend zu fokussieren. Er sah die Straße, der verschwommenen Ferne, eine Überführung? Vielleicht. Das Bild zuckte und ruckelte mit jeder Bewegung Langsam schwenkte er nach links über den Mittelstreifen hinweg. Alles war wie leer gefegt und das hohe Gras blockierte die Sicht auf die gegenüberliegende Fahrbahn. Erst der ansteigende Seitenstreifen, der bis zum Wald hinaufführte, war wieder auszumachen. Entwarnung. Dann schwenkte er nach rechts, zurück über den Mittelstreifen zu ihrer Seite der Fahrbahn und der flirrenden Form der Überführung, wieder zurück zum Seitenstreifen, die Böschung empor bis zum Waldrand. Plötzlich sah er etwas Dunkles, das auf dem Boden kauerte, ehe es im Wald verschwand. Lee zuckte zusammen, als ob man ihn mit einem glühenden Schüereisen verbrannt hatte. War das! Er wollte schon Harper rufen, entschied sich dann aber doch es erst noch einmal zu überprüfen. Die Bewegung war so schnell und plötzlich gewesen, dass es eine Fata Morgana hätte sein können, oder ein Tier, vielleicht sogar nur Staubflecken auf dem Objektiv des Suchers. Er legte den Kolben erneut gegen die Wange, diesmal fester und konzentrierte sich. Er nahm den entferntesten Punkt der Straße in Augenschein, ehe sie abfiel und aus dem Blickfeld verschwand. Auf dem obersten Punkt der Böschung, keine fünf Meter abseits der Straße, hatte er etwas gesehen. Etwas, das sich hingekauert hatte und menschlich war, dachte er. Er spürte, wie sein Herz schneller zu schlagen begann, wie ein aufgebrachtes Pferd, das aus dem Schritt in den Trab fiel. Er starrte auf den Waldrand, versuchte krampfhaft etwas hinter dem dichten Gestrüpp zu erkennen, aber die Blätter spiegelten die Sonne wieder und vereitelten seine hartnäckigsten Anstrengungen. Äh, Harper? Ja, er klang schroff und teilnahmslos. Lee gab sich Mühe, entspannt zu klingen, aber das ungute Gefühl, das in ihm aufstieg, schnürte ihm den Hals zu. Bitte beeilen Sie sich. Lee ließ den Blick nicht vom Waldrand ab. Hinter ihm ertönte ein metallenes Geräusch, als Harper seine Flinte vom Boden auflas. Haben Sie etwas gesehen? erkundigte Harper sich in angestrengtem Flüstern. Was ist los? Nur Lee holte Tiefluft und zwang sich locker zu bleiben. Kümmern Sie sich um den Sprett, und zwar schnell. Das dauert, da kann ich nichts machen, schnappte Harper zurück. Können Sie nicht zwei Kanister auf einmal nehmen? schlug Lee vor. Ich habe nur einen Schlauch, knurrte Harper. Verdammte Kacke! Plötzlich ertönte ein markerschütterndes Gejaule, das gefühlte Minuten andauerte. Es durchfuhr Lee wie ein Blitz. Seine Nebenniere schüttete Adrenalin aus, das sich wie eine Stoßwelle durch seinen Körper ausbreitete, bis seine Fingerspitzen kribbelten und sein Mund und Rachen auszutrocknen schienen. Das war, begann Harper, Scheiße, jetzt aber schnell! Lee ließ vom Sucher ab und betrachtete den Waldrand mit bloßem Auge. Auf einmal schien die Straße ein sehr unsicherer Aufenthaltsort und der Wald schien sie zu umzingeln. Falls etwas zwischen den Bäumen herausbrach und über sie herfiel, würde es nur Sekunden dauern, ehe es vor ihnen stand. Und wenn es mehr als nur ein Infizierter war, würden Lee und Harper keine Zeit haben, um die heranstürmende Meute niederzumähen. Ganz ruhig, denk nach. Lee ging langsam zu Harper zurück, suchte die ganze Zeit die Umgebung von links nach rechts und wieder zurück ab. Dabei checkten seine Finger die Sicherung, zogen den Verschluss zurück, um zu überprüfen, ob der Lauf geladen war. Dann ließ er den Verschluss wieder einrasten und tippte zweimal dagegen, um sicher zu gehen, dass er einsatzbereit war. Plötzlich schien die Savage mit ihren vier Patronen die unpassendste Waffe zu sein, die man dabei haben konnte, außer vielleicht einen Schnellhefter. Der Sucher besaß einen viel zu hohen Vergrößerungsfaktor, der ihn für Entfernungen unter hundert Metern quasi unbrauchbar machte, und sie hielt nur vier Schüsse. Ehe man wieder nachzuladen hatte, musste jede Kugel doppelt wirken. Während das erste Heulen noch im Wald wieder halte, kam plötzlich eine Antwort von der anderen Straßenseite. Sie klang schriller. Lee drehte sich um, aber der Wald verschluckte alles, was ihm als Ziel hätte dienen können. Umzingeln sie uns? Wie weit sind sie, Harper? Erster Kanister ist fast voll. Jemand hat sich hier vor uns schon bedient. Machen Sie weiter. Ich gebe Bescheid, sobald ich einen im Visier habe. Lee ging rückwärts zur Ladefläche des noch laufenden Pickups und sprang auf. Der zusätzliche Meter an Höhe verlieh ihm einen besseren Überblick. Insbesondere konnte er jetzt über den umgekippten Kastenwagen blicken. Ein dritter Ruf ertönte aus dem Wald mehr oder weniger direkt vor ihnen. Lee richtete den Blick in die entsprechende Richtung und erinnerte sich an den Tumult und die Taktik der Infizierten in der vergangenen Nacht. Einer war ziellos zwischen den Müllcontainern hin und her gekrochen, während die anderen sich von hinten an sie herangeschlichen hatten. Rudelinstinkte. Lee drehte sich langsam auf der Ladefläche, die Savage Axis eng an der Schulter, den Lauf gesenkt, aber stets schussbereit. Als er sich dem Wald ihnen gegenüber zugewandt hatte, hörte er das Brechen von Ästen und das Rascheln von Blättern, als ob etwas in voller Fahrt durch das Gestrüpp brechte. Lee wollte auf der Stelle flüchten, aber sie brauchten das Benzin. Der Gedanke an einen zweiten Ausflug gefiel ihm überhaupt nicht, insbesondere wenn sie alles hier und jetzt erledigen konnten, aber die Möglichkeit, ein weiteres Mitglied von Camp Rider zu verlieren, schmeckte ihm noch viel weniger. Sie hatten ihm die Schuld für etwas zugesprochen, für das er eindeutig nichts konnte. Wie würden sie erst über ihn herfallen, wenn Harper dran glauben musste? Jetzt, da sie allein und ohne Zeugen unterwegs waren? Harper prustete und spuckte. Er hatte mit dem zweiten Kanister begonnen. Nur noch eine Minute. Schon wieder ein Kreischen, diesmal weiter entfernt. Es kam aus der nur im Entferntesten entspannen konnte. Im Gegenteil, sie kamen jetzt aus allen Richtungen. Wieder ein brechender Ast, diesmal sehr nah. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Lee verließ sich auf seine Instinkte. Harper, wir müssen los. Das ließ sich der ältere Mann nicht zweimal sagen. Aus dem schwarzen Schlauch floss noch Benzin, aber Harper riss ihn aus dem Tank und spritzte sich dabei voll. Dann schnappte er sich die roten Kanister und sprintete Richtung Pickup Truck. Ein Blätter rascheln. Dann brach eine Figur aus dem Wald und galoppierte mit merkwürdig anmutenden seitlichen Hüpfern auf sie zu. Lee hob das Gewehr, während er im selben Augenblick im Geiste die vielen Einsatzregeln runterbetete, die man ihm beigebracht hatte und die ihn zu einer zügigen Entscheidung zwang. Besteht eine tödliche Bedrohung? Du darfst nicht angreifen, wenn keine tödliche Bedrohung besteht. Lee blickte durch den Sucher, sah die sich schnell bewegende unscharfe Gestalt, sah einen Mund voller blutiger Zähne und drückte ab. Die Savage Axis donnerte mit einem gewaltigen Rückstoß auf und die linke Hüfte der Kreatur explodierte in einer Wolke aus Fleisch, Gewebe und Knochen. Er hatte sie zwar nicht umgelegt, aber immerhin war sie bewegungsunfähig. Lee! rief Harper, der die Kanister und den Schlauch auf die Ladefläche warf. Andere Seite! Lee drehte sich. Das Benzin schwappte aus den Kanistern und lief über seine Füße. Von der anderen Straßenseite erschienen auf einmal zwei, dann drei Kreaturen und sprinteten staffelförmig in ungeheurem Tempo auf sie zu. Lee riss den Verschluss hoch und dann zurück. Die Hülse aus Messing sprang aus dem Gewehr und hinterließ eine rauchende Spur. Er ließ den Verschlussbolzen wuchtig wieder einrasten. Zwei der drei Angreifer hatten die Richtung geändert und näherten sich ihnen jetzt im schrägen Winkel, um ihrer Beute den Fluchtweg abzuschneiden. Der andere rannte weiterhin stur geradeaus in ihre Richtung. Lee entschied sich für den Sucher an sein Auge, fand aber kein Zielbild. Er schwenkte das Gewehr zu allen Seiten. Grashalme, Blätter, Asphalt, dieser verfickte Sucher. Der Pickup-Truck machte einen Satz nach vorne, als Harper den Gang einlegte und auf das Gaspedal trat. Lee verlor das Gleichgewicht. Die plötzliche Beschleunigung hatte ihn komplett überrascht. Er schlug mit dem Rücken auf die Ladefläche, sodass jede Naht sich wie ein heißes Brandeisen anfühlte und er laut aufschrie. Die Reifen drehten durch. Etwas schlug gegen die Seitenwand der Ladefläche. Lee rollte sich auf das Geräusch zu und hob den Gewehr Lauf. Zwei senige Arme, schwarz vor Blut und Dreck erschienen über der Kante und krallten sich fest, als der Pickup bereits an Fahrt gewann. Dann erschienen langes strähnige Haare und die Fratze eines Mannes. Sein Mund nach seinem Opfer. Lee schob dem Mann den Lauf in den Rachen und drückte ab. Der Kopf wurde zurückgerissen, aber die krallenartigen Finger ließen nicht von der Ladefläche ab. Blut spritzte aus Nase und Mund, als ob jemand einen Wasserhahn in seinem Inneren voll aufgedreht hätte und bildete schnell große Lachen überall auf der weißen Ladefläche. Lee lehnte sich zurück und wollte gerade und mit einem feuchten Klatschen auf der Straße landete. Lee kroch zum Fenster der Fahrerkabine und hämmerte dagegen. Schneller fahren, Wichser! Er ließ das Gewehr fallen, versuchte sich auf Händen und Knien abzustützen, wankte aber wie ein betrunkener Matrose auf einem Schiffsdeck bei schwerem Seegang. Er suchte nach der 22er Pistole, die er sich in den Hosenbund gesteckt hatte, aber sie war nicht mehr da. Als der Truck an Fahrt gewann, erspähte er sie in einer Ecke der Ladefläche. Der Pickup machte einen Schlenker und Lee spürte den schweren Aufprall von Fleisch gegen die vordere Stoßstange. Ein Ächzen drang an seine Ohren. Endlich fand Lee das Gleichgewicht wieder, sodass er über die Seitenwand schauen konnte. Der Mann, dem er in den Mund geschossen hatte, rollte noch immer über die Straße und der andere stolperte rückwärts auf den mit Gras überwachsenen Mittelstreifen zu. Der dritte Angreifer jedoch hetzte ihn noch immer hinterher. Panik schnürte Lee kurzzeitig die Kehle zu und er befürchtete, dass der Nissan jeden Augenblick unter ihnen zusammenbrechen könnte. Dann aber hörte er, wie Harper den dritten Gang einlegte und der laut aufheulende Motor einen steten Rhythmus gewann, während der Asphalt unter ihnen immer undeutlicher zu erkennen war und die weißen Markierungen an ihnen vorbeiflogen. Der Wind rauschte in Lee's Ohren, wurde nur von dem lauten Pochen seines eigenen Pulsschlags übertönt. Als sie an dem weißen Cavalier vorbeifuhren und den Scheitelpunkt der langen Kurve hinter sich ließen, verschwand der dritte infizierte, der sie noch immer wie wild verfolgte endlich außer Sicht. Dürftige Vorräte Sie rasten mit einer riesigen Staubwolke im Rücken zurück nach Camp Rider. Harpers Bleifuß hatte sie im Handumdrehen zurück vor den Maschendrahtzaun befördert, wo er so heftig auf die Bremse trat, dass die Wache auf der anderen Seite vor Schreck beinahe beiseite sprang. Als der Staub sich gelegt hatte, stand sie, der Mann war um die Dreißig und trug ein Gewehr über der Schulter mit erhobenen Armen vor ihnen. Was zum Teufel soll das? fuhr er sie an. Harper steckte den Kopf aus dem Fahrerfenster und rief, mach auf, verdammt noch mal! Die Wache schüttelte konsterniert den Kopf, tat aber wie ihr geheißen, zog am Riegel und öffnete das Tor. Der Nissan schoss an ihr vorbei und wirbelte einen Haufen Kies auf, bevor Harper den Wagen in der Mitte von Camp Rider parkte. Lee saß auf der Ladefläche und hatte die Arme um die beiden Benzinkanister gelegt, damit sie nicht erneut umfielen und noch mehr wertvolles Benzin verloren ging. Der erste war noch voll, obwohl ein paar Spritzer übergeschwappt waren. Den anderen hatte Harper einfach auf die Ladefläche geworfen und Lee Rückfahrt war eine holprige Angelegenheit gewesen, und Lee wollte nicht wieder wild durch die Gegend geschleudert werden. Buzz kam ihnen entgegen, das schwarze Haar feucht von Schweiß, sein weißes Unterhemd wies ebenfalls Schweißflecken auf. Eine Handvoll neugieriger Lagerbewohner lugte aus ihren Unterkünften, um zu sehen, was der Grund des Aufruhrs sein mochte. Harper stieg aus dem Nissan und warf die Tür hinter sich ins Schloss. Captain, begrüßte Buzz Lee und nickte ihm zu, als dieser von der Ladefläche sprang. Harper, was ist passiert? Harper schien angesichts der vielen Neugierigen um sie herum seine Antwort genau abzuwägen. Buzz und Lee lasen anscheinend seine Gedanken, denn sie gingen auf ihn zu und formten einen kleinen Kreis. Was ist los? wollte Buzz wissen. Habt ihr den Sprit besorgen können? Wir haben etwas Sprit besorgt, verbesserte Harper ihn und nickte. Aber verdammt, ich sage dir, diese Viecher. Er zeigte Richtung Schotterweg, den sie gerade entlang geschossen waren, und zog eine Grimasse. Diese Viecher werden immer cleverer. Buzz begann zu flüstern. Was verdammt nochmal soll das heißen immer cleverer? Die haben uns umzingelt, antwortete Harper. Lee sah sich genötigt etwas weiter auszuholen. Wir haben ein Auto angezapft, und sie verhielten sich genauso wie letzte Nacht und haben uns umzingelt. Dann ist einer von ihnen auf uns zugerannt, während die drei anderen von hinten an uns herangeschlichen sind. Er blickte auf, sah auf, hörte hier und da hinter vorgehaltener Hand geflüsterte Wortfetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob cleverer das richtige Wort ist. Sie haben noch immer keinen Selbsterhaltungstrieb, aber ich glaube auch, dass sie in Gruppen eine Art Rudelinstinkt entwickeln. Die verwandeln sich in Jäger, murmelte Harper. Buzz rieb sich die Augenbrauen und fluchte leise in seinen Bart hinein. Harper verschränkte die Arme vor der Brust und machte einen entschlossenen Eindruck. Ich sage das nur, weil ich es für falsch halte, sich mit nur drei Leuten da draußen aufzuhalten. Der Käpt'n und ich sind knapp mit dem Leben davon gekommen. Zum Glück waren nur vier hinter uns her. Mehr haben wir zumindest nicht gesehen. Wenn wir aber aus Versehen auf eine größere Gruppe treffen sollten, werden wir sie amüsiert. Und was verdammt nochmal soll ich dagegen tun, Harper? Wenn ich mich umschaue, sehe ich nicht gerade eine Horde von Freiwilligen, die sich darum reißt, einen Fuß vor das Tor zu setzen, außer Miller und dir. Und ich kann niemanden dazu zwingen. Plötzlich drängte sich Doc zu ihnen in den Kreis. Lee hatte ihn vorher überhaupt nicht bemerkt. Ich komme mit, verkündete er. Alle drei Köpfe drehten sich gleichzeitig zu ihm. Der dürre Medizinstudent hatte die langen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, seine Haut war schweißnaß und blass, und sein Gesichtsausdruck war wie bei einem gefangenen Tier von Angst gezeichnet. Seine Miene strafte seine Worte Lügen, und Lee fragte sich, was zum Teufel der Kleine wollte. Nein. Das Antwort duldete keine Widerrede. Auf gar keinen Fall. Und warum bitteschön nicht? Docks Stimme war flach, schien ohne jegliche Überzeugung. Weil du der einzige Arzt bist, den es weit und breit gibt. Docks Empörung spiegelte sich nun in seiner Miene wieder. Das ist doch völliger Schwachsinn. Ich bin kein verdammter Arzt, Buzz. Ich bin Medizinstudent ohne Ausrüstung und Verbandszeug. Ohne all das bin ich so nützlich wie ein Sack Reis. Außerdem habt ihr Jenny. Sie hat von den meisten Dingen sowieso mehr Ahnung als ich. Und warum wollen sie mitkommen? Verlangte Lee von ihm zu wissen. Natürlich wollte er einen zusätzlichen Mann, war sich aber nicht sicher, Doc eine Hilfe oder er ein Hindernis darstellen würde. Außerdem wollte er seine Beweggründe erfahren, denn Lee hielt ihn nicht unbedingt für den prototypischen Draufgänger. Doc starrte ihn an und Lee konnte von seinem Gesicht ablesen, dass irgendetwas faul war. Sie behaupten, Sie hätten Medizin und Verbandsmaterial? Ja. Vielleicht haben Sie eine medizinische Ausbildung genossen, von der ich nichts weiß, aber Sie haben keine Ahnung, was wir brauchen oder was uns am meisten fehlt. Außerdem steht Ihnen nur wenig Platz in dem Truck zur Verfügung und der Großteil wird von Nahrungsmitteln und Wasser beansprucht werden. Ich weiß genau, was wir brauchen und was nicht. Mit mir können Sie sicher gehen, dass nur das Nötigste mitkommt und kein Quadratzentimeter Platz für Unsinn in Anspruch genommen wird. Lee musste zugeben, dass Nahrungsmitteln würde ihm verdammt schwer fallen. Er wollte unbedingt herausfinden, warum Doc so erpicht darauf war, sie zu begleiten, wusste aber gleichzeitig, dass dieser es ihm unter keinen Umständen verraten würde, zumindest nicht hier in dieser Runde. Schließlich nickte Lee. Wo Doc recht hat, hat er recht. Docs Miene veränderte sich, und Lee war sich nicht sicher, ob sie Dankbarkeit oder tiefes Bedauern ausdrückte. Vielen Dank, Captain. Dann seid ihr also zu viert. Was hatte noch nicht aufgegeben? Und sie glauben, dass Doc auf ihre Truppe aufpassen kann? Nichts für ungut, Doc, aber du bist nicht gerade ein Elite Soldat. Genau wie Harper oder Miller oder sie, wenn wir schon mal dabei sind, gab Lee zu bedenken. Es herrschte Schweigen. Lee fuhr Ich habe schon viel mit Bauern und Schäfern in der dritten Welt gearbeitet. Menschen mit Ziegenscheiße an den Händen, die sich tagsüber um ihre Tiere kümmern, um sich nachts eine AK-47 zu schnappen und zu kämpfen. Wenn ich einem afghanischen Ziegenhirten das Kämpfen beibringen kann, dann auch jedem anderen. Lee blickte alle in der Runde an. Mir ist bewusst, dass wir nicht viel Zeit haben. Aber wenn wir bis heute Abend an Gruppentaktik und Einsatzregeln arbeiten, wird es uns sicherlich nicht schaden. Ich will noch jemanden dabei haben, fuhr Harper plötzlich dazwischen. Ich werde Josh fragen, bin mir ziemlich sicher, dass er mit von der Partie ist. Dann wären wir fünf. Genug Platz hat Kiez Pickup Truck ja. Und wenn Lee uns zeigen kann, wie wir als Einheit arbeiten, Harper schien auf einmal selbstsicherer. Ich würde mich auf jeden Fall besser fühlen. Buzz dachte einen Moment lang nach und stimmte dann zu. Geht in Ordnung. Gut. Harper wandte sich an Lee. Ich hole Josh. Wo sollen wir uns treffen? Das überlasse ich Ihnen, erwiderte Lee. Wir sollten allerdings ungestört bleiben, Harper nickte. In diesem Fall hinter dem Rider Gebäude. Okay. Geben Sie mir ein paar Minuten. Wir treffen uns dort, gab Lee zurück. Harper und Doc verließen den kleinen Kreis. Miller, der ganz in der Nähe auf sie gewartet hatte, gesellte sich zu ihnen und löcherte Harper mit Fragen. Eines will ich noch wissen, bevor sie gehen, meinte Buzz und zeigte auf die Kanister. Wie viel haben sie ergattert? Vielleicht 25 Liter. Buzz schnitt eine Grimasse. Nicht genug. Nein. Aber es muss zumindest für den Anfang reichen. Lee schnappte sich die beiden Benzinkanister und ging zusammen mit Buzz zu Keiths Dodge Ram. Eigentlich sollte es gerade genug für den Hin- und Rückweg sein. Es bleibt allerdings kaum etwas für Umwege übrig, aber ich bin mir sicher, dass wir genügend zurückgelassene Autos auf dem Weg passieren. Wir müssen einfach unterwegs so viel abzapfen wie möglich. Lee stellte die beiden Metallkanister auf der Ladefläche des Dodge Ram ab und biss dann die Zähne zusammen, denn sein Rücken schmerzte bei jeder Bewegung. Selbst wenn Buzz es bemerkt hatte, verlor er kein Wort darüber. Können Sie sich noch an Marie von vorhin erinnern? Die Frau, die sich auf ihre Seite gestellt hat? Lee lächelte. Wie könnte ich das vergessen? Sie ist gewissermaßen unsere Köchin, stellt unser Essen zusammen. Sie passt außerdem auf die Nahrungsmittel auf. Könnten Sie sie vielleicht besuchen und herausfinden, was wir brauchen? Ich gehe mal davon aus, dass sie alles und das sofort haben will, aber es kann ja nur von Vorteil sein. Lee nickte. Ich schaue bei ihr vorbei. Buzz wollte noch etwas sagen, hielt sich aber zurück und setzte ein Lächeln auf, das sich über sein breites Gesicht erstreckte. Vielen Dank, Captain, sie ist im Lager unter meinem Büro, hinter dem Eingang einfach rechts halten. Lee wandte sich wortlos vom Anführer des Camp Rider ab und ging auf das große Gebäude zu. In seinem Kopf schwirrten allerlei Fragen herum, aber er hatte keine einzige gestellt, geschweige denn beantwortet bekommen. Irgendetwas ließ ihn ahnen, dass er die Antworten schon früh genug erhalten würde. Er stieß auf Marie, noch ehe er das Rider Gebäude erreichte. Sie trug einen 20 Liter Kanister voll Wasser und ging gerade um die Ecke Richtung Lager. Sie war zwar keine riesige Frau, aber Lee schätzte sie größer als die meisten anderen. Sie trug ein ausgebleichte braune Arbeitshose, die ihr etwas zu weit war. Die dünnen Haare an ihrer Schläfe klebten an der schweißnassen Haut. Den Rest hatte sie in einem Knoten aufgesteckt, der jeden Augenblick auseinander zu fallen drohte. Liebe merkte sofort die stille Entschlossenheit in ihrem Gesicht und die Muskeln an ihren Unterarmen, die vom Gewicht des schweren Kanisters hervortraten. Das waren keine Fitnessstudio-Muskeln, sie stammten von harter jahrelanger Arbeit auf dem Feld, Heuballen vom Pick-up-Laden, Zaunpfosten in den Bodenrammen oder Erde umgraben. Sie nahm Lee überhaupt nicht wahr, als er an ihre Seite trat und neben ihr die Treppe zum Rider-Gebäude erklomm. Ich würde Ihnen gerne helfen, aber nur, wenn ich Sie damit nicht beleidige. Marie zuckte zusammen, als sie seine Stimme neben sich hörte. Sie drehte sich zu ihm um und musterte ihn. Dann neigte sie den Kopf zur Seite Aussicht. Sie zuckte mit den Schultern und setzte den Kanister ab. Nur zu, Käpt'n, tun Sie, was Sie nicht lassen können. Lee ging in die Knie und hob den schweren Kanister hoch. Er ließ sich die Schmerzen, die ihn dabei in den Rücken fuhren, nicht anmerken. Wohin damit? Einfach geradeaus, dort hinein. Sie folgte ihm die Stufen hinauf. Was führt sie zu mir? Nun, zuerst möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mir vorhin den Rücken gestärkt haben, sagte Lee aufrichtig. Hm. Sie zeigte so gut wie keine Reaktion, weder positiv noch negativ. Gern geschehen. Warum auch nicht? Das haben Sie meinem Großvater zu verdanken. Er hat mich stets dazu angehalten, entweder laut meine Meinung zu sagen oder gleich den Mund zu halten. Lee war ihr für ihre Offenheit dankbar. Und zweitens? Sie öffnete ihm die Tür zum Rider-Gebäude, in dem es etwas wärmer und ein wenig muffig war. Die zweite Sache hängt ganz von innen ab. Was hat mich geschickt, um Sie zu fragen, was Sie benötigen? Aha! Sie hielt inne, stemmte eine Hand gegen die Hüfte und musterte Lee neugierig. Was hat sie also zu mir geschickt? Lee nickte. Sie ging weiter. Er hat gesagt, dass Sie sich um das Essen kümmern und ich sie fragen soll, was sie alles brauchen. Okay. Sie ging voran, bog rechts ab und trat dann in einen spärlich beleuchteten Raum, in dem es spürbar wärmer war als im Rest des Gebäudes. Es war offenbar einmal eine Art Lager gewesen, denn die Wände waren mit Regalen gesäumt, die jetzt allerdings Marie ging zu einem Regal, auf dem eine schwach leuchtende Paraffinlampe stand und drehte sie heller. Übrigens, fuhr er fort, wo haben Sie all das Wasser her? Marie nahm ihm den Kanister ab und stellte ihn auf den Boden. Wasser ist eine Sache, an der wir keine Not leiden. Wir haben den letzten Monat damit verbracht, uns hier einigermaßen einzurichten. Ich habe genugend passendes Holz gesammelt und eine Plane aufgetrieben, um damit den Regen aufzufangen. Die Vorrichtung steht hinter dem Gebäude. Im Augenblick haben wir zwar nicht mehr allzu viel, aber ich hoffe, dass der August uns ein bisschen mehr Niederschlag bringen wird. Sie scheinen sich zu helfen zu wissen, gab Lee von sich. Sie lächelte. Das ist alles Team Arbeit. Die meisten tun, was in ihrer Macht steht. So ziemlich alle außer Jerry. Sie presste die Lippen zusammen, als sie ein wenig Wasser in einen großen Topf aus Edelstahl goss. Ich sollte nicht so schlecht über ihn reden. Auch er hat seinen Platz in unserer Gemeinschaft. Er weiß, wie man Leute organisiert und ist gut darin, unsere Versammlungen zu leiten, sodass sie auf Kurs bleiben und keine Zeit mit überflüssigen Diskussionen verschwenden. Aber wenn es um körperliche Arbeit geht, kann man sich nicht auf ihn verlassen. Marie stellte den halbleeren Kanister wieder ab und schob ihn mit dem Fuß beiseite. Dann beugte sie sich zu dem Topf hinab und stellte ihn auf einen großen Kasten aus Metall, der anscheinend extra für solche Zwecke errichtet worden war. Jetzt erst fiel Lee auf, dass dieser auch der Grund für die erdrückende Hitze im Raum war. Er zeigte auf das Metallene etwas. Ist das ein Holz Ofen? Haben sie den auch gebaut? Nein. Sie streckte den Arm nach einem Zwanzig Liter Eimer aus, nahm ihn mit Leichtigkeit an sich und warf einen Blick hinein. Den hat jemand für mich zusammengeschweißt. Nachdem wir festgestellt haben, dass wir immer einen Haufen Gäste Sie drehte sich zum Herd um und zögerte dann. Käpt'n, Sie haben gesagt, dass Sie sich über unsere Vorratssituation informieren wollen. Leigh trat einen Schritt vor und erriet, dass sämtliche Vorräte an Essbarem sich in dem Eimer befanden, den sie in der Hand hielt. Genau, gerade deswegen hat Bass mich zu ihnen geschickt. Marie drehte sich ihm zu und hielt ihm den Eimer entgegen, sodass er hineinsehen konnte. Er war zu kaum einem Viertel mit weißem Reis gefüllt. Sie schnitt eine düstere Grimasse. Das ist alles, was wir noch haben. Sie durften gerade meine gesamten Vorräte sehen, Käpt'n. Mit etwas Glück sind das dreißig Tassen gekochter Reis. Danach stehen wir vor dem Aus. Dann gibt es nichts mehr. Sie schüttete die Eimer ab und deutete auf einen weiteren kleineren Topf, der auf einem Drahtgitter neben dem Herd stand. Da sind noch ein paar Bohnen drin, aber nicht mehr viele. Die werde ich mit dem Reis mischen und das wird vielleicht das letzte Essen, das die Leute hier in Camp Rider für einige Zeit zu Gesicht bekommen werden. Ich werde Nahrungsmittel mitbringen. Gut, dass ich erfahren habe, dass Sie hier einen Regenwasserspeicher haben. So kann ich mir viel Platz auf der Ladefläche sparen, den ich sonst für Wasser verschwendet hätte. Lee ahnte, dass es noch etwas anderes gab, auf das weder Buzz noch Marie anspielen wollten. Haben Sie sonst noch etwas auf dem Herzen, das ganz besonders benötigt wird? Ihr Minenspiel drückte Zurückhaltung aus. Captain, ich habe eine ganze Liste von Sachen, die unser aller Leben erheblich vereinfachen würden, etwas bitter nötig ist. Dann stehen Nahrungsmittel verdammt weit oben. Und außerdem habe ich keine Ahnung, was sich alles in ihrem Bunker befindet. Insofern fällt es mir schwer, nach bestimmten Sachen zu fragen. Lee streckte den Nacken und schaute nachdenklich drein. Teilen Sie mir doch einfach die obersten Posten auf der Liste mit, und ich werde Ihnen sagen, ob ich sie besorgen kann oder nicht. Okay, sie lächelte zaghaft. Daran denken die meisten Männer natürlich nicht, aber Hygieneartikel für Frauen wäre nicht schlecht. Viele Frauen hier im Camp müssen arbeiten. Wir können es uns nicht leisten, dass sie eine Woche im Monat außer Gefecht gesetzt sind. Außerdem führen etliche von ihnen eine Beziehung, was das Schwangerschaftsrisiko stark erhöht, und das ist etwas, was wir derzeit überhaupt nicht brauchen können. Ich wäre ihnen also für Verhütungsmittel dankbar. Sie seufzte. Und auf den Sommer folgt bekanntlich immer der nächste Winter. Viele Leute beschweren sich über die Hitze, wissen sie aber gar nicht zu schätzen. Ich bin auf einer Farm groß geworden, so dass das Wetter bei mir stets eine Rolle gespielt hat. Niemand hier besitzt warme Kleidung, Decken oder gar Schlafsäcke. Die sind alle nur mit ihren Sommersachen gekommen. Lee war beeindruckt von ihrer Weitsicht. So etwas fand man nicht allzu oft bei normalen Zivilisten vor. Sie sind sehr pragmatisch und denken voraus, Marie. Ich glaube, Camp Rider kann sich glücklich schätzen, jemanden wie sie zu haben. Sie blieb ihm eine Antwort schuldig. Lee hatte den Eindruck, als ob das Schweigen sich zu einer peinlichen Stille entwickelte und dann verstand er plötzlich, dass sie eine Antwort von ihm erwartete. Die Hygieneartikel sollten bei den medizinischen Vorräten dabei sein. Was warme Kleidung und Sachen für den Winter angeht, so werde ich Jacken mitbringen, so viele, wie wir transportieren können. Lee lächelte reumütig. Aus Erfahrung kann ich zwar sagen, dass sie einem bei Temperaturen unter Null Grad nicht gerade viel helfen, aber sie halten einen am Leben, zumindest in diesen Breiten Graden. Verhütungsmittel habe ich leider keine, aber ich werde Ausschau nach ihnen halten. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie zu den begehrtesten Artikel für Plünderer gehören. Sie sollten somit nicht allzu schwer aufzutreiben sein. Marie machte einen erleichterten Eindruck, aber etwas schien sie nach wie vor zu bedrücken. Lee hob die Augenbrauen. Und es gibt noch etwas, das aber nichts mit Vorräten zu tun hat? Sie musterte ihn eine ganze Weile, und Lee konnte sehen, wie sich ihre Miene zusehends verfinsterte. Mit ihrem sehnigen Körper und den schmalen Gesichtszügen konnte man sie vielleicht nicht gerade eine Schönheit nennen, aber ihre Augen zeigten einen Grad an Einfühlungsvermögen, Fürsorge und Intelligenz, die in der alten präpostapokalyptischen Welt, welche aus nichts weiter als geistlosen Schönheitsidealen Bestand lange vergessen waren. Sie lösten zwar kein Begehren aus, dafür aber umso mehr Respekt. Endlich nickte sie. Gleich nachdem sie im Camp angekommen sind, habe ich mich mit Harper unterhalten. Er meinte, dass sie von Kommunikationsausrüstung gesprochen haben, Radios und so. Stimmt es, dass sie so etwas besorgen können? Das kann ich, ja. Dann muss ich sie um einen großen Gefallen bitten. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Bussi überhaupt zu mir geschickt hat. Ich habe Verständnis dafür, wenn sie es nicht wollen oder können. Ich werde ihnen keine Vorwürfe machen. Lee wartete gespannt darauf, dass sie endlich die Karten auf den Tisch legte. Sie drehte sich zum Herd um und rührte den Reis, bis Dampf vom Ich habe dort Familie. Eine Schwester, einen Schwager und zwei Neffen. Sie haben in der Nähe des Zentrums gewohnt. Die Leute behaupten, dass irgendetwas Schlimmes in Smithfield passiert ist, aber niemand weiß genaueres. Ich muss herausfinden, ob meine Schwester überlebt hat. Sie zögerte. Ob irgendjemand überlebt hat. Sie wollen also, dass ich ihre Schwester suche? Lee kniff die Augen zusammen. Und deinem Radio zu tun? Marie wischte sich hektisch über die Augen, ehe sie sich wieder Lee zu wandte. Ehe wir den Kontakt zueinander verloren haben, hat sie mir gesagt, dass sie alle Überlebenden in die First Baptist Church bringen wollte. Das ist eine große Kirche mit Säulen und dem höchsten Turm in Smithfield. Sie sollte einfach zu finden sein. Falls sie dort noch Menschen antreffen sollten, es ist mir schon klar, dass sie sie nicht mitnehmen können, könnten wir vielleicht untereinander Kontakt aufnehmen und uns gegenseitig helfen. Sie heißt Julia. Der Anflug eines Lächelns huschte über ihre Lippen. Sie ist mir überhaupt nicht ähnlich. Lee wurde bewusst, dass es hierbei weniger um einen persönlichen Gefallen Marie gegenüber ging, sondern vielmehr um exzellente Informationen, die von äußerster Wichtigkeit für seine Mission sein könnten. Falls es tatsächlich Überlebende in Smithfield geben sollte, womit er sowieso schon gerechnet hatte, und Marie dort Familie besaß, könnte das die beiden Gruppen zusammen führen. Lee nickte. Okay. Ich werde nach Smithfield fahren. Ich kann Ihnen natürlich nichts versprechen, aber ich werde es versuchen. Vielen Dank. Marie lächelte, dieses Mal über das ganze Gesicht. Sie sind die Antwort auf alle meine Stoßgebete, Captain Harden. Lee fühlte sich eher weniger wie die Antwort auf irgendein Gebet, aber die Camp Rider Gruppe und die Leute in Smithfield miteinander zu vereinen, wäre ein riesiger Schritt in die richtige Richtung, um wieder Ordnung in der Region herzustellen. Er behielt diese weiterführenden Gedanken für sich und lächelte sie ebenfalls an. Schauen wir mal, was wir tun können. Lee verbrachte die letzten Stunden mit Harper, Miller, Doc und Josh. Keiner der vier hatte vorher irgendeine Art militärisches Training genossen, aber zumindest besaß jeder, außer Doc, etwas Erfahrung mit Waffen, entweder von der Jagd oder als Hobby. Irgendwie hatte der junge Medizinstudent die letzten vier Wochen des sozialen Zusammenbruchs und der Verwüstung überlebt, ohne auch nur einmal eine Waffe in die Hand nehmen zu müssen. Gut für dich, dachte Lee. Es gab kaum Munition, und jeder unnötige Schuss diente nur dazu, ungewollte Gäste anzulocken. Stattdessen nutzte Lee die Zeit, um ihnen ein Grundwissen über Sicherheitsaspekte und Gruppentaktik zu vermitteln. Er konzentrierte sich auf die drei wichtigsten Komponenten eines erfolgreichen Teams, sich auf seine Aufgabe konzentrieren, miteinander kommunizieren und nicht in Helden spielen. Auch wenn es tausend andere Sachen zu lernen gab, die man sich als Mitglied eines taktischen Kommandos verhielt, war es nicht an Lee, Mitglieder eines Sondereinsatzkommandos auszubilden. Es war nicht nötig, dass sie bewegliche Ziele von der Ladefläche eines Pickup-Trucks bei einer Geschwindigkeit von 70 Kilometer pro Stunde treffen oder sich in Sekundenschnelle von einem Helikopter abseilen konnten, sie mussten einfach nur diesen Ausflug überleben. Er half ihnen mit grundlegenden Hinweisen bezüglich der Waffenhandhabung und zeigte, wie man sich als Gruppe fortbewegte. Sie listeten die verschiedenen Aufgaben auf und entschieden, wer für was verantwortlich war. Niemand aber erwähnte die Gefahren, die auf sie lauerten, denn keiner wusste, was genau sie dort draußen erwartete. Es könnten entweder einige langweilige Stunden in einem Truck sein, oder es könnte die Hölle losbrechen und sie müssten sich unter Einsatz ihres Lebens den Weg zurück freikämpfen. Lee wusste nur zu gut, wie fürchterlich schief alles gehen konnte. Harper sollte hinters Steuer, mit Lea als Beifahrer, der sich um die Navigation kümmern würde. Doc und Josh wurden auf der Rückbank eingeplant. Sie würden dann dafür verantwortlich sein, die Flanken freizuhalten. Mellers Platz war hinten auf der Ladefläche. So würden sie sicher gehen, dass auch von dort keine bösen Überraschungen auf sie lauerten. Zum Schluss ermahnte Lee sie noch, vor der Abfahrt genügend Wasser zu trinken, denn sie würden kaum etwas mitnehmen, um Platz für den Rückweg zu sparen. Als sie ihre Sachen zusammenräumten, begann sich bereits eine Schlange vor dem Rider-Gebäude zu formieren. Marie wartete im Inneren mit ihrem großen Kochtopf voller Reis und Bohnen, von dem sie jedem eine halbe Tasse servierte. Lee verspürte ein schmerzhaftes Ziehen in seinem Magen und versuchte es zu ignorieren. Er musterte die Menschen in der Schlange, blickte in ihre Gesichter und kam zu dem Schluss, dass sie allesamt viel zu abgemagert waren. Die längste Zeit, die Lee im Einsatz ohne Essen ausgekommen war, betrug um die siebzig Stunden. Er glaubte, dass noch nicht so viel Zeit seit seiner letzten Mahlzeit vergangen war und sein Körper ihm trotz seiner drückenden Magenschmerzen weiterhin effizient gehorchen würde. Er entschied also, sich nicht anzustellen. Aber er musste etwas trinken. Das Wasser war noch immer warm, da Marie es abgekocht hatte. Lee wusste, dass warmes Wasser vom Körper schneller aufgenommen wurde als kaltes Wasser, sodass es ihn nicht störte. Es war wahrscheinlich sogar möglich, das Regenwasser direkt aus dem Speicher zu trinken, denn statt zuerst über ein dreckiges Dach und dann eine Rinne oder ein Fallrohr entlang zu fließen, fiel es ohne Umwege auf die Plane. Weil es aber eine Weile stand, war Marie's Idee des Abkochens eine weise Vorsichtsmaßnahme, um der Ruhr entgegenzuwirken. Lee setzte sich neben den alten Bräter, in dem Marie das Wasser sterilisiert hatte, und beobachtete, wie die Schlange immer kürzer wurde. Die Leute aßen in der Halle des Rider-Gebäudes, setzten sich zwischen die Hütten und tauschten Neuigkeiten aus. Trotz ihrer verzweifelten Lage klangen die Geräusche, die aus der offenen Tür drangen, einigermaßen heiter und unverdrossen. Es schien ganz so, als ob das Misstrauen Lee gegenüber, aus dem die Menschen noch vor wenigen Stunden keinen Hehl gemacht hatten, abgeklungen war. Jetzt, da sie mit dem Rücken zur Wand standen, gab es für sie keine andere Hoffnung mehr als Lee. Vielleicht war ihr plötzliches Vertrauen auch der Tatsache verschuldet, dass Lee und Harper sicher von ihrer Tour zurückgekehrt waren. Wenn er schon sein Leben riskiert hatte, um auf die Suche nach Benzin zu gehen, und Harper ihm das Seine anvertraut hatte, könnte tatsächlich etwas an seinen wilden Versprechen dran sein. Vielleicht war er kein Spion, sondern einfach nur da, um ihnen zu helfen. Sie hatten schließlich sonst nichts, woran sie sich festhalten konnten. Die Verantwortung legte sich wie ein Sack Zement auf Lees Schultern. Die Dunkelheit brach rasch über sie hinein. Lee füllte seine Wasserflasche auf und setzte sich auf die Stufen, die ins Ryder-Gebäude führten. Die Glühwürmchen schwirrten in dem blauen Zwielicht umher, und die Geräusche der Tiere und Insekten legten sich, um der Abendkulisse aus zirpenden Zikaden, quakenden Fröschen und den gelegentlichen Rufen nachtaktiver Vögel Platz zu machen. Er vernahm Schritte hinter sich und blickte sich um. Angela, Sam und Abby kamen aus der Tür, und Sams Miene hältte sich auf, als er Lee erblickte. Die drei setzten sich neben ihn, sodass die Erwachsenen die beiden Kinder in ihrer Mitte hatten. Lee war zwar froh, sie zu sehen, fühlte sich aber gleichzeitig etwas unwohl. Ihm schien, als ob Angela und er Eltern spielten und die Kinder einfach mitmachten. Das Verlangen, einfach mit anderen Menschen Zeit zu verbringen, war noch immer größer, als sie wirklich kennenzulernen. Sam warf Lee einen seiner typisch rätselhaften Blicke zu. Ich habe gehört, was vorhin passiert ist. Gut, dass du heil davon gekommen bist. Hört sich wie ein Erwachsener an, dachte Lee insgeheim und schenkte Sam ein Lächeln. Ganz der gute Sohn. Angela hatte den Arm um Abby gelegt, die keinen Ton von sich gab. Ja? Sam hat sich große Sorgen um sie gemacht. Ach, so schlimm war es doch gar nicht, protestierte Sam leise. Ich weiß, dass er auf sich selbst aufpassen kann. Der Kleine erweckte den Eindruck, als ob er noch nicht fertig war, aber er senkte den Blick zu Boden und presste die Lippen zusammen. Lee glaubte zu wissen, was noch hätte folgen können. Es ist nur, dass ich sonst alle verloren habe. Habt ihr etwas zu essen bekommen? Erkundigte sich Lee in der Hoffnung, das Gespräch von sich abzulenken. Ja, entgegnete Angela und nickte. Aber ich habe sie nicht in der Schlange gesehen. Oh, ich habe mich vorher bedient, log Lee. Das Letzte, was er jetzt wollte, war, dass sie ihn zum Essen zu überreden versuchte, wo er sich doch schon längst dagegen entschieden hatte. Ich habe noch Hunger, meldete sich Abby leise. Lee bemerkte, dass sie noch immer neben sich stand, genau wie ihre Mutter es behauptet hatte. Wenn du dir jetzt etwas aussuchen könntest, was würdest du nehmen? fragte Lee und lehnte sich mit nachdenklicher Miene zurück. Er wollte, dass die Kinder redeten und sich über schönere Sachen als Hunger den Kopf zerbrachen, auch wenn es sich nur um Erinnerungen an längst Vergangenes handelte. McDonalds, platzte Abby heraus. Wirklich? Lee klang ernsthaft interessiert. Und was hättest du gerne von McDonalds? Abby lächelte und schien wieder ein wenig aufzuleben. Chicken Nuggets! Chicken Nuggets und Pommes! Mehr nicht? Lee blickte sie fassungslos an. Wie sieht es mit einem Cheeseburger aus? Ja! sie nickte. Und ein Happy Meal! Mit einem Spielzeug für Mädchen! Und Eis als Nachtisch? Oh ja, mit Schokoladensirup! Hm! Lee blickte den Kindern zuliebe verträumt in die Ferne. Das klingt wirklich fein! Und du, Sam? Sam überlegte einen Augenblick. Mir fehlen Pfannkuchen mit Butter und Sirup. Zu meinem Geburtstag hat mir meine Mutter immer Chocolate Chip Pfannkuchen gemacht. Die haben vielleicht geschmeckt. Er schloss die Augen, als ob er sie gerade kosten könnte. Ich will einen riesengroßen Stapel Chocolate Chip Pfannkuchen. Lee lächelte die beiden Kinder an und bemerkte dann, wie Angela ihn anstarrte. Er konnte ihren Miene in der Dunkelheit nicht ausmachen, aber es war ihm peinlich und er setzte sich auf. Ich gehe besser mal ins Bett. Schließlich muss ich morgen frühzeitig aufstehen. Angela stand auf. Einige Leute waren nett genug und haben mir dabei geholfen, ein kleines Zimmer einzurichten, das wir unser eigen nennen können. Es ist ganz in der Nähe der Krankenstation. Lee musste Angela einen merkwürdigen Blick geschenkt haben, denn sie fuhr sogleich fort. Ich glaube, dass die Kinder besser schlafen, wenn sie wüssten, dass sie auch da sind. Hm, selbstverständlich, ruderte Lee in die Lebenswürdigkeit zurück. Vielen wollte sowieso nicht wieder auf die Bahre in der Krankenstation. Die Menschenmenge, die zu Abend gegessen hatte, löste sich langsam auf. Diejenigen, die nicht im Rider-Gebäude wohnten, machten sich allmählich auf den Weg zu ihren Unterkünften. Die Gespräche klangen ab, sobald sich eine Gruppe Lee näherte. Erst als sie an ihm vorbeigegangen waren, nahmen sie wieder normale Lautstärke an. Aber er verspürte kein Gefühl der Ausgrenzung wie vorher. Jetzt schien es eher so, als ob sie wissen wollten, was er sagte, und versuchten Wortfetzen seines Gesprächs aufzuschnappen, obwohl Angela und Lee auf dem Weg zu dem Zimmer wenig miteinander sprachen. Ihre notdürftige Unterkunft war hastig mit einigen Kanthölzern, Paletten und etwas blauer Plastikplane, die gleichzeitig als Dach und als Tür fungierte, zusammengenagelt wurden. Als Betten dienten größere auseinandergerissene Popkartons. Sie hatten eine kleine LED-Lampe als Beleuchtung, die ihre Unterkunft in hartes Licht tauchte. All das erinnerte Lee an ein Camp für Obdachlose und er sah ein, dass dieser Gedanke es genau auf den Punkt brachte. Obdachlose. Die Kinder machten es sich rasch bequem und schliefen auf der Stelle ein. Angela zog ihrer Tochter die schmutzigen Tennisschuhe aus, ehe sie auch die ihren abstreifte und in die Ecke stellte. Lee folgte ihrem Beispiel und wunderte sich währenddessen, warum sie alle wieder erwarten nicht stanken. Oder merkte er es vielleicht gar nicht mehr? Als er den linken Stiefel auszog, fiel ein Stück Papier zu Boden. Lee hob es mit gerunzelter Stirn auf. Es war das Rubbell los, das Jack ihm kurz vor seinem Tod gegeben hatte. Jenny oder Doc hatten es wohl aus seiner Hose genommen und in einen Stiefel getan, damit er es nicht verlor. Lee starrte es nachdenklich an, bis er merkte, dass Angela ihn wieder mit einem jener sanften Blicke bedachte, die ihm so unangenehm waren. Er setzte ein Lächeln auf. Jack hat darauf bestanden, dass ich das rubbellos nehme und gemeint, ich sollte es als Talisman behalten. Dann steckte er es, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, in eine seiner Hosentaschen und zog sich die Socken aus. Als er sie über die Stiefel legte, bemerkte er, dass Angela und Abby ihre anbehielten, auch wenn sie mindestens so dreckig wie ihre Schuhe waren. Lee nickte in Richtung ihrer Füße. Sie sollten die Socken ausziehen. Füße können sich ganz schön fiese Sachen einfangen, wenn man sie nicht atmen lässt. Und lassen sie die Socken auslüften, insbesondere wenn es die einzigen sind, die sie haben. Angela nickte, als ob sie einen guten Ratschlag erhalten hätte und folgte ihm sofort. Das kleine Mädchen merkte überhaupt nicht, dass ihre Mutter ihr die Socken auszog und ihre kleinen Beinchen hingen leblos in den Händen ihrer Mutter. Als Angela fertig war, gab sie ein schlichtes Danke von sich. Lee legte sich auf seine Popkarton Matratze und verschränkte die Hände als Kissen hinter dem Kopf. Die Stille schien ihm erdrückend und gekünselt, aber bald schon hörte er Angelas regelmäßiges Atmen. Sie war also ebenfalls zügig eingeschlafen. Es kam Leben eines anderen führen würde, aber ganz gleich, was er davon hielt, seine Nähe schien Angela und die Kinder zu beruhigen. Irgendwann nickte auch er ein, aber es waren keine Träume, die ihm Gesellschaft leisteten, sondern Erinnerungen an all das, was er verloren hatte. Straßensperren Für die Freiwilligen gab es keine Fanfaren, als sie sich in der Morgendämmerung in den Pickup-Truck begaben. Der kühle Morgentau hatte sich über die Landschaft gelegt und alles bedeckt, sodass Lee von Kopf bis Fuß klamm war, als er aufstand. Um sie herum erwachte das Lager langsam zum Leben, aber die meisten Menschen redeten kaum, sondern holten nur Wasser und kochten es ab. Einige der Familien besaßen sogar Tee oder Kaffee, den sie zubereiteten, um dem Hunger ein wenig Einhalt zu gebieten. Eine dieser Familien, die Burks, wie Lee sich erinnerte, war nett genug, jedem der fünf Männer eine kleine Tasse mit löslichem Kaffee zu reichen. Sie dankten den Burks überschwänglich und tranken genüsslich. Einige Lagerbewohner gingen auf dem Weg zum Wasserholen oder zu den Latrinen hinter dem Rydergebäude an ihnen vorbei, wünschten ihnen gutes Gelingen und ermahnten sie, vorsichtig zu sein. Es gab kein Frühstück und so packten die fünf Männer, nachdem sie den Kaffee ausgetrunken hatten, ihre Sachen und warfen sie auf den Truck. Jeder hatte ein paar Flaschen Wasser dabei, Harper seine Flinte und den 22er-Revolver, Lee sein Gewehr und die 22er-Pistole. Sie packten die Munition, die Buzz ihnen gegeben hatte, in einen kleinen Rucksack, den sie auf der Rückbank verstauten. Miller war mit einer 38er-Special bewaffnet, für die er noch ein paar Extrakugeln in der Hosentasche hatte, und Doc hatte sie mit einer Flinte Kaliber 20 und einer kleinen Schachtel mit Schrot ausgestattet, die ihm jemand für den Ausflug mitgegeben hatte. Josh trug seine Ruger LCP und ein uraltes Gewehr mit Kammerverschluss bei sich. Lee füllte die 25 Liter Benzin, die sie am Tag zuvor abgesaugt hatten, in den Tank und warf dann die beiden Kanister zu Miller hinten auf die Ladefläche. Harper drehte den Zündschlüssel, und der Motor sprang augenblicklich mit einem kratzenden Husten an. Als Lee es sich endlich auf dem Beifahrersitz bequem gemacht hatte, stand Buzz plötzlich mit roten Augen völlig übernächtigt neben ihnen. Er lehnte sich durch Harpers Fenster und musterte die Gruppe. »Also macht bloß keine Dummheiten, okay? Tut, was ihr tun müsst, und kommt sofort wieder zurück. Wir brauchen euch und zählen auf euren Erfolg.« Alle nickten still in seine Richtung. Lee blickte ihn an und hob beide Daumen. »Ich werde sie wieder heil zurückbringen, Buzz.« Es war ein Versprechen, von dem er wusste, dass es alles andere als sicher zu halten war. Buzz trat ein paar Schritte zurück, und das Tor zur Außenwelt wurde geöffnet. Harper legte den Gang ein, und sie verließen die relative Sicherheit von Camp Rider, als die Sonne gerade über die Baumwipfel lugte. Sie fuhren langsam. Genau wie am Vortag kurbelte Lee das Beifahrerfenster hinab und lehnte sein Gewehr auf den Seitenspiegel. Zudem hielt er die Augen offen, falls ihnen etwas in die Quere kommen sollte. Sie hielten jedes Mal an, wenn Harper oder Lee etwas Verdächtiges sahen. Meistens handelte es sich um verlassene Autos oder Unfälle, die nicht von der Straße geräumt worden waren. Jedes Mal, wenn sie stehen blieben, überprüfte Lee für mehrere Minuten den Waldrand und die Autos auf Zeichen eines möglichen Hinterhalts. Zudem checkten sie jedes Auto nach Benzin, was ebenfalls Zeit in Anspruch nahm. Das war Millers Job, da er sowieso schon auf der Ladefläche saß. Komischerweise störte ihn der Benzingestank nicht. Er erwies sich als clever, denn statt bei jedem Auto gleich abzusaugen, steckte er zunächst den Schlauch in den Tank und blies hinein. Erst wenn er Widerstand spürte und sich Blasen bildeten, begann er zu saugen. Wenn nicht, nahm er sich sofort das Nächste vor. Sie hatten gerade mal knappe fünf Liter gesammelt, die meisten Fahrzeuge waren schließlich verlassen worden, weil sie kein Benzin mehr im Tank hatten, und die Wracks von den Unfällen waren während der letzten sechs Wochen seit Anfang der Seuche, bereits von vorbeikommenden Fahrern, leer gesaugt wurden. Nachdem sie eine weitere Ansammlung verlassener Pkws hinter sich gelassen hatten, ohne auch nur einen Tropfen Benzin zu ergattern, brach Lee das Schweigen. Also, Doc, Sie sind Mediziner, nicht wahr? Ich studiere noch. Bin im achten Semester, antwortete er mit tonloser Stimme. Lee war sich nicht sicher, ob das gut oder schlecht war. Dann lehnte er sich zu ihm nach hinten. Können Sie mir irgendwas über Fury erzählen? Haben Sie eine Chance gehabt, die Krankheit genauer zu untersuchen? Untersuchen? Doc löchelte. Wie das Durchschütteln von Blutproben in einem Hightech-Labor? Er lachte kurz. Nein. Lee reckte seinen Hals und warf dem jüngeren Mann einen ausdruckslosen Blick zu. Doc schluckte und schraubte seine ironische Art etwas zurück. Nein. Ich war nicht in der Lage, irgendetwas zu untersuchen, weil ich keine Gerätschaften zur Verfügung habe. Wir können jedoch aufgrund diverser Beobachtungen im Lager einige Schlüsse über das Bakterium ziehen. Lee drehte sich erneut zu ihm um. Da schießen Sie mal los. Nun, fangen wir damit an, was wir tatsächlich wissen. Doc seufzte gedehnt. Wir wissen, dass es sich um eine Seuche handelt. Was bedeutet, dass sie von einem Bakterium und nicht von einem Virus ausgelöst wird? Tatsache ist auch, dass Bakterien größer und nicht so beweglich wie Viren sind. Ein Virus kann sich nicht selbst reproduzieren. Bakterien können das schon. Außerdem sind Bakterien lebendige Organismen, während ein Virus kaum mehr als eine kleine Ansammlung genetischen Materials ist, die durch die Luft schwirrt. Wir können mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass Fury nicht über die Luft übertragen wird. Denn Bakterien sind normalerweise zu schwer, um wie Viren frei in der Gegend herumzuschweben. Soll aber nicht heißen, dass man sich Fury nicht einfangen kann, wenn man angehustet wird. Denn Bakterien haften auch an Schleim und Speichel. Im Allgemeinen kann man sagen, dass Bakterien sich durch körperlichen Kontakt verbreiten. Das scheint auf Fury aber nicht zuzutreffen. Denn wir haben gesehen, wie Leute mit bloßen Händen gegen Infizierte gekämpft haben, ohne sich anzustecken. Nein. Fury scheint auf Körperflüssigkeiten spezialisiert zu sein. Blut zu Blut, Speichel zu Speichel, Schleim zu Schleim und natürlich andere Kombinationen von Körperflüssigkeiten. Daraus können wir schließen, dass das Bakterium keine Trockenheit verträgt. Millers Blick war nachdenklich. Scheint also wählerisch zu sein, wenn es sich so sehr spezialisiert hat, wie kommt es dann, dass es sich so rasch ausbreitet? Doc zuckte mit den Achseln. Es gibt zu viel, was wir nicht wissen. Vielleicht gibt es jemanden dort draußen, der schon ein paar Antworten auf Lager hatte, eher alles zusammenbrach. Aber ich bin es auf jeden Fall nicht. Doc betrachtete seine Hände. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass die Virulenz von Fury eher etwas damit zu tun hat, wie die Infizierten sich verhalten. Normalerweise bleiben Kranke zu Hause, vermeiden geglichen Kontakt mit anderen. Hier aber suchen die Kranken explizit gesunde Menschen. Stellen Sie sich mal vor, dass ein Grippekranker, statt im Bett zu sitzen und seine Suppe zu löffeln, einfach aufspringt, auf die Straße geht und jeden anhustet, den er finden kann. Es lässt sich kaum ausmalen, wie rasch die Grippe sich ausbreiten würde. Joshs Augen waren weit aufgerissen. Glaubst du denn, dass es eine Art biologischer Mechanismus des Bakteriums ist, also sich auszubreiten? Doc warf ihm einen Blick zu, als ob er gerade behauptet hätte, dass der Mond aus Käse besteht. Nein. Ich glaube, dass ein Bakterium ein Einzeller ist. Ein Organismus, der nicht des Begehrens fähig ist, das eigene Leben zu prolongieren oder sich fortzupflanzen. Ich bin der Meinung, dass die Ausbreitung der Seuche ein unglückliches Zusammentreffen darstellt. Das, was das Bakterium mit unserem Gehirn anstellt, trifft auf die Tatsache, dass unsere Grundinstinkte, die in unserer DNS festgelegt sind, ziemlich aggressiver Natur sind. Joshs belegte Stimme klang nun nach einer gewissen Dramatik. Wie ein perfekt biologischer Anschlag. Doc kniff die Augen zusammen. Manchmal bist du verdammt merkwürdig. Josh lachte auf und blickte aus dem Fenster. Gibt es sonst noch etwas? erkundigte sich Lee. Nicht wirklich. Doc rutschte auf seinem Sitz hin und her. Aufgrund unserer gemeinsamen Erfahrungen sind das die Schlussfolgerungen, die ich unterschreiben würde. Vielleicht würde ein Bakteriologe oder jemand mit einer abgeschlossenen Promotion mehr wissen. Sie kamen zu einem weiteren Auffahrunfall, an dem zwei normale Autos und ein SUV beteiligt gewesen waren. Eine Viertelstunde, nachdem sie die Wagen bemerkt hatten, befanden sie sich bereits wieder auf dem Weg. Benzin hatte es keines gegeben. Jetzt habe ich eine ihrer Fragen beantwortet, begann Doc. Kann ich auch eine stellen? Lee überlegte einen Moment. Sicher. Warum tun sie das? Was? Alles. Diese Mission. Ich meine, was haben sie davon? Es gibt keine Regierung mehr. Niemanden, der ihre Arbeit schätzt oder sie bezahlen kann. Lee konnte nicht anders als laut aufzulachen. Wissen Sie, trotz ihres Sarkasmus und Pessimismus machen sie sich desgleichen schuldig wie ich. Wirklich? Lee drehte sich wieder um und sah dem Doc in die Augen. Warum helfen Sie den Menschen? Was haben Sie davon? Sie erhalten kein dickes Arztgehalt oder fahren mit einer protzigen Karre durch die Gegend. Auch ihre Kollegen schwärmen nicht von ihnen. Doc wandte sich ab. Ich tue nur mein Bestes. Und ich tue mein Bestes. Lee drehte sich wieder um. Als er erneut die Stimme erhob, sprach er leise und nüchtern. So kann man doch nicht leben. Lee will den Rest seines Lebens in Angst verbringen. Wir alle wollen unser altes Leben zurück. Das ist natürlich unmöglich. Das ist vergangen. Und es wird nie wieder so sein wie damals. Was wir aber wieder erlangen können, ist unser Stolz, unseren Anstand. Er seufzte. Es ist schwer, es in Worte zu fassen. Manchmal glaube ich einfach, dass ich kämpfe, um dem Kämpfen Einhalt zu gebieten. Harper lächelte. Ergibt sogar Sinn. Wenn auch völlig verdreht. Lee zuckte mit den Achseln. Tja. Aber das ist meine Antwort. Und dabei bleiben sie. Schloss Harper. Doc sagte nichts. Gedanken verloren starrte er aus dem hinteren Beifahrerfenster. Straßensperre, nummelte Harper. Lee drückte den Rücken durch und lugte über sein Gewehr, als Harper auf die Bremse trat und nach links zog, sodass Lee die Lage besser überschauen konnte. Zwei Autos standen quer über der Straße und verhinderten ein Durchkommen. Ein weiteres lag im rechten Graben und sah aus, als ob es beim Umfahren des Hindernisses stehen geblieben war. Auf der linken Seite führte eine Böschung steil zum Wald hinauf. Lee nahm sein Gewehr und studierte die Straßensperre durch den Sucher. Zurück, befahl er. Was? fragte Harper, legte aber bereits den Rückwärtsgang ein. Was haben Sie gesehen? Lee studierte die Szene weiter mit bloßem Auge, bis sie beinahe hinter einer Kurve verschwand. Anhalten! Harper tat, wie ihm geheißen. Ich habe nichts gesehen. Noch nichts, berichtete Lee und hob den Sucher wieder an das Auge. Was er allerdings bemerkt hatte, war die Art, wie die zwei Autos hingestellt waren, Motorhaube an Motorhaube über die gesamte Straßenbreite. Dabei schienen sie überhaupt nicht beschädigt, wie es bei einem Frontalzusammenstoß unvermeidlich gewesen wäre. Jemand hatte sie so geparkt, um die Straße zu sperren. Ohne zu blinzeln behielt er die beiden Fahrzeuge im Auge. Die Sekunden vergingen, wurden zu Minuten. Dann, gerade als Lee aufgeben wollte, sah er einen blonden Schopf, der hinter einer der Motorhauben erschien. »Da ist einer«, rief Lee. »Sieht nicht wie ein Infizierter aus. Jetzt ein zweiter. Zwei Männer.« »Freundlich oder feindlich gesinnt?« Wollte Josh wissen und kletterte beinahe über die Mittelkonsole nach vorne. »Macht ganz den Anschein, als ob sie im Hinterhalt lauern. Aber ich sehe keine Waffen.« »Noch nicht.« »Wartet.« Aus dem Wagen im Graben stieg eine Frau. Sie war jünger, wahrscheinlich noch keine zwanzig. Relativ hübsch, mit dunklen Haaren, Jeansshorts und einem weißen Trägerhemd. Der Köder für die Falle, dachte Lee. Die Frau stand auf der Straße, schaute in ihre Richtung und begann mit den Armen zu rudern. »Winkt sie uns zu?« fragte Harper und kniff die Augen zusammen. »Weiter zurückfahren«, wies Lee an. »Bis sie uns nicht mehr sehen können.« Der Pick-up setzte sich wieder in Bewegung. Harper blieb so lange auf dem Gaspedal, bis die Straßensperre vollständig hinter der Kurve verschwunden war. Lee öffnete die Tür, stieg aus und wandte sich zu Harper. »Ich brauche fünf Minuten, um Stellung einzunehmen.« »Dann fahren sie ganz langsam und vorsichtig auf die Sperre zu. Falls die zu schießen anfangen, immer schön hinter den Motorblock kauern und zusehen, dass sie Land gewinnen. Und nicht vergessen, Türen halten keine Kugeln auf.« »Und was ist mit Ihnen?« stammelte Harper. »Ich komme nach.« Er hielt ihm einen hochgestreckten Daumen entgegen und hoffte, dass er nicht drauf und dran war, einen riesigen Fehler zu begehen. »Machen Sie sich keine Sorgen.« Damit drehte er sich um und verschwand in dem Straßengraben, während er sich das Gewehr über die Schulter warf. Dann kletterte er die Böschung hinauf und verschwand im Wald. Harper blickte dem Käpt'n nach, bis er außer Sicht war. Er bewegte sich mit einer wilden Intensität, die Harper beinahe unheimlich fand. Doc schnaufte. »Für wen hält er sich eigentlich? Den verdammten John Rambo?« »Er weiß schon, was er tut«, meinte Harper mit leiser Stimme. Von der Ladefläche aus schob Miller sein Gesicht durch die Luke zur Fahrerkabine. »Äh, was zum Teufel treiben wir hier eigentlich, Bill?« »Tut mir leid«, meinte Harper, denn schließlich hatte niemand Miller erzählt, was los war. »Um die Kurve wartet eine Straßensperre auf uns.« »Und warum ist der Käpt'n allein in den Wald gelaufen?« »Weil er im Dienst der Regierung steht«, attestierte Doc mit aufgesetzter Stimme, »und alles Böse auf der Welt bezwingen wird.« »Halt endlich den Mund«, brüllte Harper plötzlich. »Du warst es, der sich freiwillig gemeldet hat. Und jetzt sitzt du nur hier rum und meckerst. Wenn du dich weiterhin so benehmen willst, dann steig verdammt nochmal sofort aus und sieh zu, wie du allein zurück ins Camp kommst.« Doc hielt den Mund. »Also«, versuchte Miller erneut, »Straßensperre«, unterbrach Josh ihn und übernahm für Harper. »Captain Harden hat gemeint, wir sollten fünf Minuten hier warten und dann auf die Sperre zufahren.« Miller nickte lässig, zog den Kopf wieder aus der Luke, stand auf und blickte über die Fahrerkabine die Straße entlang. Die Zeit zog sich. Laut der Uhr im Armaturenbrett waren erst zwei Minuten vergangen. Die Stille im Truck war uhrenbetäubend. Jeder starrte auf die Straße, auf den Punkt, hinter dem sie in der Kurve verschwand, ehe ihre Augen wieder zurück auf die kleinen grünen Ziffern der Uhr wanderten. Beine zappelten, Finger klopften. Ein jeder hielt seine Waffe in verschwitzten Händen und packte so fest zu, dass die Knöchel weiß waren. Endlich waren fünf Minuten um. Harper nahm den Fuß von der Bremse und der Truck begann vorwärts zu rollen. Sämtliche Köpfe reckten sich, um so weit wie möglich die Straße entlang sehen zu können. Endlich kam die Straßensperre in Sicht. Diesmal lehnte die Frau gegen ihr Auto, den Kopf in die Hände gelegt, ganz die holde Maid in Not. Harper fuhr mit konstantem Tempo langsam weiter. Erst nach einer Weile schien die Frau zu merken, dass der Truck auf sie zufuhr. Sie richtete sich auf und winkte ihnen wie wild zu. Vielleicht braucht sie wirklich Hilfe, meinte Josh besorgt. Haltet einfach die Augen nach den zwei Typen hinter den Wagen auf, sagte Harper und spürte, wie sich ihm die Nackenhaare aufstellten. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Sie fuhren geradewegs auf die Straßensperre zu. Wenn es tatsächlich eine Falle sein sollte, standen ihre Karten Harpers Einschätzung nach schlecht, falls die zwei Männer das Feuer auf sie eröffneten. Er hoffte, dass der Käpt'n wusste, was er tat. Als sich der Truck der Sperre näherte, rannte die Frau auf sie zu. Ihre Miene war verzweifelt, was ihrer Attraktivität aber nicht zu Schaden schien. Als sie kurz vor dem Truck war, konnte Harper nicht umhin, die dunklen Brustwarzen zu bemerken, die sich deutlich unter dem dünnen weißen Stoff ihres Trägerhemdes abzeichneten. Auch die violetten und blauen Flecken auf ihren Armen und auf ihren Nacken entgingen ihm nicht. »Bitte, bitte helfen Sie mir!« Sie zeigte auf den Wagen, der im Graben lag. »Mein Vater ist verletzt. Er braucht dringend Hilfe. Bitte!« Harper fluchte leise. Jeder im Wagen schien in eine Schockstarre versetzt, und niemand wusste, was sie als nächstes tun sollten. »Sollen wir aussteigen? Oder einfach abhauen?« »Bitte! Er ist verletzt!«, bettelte sie. »Hapa?«, meldete sich Doc und klang gestresst. »Lass mich mal schauen!« Und dann passierten so viele Dinge so schnell hintereinander, dass ein außenstehender Beobachter hätte meinen können, dass sie alle gleichzeitig abliefen. Harper aber schien die einzelnen Geschehnisse wie in Zeitlupe nacheinander zu sehen, als ob man ihm eine Reihe von Schnappschüssen vor Augen hielt. Die Frau entfernte sich wieder von ihnen, die Arme an den Seiten herabhängend, sie zitterte. Der Ausdruck von Verzweiflung war aus ihrem Gesicht verschwunden und hatte einer apathischen Miene Platz gemacht. Drückte sich darin Reue aus oder ein Schuldgefühl? Er blinzelte, und schon standen zwei Männer mit erhobenen Waffen hinter den Motorhauben. Sein Magen verkrampfte sich. Zu seiner Linken hörte er das Rascheln von Blättern und das Knacken von Ästen. Der Laubvorhang öffnete sich, als die gleichen Geräusche von seiner Rechten an sein Ohr drangen. Er blickte auf und sah einen Mann aus dem Wald auf die Beifahrerseite des Trucks zusprinten. In der Hand trug er ein Gewehr, vielleicht eine russische SKS-45. Er richtete den Lauf auf sie und brüllte »Raus aus der Karre!« Harper erinnerte sich an Lees letzte Worte »Türen halten keine Kugeln auf«. Harper hob die Hände über den Kopf. Er traute sich nicht nach seiner Schrotflinte oder dem Revolver in seiner Tasche zu greifen. Dieser Typ würde ihn im Handumdrehen umlegen. Die Fahrertür wurde aufgerissen und Harper spürte, wie sich eine Hand an seinen Kragen legte, um ihn dann aus dem Wagen zu zerren. Er kam mit den Beinen nicht nach, sodass er unbeholfen zu Boden fiel und mit dem Kinn auf den Asphalt prallte, was eine böse Platzwunde hinterließ. Raue Hände rissen ihn hoch. Warmes Blut tropfte von seinem Kinn und lief seinen Hals hinab. Der Mann mit der SKS-45 brüllte jetzt Doc und Josh an, ebenfalls auszusteigen. Harper hielt sich auf den Beinen und tastete seinen Kinn ab. Josh sah aus, als ob er Todesängste litt, krabbelte jetzt aber ebenfalls aus dem Auto, und Harper war sich sicher, dass er eine ähnlich jämmerliche Figur abgab. Doc jedoch schrie zurück »Ich bin Arzt! Ich bin Arzt!« Harper versuchte, die Angreifer zu zählen. Die zwei hinter der Straßensperre, die Gewehre auf sie gerichtet hatten, plus einer von jeder Seite. Vier bewaffnete Männer. Der Mann mit der SKS-45 schnappte sich Doc an der Schulter und drehte ihn, bis er zur Ladefläche schaute. Über die Seitenwände hinweg konnte Harper sehen, dass er die Augen zugekniffen hatte. Der Angreifer packte den dürren Medizinstudenten am Nacken, warf ihn hart gegen den Truck und brüllte »Halt die Schnauze! Halt deine verdammte Schnauze!« Doc schloss seinen Mund und öffnete dann die Augen. Er erblickte Harper, und es war offensichtlich, dass sie eine fürchterliche Vorahnung teilten. »Wir werden sterben!« »Das ist das Ende!« Und dann hörte Harper ein Geräusch, das er in seinem ganzen Leben noch nicht zu Ohren bekommen hatte. Es nachträglich zu beschreiben oder mit irgendetwas zu vergleichen, wäre ihm äußerst schwer gefallen. Ungefähr klang es wie ein Baseballschläger, der mit Wucht auf eine überreife Wassermelone trifft. Das Geräusch war so deutlich und kam so unerwartet, dass Harper den folgenden Schuss, der eine Sekunde später durch den Wald heilte, überhaupt nicht damit verbannt. Alle blieben plötzlich wie versteinert stehen. Nur der Mann mit dem SKS-45-Gewehr bewegte sich. Er fiel langsam nach vorne, und sein halber Kopf fehlte. Erst prallte er gegen die Seitenwand des Pickups, dann sank er zu Boden. Die Hölle brach los. Die Frau begann zu kreischen. Josh stürzte sich auf den Truck, um sich seine Waffe zu schnappen. Der Mann, der Harper hochgezerrt hatte, schrie ihm etwas Unverständliches zu und zielte mit seiner Waffe auf Josh. Harper glaubte, dass es sich ebenfalls um eine SKS handelte. Diese aber hatte ein langes, schmutziges Bayonett aufgesteckt, und Harpers Augen folgten der rostigen Klinge, wie sie sich Josh näherte. Ohne weiter nachzudenken, sprang er auf den Mann und riss an seinem Gewehr. Der Angreifer drehte sich zu Harper, zerrte verzweifelt an der Waffe und versuchte, Harpers Griff zu lösen. Der Mann war kaum älter als Josh, aber sein Gesicht war hager und brutal, ein Unterschied wie der zwischen einem Schoßhund und einem Kojoten. Das Gewehr entlud sich mitten im Kampf, und die Kugel bohrte ein sauberes Loch in die Tür des Trucks. Ich mach dich verfickt nochmal fertig, schrie der Kojote immer wieder. Zuerst aus purer Wut und dann aus Verzweiflung, als ihm die Waffe aus den Händen glitt. Ich mache dich verfickt nochmal fertig! Ich mache dich verfickt nochmal fertig! Fertig! Ich mach dich! Harper drehte sich und brachte den jungen Mann aus dem Gleichgewicht, ehe er ihm ein Knie in den Bauch rammte und ihm dann die Waffe entriss. Sie stolperten beide rückwärts, Harper gegen den Truck und seinen Angreifer zu Boden. Er versuchte dem Jungen zu befehlen, gefälligst auf dem Boden zu bleiben, hatte aber keine Luft mehr in den Lungen und brachte deshalb kaum mehr als ein heißeres Krächzen hervor. In seinem Kopf schwirrten die Worte wie verrückte Fliegen um einen Leichnam umher. Nicht aufstehen, nicht aufstehen, nicht aufstehen. Dann wieder dieses nasse Klatschen, gefolgt von einem Schuss. Der junge Mann griff nach seinem Gürtel. Er lag noch immer auf dem Rücken und holte jetzt ein Klappmesser hervor. Für einen Augenblick glaubte Harper, dass er es zu Boden werfen und sich ergeben würde, aber stattdessen setzte er sich auf und versuchte auf die Beine zu kommen. Harper verlor keine Zeit, schrie voller Wut und Horror auf, er wusste gar nicht, dass er solche Gefühle in sich hatte, und stürzte sich auf ihn. Wut aufgrund der Tatsache, dass der junge Mann tatsächlich zu sterben bereit war, und Horror, weil er selbst tatsächlich bereit war, dieser Aufforderung nachzukommen. Harper hielt sich nicht zurück, sondern rammte das Bajonett direkt in den Bauch des Jungen. Er spürte den geringen Widerstand, den die Kleidung und die straffe Haut boten, gefolgt von dem plötzlichen, ekelerregenden Stoß, als die Klinge in das Fleisch eindrang. Sein Angriff erriss die Augen weit auf, starrte ihn panisch an und gab ein würgendes Geräusch von sich. Dann holte er Tiefluft und begann zu schreien. Harper folgte seinem Beispiel, bis er keine Luft mehr in den Lungen hatte, aber der junge Mann wollte nicht aufhören und schrie und schrie und schrie. »Hör endlich auf zu schreien! Hör endlich auf zu schreien! Hör endlich auf! Hör! Bitte, bitte, hör endlich auf zu schreien!« Und während der ganzen Zeit wirbelte er gleich einem wilden Tier in einer Falle mit dem Messer umher und versuchte, das Bajonett aus seinem Unterleib zu ziehen. Harper aber lehnte mit seinem ganzen Gewicht darauf und spürte, wie die Spitze der Klinge auf dem Asphalt kratzte. Schließlich konnte er das Schreien nicht mehr aushalten. Von Panik über Mann zog er rasch zweimal hintereinander am Abzugsahn. Die Schüsse rissen ein riesiges Loch in die Brust des jungen Mannes und löschten sein Leben aus. Plötzlich sackte er zusammen, die Augen noch immer halboffen. Harper stand da und konnte keinen Muskel rühren. »Was mache ich jetzt?« Dann der hirnrissige Gedanke, »Werden die mich jetzt festnehmen?« Immer noch schrie jemand. Die Ochsentour Lee rannte die bewaldete Böschung hinab Richtung Straßensperre. Den ersten Mann hatte er mit einem gut gezielten Kopfschuss außer Gefecht gesetzt. Der zweite Schuss traf einen der beiden hinter der Autobarrikade in die Brust. Dann sah er, wie Harper den dritten ausschaltete. Lee konnte die Schreie sogar von seinem Versteck hoch oben auf dem Hügel hören, und ihm lief ein kalter Schauer über den Rücken. Der vierte Mann flüchtete, nachdem er zwei Schrotladungen abgefeuert hatte, die nicht einmal ganz bis zum Truck getragen wurden und lediglich ein paar Kratzer am Lack verursachten. Jetzt, da er den Hügel hinabhastete und die Äste ihm ins Gesicht schlugen, hielt er das Gewehr in der rechten Hand, während er mit der linken erfolglos versuchte, sein Gesicht zu schützen. Die Schreie wollten einfach nicht abbrechen, aber Lee hatte keine Ahnung, von wem sie stammten. Als er endlich die Waldgrenze passierte, eröffnete sich ihm eine Szene, die man nur mit einem Wort beschreiben konnte. Chaos. Doc stand neben dem Pickup-Truck und starrte auf den Mann, den Lee zuerst außer Gefecht gesetzt hatte. Die Kugel hatte das Innere seines Kopfes so sauber herausgepustet, dass der Schädelknochen beinahe weiß war und kaum Blutspuren aufwies. Der Anblick ließ Lee einen merkwürdigen Gedanken formen. Melonenlöffel. Das sieht aus, als ob man ihn mit einem Melonenlöffel ausgeschabt hätte. Harper stand auf der anderen Seite des Trucks und hielt die SKS-45 mit einer Hand, während er sich mit der anderen immer wieder über den kahlen Kopf fuhr. Er starrte auf den leblosen Körper zu seinen Füßen hinab und blickte dann auf, um die Quelle der Schreie ausfindig zu machen. Er schien unschlüssig, ob er bei dem Leichnam bleiben oder sich in Richtung der Schreie bewegen sollte. Lee joggte bis zum Truck, war völlig außer Atem und sah dann den Grund für die Aufregung. Die Frau saß auf dem Boden, den Rücken an einen der Wagen gelehnt, die die Straßensperre bildeten. Ihre Haut war fahl, die Lippen grau. Eine Blutlache sammelte sich unter ihrem rechten Bein, und eine Spur führte von der Mitte der Straße bis zu ihr. Ihr Gesicht war mit einem dünnen, glänzenden Schweißfüllen bedeckt. Sie starrte die Männer angsterfüllt an und rang unter flachen Keuchen stoßweise nach Luft. Miller hatte seine Pistole hervorgeholt und versuchte, zu einem Mädchen zu gelangen. Er schrie unentwegt, dass er sie töten wollte. Josh hielt ihn zurück und tat sein Bestes, um ihn wieder zu beruhigen. Das ist alles Ihre Schuld. Ich werde diese verdammte Schlampe umbringen. Mach dich locker, Mann! Lee handelte entschlossen, ging auf Miller zu, packte sein Handgelenk, drehte es und zog ihm die Waffe aus der Hand. Miller wandte sich um. Seine Augen waren rot vor Wut, die beinahe augenblicklich verschwand, sobald er sah, wer ihm die Pistole weggenommen hatte. Ketten, stammelte er. Lee reagierte hart, aber nicht harsch. Erst einmal tief durchatmen und runterkommen. Aber sie... Miller ließ die Augen zwischen der Frau und Lee hin und her wandern. Sie war es doch, die... Lee schnappte sich ihn am Kragen und zog ihn zu sich, sodass er ihm ins Ohr flüstern konnte. Sie wird so oder so nicht mehr lange überleben, Miller. Willst du wirklich derjenige sein, der sie eiskalt ermordet? Willst du dir das wirklich antun? Lass sie einfach zufrieden. Hinter Lee meldete sich Harper plötzlich. Ich war es. Das ist meine Schuld. Lee ließ Miller los und sah, wie Harper sich langsam der Frau näherte. Die SKS 45 hielt er am Lauf fest, sodass der Kolben hinter ihm auf dem Asphalt schleifte. Seine Miene war ausdruckslos, seine Aussprache unklar. Er schien unter Schock zu stehen. Harper? sagte Lee und ging zu ihm. Das Gewehr. Er konnte die Worte kaum formen. Es ist losgegangen, als ich sie ihm abgenommen habe. Lee nickte. Harper stand eineinhalb Meter vor der Frau und starrte sie an. Sie war noch bei Bewusstsein, brauchte aber eine Weile, ehe sie die beiden Männer vor sich bemerkte. Ihr verwundetes Bein lag still und leblos wie ein toter Fisch auf dem Boden, aber ihr gesundes Bein begann zu zucken, als ob sie von ihnen wegrauben wollte. Lee legte sein Gewehr auf den Boden und hielt ihr seine Handflächen entgegen. Ist schon gut. Wir werden ihnen nichts tun. Das unverletzte Bein wurde ruhiger, aber sie starrte Lee angsterfüllt mit weit aufgerissenen Augen an. Er kniete sich neben sie, und seine Hose saugte ihr Blut auf, sodass er die Feuchtigkeit spürte. Sie musste seinen sanften Gesichtsausdruck registriert haben, denn auf einen Schlag verschwand die Angst aus ihren Augen. Ihre Stimme war kaum hörbar, als sie sagte, »Es tut mir leid. Es tut mir so leid.« Lee nickte langsam. Er nahm ihr Handgelenk und suchte mit zwei Fingern nach ihrem Puls, spürte aber nichts. Dann streckte er den Arm aus und legte die Fingerkuppen auf die Beuge zwischen Hüfte und Oberschenkel und suchte nach der Oberschenkelschlagader. Nach zwei Versuchen hatte er sie gefunden und spürte einen schwachen Puls, der aber auch von seinen eigenen Fingern hätte stammen können. Sie schien seine Berührungen kaum wahrzunehmen, sprach stattdessen, als ob sie schlief und gerade einen Albtraum durchlebte. »Sie haben mich gezwungen.« »Die haben mich zu Sachen gezwungen.« »Psch«, versuchte Lee, sie sanft zu beruhigen, »ist schon gut.« Er legte zwei Finger an ihre Halsschlagader und fand endlich einen schwachen Puls. Auswendig gelernte Informationen seiner medizinischen Ausbildung jagten ihn durch den Kopf. Puls von der Speichenarterie, also am Handgelenk, bedeutete einen systolischen Blutdruck von mindestens 80. Puls an der Halsschlagader oder der Oberschenkelschlagader bedeutete einen Blutdruck zwischen 60 und 70. Wenn man den Puls nur an der Halsschlagader spürt, dann ist der Blutdruck bereits zu niedrig. Er nahm ihre beiden Hände in die Seinen. Sie waren kalt und klamm. »Ich wollte das nicht«, flüsterte sie. Lee setzte ein Lächeln auf, auch wenn ihm nicht danach war. »Ich weiß. Ich weiß, dass sie es nicht wollten.« Hinter ihm versammelten sich die vier Männer und starrten stillschweigend auf die Szene, die sich vor ihnen abspielte. Ihre Gesichter waren so fahl und leer, wie Lee sich fühlte. Die Frau blickte um sich. »Können Sie mich nach Hause bringen?« Lee überlegte, was er ihr sagen könnte, und nickte schließlich. »Das machen wir.« »Sie können mich nach Hause bringen?« »Ja. Wir gehen jetzt sofort, okay?« »Okay.« »Wie heißen sie?« Lee verfluchte sich, gefragt zu haben, denn er wollte ihren Namen nicht wissen. »Rebecca« Ihre Augen wanderten ziellos umher. »Rebecca Stillwell.« »Okay, Rebecca.« »Nahher bringen Sie nach Hause.« »Danke.« »Darum schlafen Sie nicht ein wenig, Rebecca.« »Okay.« »Dann werden Sie gleich zu Hause aufwachen.« Die Frau schloss die Augen, und das Lächeln auf ihren Lippen war genauso schwach wie ihr Puls. »Es tut mir leid.« »Vielen Dank.« Und mit diesen Worten hörte die Frau auf dem Asphalt einfach zu existieren auf. Sie ließen die Toten dort liegen, wo sie gefallen waren. Dann sammelten sie die Waffen mitsamt der Munition auf. Zwei SKS-45-Gewehre, eines mit sieben Patronen im Magazin, das andere mit zehn Patronen noch voll. Dazu zwei Kaliber Zwölfgewehre, eine nette Beretta-Bock-Doppelflinte mit zwei gebrauchten Hülsen in den Läufen und eine kaputte Remington mit losem Lauf und fünf Patronen. Miller saugte weitere vier Liter Benzin aus den beiden Wagen auf der Straße, aber aus dem im Graben war nichts mehr zu holen. Sie hatten jetzt knapp vierzig Liter im Tank, und es fehlten nur noch zehn Liter, um locker über die Runden zu kommen. Im Wald, dort, wo die beiden Angreifer sich versteckt hatten, fanden sie eine Tasche mit Bargeld, Schmuck, Uhren und acht Dosen Chili. Ihr Hunger verdrängte die Gewalt, die sie in der letzten halben Stunde erlebt hatten, und sie öffneten die Dosen auf der Stelle und aßen, bis sie nicht mehr konnten. Josh kotzte wenige Minuten später alles wieder aus. Miller gab sich, als ob ihn das alles nicht berührte, war aber ruhiger als sonst. Doc sprach kein Wort. Harper und Lee packten die Waffen zusammen und ließen die Tasche voller wertlosem Bargeld zurück. Harper witzelte, dass sie es gut zum Feueranzünden benutzen könnten, aber niemand lachte. Schließlich nahmen sie wieder Platz im Truck und fuhren weiter. Harper würde es nie zugeben, aber seit dem Tag konnte er kein Chili mehr sehen. Sie verließen den Highway 210, um nicht durch das Zentrum von Smithfield fahren zu müssen. Stattdessen nahmen sie die kleinen Nebenstraßen, mussten dauernd abbiegen und ein waches Auge auf ihre Umgebung werfen. Immer wieder stießen sie auf Straßensperren, die ihr Vorkommen verlangsamten. Sie näherten sich jedes Mal mit äußerster Vorsicht, fuhren noch langsamer als bei der ersten, denn keiner von ihnen war erpicht auf eine Wiederholung der Geschehnisse. Es war bereits später Nachmittag. Die Sonne hatte schon seit einigen Stunden ihren Zenit überschritten, als sie über eine Brücke fuhren, die auf die Interstate 95 hinabschaute. Auf der Interstate wimmelte es von Autowracks und verlassenen Fahrzeugen, die jeweils einen Stau hinter sich verursacht hatten. Die Leute hatten versucht, ihre PKWs um die Blockade herum zu buxieren, nur um auf dem matschigen Mittelstreifen stecken zu bleiben oder in die Gräben zu beiden Seiten zu rutschen und so eine unüberwindbare Wand aus Fahrzeugen zu bilden. Ohne eine Möglichkeit, die Wagen abzuschleppen, gab es in beiden Richtungen kein Fortkommen mehr. Als sie die Brücke überquert hatten, widerfuhr ihnen das erste Mal an jenem Tag so etwas wie Glück. Zu ihrer Linken lag ein Grundstück, das mit Gebrauchtwagen vollgeparkt und anscheinend von sämtlichen Plünderungsaktionen und dem generellen Chaos, das überall sonst herrschte, unberührt geblieben war. Die heile Welt eines ehemaligen Gebrauchtwagenhändlers diente allerdings nicht dazu, sie zu entspannen, sondern ließ sie viel mehr Verdacht schöpfen. Also hielten sie beinahe einen ganzen Häuserblock davor an und beobachteten das Gebäude eine Weile lang, um die Lage zu sondieren. Die Autos schienen wie neu, so unberührt, dass Lee den schmierigen Autohändler im Geiste vor sich sah, der unbeholfene Kunden hinters Licht führte. Auf den Windschutzscheiben klebte bunte Werbung wie »Null Prozent Finanzierung« oder »Keine Anzahlung«. Sämtliche Fenster des Hauptgebäudes und des Ausstellungsraums waren noch intakt. Eine amerikanische Flagge wehte unruhig im Wind, und die Seilschlingen schlugen im ungleichmäßigen Rhythmus gegen den Fahnenmast. Harper kniff die Augen zusammen. »Was glauben Sie, Käpt'n?« »Ich glaube, dass wir dort das restliche Benzin finden werden.« »Meinen Sie nicht, dass es zu schön ist, um wahr zu sein?«, fragte Josh. Lee nickte. »Aber sollen wir einfach weiter, ohne nachzuschauen?« »Nein.« Lee lehnte sich zurück und nahm sich eines der SKS-45-Gewehre, die sie von der Straßensperre hatten, mitgehen lassen. »Josh.« »Ich schlage vor, sie gesellen sich auf die Ladefläche zu Meller und geben ihm Deckung, während er sich an die Arbeit macht.« Josh legte seine Flinte ab, nahm das andere SKS und stieg aus. Lee suchte weiterhin das Gelände ab. Als Josh zu Meller auf die Ladefläche kletterte, wackelte der Truck ein wenig. Die beiden besprachen sich, aber Lee konnte nichts von ihrer Unterhaltung verstehen, ehe sie auf das Dach klopften, um Lee Bescheid zu geben, dass sie startklar waren. Lee zeigte auf den Haupteingang. »Hapa, halten Sie bitte direkt vorm Tor.« Der ältere Mann nickte und fuhr langsam in Richtung Gebrauchtwagenhändler. Der Haupteingang war verschlossen und mit einer Kette samt Vorhängeschloss gesichert, die eigentlich dazu dienten, Autos drinnen, nicht Menschen draußen zu halten. Als sie anhielten, schnappte sich Meller einen leeren Benzinkanister und den Schlauch, zwängte sich durch einen Spalt und joggte zum nächstgelegenen Auto. Es dauerte nicht lange, ehe er mit Hilfe seines Taschenmessers den verschließbaren Tankdeckel aufgebrochen hatte. Als er den Schlauch in den Tank steckte und hineinblies, machte sich ein Grinsen auf seinem Gesicht breit, und er bedeutete ihnen, dass er fündig geworden war. Gut, Harper schien sich ein wenig zu entspannen. Hoffentlich wird es reichen. Lee hörte Harper zwar sprechen, achtete aber nicht auf das, was er sagte. Er war nach vorne gelehnt und beäugte mit voller Konzentration den Fahnenmast in der Mitte des Geländes durch die Windschutzscheibe. »Haben Sie etwas gesehen?«, wollte Harper wissen und war sofort wieder in Alarmbereitschaft. Lee wandte sich ab und warf Harper einen Blick zu. Ohne zu antworten öffnete er die Beifahrertür und stieg aus. Das SKS 45 nahm er mit. Über die Schulter rief er Harper noch zu. »Ich bin gleich wieder da.« Dann schloss er die Tür hinter sich. Miller beobachtete Lee, wie er zielstrebig auf ihn zuging und richtete sich auf. Er ließ den Blick von links nach rechts und wieder zurückwandern, als ob etwas im Argen lag, konnte aber nichts Beunruhigendes erkennen. »Alles okay, Captain?« Lee hatte die Augen noch immer auf die Mitte des Geländes gerichtet. »Ich muss mir kurz Ihr Taschenmesser ausleihen.« Zögerlich holte der junge Mann das Messer aus seiner Hosentasche hervor und reichte es Lee. »Klar doch.« Lee sagte nichts weiter, nahm einfach das Messer entgegen und ging weiter direkt auf den Fahnenmast zu. Als er sich ihm näherte, hob er langsam den Kopf, bis er den metallenen Schaft entlang gerade nach oben blickte. Er konnte die Augen nicht von der Flagge nehmen, die dort oben im Wind wehte. Nach einem kurzen Augenblick klappte er das Taschenmesser auf und schnitt das Seil durch, an dem die Fahne hing. Er ließ sie langsam herab, beinahe so feierlich wie ein Mitglied einer Ehrenwache, nahm sie entgegen und achtete darauf, dass sie nicht den Boden berührte. Es war keine große Flagge, sodass er sie leicht einrollen konnte. Dann drehte er sich um und ging zu Miller zurück. »Wissen Sie, wie man sie vernünftig zusammenlegt?«, wollte er von Miller wissen. »Ich war bei den Pfadfindern«, gab Miller als Antwort zurück. »Dauert ja nicht lange.« Lee reichte ihm das Ende der Flagge mit den Seilschlingen, an dem der weiße Rand an das dunkelblaue Feld mit den Sternen grenzte, ging ein paar Schritte zurück, bis die Flagge straff gespannt war, und faltete sie dann zweimal der Länge nach. Die roten und weißen Streifen faltete Lee vorsichtig in Dreiecke, bis er nur noch dreißig Zentimeter vor Miller stand und an dem blauen Feld angekommen war. Er steckte das lose Ende in die von Dreiecken geformte Tasche. »Vielen Dank.« Mit der ordnungsgemäß gefalteten Flagge in den Händen machte Lee sich dann zum Truck auf. Als er sich wieder auf den Beifahrersitz setzte, lächelte Harper ihn an. »Ein kleines Andenken an die Vereinigten Staaten.« Der Blick, den er dafür erntete, war ernst, aber Lee's Stimme blieb ruhig. »Die Vereinigten Staaten sind eine Idee, Harper. Die beste, die wir je gehabt haben.« Er senkte die Augen und schaute auf die Flagge in seinem Schoß. »Man kann eine Idee nur ausrotten, indem man jeden tötet, der an sie glaubt. Und ich lebe noch.« Harper antwortete nicht, denn es fiel ihm nichts ein. Miller füllte den Benzinkanister, der immerhin zwanzig Liter fasste. Insgesamt hatten sie jetzt sechzig Liter im Tank, was locker reichte, um hin und zurück zu gelangen. Nachdem er das Benzin in den Tank gegossen hatte, legte er den Kanister und den Schlauch auf die Ladefläche. Miller löste Josh auf der Ladefläche ab, und schon machten sie sich wieder auf den Weg. Wohnen und Kanonen Als sie die Interstate 95 hinter sich ließen, kramte Lee endlich seinen GPS-Empfänger aus der Seitentasche seiner Cargohose. Es handelte sich um wuchtiges Handgerät, das extra für die 48 Koordinatoren in den Binnenstaaten der USA angefertigt worden war. Jeder einzelne hatte Zugang zu einer Reihe von Vorratsbunkern, wobei deren Anzahl von der Bevölkerungsdichte des jeweiligen Staates abhing. Der GPS-Empfänger war so konzipiert, dass nur die Koordinatoren Zugang zu den sich darin befindlichen Daten besaßen. Außerdem konnte nur der jeweilige Koordinator, dem der Empfänger gehörte, die Standorte der Bunker einsehen. Während der Planungsphase des Projekts Hometown wurde viel darüber diskutiert, ob die Koordinatoren Zugang zu allen Empfängern haben sollten oder nicht. Der ausschlaggebende Punkt war schließlich eine einfache Beobachtung. Wenn alle Zugang zu allen Bunkern hätten, müsste lediglich ein Koordinator gefangen genommen und gefoltert werden, um die gesamte Mission zu gefährden. So wurde also entschieden, nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Der Empfänger war ein schwarzer Kasten mit einem 5 Zoll großen Display. Darunter befand sich ein kleines schwarzes Quadrat, auf das Lee jetzt seinen Daumen legte. Er drückte und aktivierte so den Fingerscanner. Der Empfänger brauchte eine Weile, um ihn zu identifizieren und das Vorhandensein von Puls zu überprüfen. Eine weitere Sicherheitsmaßnahme, sodass etwaige Interessenten sich nicht einfach Zugang beschaffen konnten, indem sie einen von Lee's Daumen mit sich führten. Oh, Militärindustrie, du hast wirklich an alles gedacht. Auf dem Display erschien ein Raster aus 10 mal 10 Quadraten. Jedes Quadrat war mit einem Buchstaben und einer Zahl versehen. Bei jedem Anschalten mischte ein Zufallsgenerator die Quadrate neu, sodass nie das gleiche Raster angezeigt wurde. Eine weitere Sicherheitsmaßnahme, die neugierige Blicke davon abhalten, sollte Lee's Zugangscode zu kopieren, indem sie sich einfach das Mustermärkten, das Lee eingab. Er tippte sorgfältig den richtigen alphanumerischen Code ein. Das Display veränderte sich und bot ihm 10 Optionen. Bunker 1, Bunker 2 und so weiter bis Bunker 10. Er wählte Bunker 4 aus, und das Display zeigte eine topografische Karte der Gegend an. Ganz am Rand konnte Lee das Dreieck der Interstates 96, 795 und 40 erkennen. In der Mitte befand sich ein kleiner roter Pfeil, der nach Südosten zeigte. Nicht weit davon entfernt war ein blauer Punkt markiert. Wir kommen der Sache langsam näher, berichtete Lee und schaute die Straße auf und ab. Seitdem sie über die Interstate 95 gefahren waren, hatte es keine Straßensperren mehr gegeben. Ein glücklicher Zufall, und hoffentlich würden sie den Bunker vor Einbruch der Dunkelheit erreichen. Die Sonne sank weiter, hatte bereits die Baumwipfel erreicht, und es würde höchstens noch eine Stunde dauern, ehe es dunkel wurde. Lee bat Harper, etwas vom Gas zu gehen, sodass sie ihre Abzweigung nicht verpassten. Nach weiteren schier unendlichen 1,5 Kilometern, die sie mit nicht mehr als 50 Kilometern pro Stunde hinter sich brachten, sah Lee endlich die ersehnte Abbiegung und gab Harper zu verstehen, dass er anhalten sollte. Zu ihrer Rechten führte ein schmaler Schotterweg von der Straße ab. Der Zugang war mit einem unauffälligen roten Tor versperrt, das mit einem großen Vorhängeschloss gesichert war. Das Ganze sah eigentlich nicht nach viel aus. Während der Planungsphase des Projekts Hometown hatte man sich geeinigt, dass ein einfaches, nichtssagendes Tor effektiver sein würde, um die Leute abzuschrecken, als ein drei Meter hoher Zaun mit Schildern, auf denen in fetten Buchstaben Staatseigentum stand. Man glaubte, dass im Fall eines sozialen Zusammenbruchs und dem Sturz der Regierung der Großteil der Bevölkerung verlassene Regierungsstätten in der Hoffnung aufsuchen würde, dort Nahrungsmittel und Wasser zu finden. Ohne Wachpersonal vor dem Eingang würde ein Schild mit dem Wort Staatseigentum also eher anziehend wirken, statt die Leute abzuschrecken. Der Pickup-Truck bog in den Schotterweg ein, und Lee stieg aus. Er besaß zwar keinen Schlüssel, schritt aber doch schnurstracks auf das große Vorhängeschloss zu. Obwohl es wie ein ganz normales, angerostetes Schloss aussah, hielt Lee seinen GPS-Empfänger darauf, und es öffnete sich mit einem leisen Surren elektronischer Servomotoren. Lee steckte den Empfänger wieder ein, entfernte das Vorhängeschloss und ließ die Kette zu Boden fallen. Dann schwenkte er das Tor auf und machte sich auf den Weg zurück zum Wagen und stoppte abrupt ab. Jeder im Truck erstarrte, als sie sahen, wie Lee mitten im Gehen innehielt. Er drehte den Kopf in den Wind, hob die Nase und schnupperte einige Male. Dann blickte er den Schotterweg entlang, der in den Wald führte. Aus Richtung des Bunkers wehte ihnen ein penetranter Gestank entgegen, den Lee seit langem nicht mehr gerochen hatte. Es war ein ekelerregender, süßlicher Geruch, der Lee die Haare im Nacken aufstellte und in den Magen verdrehte. Es war der Gestank brennenden Haares, vermengt mit verkohltem Fleisch. Er ging zum Beifahrerfenster und meinte zu Harper, »Riechen Sie das auch?« Harper rümpfte die Nase und nickte. Lee fluchte leise und drehte sich erneut zum Wald um. Als er sich wieder zum Auto drehte, war sein Gesicht wie aus Stein gemeißelt. »Ich habe keine Ahnung, wer da Menschen verbrennt, aber wir müssen uns vorsichtig nähern, und zwar zu Fuß.« Die vier Männer schienen von der Idee wenig begeistert, behielten ihre Meinung aber für sich. Lee lief rasch den Schotterweg entlang, um zu prüfen, ob sie den Truck zumindest so weit den Schotterweg entlang fahren konnten, dass man ihn von der Straße aus nicht mehr sah. Zufrieden kehrte er zurück, las die Kette vom Boden auf, legte das Vorhängeschloss wieder um und verschloss das Tor, ehe er zurück zu den vier Männern joggte, die jetzt vor der Heckklappe des Pickups standen und einen nervösen Eindruck machten. Sie hielten sich an ihren Waffen fest, als wären es Talismane, die das Böse abwenden. Ihre Gedanken waren noch immer bei der Straßensperre. Insbesondere Josh war käsebleich und mit einem ungesund anmutenden Schweißfilm überzogen. Lee ging zu ihm hin, legte ihm die Hand auf den Nacken und meinte, »Josh, Sie müssen sich zusammenreißen.« »Ich will keine normalen Menschen umbringen,« murmelte er mit gesenktem Haupt. »Nun, leider ist das nicht Ihre Entscheidung.« Lee schüttelte ihn. »Denn es hart auf hart kommt, dann müssen Sie tun, was Sie tun müssen.« »Haben Sie mich verstanden?« Josh nickte. »Erinnern Sie sich alle noch daran, wie man sich in einer Gruppe verhält?« Es folgte zustimmendes Gemurmel. »Genau das machen wir jetzt. Ich gehe voran und führe Sie durch den Wald. Hinter mir will ich Harper haben. Dann kommt der Rest.« Er warf dem älteren Mann einen Blick zu. »H Harper?« »Verlieren Sie mich nicht aus den Augen.« »Sie müssen mir nicht dicht auf den Fersen bleiben, aber Sie dürfen nicht den Anschluss verlieren. Und wenn ich zu schießen beginne, werfen sich alle zu Boden und mischen sich nicht ein, ehe ich es sage.« »Verstanden?« »Verstanden.« »Gut.« Lee hatte die Savage 308 im Truck gelassen und sich stattdessen die SKS 45 genommen. Er legte eine Handfläche unter das Magazin und zog dann den Verschluss zurück, um sicherzugehen, dass sich eine scharfe Patrone im Lauf befand. Die anderen vier taten ihm gleich. Fünf Verschlüsse rasteten ein, geladen und entsichert. Er lief voran und verschwand im Wald. Hinter sich konnte er die weichen Bewegungen seiner Kameraden hören, die ihm in den Wald folgten. Für Zivilisten bewegten sie sich gut, aber Lärmvermeidung und sichere Fortbewegung im Wald waren inzwischen nicht mehr nur verbindliche Regeln für taktische Einheiten und Jäger. Jeder musste lernen, zu überleben, und wer es nicht tat, zahlte den Preis. Er kroch unter Ästen hindurch und schlüpfte leise über umgefallene Baumstämme. Er verhielt sich so unauffällig wie möglich, beugte sich nach vorne und senkte den Kopf, um seine Angriffsfläche zu minimieren. Seine Füße bewegten sich geschmeidig, wählten stets den weichsten Untergrund, um keine Geräusche zu verursachen. Sein Blick wanderte von links nach rechts und zurück, wählte den besten Weg durch den Wald und hielt stets Ausschau nach eventuellen Gefahrenquellen. Hellhörig lauschte er auf jegliche Geräusche, die ihm fremd vorkamen. Der Gestank brennenden Fleisches wurde intensiver, auch wenn er nur ab und zu in Lies' Nase stieg. Kaum glaubte er, der Geruch sei verschwunden, blies der Wind ihm wieder eine Wolke entgegen, sodass er beinahe wirken musste. Jedes Mal, wenn er ihn roch, verspürte er einen dumpfen Schmerz hinter den Augen und sein Magen rebellierte. Seit jeher hatte dieser Gestank ihm Kopfschmerzen verliehen und ihn angeekelt. Als Lee sich der Lichtung näherte, auf der sein Bunker tief in der Erde eingegraben war, sah er lodernde Flammen. Er hielt sofort inne und kniete sich hin. Hinter ihm verstummte das konstante Rascheln seines vierköpfigen Gefolges. Vor ihm auf der Lichtung zählte er drei Zelte. Zwei davon Kuppelzelte, wie man sie in jedem Campingladen kaufen konnte, und ein drittes, das notdürftig aus Seilen und Planen zusammengebastelt und größer als die beiden anderen war. Die Zelte standen im Dreieck um ein Lagerfeuer aus Ästen und Zweigen, an denen noch vertrocknetes Laub hing. Flammen stiegen in die Luft auf, um dann im Inneren des Feuers wieder neue Kraft zu schöpfen. Lee schaute genauer hin und sah die verkohlte Kralle einer menschlichen Hand aus den Flammen herausstehen. Daneben ragte ein Fuß in die Luft, starr und aufrecht wie ein Teil einer Schaufensterpuppe. Von der sich ablösenden Haut stieg Rauch auf. Lee konnte keine weiteren Körperteile ausmachen, glaubte aber aufgrund der Größe des Lagerfeuers, dass hier mehr als nur ein Leichnam sein Ende gefunden hatte. Ein Mann mittleren Alters mit kurzen braunen Haaren und einer dicken Brille stand am Feuer. Er lehnte sich auf den Stiel einer Schaufel und starrte geistesabwesend in die Flammen. Seine Hose, eine Dockers, von der Lee annahm, dass sie einmal sauber und gebügelt gewesen sein musste, war völlig zerknittert und verdreckt. Ein kurzärmliches Hemd war in den Bund gesteckt, das sich in einem ähnlichen Zustand wie die Hose befand. Sein Gesicht war schlank, wenn auch halb verdeckt von einem Vollbart. Lee schätzte ihn als Kleinbürger ein, zumindest bevor er all das angefangen hatte. Er sah aus, als ob er Buchhalter oder Kassierer in einer Bank gewesen war. Auf jeden Fall irgendwas Langweiliges. Die Art von Typ, die ihr einfachen Haferschleim und eine Tasse schwarzen Kaffee zum Frühstück zu sich nahm. Ein Mann, der nie mehr als drei Bier hintereinander trank. Lee ließ den Blick von diesem merkwürdigen Widerspruch von charakterlichem Eindruck und Aktivität ab und bemerkte Bewegungen in dem großen Zelt aus Seilen und Planen. Leider war es ihm unmöglich zu schätzen, wie viele Leute sich darin befanden. Hinter den Zelten ragte die Tür zu einem Bunker wie ein halb vergrabener Monolith aus dem Boden. Sie war noch immer verschlossen und gesichert, und es machte nicht den Anschein, als ob der Kleinbürger oder einer seiner Kumpane es geschafft hatten, sie aufzubrechen. Lee zog sich wieder zurück. Die anderen hatten sich nur wenige Meter hinter ihm hingekniet. Als er sich zu ihnen gesellte, starrten sie ihn erwartungsvoll an, um ihm dann mit gedämpften Stimmen Löcher in den Bauch zu fragen. »Ist da jemand? Sind sie gefährlich? Was sollen wir tun?« Lee schüttelte den Kopf. »Ich habe noch keine Ahnung, ob sie uns feindlich gesinnt sind oder nicht.« Harper biss die Zähne zusammen. »So wie wir nicht wussten, ob die Leute an der Straßensperre uns feindlich gesinnt waren oder nicht.« »Was schlagen sie vor?« schoss Lee zurück und warf ihm einen scharfen Blick zu. »Ich bin dafür, dass wir sie einfach niedermähen,« murmelte Miller. Josh schien allein der Gedanke, Probleme zu bereiten. Lee stupste Miller mit dem Finger auf die Brust. »Wir können sie nicht einfach umbringen, Miller. Es könnten Überlebende sein, Leute wie sie und ich.« »Oder solche Arschlöcher wie bei der Straßensperre,« zischte Harper. »Okay.« Lee wischte sich den Schweiß von den Augenbrauen. »Sie nehmen alle Positionen am Waldrand ein, während ich mit erhobenen Händen und ohne Waffe zu ihnen gehe. Wir werden sehen, wie sie sich verhalten. Falls irgendetwas schiefgehen sollte, werfe ich mich auf den Boden und sie eröffnen das Feuer.« Sie schnitten grimmige Grimassen. Aber es war der beste Plan, den sie hatten. »Das war der einzige Plan, den sie hatten.« »Hier.« Lee reichte Doc sein SKS-45-Gewehr. »Fals wir Probleme kriegen, wird Ihnen die hier bessere Dienste leisten.« Doc blickte zu ihm auf, und Lee erkannte eine Abneigung in den Augen, die er nicht verdient zu haben glaubte. Nichtsdestotrotz starrte die Waffe ihm ins Gesicht. Doc riss Lee das Gewehr aus der Hand. »Wird es eigentlich einfacher mit der Zeit?« »Wie bitte?« fragte Lee nach. Seine Mine verhärtete sich. »Menschen zu töten.« »Wird es einfacher, Menschen zu töten?« »Für Sie?« Lee starrte ihn an. Nicht finster oder wütend. Er musterte ihn einfach nur mit ausdrucksloser Mine, denn in Wirklichkeit dachte er über die Frage nach. Obwohl Doc ihn eindeutig hatte verletzen wollen, tat Lee es als kaum mehr als eine kindliche Beleidigung ab. Wie schon viele vor ihm, verließ Doc sich auf härtere Typen, als er selbst es war, um überleben zu können, und wenn er dazu gezwungen wurde, selber Hand anzulegen, um sich und die Seinen zu beschützen, verübelte er es ihnen, weil sie nicht alle seine Probleme lösen konnten. »Ja«, antwortete Lee wahrheitsgemäß, »es wird in der Tat leichter.« Dann teilten sie sich auf. Harper und Doc nahmen die Mitte, Miller die linke Flanke und Josh die rechte. Lee gab ihnen einen kurzen Moment, um sich in Position zu bringen, und folgte ihnen dann. Sie nahmen ihre Plätze ein, als ob sie es schon tausend Male zuvor gemacht hätten. Lee konnte sich einen Anflug von Stolz nicht verkneifen, als er ihnen dabei zusah. Wenn sie das nach nur wenigen Stunden schafften, was wäre dann möglich, wenn man sie ein paar Monate trainieren würde? Als jeder seine Stellung eingenommen hatte, stand Lee endlich auf, hob die Hände über den Kopf, die Finger ausgestreckt, die Handflächen deutlich sichtbar, und trat aus dem Wald. Der auf das Feuer starrende Mann fuhr hoch, als ob man ihm einen Feedtreiber in den After gesteckt hätte, und nahm die Schaufel wie einen Baseballschläger in die Hand. Dann begann er zu schreien, »Ich hab noch einen! Ich hab noch einen!« »Ruhig!« Lee hielt an, kam dem Mann nicht näher, »Immer mit der Ruhe! Ich bin nicht infiziert!« Menschen traten aus den drei Zelten. Lee schätzte, dass es mindestens ein Dutzend waren, Alte und Junge, Männer und Frauen und ein paar Kinder. Sie waren allesamt schlank, wie jeder heutzutage, und hatten schmutzige, verhärmte Gesichter. Jeder von ihnen hielt eine Art von Waffe in den Händen, selbst das kleinste Kind, ein Mädchen, von dem Lee annahm, dass sie keinen Tag älter war als Abby. Sie hielt einen Hammer in die Luft. Lee versuchte, ruhig zu klingen, als ob er alles unter Kontrolle hatte. »Ich bin nicht krank oder infiziert. Ich bin nicht hier, um Ihnen wehzutun oder Sachen zu stehlen. Niemand will Ihnen etwas anhaben.« Der Kleinbürger ließ sich nicht so leicht beeindrucken, aber die generelle Aggression der Gruppe hatte einen Dämpfer erhalten, und sie standen einen Augenblick lang nur da und tauschten unsichere Blicke aus. Als der Mann wieder die Stimme erhob, war sie stärker und bestimmter, als Lee ihm zugetraut hatte. »Wer sind Sie?« Lee musterte sein Gegenüber. Natürlich gab es eine besondere Begrüßung, die er benutzen sollte, wenn er ersten Kontakt mit Überlebenden aufnahm. Aber irgendwie stellte er sich vor, dass sie an Glaubwürdigkeit verlor, wenn ein Mann mit einem Smiley-T-Shirt sie äußerte. Er entschied sich für ein einfaches »Kaptain Harden«, »US Army«. Der Anführer und offensichtliche Sprecher der Gruppe schien sich die Antwort durch den Kopf gehen zu lassen, betrachtete sie aus allen nur erdenkbaren Winkeln. Während der Mann sich seine Meinung bildete, konnte Lee seine Kameraden im Nacken spüren, die jeden Augenblick bereit waren, das Feuer zu eröffnen. Lee's Beinmuskeln waren angespannt, sodass er beiseite springen konnte, sobald er den ersten Schuss hörte oder der Mann vor ihm eine falsche Bewegung machte. Schließlich neigte der Kleinbürger den Kopf zur Seite. »Okay, Captain. Gehen wir einmal davon aus, dass ich Ihnen glaube. Meine nächste Frage lautet, »Wo ist Ihre Waffe? Wo ist Ihre Einheit? Und warum wandern Sie hier allein durch den Wald?« Lee entschied sich für die unverblümte Wahrheit. »Meine Waffe ist hinter mir, im Wald. Von wo aus meine Männer ihre Waffen in diesem Augenblick auf sie richten? Und ich wandere nicht herum, sondern will in den Bunker.« Lee bereitete sich innerlich darauf vor, zu Boden zu springen. Eine Schockwelle durchfuhr die Gruppe, als sie hörte, dass Waffen auf sie gerichtet waren, endete aber sogleich wieder, als Lee den Bunker erwähnte. Es schien, als ob Lee ein geheimes Kennwort in einer Sprache gesprochen hätte, die nur diese Gruppe verstand. Sie blickten einander an und begannen aufgeregt miteinander zu reden. Selbst der Gesichtsausdruck des Kleinbürgers schien weicher zu werden, und ihm huschte ein schwaches, aber hoffnungsvolles Lächeln über die Lippen. Er senkte die Schaufel wieder. »Um Gottes Willen! Ist das Ihr Bunker?« Lee betrachtete die Gesichter, die ihn allesamt ungläubig anstarrten. Alle Augen waren jetzt auf ihn gerichtet. Sie wollten jedes Wort hören, das aus seinem Mund kam. Ihm war, als wollten sie ihn dazu anstacheln, »Ja, das ist mein Bunker« zu sagen. Aber anstatt ihnen Folge zu leisten, wollte er zuerst die Situation deeskalieren. »Können wir auch ohne Waffen reden?« Der Anführer der Gruppe schien so fasziniert von dem Bunker, dass er anscheinend die Männer im Wald und die Tatsache, dass seine Leute Knüppel und Keulen in den Händen hielten, vergessen hatte. Seine Augen wanderten einen Moment lang umher, und Lee glaubte die gleiche Angst in ihnen zu erkennen, die er bereits zuvor in ihnen gesehen hatte. Aber ein Nicken des Mannes schien sie wieder zu bändigen. »Ja, wir sollten vernünftig miteinander reden. Es gibt keinen Grund für weiteres Blutvergießen.« Lee winkte mit der Hand, und seine Männer standen auf und traten aus dem Wald. Sie hielten die Waffen nicht direkt auf die Gruppe gerichtet, hatten sie aber trotzdem noch einsatzbereit an der Hüfte. Ihre Blicke wanderten zwischen den Überlebenden vor ihnen und Lee hin und her. Sie versuchten offensichtlich einen Eindruck von dem Geschehen zu gewinnen. Als die Gruppe die vier Männer sah, stieg die Spannung erneut, und manche stießen Angstrufe aus. Ihr Anführer reckte die Arme beschwichtigend in die Höhe und nahm dann die Hände einer jungen Frau und eines Jungen. Er nickte ihnen kurz zu und meinte leise, »Zeigt Vertrauen in Gott!« Dann drehte er sich wieder zu Lee um, und das Misstrauen in seiner Stimme war unüberhörbar. »Sie sehen aber nicht wie Soldaten aus!« Lee wandte sich den Männern aus Camp Ryder zu und gab ihnen zu verstehen, die Waffen zu senken. Das Mindeste, was er tun konnte, war, dem Mann und seiner Gruppe zu zeigen, dass sie nicht gekommen waren, um sie umzubringen. »Nein, das sind keine Soldaten, sondern nur Zivilisten, die mir bei meiner Mission helfen. Ich bitte darum, Ruhe zu bewahren. Wir wollen niemanden etwas anhaben.« Die Spannung in der Luft nahm zu, wenn auch nur ein wenig. »Können Sie uns beweisen, dass Sie der sind, der Sie zu sein behaupten?« verlangte ihr Anführer. Lee hob eine Hand und kniff die Augen zusammen. »Ich glaube, dass ich mich bisher sehr kooperativ gezeigt habe. Jetzt stelle ich Ihnen ein paar Fragen.« Ein kurzes Zögern. Dann. »Okay?« »Wer sind Sie?« Der Mann schien sich zu wappnen, als ob auf seine Antwort ein Angriff folgen würde. »Ich bin Pfarrer James Schulz. Meine Freunde nennen mich Pfarrer Jim. Und die Menschen, die Sie hier sehen, gehören zu einer Gemeinde.« Lee zeigte mit dem Finger auf das Feuer, aus dem noch immer züngelnde Flammen in die Luft stiegen. »Und wer ist das?« Pfarrer Jims Miene wurde plötzlich sehr ernst. »Das waren Kranke.« »Infizierte?« Pfarrer Jim nickte. »Wir konnten nichts mehr für Sie tun.« Lee musterte ihn. Der Mann stand aufrecht, seine Gruppe hinter sich wissend. Sie hatten Angst, vertrauten ihm aber. Gott vertrauen. Lee hatte richtig gelegen, als er das Naturell des Mannes eingeschätzt hatte. Ein Pfarrer war ungefähr genauso aufregend wie ein Buchhalter. Aber da war noch etwas anderes hinter der Schildpadbrille. Etwas, das Gewalt verhieß. Lee war sich nicht ganz sicher, warum er die nächste Frage stellte. Er wollte einfach nur sehen, wie der Mann reagierte. »Und wie vereinen Sie das mit Ihrem Glauben?« Pfarrer Jim schluckte. »Ja, damit habe ich meine Schwierigkeiten.« Lee verschränkte die Arme vor der Brust. »Warum sind Sie hier?« Der Pfarrer wandte sich zu der Gruppe um. »Wir haben uns in einer Kirche ganz in der Nähe verschanzt. Aber dann sind Männer gekommen und haben sie in Brand gesteckt. Die meisten von uns haben es mit ihrem Leben bezahlt.« Dann erwiderte er Lee's Blick und die Gewalt flackerte erneut in seinen Augen auf. »Ich habe direkt neben der Kirche gewohnt und kenne diesen Wald schon seit Jahren. Bin hier immer zum Jagen gegangen. Ich kann mich noch erinnern, als der Bunker hier gebaut wurde. Es gab nichts außer Bäumen. Und plötzlich schlitt er ein Bunker. Ich habe keine Arbeiter gesehen, und als ich das erste Mal darüber gestolpert bin, war er mit Moos bewachsen und von gefallenem Laub übersät, als ob er schon seit Jahren da stände. Aber ich wusste, dass er nicht älter als ein paar Monate sein konnte. Das hat mich schon immer fasziniert. Als unsere Kirche dann dem Erdboden gleichgemacht wurde, wusste ich, dass wir hierher kommen mussten. Es ergab damals zwar in meinen Augen keinen wirklichen Sinn, aber ich vertraute meinem Gott. Sein Blick schien plötzlich verschleiert, und seine Stimme wurde leiser und gepresst. »Wir sind jetzt drei Wochen hier und werden jeden Tag von Hunger, Durst und Gefahren geplagt. Wir haben gewartet und jeden Tag gebetet, dass sie kommen würden. Und hier sind sie, die Antwort auf unsere Gebete.« Lee schien peinlich berührt. »Ich unterhalte mich mal kurz mit meinen Jungs.« Die vier Männer aus Camp Rider wollten unbedingt wissen, was vor sich ging, und versammelten sich rasch am Waldrand, von wo aus ihr leise geführtes Gespräch nicht belauscht werden konnte. Lee stellte sich in ihrer Mitte auf, und seine versteinerte Miene wurde sogleich etwas weicher. Zuerst warnte er sich an Harper. »Und? Was halten sie davon?« Der ältere Mann prustete. »Tja, viel können wir nicht für sie tun.« »Wir könnten ihnen zu essen geben«, schlug Lee vor. »Und Wasser und Waffen haben wir auch?« »Und dann«, nischte sich Doc ein und streifte sich Haarsträhnen hinter die Ohren, »sollen wir sie einfach hier zurücklassen?« »Wir haben unmöglich genug Platz im Truck, um alle mitzunehmen«, gab Miller zu bedenken. »Es sei denn, wir lassen die Vorräte hier.« »Nein«, Lee schüttelte den Kopf. »Das ist keine Option. Ich habe den Leuten von Camp Rider mein Versprechen gegeben.« »Die Vorräte kommen auf jeden Fall mit.« »Dann müssen wir die Menschen zurücklassen.« »Schloss Harper.« »Können wir sie nicht im Bunker unterbringen?« schlug Josh vor. Lee schnitt eine Grimasse. »Ehrlich gesagt, das gefiel ihm ja überhaupt nicht.« »Tja, dann glaube ich beinahe, dass Sie ausnahmsweise mit etwas Vorlieb nehmen müssen, das Ihnen nicht gefällt«, entrüstete sich Doc. »Wir können Sie nicht mitnehmen, aber ein Auto haben Sie auch nicht, um alleine von hier vorzukommen. Und wenn wir Sie sich selbst überlassen, werden Sie weiterhin angegriffen, bis Sie alle tot sind. Das ist unumgänglich, nur eine Frage der Zeit.« Harper räusperte sich lautstark. »Was wäre, wenn Sie sich einen Wagen organisieren?« »Wir könnten Ihnen sagen, wie Sie fahren müssen.« »Noch immer zu gefährlich«, meinte Lee. Es gehörte zwar zu seiner Mission, Überlebende aufzusammeln, aber er musste auch die einzelnen Gruppen respektieren. Und angesichts der Tatsache, dass die Leute im Camp Rider ihm kaum trauten, würde er den Bogen wohl überspannen, wenn er jedem Überlebenden eine Wegbeschreibung zum Camp gab. Und was würde Buzz dazu sagen? »Die einzige Option, die Sie nicht in Gefahr bringt, ist, Sie in Ihren Bunker zu lassen. Dann gab Harper zu bedenken. Und Buzz muss einfach unserem Urteilsvermögen vertrauen.« Lee nickte. »Dann sollten wir das wohl Pfarrer Jim unterbreiten. Wir werden ihm Vorräte geben, und er kann entweder sein eigenes Glück versuchen oder auf eigene Faust nach Camp Rider kommen.« Mellert zuckte mit den Achseln. »Okay, das scheint mir fair.« Auch Josh und Harper stimmten zu. Doc schwieg. Lee drehte sich um und ging zu Pfarrer Jim. Er blickte dem Mann in die Augen und musterte all die hoffnungsvollen Gesichter, die sich hinter ihm versammelt hatten. »Ich kann es nicht zulassen, dass Sie sich im Bunker einrichten. Und wir haben für Sie nicht genug Platz im Truck. Wir sind hier, um Vorräte für eine weitere Gruppe Überlebender mitzunehmen und werden morgen früh wieder aufbrechen. Wir werden Ihnen eine Wegbeschreibung zu unserem Camp geben und laden Sie ein, uns nachzukommen. Oder aber Sie bleiben hier und warten auf meine Rückkehr. Aber ich habe keine Ahnung, wann das sein wird. Ganz gleich, wie Sie sich entscheiden. Ich werde Ihnen Nahrungsmittel, Wasser, Medikamente und Waffen geben. Und selbstverständlich können Sie die heutige Nacht im Bunker verbringen. Sie können es sich aussuchen.« Pfarrer Jim verarbeitete Lees Worte. »Nun gut, ich werde darüber nachdenken und beten und Ihnen morgen Bescheid geben.« Lee nickte. »Sehr gut. Also, steigen wir in die Tiefe.« Lee bat Josh und Doc, den Truck zu holen und ihn vor der Tür zum Bunker zu parken. Auch wenn Lee, Pfarrer Jim und seiner Gemeinde helfen wollte, vertraute er ihnen noch nicht hundertprozentig. Pfarrer Jim war vielleicht ein Mann Gottes und der Gutmütigkeit, aber Lee hatte auch gesehen, wie das Ende der Zivilisation nicht nur Geistliche, sondern jeden verändert hatte, der ihm über den Weg gelaufen war. Wenn es ums Überleben ging, waren die Menschen zu allen fähig. Und wenn Pfarrer Jim den Bunker als einzige Überlebenschance und Lee als einziges zu überwindendes Hindernis zu diesem Ziel betrachtete, dann würde er dem Mann durchaus zutrauen, ihm eine Kugel in den Rücken zu verpassen, ganz gleich, was Gott dazu sagen würde. Lee entschied sich, seine Männer vernünftig auszustatten und den Rest der Waffen unter Verschluss zu halten, bis sie sich auf den Weg machten. Pfarrer Jim mochte keinen hinterhältigen Plan schmieden, aber das hieß nicht, dass er eine Chance, die ihm in den Schoß fiel, nicht wahrnehmen würde. Nein, Lee wollte lieber auf Nummer sicher gehen. Als Josh und Doc mit dem Truck anrollten, ging Lee zu der riesigen Tür, die in den Bunker führte. Die unglaubliche Vielzahl mehrstufiger Sicherheitssysteme gipfelte in einem Brimborium aus Redundanz. Und das alles nur deswegen, damit Lee wirklich das einzige Lebewesen war, das Zugang zu diesem Bunker hatte. Er hielt den GPS-Empfänger an eine unscheinbare flache Platte aus Stahl, woraufhin der Empfänger ihn aufforderte, eine vierstellige PIN-Nummer einzugeben, was er auch prompt tat. Die Platte schwang an hydraulischen Scharnieren nach oben und gab ein kleines Display, samt Tastatur, Daumenscanner, Mikrofon und Iris-Erkennungsmechanismus frei. Er ließ den Daumenscan über sich ergehen, der wiederum die Iris-Erkennung auslöste. Erst nachdem er beide Tests erfolgreich abgelegt hatte, wurden das Display und die Tastatur freigeschaltet. Er gab seine Informationen ein, und sobald sie überprüft waren, wurde er vom Computer aufgefordert, sein Kennwort mitzuteilen. Natürlich verfügte das System auch über eine speziell auf ihn geeichte Stimmerkennung. Im Inneren des Bunkers ertönten Geräusche, als ob riesige mechanische Platten hin- und hergeschoben und gigantische Bolzen eingezogen wurden, ehe die Tür sich wie bei einer Gruft öffnete. Als sie endlich geräuschlos aufschwang, wehte eine kühle Brise in Lees Gesicht. Einen Augenblick lang standen Lee, Harper und Pfarrer Jim vor dem Eingang zum Bunker und starrten in dessen geräumigen Frachtaufzug, der sie knappe 15 Meter unter Tage in Sicherheit, ja Geborgenheit, bringen würde. Dort würde ihnen ein Gefühl vermittelt, dass das Ende der Welt nicht über sie hereingebrochen und der Wiederaufbau keine unmögliche Aufgabe war. »Und was passiert, wenn Sie den falschen Code eingeben?« fragte Harper leise. Lee lächelte. »Sagen wir einfach, dass es besser ist, wenn ich es nicht tue.« »Dürfen wir jetzt rein?« wollte ein junges Mädchen aus Pfarrer Jims Gemeinde wissen. Pfarrer Jim warf Lee einen fragenden Blick zu, der ihn mit einer ausladenden Geste in Richtung Fahrstuhl beantwortete. »Nach ihnen.« Zuerst fuhren Lee und die Männer aus Camp Rider zusammen mit ein paar Leuten von Pfarrer Jims Gemeinde hinunter. Dann holte Lee den Rest der Wartenden und versperrte den Bunker hinter sich, ehe sie zusammen zu den anderen aufschlossen. Die Fahrstuhltüren öffneten sich und gaben den Blick auf eine große leere Halle mit Betonboden frei. Der gesamte Bunker wurde von einem kalten, aber durchaus willkommen heißendem Licht elektrischer Birnen beleuchtet. Das Klima hier unten war nicht kühl, sondern richtiggehend kalt, und es kam ihnen so vor, als ob der Schweißfilm auf ihren Körpern vereiste. Lee fand es einfach wunderbar, und wenn er sich die Seufzer des Wohlbehagens um sich herum anhörte, glaubte er, dass er damit nicht alleine war. Die große Halle vor dem Fahrstuhl führte zu einem kurzen Flur, an dessen Ende die Wohnräume mit Feldbetten, einer Nasszelle mit Duschen und eine Feldküche auf sie warteten. Zu beiden Seiten des Flures befanden sich Türen. Nach links ging es in das Lager, in dem sich sämtliche Vorräte befanden, und welches den größten Raum der Anlage bildete. Die gegenüberliegende Tür führte in den Kontrollraum, von dem aus Lee die internen Systeme des Bunkers überwachen und sämtliche Aufnahmen der Kameras anschauen konnte, die die Umgebung überwachten. »Wie kommt es, dass es hier noch Strom gibt?« fragte Pfarrer Jim, der aus dem Staunen nicht mehr herauskam. Lee bahnte sich den Weg durch die Menge und zählte die Köpfe. »Der Bunker ist mit einer Reihe von Batterien ausgestattet, die ständig von Solarzellen gespeist werden. Der Strom reicht über Nacht und dann noch ungefähr 48 Stunden. Unglaublich!« entkam es einem der Gemeinde. »Gibt es etwas zu essen?« »Gibt es Wasser?« Lee stand vor dem Zugang zum Flur und drehte sich zu ihnen um. Er erspähte Harper und fragte, »Können Sie mir helfen, ein paar Vorräte herzubringen?« Lee bat die Gruppe, sich zu dem Wohnquartier zu begeben und bot ihnen an, die Waschbecken und Duschen in Anspruch zu nehmen. Dann begannen er, Harper, Josh und Miller, Kisten mit Wasser und Verpflegungspaketen hervorzuholen, während Doc sich um die Leute von Pfarrer Jims Gemeinde kümmerte. Er untersuchte jeden Einzelnen und machte sich ein Bild von ihrem Gesundheitszustand. Viele wiesen alte Wunden auf, die sich bereits im Heilungsprozess befanden, während sich andere Wunden infiziert hatten und bereits angeschwollen waren. Einige litten unter Dschungelfäule an den Füßen, und allesamt hatten viel zu wenig getrunken und litten an Unterernährung. Doc versorgte diejenigen mit Wundinfektionen und Dschungelfäule mit Antibiotika, während die wenigen mit akuter Dehydration, intravenös Ringerlösung, eine verdünnte Mischung aus Chloridsalzen und Wasser verabreicht bekamen. Jeder bekam zwei Verpflegungspakete mitsamt der Anweisung, langsam zu essen und sich nicht vollzustopfen. Das galt insbesondere für diejenigen, die bereits stark dehydriert waren. Nachdem alle gegessen hatten und Doc sie medizinisch versorgt hatte, duschten sie. Das Wasser stammte aus einem Brunnen und wurde von einem Durchlauferhitzer erwärmt. Es war genügend Warmwasser für alle da. Lee war zuletzt an der Reihe. Er hatte das Smiley-T-Shirt und die alte Hose, die Buzz ihm gegeben hatte, weggeschmissen. Stattdessen wartete auf ihn außerhalb der Duschkabine eine neue, fein säuberlich zusammengelegte Uniform mit Multicam-Tarnmuster in Form einer Hose und eines Hemds. Obendrauf lag Jacks Rubbellos, das er der alten Hose entnommen hatte. Unter der Dusche konnte er das leise Murmeln von Pfarrer Jims Gruppe hören, aber er schloss die Augen und blendete die Geräusche einfach aus. Er stellte sich vor, dass die Tragödien und Triumphe der letzten sechs Tage in Form von Dreck, Schmutz und Schweiß, welche an der Haut klebten und eine dicke Schicht bildeten, einfach weggewaschen werden konnten. Er schrubbte das Blut von seinen Händen und Knien und beäugte das pinkfarbene Wasser in der Duschwanne. Erst nach einer Weile wurde es wieder klar, und er versuchte sich einzubilden, dass all das niemals geschehen war und das Leben wieder seinen ganz normalen Lauf nahm. Die besten Pläne Nachdem alle geduscht und gegessen hatten, war es kurz vor neun Uhr, und der Großteil von Pfarrer Jims Gemeinde machte es sich auf Feldbetten gemütlich und freute sich auf eine ruhige Nacht. Lee ging noch einmal in den Lagerraum und brachte den müden, überlebenden Meer Feldbetten, Decken, Schlafsäcke und Isomatten, wofür er großen Dank erntete. Ein sicherer Ort mit Essen und Trinken und genug Platz zum Schlafen war das Beste, was ihnen seit Anbeginn der Seuche widerfahren war. Als die meisten sich hingelegt hatten, machte Lee sich auf zu Harper und der Camp Rider Gruppe, die es sich in einer abgelegenen Ecke bequem gemacht hatten. »Haben Sie genug zu essen und zu trinken bekommen?« »Hat jeder geduscht?« Sie nickten zustimmend. »Sehr gut.« Lee kniete sich vor ihnen nieder. »Wir müssen ein paar Worte miteinander reden.« Sie tauschten Blicke untereinander aus. Jeder glaubte, dass es ihnen momentan eigentlich viel zu gut ging, zu gut, um wahr zu sein, und obwohl es keiner ausgesprochen hatte, teilten sie das Gefühl, dass ihre Glückssträhne jetzt endlich ein Ende gefunden hatte und etwas Fürchterliches über sie hereinbrechen würde. Lee konnte nicht anders, als dieses Gefühl zu teilen. »Es ist nichts Schlimmes«, versuchte er sie zu beruhigen. Seine Aussage schien sie aber nicht zu besänftigen, denn sie blickten noch immer besorgt rein, als sie aufstanden und Lee in das Lager folgten. »Warum geht es?« fragte Harper leise, als sie die Tür hinter sich geschlossen hatten. Lee wollte nicht lange um den heißen Brei herumreden. Vor wir losgefahren sind, hat Marie mich um etwas gebeten. Sie meinte, sie hat eine Schwester in Smithfield, von der sie glaubt, sie sei noch am Leben, zusammen mit einer Gruppe der First Baptist Church. Sie möchte, dass ich ihnen ein Handsprechfunkgerät bringe, so dass Camp Rider und die Gruppe in Smithfield in Kontakt treten und vielleicht sogar einander helfen können. Ich habe zugestimmt. Aber Miller starrte Lee an und schüttelte den Kopf. »Lassen Sie mich ausreden.« Unterbrach Lee ihn mit erhobenen Zeigefingern. »Das habe ich ihr versprochen und ich werde mein Versprechen einhalten.« »Ich weiß, dass das meine Sache ist. Meine ganz allein. Wenn Sie also direkt nach Camp Rider zurückfahren wollen, dann bitte ich lediglich darum, dass Sie mich nach der Interstate 95 bei Smithfield rauslassen.« Harper stieß einen leisen Pfiff aus. »Verdammt, Lee! Du stellst uns vor eine harte Entscheidung.« Lee zuckte mit den Achseln. »Dutzen wir uns jetzt?« »Sollen wir recht sein.« »Aber es ist nun einmal so, Harper.« Miller schüttelte noch immer den Kopf, die Augen weit aufgerissen. »Nie im Leben, Mann!« »Da wimmelt es doch nur so von Verrückten. Ich habe schon genug über Ortschaften und Städte gehört. Jeder, der drin war, ist nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Das ist ein schlechter Plan, ein beschissener Plan. Nee, Lee, ein bekackt beschissener Plan.« »Ihr müsst ja nicht mitkommen,« wiederholte Lee. »Das ist doch völliger Bockmist,« gab Doc von sich. »Wenn du gehst, stirbst du, und wir sind am Arsch. Wenn wir alle gehen, sterben wir alle, und Camp Rider ist am Arsch.« Entschlossen verschränkte er die Arme. »Das ist keine gute Idee.« »Jungs,« begann Lee in leisem, aber bestimmendem Tonvoll. »Ich frage nicht um eure Erlaubnis, meinen Job zu machen. Ich werde tun, was ich tun muss. Falls mir jemand helfen will, so werde ich ihn nicht zurückweisen. Aber ich nehme es euch auch nicht übel, wenn ihr direkt zurück nach Camp Rider wollt.« Es folgte Stille. Lee rieb sich den Kopf. Saubere Haare, das erste Mal seit gefühlten Ewigkeiten. »Ihr müsst euch nicht auf der Stelle festlegen, aber ihr solltet wissen, was auf euch zukommt, so dass ihr es euch gut überlegen könnt. Okay?« Als ihm niemand antwortete, nickte Lee in Richtung Tür. »Na, dann legt euch hin und lasst es euch durch den Kopf gehen.« »Ich wünsche eine angenehme Nachtruhe.« Sie verließen das Lager. Nur Lee verweilte noch, war jetzt endlich allein. Er ging zur gegenüberliegenden Ecke des Raums zu einem Spind, der an der Wand stand. Es war sein ganz persönlicher Schrank. Bei den Waffen und der Ausrüstung, die hier für die Überlebenden gelagert waren, handelte es sich um handelsübliche Ware direkt aus der Fabrik. In jedem seiner Bunker hatte Lee jedoch einen eigenen Spind mit seiner nach eigenen Wünschen modifizierten Ausrüstung. Er öffnete eine Tür und blickte in den Spind. Auf dem Boden stand eine lange schwarze Hülle. Das war seine M4-Maschinenpistole, die identisch mit der war, die er in Timber Creek verloren hatte. Auf der Hülle lag eine Kampfmittelweste in Tarnmuster mit Taschen für zwölf M4-Magazine. An den Seiten befanden sich Extra-Fächer, eines für 40 Millimeter und eines für die normalen M67-Granaten. Lee ergriff zuerst die schwere Weste, das verdammte Ding wog immerhin fast zehn Kilo, und dann die schwarze Hülle. Er öffnete sie und starrte lächelnd auf die M4, nahm sie in die Hand und tarierte ihr Gewicht. Das Gefühl der eigenen Waffe in der Hand verlieh ihm Selbstvertrauen. »Ich habe dich vermisst, Kleines.« Lee hielt die Waffe wie eine lange verloren geglaubte Geliebte. Es war eine M4-Karabiner-Version der M16, samt einem M203-Granatwerfer unter dem Lauf und einer roten Laser-Zieleinrichtung von Aimpoint. Er hatte sie von oben bis unten komplett sandfarben lackiert. Da sie brandneu war, roch sie noch nach Farbe und wies keinerlei Kratzer oder Macken auf, die der alltägliche Gebrauch mit sich zog. Dann holte er eine Tasche mit 13 vollgeladenen Magazinen hervor. Zwölf davon steckte er in seine Weste, das 13. schob er in die M4. Er zog am Durchladehebel und ließ ihn wieder los, fühlte das befriedigende Gleiten von geschmiertem Metall auf Metall, bis seine frische, scharfe Patrone im Lauf lag. Er wollte gerade die Hülle für die M4 und die Weste zurück in den Metallschrank befördern, als sich jemand hinter ihm räusperte. Er drehte sich um und sah Pfarrer Jim unter dem Türrahmen zum Lager stehen. Lee winkte dem Mann höflich mit einer Hand zu und legte die Sachen in den Spind. »Kommen Sie ruhig, Pfarrer. Wie geht es Ihrer Gemeinde?« »Dank Ihnen sehr gut.« Lee lächelte den Mann Gottes an. »Nun, ich kann gegenüber einem Pfarrer schlecht Nein sagen.« »Wirklich?« fragte Pfarrer Jim etwas überrascht. »Sie machen mir nicht gerade einen religiösen Eindruck?« Innerlich zuckte Lee zusammen. Wollte der Typ ihn jetzt bekehren? Nach außen hin strahlte er weiterhin komplette Neutralität aus, während er sich seine Antwort überlegte. »Ich glaube, ich habe eine Mission. Ob sie aber von Gott bestimmt ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass sie real ist.« »Entspannen Sie sich, Käpt'n«, gab Pfarrer Jim mit einem einladenden Lächeln zurück. »Keine Angst, ich werde Ihnen nicht den Gospel vorbeten. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass Sie bereits alles gehört haben, was es zu sagen gibt, und sich schon längst entschieden haben, ob Sie gläubig sind oder nicht. Ich bezweifle sehr, dass ich derjenige bin, der Sie in die eine oder andere Richtung bewegen kann. Lee wusste die Offenheit seines Gegenübers zu schätzen und begann jetzt ebenfalls zu lächeln. Dann deutete er auf einen Klappstuhl neben der Wand. »Aber bitte nehmen Sie doch Platz, Pfarrer.« »Vielen Dank.« Er setzte sich mit einem Seufzer der Erleichterung. »Man will gar nicht glauben, wie sehr man Stühle vermissen kann, bis man einen Monat ohne hat auskommen müssen.« »Was für eine fantastische Erfindung!« Lee schnappte sich einen weiteren Klappstuhl und stellte ihn dem Pfarrer gegenüber auf, setzte sich und legte das M4-Gewehr auf seinen Schoß. »Und?« »Wissen Sie schon, was Sie tun werden?« Pfarrer Jim streckte die Beine aus und rückte seine Brille zurecht. »Nein, das weiß ich nicht. Es gibt noch einiges zu diskutieren.« »Ich verstehe.« »Captain Harden, darf ich Ihnen eine Frage stellen?« Lee lehnte sich zurück. »Schießen Sie los.« Der Pfarrer machte eine ausladende Geste. »Woher stammt das alles hier?« Lee erklärte es ihm. Mittlerweile lag auch kein Sinn mehr darin, sparsam mit den Tatsachen umgehen zu wollen. Schließlich saß Pfarrer Jim ihm gegenüber und sah die Vorräte mit eigenen Augen. Er erzählte ihm von Projekt Hometown, von den 48 Koordinatoren in den Binnenstaaten der Vereinigten Staaten, von den zehn Bunkern in North Carolina und von seiner Mission, wieder Recht und Ordnung herzustellen. Er holte weiter aus, erklärte, wie er auf Sam, Angela und Abby getroffen war, erzählte von Jack Burnside, der mit Fury infiziert worden und im Kampf gegen Milo's Männer umgekommen war. Die Geschichte ging weiter über Timber Creek bis zu Camp Rider und der Entscheidung, sie zum Bunker zu schicken und Beweise dafür zu sammeln, dass Lee tatsächlich der war, der er zu sein behauptete. Die ganze Zeit über saß Pfarrer Jim da und hörte zu, das Kinn auf einer Hand ruhend, einen Finger gegen die zusammengepressten Lippen gedrückt. Er studierte Lees sich veränderndes Minenspiel, als die Geschichte sich entfaltete. Als Lee endlich fertig war, hob Pfarrer Jim die Augenbrauen. Nun, es hört sich ganz so an, als ob sie es nicht leicht gehabt haben. Lee zuckte mit den Achseln. Man könnte dasselbe von ihrer Gemeinde sagen. Pfarrer Jim nickte und wählte seine Worte mit Bedacht. Es gibt eine Geschichte über einen Mann in New Orleans, der sich bei den steigenden Wassermassen auf das Dach seines Hauses rettete. Er war ein frommer Christ und kaum hatte er sich in Sicherheit gebracht, betete er zu Gott und bat ihn, ihn zu retten. Kurz darauf ruderte ein Mann in einem Schlauchboot vorbei, kam zu ihm und sagte, »Kommen Sie, steigen Sie ein, ich kann uns in Sicherheit bringen.« Aber der Mann erwiderte, »Nein, ich vertraue dem Herrn, ich weiß, dass er mich retten wird.« Also ruderte der Mann weiter und der devote Christ betete, »Herr, bitte rette mich.« Kurz nachdem er ein zweites Mal gebetet hatte, flog ein Helikopter über sein Haus und sein Mann in einem Gurtgeschirr wurde zu ihm hinabgelassen und sagte, »Schnell, nehmen Sie meine Hand, wir können Sie in Sicherheit bringen.« Aber der Mann auf dem Dach schüttelte mit dem Kopf und erwiderte, »Nein, ich vertraue dem Herrn und weiß, dass er mich retten wird.« Also flog der Helikopter weiter und der Christ betete erneut. Das Wasser stieg immer weiter an, bis es das Dach erreichte und der Mann schließlich ertrank. Als er in den Himmel kam, fragte er Gott, »Warum hast du mich nicht gerettet? Ich habe dir vertraut und gebetet, dass du mich rettest, aber du hast mir nicht geholfen.« Und Gott sah ihn an und meinte, »Aber ich habe doch versucht, dich zu retten.« Zuerst schickte ich ein Schlauchboot und dann einen Helikopter. Pfarrer Jim blickte Lee über seine Brille hinweg in die Augen. Normalerweise erzähle ich diese Geschichte den Leuten, die die ausgestreckte Hand Gottes nicht sehen wollen, genau wie der Mann auf dem Dach. Manchmal aber erzähle ich sie dem Mann im Boot oder dem im Hubschrauber, die nicht merken, dass sie die Hand Gottes sind. Pfarrer Jim wartete gar nicht erst darauf, dass Lee antwortete, sondern stand auf und klopfte Lee aufs Knie. Die wunderbare Sache an Gott ist, dass er jemanden benutzen kann, ob derjenige es will oder nicht. Der Pfarrer verließ das Lager und ließ Lee mit seinen Gedanken allein. Am nächsten Morgen wachten sie früh auf und packten ihre Sachen. Ehe sie wieder an die Oberfläche gingen, checkte Lee noch einmal die Sicherheitskameras im Kontrollraum des Bunkers. Er wollte überprüfen, ob vielleicht ungebetene Gäste über Nacht auf die Zelte oder den Pickup-Truck gestoßen waren, aber die Umgebung schien menschenleer und im gleichen Zustand wie am Abend zuvor. Um auf Nummer sicher zu gehen, stattete Lee Harper mit einer M4 aus dem riesigen Waffenschrank im Lager aus, und die beiden verließen den Bunker, um sich umzuschauen. Draußen war es warm und schwül. Die brennenden Körper von der Nacht zuvor schwelten noch immer auf der Feuerstelle vor sich hin, und der Gestank der widerlichen Asche lag nach wie vor in der Luft. Die beiden überprüften die Zelte und den Truck, fanden sie aber unberührt. Alles stand noch an seinem Platz, und niemand griff sie während ihres Patrouillengangs an. Sie gingen zurück zum Fahrstuhl. Harper rieb sich die Augen und krächzte, »Und wie viel Essen sollen wir mitnehmen?« Lee seufzte, »so viel, wie wir verstauen können. Aber es wird trotzdem nicht reichen.« »Was soll das heißen?« »Ich will damit sagen, dass wir höchstens genug mitnehmen können, um eine Gruppe der Größe von Camp Rider für eine Woche zu ernähren.« Harper riss die Augen auf. »Mehr nicht?« Der Fahrstuhl hatte sein Ziel erreicht, und die Türen öffneten sich. »Mehr nicht.« Lee ging durch die Halle Richtung Lager. »Ich habe hier mehr Essen, als wir transportieren können. In jedem dieser Bunker befinden sich genügend Vorräte, um ungefähr hundert Menschen für ein Jahr zu ernähren. Wie du jedoch unschwer erkennen kannst, wird der Transport nicht so einfach werden. Außerdem ist es keine permanente Lösung.« »Also«, begann Harper, »Waffen und Munition, Harper.« Lee deutete auf den Waffenschrank, einen weiteren Raum, der mit einer großen Stahltür gesichert war. Darin befanden sich 200 M4-Sturmfeuergewehre und 800.556-Millimeter-Patronen. »Mit besseren Verteidigungsmaßnahmen können wir uns auch außerhalb des Zauns bewegen und fischen und jagen gehen, vielleicht sogar Gemüse anbauen. Diese Vorräte hier sind nur ein Puffer, bis ihr auf eigenen Beinen stehen könnt.« Lee gab einen Code in einen Terminal ein, ein metallenes Klicken ertönte, und die Tür schwang beiseite, um den Blick auf ganze Reihen von in Reih und Glied stehenden Sturmfeuergewehren freizugeben. Um die Industrie wieder aufzubauen, muss es erst einmal Landwirtschaft geben. Damals, bevor jeder in Büros oder Geschäften arbeitete, mussten Leute, die gehandelten waren, in Fabriken erst einmal herstellen. Und davor waren sie Bauern, um sich selbst ernähren zu können. Der einzige Grund, warum es noch Bauernhöfe gibt, ist, weil Menschen in Fabriken auch essen müssen. »Wir müssen wieder lernen, uns vom Land zu ernähren. Sobald diese erste Hürde überwunden ist, wird der Rest sich quasi von selbst ergeben. Denn die Zivilisation ist eine Frucht des Baumes, dessen Wurzeln aus der Landwirtschaft bestehen.« Harper schmunzelte. »Hast du dir den Spruch selbst ausgedacht?« Lee warf ihm einen ironischen Blick zu. »Nein, der stammt von einem Soziologie-Professor, den ich mal kannte.« Sie nahmen alles von den Regalen, was sie brauchten. Josh und Miller erhielten beide einen M4-Karabiner samt einem Patronengurt für sechs Magazine, den sie sich über die Schulter warfen. Dann fuhren sie wieder an die Oberfläche und bewachten den Truck, während die anderen die Vorräte nach oben schleppten. Doc stellte sich, ohne ein Wort zu verlieren, in die Ecke mit den Medikamenten und der medizinischen Ausrüstung und begann, das Nötigste zusammenzustellen. Lee stellte ihm eine große Tasche mit Harzschaum-Einsätzen vor die Füße, so dass Doc alles ordentlich verpacken konnte. Sie luden Reis, Haferflocken, Bohnen und Milchpulver, allesamt in 20 Liter Kübeln verpackt, auf die Ladefläche und packten alles so eng wie möglich zusammen. Dazu kamen einige Kartons mit Verpflegungspaketen und gefriergetrocknetes Obst und Gemüse. Sie schafften es mehr aufzuladen, als Lee ursprünglich gedacht hatte, und zusammen mit den Verpflegungspaketen und dem Obst und Gemüse schätzte Lee, dass Camp Rider acht bis zehn Tage überleben konnte, falls sie sich ausschließlich von seinen Vorräten ernährten. Jetzt aber, da sie zusätzliche Waffen besaßen und in der Lage waren, sich zu verteidigen, würden sie auch jagen und sammeln können. Lee hoffte, dass sie es so einen ganzen Monat aushalten würden. Er übergab dem Doc die gleiche Ausrüstung wie den anderen drei Männern aus Camp Rider und verstaute zehn weitere M4 im Truck, zusammen mit 500 Patronen für jede Waffe und einigen zusätzlichen Magazinen. Dann packte er vier Taschen voller Kampfanzüge, Hosen und Jacken, warme Kleidung, die er Mary versprochen hatte. Obwohl Lee hellbraune oder Multicam-Tarnkleidung für sich selbst bevorzugte, hatten die, die das Sagen hatten, seine Bunker mit grüner Bekleidung vollgestoppt. Ob es am billigsten gewesen war oder irgendein Bürokrat, das Häkchen an einer falschen Stelle gemacht hatte, war Lee egal. Die letzten beiden Taschen füllte er mit Decken und Mänteln. Die vier großen Taschen stopfte er auf die Rückbank, so dass Doc und Josh gerade noch genug Platz zum Sitzen hatten. Mella musste sich mit einem Platz auf einem Kanister mit Haferflocken zufriedengeben. Gemütlich würde die Rückfahrt nicht werden, aber Lee hoffte, dass sie nicht so lange wie die Hinfahrt dauern würde. Obwohl auf der Ladefläche kein Platz mehr für weitere Waffen- und Feldzeugmaterial war, nahm Lee einen großen Rucksack und packte einige Riegel C4-Plastik-Sprengstoff- und Zündkapseln, vier Claymore-Antipersonenminen und Kommunikationsausrüstung in Form von vier verschlüsselten Radios mit großer Reichweite und zwei digitalen Repeatern, die wie Flugdatenschreiber aussahen, hinein. Er benutzte Mantel zum Einwickeln der empfindlichen Gerätschaften. Dann öffnete er eine Kiste mit Granaten und stopfte die drei Taschen seiner Kampfmittelweste voll, ehe er sie über den Kopf schwang und das schwere Ding eng an seinen Oberkörper zurrte. Die Gemeinde von Pfarrer Jim half freundlicherweise beim Beladen des Trucks. Als er voll war, gab Lee pfarrer Jims Leuten fünf M4, fünf Patronengurte, pro M4 sechs Magazine A30 Patronen, drei Kisten Verpflegungspakete, drei Kisten getrocknetes Obst und Gemüse und fünf Rucksäcke, damit sie ihre Vorräte leichter schultern konnten. Nachdem jeder beladen war, versammelten sie sich an der Oberfläche und Lee verschloss die Tür zum Bunker. Er erreichte Pfarrer Jim ein Handfunksprechgerät mit extra starker Sendeleistung und eine genaue Wegbeschreibung zum Camp Rider. Es schlug vor, dass sie bei dem Gebrauchtwarenhändler an der Interstate 95 vorbeischauen sollten, um sich dort ein Fahrzeug auszusuchen. Die meisten waren bereits betankt und die Schlüssel befanden sich höchstwahrscheinlich irgendwo im Gebäude. Pfarrer Jim hörte aufmerksam zu. Lee nahm an, dass er aus der Situation unangemessenen moralischen Gründen den Diebstahl eines Autos ablehnen würde. Pfarrer Jim aber nickte nur und bedankte sich bei Lee für den Tipp. Dann zog er ein gefaltetes Papier aus seiner Tasche. Ich möchte ihn zum Abschied etwas überreichen, Käpt'n Harden, nur für den Fall, dass wir uns nicht mehr sehen werden. Lee verlagerte sein Gewicht auf das andere Bein. Das wird schon, Pfarrer Jim. Der Mann Gottes reichte Lee das Stück Papier. Es war dünn und wechseln und knisterte wie ein Papiertaschentuch in Lees Hand. Er öffnete sie und blickte auf das Geschenk, sah die zwei Druckspalten klein gedruckter Schrift und den goldenen Rand. Lee hob die Augenbrauen. Ich hoffe, dass Sie die Seite nicht aus Ihrer Bibel gerissen haben. Und Pfarrer Jim lächelte und zuckte mit den Achseln. Ich habe kein Papier gehabt, um es aufzuschreiben, meinte er und klopfte Lee auf die Schulter. Ich habe Ihnen den Absatz markiert, aber machen Sie sich keine Sorgen. Sie müssen ihn nicht sofort lesen. Vielen Dank. Lee wusste nicht, was er sonst noch sagen sollte. Ich danke Ihnen, Käpt'n, und so Gott will, werden wir einander wiedersehen. In Camp Rider Der Anblick dieses Mannes mit seinen sorgfältig gekämmten Haaren, der dicken Brille und dem in die Hose gesteckten Hemd passte so gar nicht mit der Tatsache zusammen, dass er eine M4 in der Hand hielt und sechs zusätzliche Magazine über der Schulter trug. Lee musste bei dem Anblick lächeln. Mit dem Stück Papier in der Hand ging er zum Dodge Ram 2500 und setzte sich auf den Beifahrersitz. Harper drehte den Zündschlüssel und der große Motor begann im Leerlauf zum Leben zu erwachen. Lee machte es sich so bequem wie möglich inmitten der Ausrüstung und stellte seine M4 zwischen die Knie, ehe er die Tür hinter sich ins Schloss warf. Durch das offene Beifahrerfenster salutierte Lee dem Pfarrer mit zwei Fingern. Als sie losfuhren, rief er ihm noch zu, »Passt auf euch auf!« Die Gruppe winkte, als sie die Zelte hinter sich ließen, und Lee konnte sich eines merkwürdigen Gefühls nicht erwehren. Er war sich nicht sicher, ob es an Pfarrer Jims unerschütterlicher Überzeugung lag, dass Lee von einer göttlichen Macht geführt wurde, oder an der überraschenden Unkompliziertheit, mit der sie jede seiner Entscheidungen entgegengenommen hatten. Lee schüttelte den Kopf und fragte sich, ob es richtig gewesen war, sie zurückzulassen. Aber wie bei jeder Entscheidung war es auch in diesem Fall besser, sie einfach zu treffen, als sie unentschlossen vor sich herzuschieben. Er öffnete die Hand und breitete das Stück Papier aus. Die Seite war klein und stammte vermutlich aus einer Taschenbibel. Der Pfarrer hatte einen Kreis um einen Absatz gekritzelt. Römer 13, 4 »Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht, an dem der Böses tut.« Lee starrte eine ganze Zeit lang auf das Blatt Papier, ehe er den Blick hob, um in den Seitenspiegel zu schauen. Aber Pfarrer Jim und seine Gemeinde waren längst außer Sichtweite. Dann faltete er das Blatt wieder zusammen und steckte es in die Seitentasche seiner Cargo-Hose neben das Rubbellos, das Jack ihm geschenkt hatte. Smithfield Harper hielt kurz vor der Anliegerstraße, die parallel zur Interstate 95 verlief. Die Sonne hatte sich an jenem Morgen nur kurz blicken lassen, denn kaum hatten sie den Bunker verlassen, kam eine kräftige Brise auf. Was anfangs noch eine dünne, graue Wolkenschicht war, hatte sich zu einer dicken, dunklen Decke zusammengebraut, hochschwanger mit Regen. Und starke Böen wirbelten Staub und Blätter in die Luft auf und warfen den Truck unsanft hin und her. Harper blickte immer wieder nervös zu den Gewitterwolken auf. Das sieht nicht gut aus. Lee hatte nicht vor zu fragen, ob jemand ihn nach Smithfield begleitete. Schließlich wollte er niemanden unter Druck setzen, denn sie hatten nichts von seinem Plan gewusst, als sie losgefahren waren, und er erwartete nicht von ihnen, sich zusätzlichen Gefahren auszusetzen. Er schnappte sich den Rucksack und legte ihn auf seinen Schoß. Dann drehte er sich zu Harper und reichte ihm die Hand. Wenn ihr auf irgendwelche Straßensperren treffen solltet, lasst einfach alle vier M4 sprechen. Sie werden derartigen Widerstand nicht erwarten und die Flucht ergreifen. Was auch immer passieren mag, ich will, dass ihr und die Vorräte heil in Camp Rider ankommen. Verstanden? Harper nickte. Wann können wir mit ihr rechnen? Lee stieg aus und spürte sogleich den Wind, der ihm ins Gesicht peitschte. Idealerweise würde ich sagen in zwei Tagen, aber es wird wahrscheinlich länger dauern. Er zeigte mit einem Finger auf Harper. Und wehe, es kommt jemand, um nach mir zu suchen. Geht einfach davon aus, dass ich auf ein paar attraktive, einsame, mannstolle Damen gestoßen bin. Bleibt also schön im Camp und verderbt mir nicht den Spaß. Verstanden? Sie kicherten kurz. Harper wurde jedoch gleich wieder ernst. »Bist du dir sicher, dass du das tun willst?« »Nein.« Lee schwang sich den Rucksack auf den Rücken und zog die Riemen straff. »Aber das ist nun mal meine Aufgabe.« »Okay.« Harper nickte. »Halt die Ohren steif.« Lee winkte ihm kurz zu. »Selber.« »Ach, verdammte Scheiße!« schimpfte Doc resigniert, schnappte sich seine Waffe, öffnete die Tür, stieg zügig aus und warf sie hinter sich ins Schloss. »Ich gehe mit dem Captain.« Lee musterte ihn neugierig. Er war gelinde gesagt überrascht. Doc hatte sie überzeugen müssen, mitkommen zu dürfen, um dann nichts weiter zu tun, als die gesamte Zeit über zu meckern und sich zu beschweren. Jetzt aber schien er entschlossen, Lee zu begleiten, und zwar auf dem wohl riskantesten Teil dieser Mission. Er wusste nicht, ob er sich geschmeichelt fühlen oder den Kerl umgehend wieder zurück in den Truck befördern sollte. Harper konnte seinen Ohren kaum trauen, »Was?« »Nein, Doc. Ich meine es ernst. Wenn ich dich nicht zurückbringe, wird Buzz mich umbringen.« Docs Haare wurden von einer Böe erfasst und wild durch die Luft geschleudert. Er musste schreien, um sich über den Wind Gehör zu verschaffen. »Dann komm mit uns, Harper. Unsere Chancen stehen sowieso besser, wenn wir zusammenbleiben. Und ich werde dem Captain zur Seite stehen. Das ist mein letztes Wort.« »Aber ich bleibe beim Captain«, wiederholte Doc. Den anderen vier Männern verschlug es wahrhaftig die Sprache. Die Stille wurde nur von verdutzten Blicken, fragenden Gesten, Schulterzucken und umherwandernden Augen unterbrochen. Das allgemeine Gefühl von »Was zum Teufel sollen wir jetzt machen« schien vorzuherrschen. Nilla war der Erste, der sich wieder in den Griff bekam. Er schnappte sich seine Maschinenpistole, erhob sich von seinem Sitzplatz auf der Ladefläche und streckte ermattet die Beine aus. »Nun gut, dann lasst uns starten, statt hier Tageslicht zu verschwenden.« Er wollte gerade von der Ladefläche hüpfen, als Harper rief »Okay, okay! Verdammt, verdammt! Verdammt! Alle wieder zurück in den Truck!« Lee steckte einen Daumen zwischen Oberkörper und Rucksackriemen. »Ich könnte eure Hilfe gebrauchen.« »Ja«, Harper rollte mit den Augen, »Ich bin dabei.« »Aber welchen Sinn ergibt es, zu Fuß zu gehen, wenn wir fahren können?« Josh verriet nicht, was er von der Sache hielt, aber er beschwerte sich auch nicht, als Doc und Lee sich wieder auf ihren Plätzen niederließen und Harper den Truck Richtung Smithfield lenkte. Wie sich herausstellen sollte, war der Truck doch nicht so nützlich. Laut Straßenschild fuhren sie die Brudgen Road entlang. Als sie am Ende der Straße angekommen waren, bogen sie rechts in den Brightleaf Boulevard ab. An der Kreuzung gab es einige Geschäfte, wie zum Beispiel Don Pancho's Meat Market, den Biscuit Stop und einen Coffee Pot. Hinter den Läden konnte Lee das Zentrum dieser kleinen Satellitenstadt ausmachen. Reihenhäuser, die während der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts aus dem Boden gestampft worden waren. Einige standen leer und waren im Lauf der Zeit verfallen, während andere gut ins Schuss gehalten worden waren. Jetzt aber standen alle völlig verwahrlost inmitten ihrer überwachsenen Gärten. Auf dem Brightleaf Boulevard hielt sich das generelle Chaos aus umherstehenden Autos und Unfällen im Rahmen, so dass Harper sämtliche Hindernisse mit Leichtigkeit umfahren konnte. Viele der Wracks enthielten dunkle Gestalten, die zusammengesackt gegen kaputte Airbags oder zersprungene Windschutzscheiben lehnten. Die meisten verlassenen Autos waren einfach beiseite geschoben und säumten den Boulevard wie eine stille Menge schaulustiger Zuschauer, die den fünf Männern Platz gemacht hatten. Von beinahe jedem Haus, an dem sie vorbeifuhren, hing ein weißes Bettlaken, entweder von der Regenrinne oder es flatterte aus irgendeinem Fenster. Der Sturm hatte einige davon erfasst und sie entweder ins Gebüsch oder umherstehende Bäume geweht. Ein Zeichen, dass es hier Infizierte gab. Ein Zeichen, dass man zu Hause bleiben sollte. Man sollte ein weißes Laken aufhängen, falls ein Familienmitglied sich angesteckt hatte. Hilfe war bereits unterwegs. Die meisten Türen standen offen, wie der aufgerissene Schlund eines gerade Verstorbenen, der mit seinem letzten Atemzug einen stummen Schrei von sich gab. Wie der junge Mann den Harper mit dem Bayonett umgebracht hatte. Wie die dreckigen Rednecks, die Lee erschossen hatte, weil sie Sams Vater kaltblütig umgebracht hatten. Die Menschen in den Häusern, aber blieben zu Hause, hängten weiße Bettlaken auf und tauchten einer nach dem anderen langsam in den Wahnsinn hinab, um sich letztendlich selbst zu zerfleischen. Jetzt aber schienen die Häuser leer zu stehen, und Lee fragte sich, ob der Rest sich noch immer in der Stadt aufhielt, die sie einmal ihre Heimat genannt hatten, oder ob sie wie ein Rudel Wölfe losgezogen waren, um die Umgebung unsicher zu machen. Der Pickup-Truck kam ins Schleudern, Harper fluchte, ein Haufen Tote auf der Straße. Lee warf einen Blick auf den Boulevard und sah Dutzende dunkler Leichname. Die Straßen waren übersät mit ihnen. Einige lagen zusammengekauert, andere mit allen Vieren von sich gestreckt da. Es waren sämtliche Gesellschaftsschichten vertreten, Menschen in Anzügen oder ölbefleckten Overalls, andere mit nichts weiter als einer Badehose, aber auch solche, die überhaupt nichts trugen. Viele hatten rote Spuren auf dem Asphalt gezogen, wie blutige Kometen. Sie waren einfach weitergekrochen. Inmitten der Überreste konnte Lee Einschlaglöcher im Zement ausmachen, die kleinen Kratern glichen. Lee erinnerte sich an einen Checkpoint, nicht weit von Fallujah, an dem er mit seiner Einheit gestanden hatte, als ein alter brauner Mercedes auf die Straßensperre zuraste. Es ging alles so schnell, dass sie kaum Zeit hatten, einen Warnschuss mit einem Fünfziger-Kaliber abzufeuern, und das Auto gewann immer mehr an Geschwindigkeit. Jede Waffe im Checkpoint begann zu schießen, und der Mercedes kam ins Schleudern und rutschte in einen Graben. Die Windschutzscheibe und Türen waren mit Einschusslöchern übersät. Als sie sich vortrauten und den Wagen untersuchten, erinnerte Lee sich an eine Hand, die mitten auf der Straße lag und offenbar von einem der großen Fünfziger-Kaliber-Geschosse abgetrennt worden war. Um die Hand waren die gleichen Einschusslöcher wie jetzt hier zu sehen gewesen, wo die Kugeln ganze Brocken aus dem Zement gerissen hatten. Plötzlich rief Lee »Köpfe hoch« und zeigte nach vorn. Harper trat auf die Bremse und hielt an der Ecke von Brightleaf Boulevard und Woodell Lane an. Vor ihnen stand eine ganze Reihe Klötze aus Zement, auf denen Rollen von Stacheldraht angebracht waren. Hinter der hastig errichteten Mauer standen ein Polizeiwagen und ein Humvee der Nationalgarde. Die Türen standen offen und die beiden Fahrzeuge waren offensichtlich leer. Lee starrte auf die Barrikade, ließ den Blick hin und her wandern und malte sich aus, was wohl passiert sein konnte. Eine kleine weiße Limousine war frontal gegen die Mauer gefahren, die Windschutzscheibe voller Einschusslöcher, genau wie der braune Mercedes vor all den Jahren. Auf beiden Seiten der Barrikade waren die Lücken mit einem Gewirr aus Stacheldraht blockiert. Inmitten dieser metallenen Dornenbüsche lagen Unmengen von Leichen. Es schien, als ob sie einfach blind links hindurch marschieren wollten. Hier und da hing ein Arm oder ein Bein an einer einzelnen Sehne. Unter ihnen hatte sich das Blut in abgestandenen Lachen gesammelt. Ein Bereich des Stacheldrahtzauns war derart übersät mit Toten, dass sie ihn zu Boden drückten und so eine Brücke zur anderen Seite bildeten. Der böige Wind ließ den spiralförmigen Stacheldraht erzittern. Hier und da wehte Müll über die Straße. Diese Menschen, begann Harper mit bebender Stimme, wurden die einfach umgemäht? Lee warf einen Blick auf das Fünfziger-Kalibergeschütz, das hinten auf dem Humvee montiert war und dessen Lauf nach oben gen Himmel gerichtet war. Auf Fahrzeugen montierte Fünfziger-Kalibergeschütze gehörten weniger zur Grundausstattung der Polizei. Die wurden speziell für Gefechtssituationen gebaut und eingesetzt. Ich glaube nicht, dass es sich hier um normale Menschen handelte, bemerkte Lee leise. Ich glaube, diese Barrikade sollte die Infizierten abhalten, um eine sichere Zone zu errichten, von der man die Überlebenden evakuieren konnte. Macht nicht den Anschein, als ob es funktioniert hat, meldete sich Doc nervös. Nein, stimmte Lee zu. Da hast du recht. Ob es einen Weg auf die andere Seite gibt, der nicht versperrt ist? Harper blickte nach links, die Wooddale Lane hinauf, die in einer geraden Linie Richtung Zentrum führte. Lee folgte seinem Blick und sah an jeder Kreuzung Autofracks und leblose Körper liegen. Sieht ganz so aus, als ob sie sämtliche Zugänge abgesperrt haben. Sie könnten einen halben Tag damit verbringen, einen Weg mit dem Truck zu suchen. Harper klopfte auf das Lenkrad. Heißt das etwa, dass du zu Fuß weiter willst? Genau. Und was ist mit den Vorräten? Jemand muss hier bleiben und sie bewachen. Joshs Hand schnellte in die Höhe. Ja, ich bleibe hier und passe auf. Lee drehte sich um und schaute Doc und Miller an, der den Kopf wieder durch die Luke zur Ladefläche gesteckt hatte. Jemand muss Josh Gesellschaft leisten. Schau mich nicht so an, meinte Miller und schüttelte den Kopf. Ich habe es satt, da hinten auf der Ladefläche zu hocken. Ich komme mit. Lee wandte sich an Doc. Bist du einverstanden, hier als Zweiter die Stellung zu halten? Doc schien sich den Vorschlag eine ganze Weile lang durch den Kopf gehen zu lassen. Endlich nickte er und stimmte zu. Lee steckte die Hand in eine Tasche und holte eines der Handsprechfunkgeräte mit hoher Sendeleistung hervor und reichte es dem Doc. Wir kommunizieren über System 10 Subkanal 1. Doc betrachtete das Teil, als ob er eine Steintafel mit Sanskrit in der Hand hielt, schien sich aber nach kurzer Zeit mit den verschiedenen Knöpfen vertraut gemacht zu haben, schaltete es an und stellte den richtigen Kanal ein. Als er fertig war, drückte Lee auf seinen Sprechknopf. Das Radio in Docs Hand krächzte vor sich hin. Lee nickte dem Doc zufrieden zu. Sieht ganz so aus, als ob es funktioniert. Harper wendete, sodass die Motorhaube weg von der Barrikade zeigte. So konnten sie schneller die Flucht ergreifen, falls es kritisch werden sollte. Doc setzte sich hinter das Steuer und Josh nahm Millers Platz auf der Ladefläche ein und wappnete sich gegen den Wind. Lee hielt das Radio in die Höhe. Doc, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, funkt mich an. Doc nickte, gab aber keinen Ton von sich. Lee drehte sich zur Barrikade um. Die Idee, über die Brücke aus Toten zu gehen, um auf die andere Seite des Stacheldrahtsauns zu gelangen, gefiel ihm zwar überhaupt nicht, aber es schien der einzige Weg unbeschadet hinüberzukommen. Er rückte sich den Rucksack etwas höher und zog die Riemen straff, legte die M4 in Anschlag, verspürte das vertraute Gewicht seiner Kampfmittelweste an seinem Oberkörper. Dann bewegte er sich auf die Lücke im Zaun zu. Harper und Miller folgten ihm auf den Fersen. Als sie hinter der Barrikade verschwanden, fielen die ersten Regentropfen auf den Asphalt. Doc saß auf dem Fahrersitz und begann zu schwitzen. Er starrte geradeaus vor sich hin und biss die Zähne zusammen. Ein einziger Schweißtropfen sammelte sich auf der Stirn und tropfte in sein Auge, sodass er blinzeln musste. Er atmete tief durch die Nase ein und blies die Luft dann wieder durch geschürzte Lippen langsam aus. Diese Angewohnheit half ihm normalerweise sich zu entspannen, jetzt allerdings nicht. Draußen hatten sich mittlerweile die Wolken geöffnet und der Asphalt glich inzwischen einer glänzenden Schlangenhaut. Josh auf der Ladefläche und gänzlich ungeschützt fluchte laut auf. Doc verspürte, wie sein Puls sich im Herzen formte, um dann bis zu den Fingern in Schockwellen auszustrahlen. All diese elektrischen Impulse, die durch sein Hirn jagten, sich im Nervensystem verästelten, um schließlich seinen Herzkammern zu befehlen, sich schneller zusammenzuziehen, damit das sauerstoffgesättigte Blut rascher zu den Organen gelangte, die es so dringend brauchten. Es war fantastisch, dass er genau wusste, wie das alles funktionierte. In jenem Augenblick erlebte sein Hirn eine Situation, in der es um Leben oder Tod ging. Das wiederum löste ein kleines Signal an seine Adrenalindrüse aus, die sofort ihren chemischen Cocktail ausschüttete, was eine Kettenreaktion zur Folge hatte. Sein Herzschlag wurde schneller, ebenso die Atmung und die Handflächen wurden feucht. Blut wurde gewissen Organen entzogen, wie etwa dem Verdauungstrakt, um zu den Muskeln umgeleitet zu werden. Die Abnahme von Blut im Kopf ließ die Hornhaut des Auges flacher werden und reduzierte so seinen Blickwinkel auf zwei Prozent, ein Phänomen, das als Tunnelblick bekannt ist. Sein Körper rüstete sich für die Katastrophe und alles, was ihm durch den Kopf ging, war, werden Lee und die anderen es hören, wenn ich abdrücke. Er hob den Kopf und blickte in den Rückspiegel. Er sah die Lücke im Stacheldrahtzaun. Die Kreuzung hinter der Lücke war wie leergefegt. Die anderen drei hatten sich also schon weiter vorgearbeitet, aber wie weit? Vielleicht einen halben Kilometer? Vielleicht aber auch mehr? Würden Sie zurückkommen, wenn er es jetzt tat? Wenn ich im Auto einen Schuss abfeuere, werden Sie ihn dann immer noch hören? Doch stellte sich vor, dass der geschlossene Raum des Wagens die Lautstärke dämpfte. Schließlich bestand so ein Knall aus nichts weiter als einer Kombination der Kugel, die die Schallmauer durchbricht und dem Schießpulver, das sich rapide ausbreitet. Wenn sich das Gas und möglicherweise auch die Kugel also in einem Auto befand, dann war es ein naheliegender Schluss, dass die Karosserie als Schallschutz dienen würde. Wieder ein Schub Adrenalin. Lieber Himmel, Hilfe! Hilfe! Er holte erneut Luft, langsam, durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Er konnte sich nicht mehr länger darauf konzentrieren. Stattdessen ergriff er die M4, die neben ihm auf dem Beifahrersitz lag und drehte sich um. Durch die offene Luke konnte er Joshs Weine und einen Teil seines Oberkörpers ausmachen. Doc hob das Maschinengewehr und schoss Josh in den Bauch. Der junge Mann stolperte rückwärts, fiel aber nicht. Er stieß merkwürdig gewimmernde Geräusche aus und begann wie wahnsinnig an dem immer größer werdenden roten Fleck auf seinem Hemd zu reiben, als ob er ihn wegwischen könnte. Doc drückte drei weitere Male ab, bis Josh sich nicht mehr bewegte. Seine Ohren rauschten. Er starrte durch die Luke auf die Ladefläche, auf der Josh lag und begann zu hyperventilieren. Er war völlig außer Kontrolle geraten, wie ein Astronaut, der sich nicht mehr an der Raumstation festhalten konnte und langsam in die Umlaufbahn gezogen wurde. Ach du Scheiße! Oh fuck! Oh fuck! Er versuchte zu atmen, schluckte jedoch nur Luft. Die Waffe glitt aus seinen zitternden Händen. Er fummelte nach der Türklinke und stieg aus, woraufhin er sämtliche Luft aus seinem Magen grübste. Der Regen hatte ihn im Handumdrehen bis auf die Haut durchnäst, und seine Haare hingen ihm in nassen Strähnen ins Gesicht. Ihm drehte sich der Kopf und die Leichname um ihn herum schienen im Karussell des Todes zu fahren. Er schloss die Augen, spürte heiße Tränen, die seine Wangen hinunterliefen, und versuchte, das schleichende Grau abzuschütteln, das ihn zu umnebeln drohte. Er durfte jetzt nicht das Bewusstsein verlieren. Hier war kein guter Ort, um in Ohnmacht zu fallen. Nein! 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 Er schüttelte den Kopf und wiederholte das Wort immer wieder, als ob die Lage sich so von selbst regeln würde. Aber diese beschissene Situation würde nie wieder normal werden. Er konnte die Zeit nicht zurückdrehen. Alles war von Anfang an dem Untergang geweiht, und jetzt befand er sich mittendrin. Er war ein dreckiger, blutiger Teil des Ganzen. Das wird schon wieder, versicherte er sich. Dann öffnete er die Augen. Josh lag noch immer regungslos auf der Ladefläche. Doc wischte sich die Tränen aus den Augen und strich die nassen Strähnen aus seinem Gesicht. Als er die Arme nach Josh ausstreckte und ihn zu fassen kriegte, spürte er, wie die regennasse Kleidung hartnäckig an seiner Brust und seinem Rücken klebte. Er zerrte und riss an ihm, aber der junge Mann bewegte sich kaum. Alles wird wieder gut, er grunzte vor Anstrengung. Alles wird wieder gut. Dann zog er erneut, diesmal härter, mit einem Fuß gegen das Hinterrad gestemmt. Endlich lag der Leichnam auf den Kisten, von wo aus er ihn einigermaßen problemlos vom Truck herunterrollen konnte, bis dessen Schädel mit einem Schlag auf dem Asphalt aufkam. Er war völlig außer Atem und heulte hemmungslos, starrte auf den leblosen Körper vor sich und versuchte sich ununterbrochen einzureden, dass alles wieder gut werden würde. Aber die Tränen arbeiteten sich in seinen Nebenhöhlen vor und lösten sämtlichen Dreck und Schleim, der ihm aus der Nase in den Rachen lief, um seine Worte zu unverständlichen Lauten verkommen zu lassen. Als er sie aussprach, kam nur ein undeutliches »Ach wieder gut, Ach wieder gut« hervor. Er konnte den Anblick nicht länger ertragen, wollte fortrennen, stolperte gegen den Truck, prallte gegen die Tür. Panik ergriff ihn, legte sich wie eine schwere Last auf seine Schultern. Er setzte sich hinters Lenkrad, drehte den Schlüssel um und hielt ihn viel zu lange am Anschlag. Der Anlasser heulte laut auf. Endlich fand er einen Gang, trat aber aufs Gaspedal, ehe das Getriebe den Gang vernünftig eingelegt hatte. Der Motor heulte auf. Endlich griffen die Ritzel. Das plötzliche Drehmoment ließ die Reifen durchdrehen, ehe sie Halt fanden und den Wagen nach vorn katapultierten. Doc brauste davon und ließ Josh inmitten der anderen Toten liegen, von denen es auf der Straße nur so wimmelte. Von Haus zu Haus Der Regen prasselte in Strömen herunter. Drei Gestalten schlichen durch den nassen grauen Vorhang, eine nach der anderen, die Körper gebückt, um dem Regen weniger Angriffsfläche zu bieten. Ihre Augen huschten von einer Seite zur anderen. Die Tropfen schlugen auf dem Boden auf und stieben auseinander, sodass es aussah, als ob ein feiner Nebel darüber schwebte. Die Formen unzähliger lebloser Körper ragten aus dem grauen Dunst wie Inseln aus dem Ozean. Lee führte die Gruppe an. Sein Oberkörper glich einem Geschützturm. Augen, Kopf, Rumpf und Maschinengewehr bildeten eine Bewegungseinheit. Nur wenige Schritte hinter ihm folgte Miller, dessen Aufgabe es war, sich um die Flanken zu kümmern. Harper bildete die Nachhut. Er drehte sich ständig um und checkte die Straße hinter ihnen, um sicher zu gehen, dass ihnen niemand folgte. Lee war dankbar, dass der Regen den Gestank der Verwesung wegwusch, der immer noch von den Leichnamen aufstieg und so penetrant in der Luft lag, wie der von verfaulendem Müll an einem heißen Sommertag. Die Kehrseite der Medaille allerdings war, dass man außer dem niederprasselnden Regen nichts mehr hören konnte und sich mehr oder weniger gänzlich auf seine Augen verlassen musste. Bei dem Lärm würde Lee niemals Fußschritte hören können. Sie arbeiteten sich die Church Street entlang, immerhin schon eine Straße weiter als Woodall Lane, an der die Barrikade errichtet worden war. Einen Häuserblock weiter wusste Lee, wohin die Truppen, welche ursprünglich die Barrikaden bewacht hatten, vor den Infizierten geflüchtet mit Brettern verschlagen waren. Einige aber standen offen, schienen kaum mehr als ausgebrannte Hüllen mit kaputten Fenstern und Wänden voller Einschusslöchern. Die Truppen und höchstwahrscheinlich ein paar zähe Polizisten hatten sie als Zuflucht benutzt, um sich auf ein letztes Gefecht vorzubereiten. Die ausgebrannten Häuser übersahen allesamt eine Kreuzung und sämtliche Vordergärten und Straßen waren von Leichen übersät. Die meisten waren noch intakt. Die zerrissenen Toten trugen Fetzen ehemaliger Kampfanzüge der Armee. Der Regen wusch das Blut fort, sodass das erbleichte Fleisch zum Vorschein kam. Lee konnte Bisswunden ausmachen. Miller starrte einen Leichnam an. Essen, äh, fressen die uns? Lee spürte, wie sein Mageninhalt gegen die Schwerkraft arbeitete. Ich bin mir nicht sicher. Er dachte an die Magerkeit der Überlebenden, auf die er bisher dem Verhungern. Es war nur folgerichtig, dass es den Infizierten nicht anders ging. Wenn sie tatsächlich auf die elementarsten Instinkte reduziert waren, dann gehörte der Nahrungstrieb sicherlich dazu. Sie gingen weiter, bis die Church Street in der Fifth Street endete. Die Gruppe hielt an der Kreuzung an und sah sich um. Zu ihrer Rechten stand ein großes einstöckiges Haus mit einer weitläufigen Veranda an der Vorderseite. Das Grundstück wurde von einem weißen Lattenzaun umsäumt und aus der Dachrinne sprudelte weißes Regenwasser. Vor dem Zaun lag eine Leiche mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden und ein Blutspritzer verunstaltete den ansonsten sauberen Zaun und begann in pinken Rinnsalen die Latte hinab zu laufen. Da, sagte Miller und deutete auf ein Schild. Von seiner Position aus konnte Lee das Straßenschild lesen. Anscheinend führte die Sie entschieden sich der Church Street weiter zu folgen. Schließlich schien es logisch, dass die größte Kirche von Smithfield in ihrer Nähe sein würde. Auf ihrem Weg kamen sie an weiteren Auswirkungen der Häuserkämpfe vorbei. Die Zerstörung, die ausgebrannten Gebäude, die angefressenen Körper voller Einschusslöcher. Diese Straße, die nach dem Haus Gottes benannt war, war zum Schauplatz eines höllischen Albtraums geworden. Als sie sich der Kreuzung zur Fourth Street näherten, sah Lee die Spitzen der Kirchentürme über die Baumwipfel ragen. Da! Das muss sie sein. Die Gruppe legte an Tempo zu. Der Gedanke, endlich die Straßen hinter sich zu lassen, spornte sie an. Wie es sich herausstellte, lag die First Baptist Church überhaupt nicht an der Church Street, sondern nahm einen ganzen Block der Fourth Street ein. Rasch eilten sie um die Ecke in die Fourth Street. Plötzlich hielten sie mitten auf der Straße an und hoben die Hände wie eine Bande Einbrecher, die auf frischer Tat ertappt wurden. Lee reagierte als erster, schnappte Miller am Kragen und riss ihn von der Straße zu einem großen Pickup Truck, der auf den Bürgersteig gefahren und gegen einen Hydranten gerast war. starrte auf die First Baptist Church, vor der eine Menschenmenge aus unzählbaren finsteren gesichtslosen Gestalten hinter dem Vorhang aus Regen umherlief. Harper, zischte Lee durch zusammengebissene Zähne, beweg deinen Arsch herher, aber schnell! Harper hatte die Augen weit aufgerissen und warf Lee einen Blick zu. Es folgte ein schrilles markerschütterndes Jaulen. Lee steckte den Kopf hinter dem Wagen hervor und sein Magen verkrampfte entfernt sah er einen Infizierten, der auf sie zuraste. Im Laufen stieß er die merkwürdigsten Laute aus und sein Atmen war so schwer und rasselnd, dass Lee es hinter dem Truck hören konnte. Aus seinem Mund hing ein dicker Faden schwarzen Speichels, der wie der Schwanz einer halb verschlungenen Schlange hin und her baumelte. Das Monster war schnell unterwegs und Lee wusste, dass ihm nicht genügend Zeit blieb, um davon zu rennen. Er hob seine Waffe und versenkte zwei Kugeln in der Brust des Infizierten. Er stolperte, ging zu Boden, kam mit Wucht auf dem Asphalt auf, rutschte noch ein bisschen, hob den Kopf und kroch auf sie zu. Lee verschwendete keine weitere Munition. Die Kreatur würde es so oder so nie bis zu ihnen schaffen. Aber die beiden Schüsse hatten ihm mehr Aufmerksamkeit geschenkt, als er sich wünschte. Die Horde von Infizierten, die vor dem Kircheneingang hin und her wanderten, drehten auf einen Schlag die Köpfe in seine Richtung und standen kurz wie versteinert da, wie ein Jagdhund, der Beute gewittert hat. Das Gejaule, das kurz darauf ertönte, war laut, scharf und hungrig, und eine Sekunde später machten sie sich im Pack auf die Jagd. Nichts wie weg war alles, was Lee ausstoßen konnte. Miller hatte sich bereits aufgerichtet und feuerte auf die ankommende Meute, was das Zeug hielt. Lee lief nach links zur Kirche. Er warf einen raschen Blick über die Schulter. Miller und Harper folgten ihm dicht auf den Fersen. Er sprang über den Bürgersteig und verlor beinahe das Gleichgewicht, als er auf dem durchnässten matschigen Rasen aufkam. Er rannte blind links weiter, fand aber sogleich einen geeigneten Zuflurtsort. Ein weiterer weißer Lattenzaun um einen Vorgarten, der neben der Kirche verlief und vor dem eine schmale Gasse entlang führte. Lee erhoffte sich, dass der Flaschenhals die Meute aufhalten würde und den Dreien zumindest eine winzige Chance gab. Als er zur Gasse kam, bemerkte er ein Kirchenfenster zu seiner Rechten. Es war gerade groß genug, dass ein Mann durchpasste. Schnell änderte er seinen Plan und stürzte sich, ohne weiter darüber nachzudenken, mit der Waffe zuerst auf das Fenster. Als er mitten in der Luft hing, stellte er sich vor, dass das Glas nicht nachgeben und er wie in einem schlechten Slapstick Film abprallen würde. Schon kämen die Infizierten holten ihn ein und rissen ihn in tausend Stücke. Sein letzter Gedanke, ehe er das Fenster erreichte, war Scheißidee. Aber das Glas gab sofort nach. Es war, als ob er durch einen Wasserfall sprang. Aber das Wasser war so scharf wie Rasierklingen und bohrte sich beim Aufkommen in seine Arme. Er rollte sich auf dem Linoleum Boden ab, blickte zurück und sah, wie Harper und Miller sich panisch durch das Fenster zwängten und in einem Haufen im Flur landeten. Eine dunkle Hand schoss durch die Öffnung, griff nach ihnen und riss sich am messerscharfen Glas die Haut des Unterarms auf, sodass rosafarbenes Fleisch unter der braunen Haut zum Vorschein kam. Der Infizierte zeigte keinerlei Anzeichen von Schmerz, es war, als ob er in seinem zerfressenen Großhirn überhaupt nicht registriert wurde. Stattdessen schnappte er weiter nach Harper, biss mit gelben Zähnen in die Luft und warf seine verfilzten Dreadlocks von einer Seite auf die andere. Harper kam taumelnd auf die Beine. Lee hob den Lauf seiner Waffe und rief runter mit dir. Harper ging sofort in die Knie. Lee drückte ab und der rechte Kiefer des Infizierten löste sich in einer Wolke aus Knochensplittern und Fleisch auf. Eine weitere Patrone bohrte ein Loch in seinen Hals, riss Arterien auf und durchtrennte das Rückgrat. Als das Ding gegen den Fensterrahmen sackte, sprang Lee auf die Beine und seine nassen Sohlen quietschten auf dem mit Glasscherben übersäten Linoleum. Aufstehen! befahl er und winkte die beiden zu sich, obwohl sie eigentlich gar keine Aufforderung von ihm brauchten. Sie krochen panisch auf allen Vieren durch die Scherben, die Waffen polternd hinter sich her ziehend, bis sie sich endlich aufrafften und zu rennen begannen. Lee machte ihnen Platz, als zu ihr müsst einen Weg ins Hauptschiff finden. Dann legte er die Waffe an und begann Richtung Fenster zu feuern. Der Infizierte mit den Dreadlocks wurde von den anderen in ihren Bemühungen zum Fenster zu kommen zerrissen. Lee ließ nicht vom Abzugshahn ab. Er verspürte dasselbe Gefühl wie ein in die Enge getriebenes Tier, genau wie im Haus der Petersons, ein fürchterliches Es gibt keinen Ausweggefühl. Aber er schoss weiter und die Infizierten gingen einer nach dem anderen zu Boden. Hinter ihm konnte er hören wie Harper und Miller eine Tür eintraten. Es ertönte ein letzter Tritt, danach herrschte Stille. Lee ging rückwärts den Flur entlang. Er hoffte dass sie es geschafft hatten. Offen rief Miller. Durch den Stress klang seine Stimme eine ganze Oktave höher. Endlich drehte Lee sich um und sprintete auf eine Flügeltür zu, durch die Harper und Miller soeben verschwanden. An den Wänden hingen bunte von Kindern mit Wachsstiften gemalte Bilder, die scheinbar ineinander übergingen, als Lee an ihnen vorbeistürzte. An den Türen zu beiden Seiten waren Schilder angebracht, auf denen Sachen wie Miss Crouch's Class oder Mr. Breakers Class und so weiter standen. Dieser Teil der Kirche war also eine Schule. Lee nahm die Kurve durch die Flügeltür und fand sich in einer großen Kantine mit Tischen und Stühlen wieder. Hinter einer langen Essensausgabe lag die Küche. Er sah Miller und Harper, die auf eine Tür zurannten, welche ein Schild als Ausgang auswies. Lee drehte sich um und kniete sich hin. Aus einer Tasche seiner Kampfmittelweste zog er eine Splittergranate hervor, entfernte die Sicherungsklemme und steckte die Granate zwischen die beiden Flügeltüren, wobei er darauf achtete, dass der Hebel vom Gewicht der Türen niedergedrückt blieb. Er zwängte sie mit einer Hand noch einmal hart in die Spalte, während er mit der anderen vorsichtig den Splint zog. Hier hinten ist es sicher, brüllte Harper, der offensichtlich scharf darauf war, Land zu gewinnen. Blie ließ von seiner selbstgemachten Sprengfalle ab, die Handflächen noch immer danach ausgestreckt, als ob er sie so beschwor, an Ort und Stelle zu bleiben. Aber sie schien fest eingeklemmt und machte keine Anstalten, sich zu bewegen. Endlich stand er auf, als das Kreischen eines Infizierten aus dem Flur an seine Ohren drang. Dann das Knirschchen von zerbrochenem Glas. Eine neue Welle der Panik schwappte über ihn hinweg. Wenn der Infizierte seine Granate auslöste, ehe Lee es aus der Kantine schaffte, müsste er mindestens mit zerplatzten Trommelfällen und unzähligen Splitterwunden rechnen. Harper und Miller hatten keine Ahnung, was ihn so lange an der Tür aufgehalten hatte. Aber jetzt winkte er sie wie wild in der Luft fuchtelnd fort, und sie schienen zu verstehen, denn kaum hatten sie ihn gesehen, rannten sie schon durch die Tür mit dem Schild Ausgang. Lee war dicht hinter ihnen, warf sie hinter sich zu, hatte aber keine Zeit mehr sie zu verriegeln. Von der anderen Seite hörte er wie die Flügeltüren aufgerissen wurden, die Worte kamen aus seinem Rachen wie heiße unkontrollierte Kotze, schnell, schnell, aber Miller und Harper hasteten bereits durch den Kreuzgang auf das Hauptschiff der Kirche zu. Als der Detonator der Splittergranate losging, schaute Lee nach rechts zur Straße und sah ein paar Nachzügler, die nicht mit der Meute Schritt gehalten hatten. Sie hatten die Flucht bemerkt und stolperten ihnen entgegen. Dann warf er einen raschen Blick über die Schulter und sah, wie die Tür zur Kantine aufgesprengt wurde. explodierenden Granate oder an die Druckwelle erinnern, die auf seine Brust prallte. Das Einzige, an das er zurückdenken konnte, daran aber immer, als sei es gerade eben erst passiert, war der Anblick eines Stuhls, der in einer weißen Wolke aus Staub aus der Tür geschossen kam und ihn mit voller Wucht im Gesicht traf. Die nächsten Momente waren höchst unscharf. Er sah bunte Strahlen, Wunderkerzen und ein Feuerwerk aus allerlei Farben, gefolgt von einem körnigen dichten Schneesturm ohne jeden Kontrast, wie ein hoffnungslos überbelichteter Film. Er konnte Schüsse hören, sehr deutlich sogar, und Millers brüllende Stimme, die ihn aufforderte, auf der Stelle aufzustehen. Er versuchte Miller mitzuteilen, dass es ihm gut ging, brachte aber nur ein undefiniertes Stöhnen hervor. Dann rollte er auf die Seite und spürte den warmen grobkörnigen Zement neben seinem Kopf. Er spuckte und sah roten Speichel durch die Luft fliegen und auf dem Boden aufkommen. Ein kleiner weißer Gegenstand schlitterte über den Asphalt. Mein Zahn? Mehr Schüsse! Dann erneut Miller, der ihn noch immer anschrie. Lee erhob sich auf Hände und Füße, streckte die Zunge aus dem Mund und sah blutigen Speichel zu Boden tropfen. Obwohl er nicht richtig sprechen konnte, rief er Mein Scheiß Zahn! Plötzlich stand er aufrecht und Miller stieß ihn in Richtung Tür zum Hauptschiff der Kirche. Langsam kehrten sein Sehvermögen und damit auch sein Körpergefühl wieder zurück. Seine geschwollenen Lippen fühlten sich steif und straff an und sein gesamter Kiefer pochte vor Schmerzen. Er fuhr vorsichtig mit der Zunge seine Zähne entlang und fand dann die Lücke, in der vorhin noch sein rechter Eckzahn gewesen war. Sie kamen zur Tür, fanden sie aber verschlossen. Zudem bestand sie aus solidem Holz mit einem Metallrahmen. Wenn ich nur genügend Zeit hätte, um eine Sprengladung anzubringen, hatte er aber nicht. Hinter ihm schossen Harper und Miller noch immer wie wild um sich, schienen gar nicht mehr aufhören zu wollen. Der Nebel in seinem Gehirn legte sich und er merkte, dass es keinen Ausweg für sie gab. Er legte den Lauf seiner Waffe gegen die Tür, genau an den Punkt, wo das Schloss in den Rahmen ragte und drückte dreimal ab. Das Holz zersplitterte und die Tür sprang einen Spalt weit auf. Lee warf sich mit der Schulter dagegen und stolperte hindurch. Harper und Miller hatten gerade noch genug Zeit, sich ebenfalls hindurch zu zwängen, um sie dann hinter sich zu werfen. Plötzlich warf sich etwas von der anderen Seite gegen die Tür. Wir müssen etwas davor stellen, brüllte Harper. Miller machte sich sofort auf die Suche. Lee blickte zu Boden und sah dasselbe glatte Linoleum wie im Flur der Schule. Ganz gleich, was sie Kraft gegen die Tür, bis er seine Nähte spürte. Wie viele waren es? Harper keuchte, vielleicht noch fünf? Das Hämmern von der anderen Seite wurde immer lauter und hartnäckiger. Lee stellte sich breitbeinig hin und keilte den rechten Fuß hart unter die Tür. Geh zurück! Harper zögerte, tat dann aber wie geheißen und ließ von der Tür ab. Ohne Harpers Hilfe verdoppelte sich der Druck auf Lees Fuß von einer Sekunde auf die andere. Die Infizierten auf der anderen Seite drückten mit unglaublicher Kraft dagegen, bis die Tür einen guten Zentimeter offen stand. Das Kreischen wurde lauter. Hastig nahm Lee das leere Magazin aus seiner M4 und schob ein neues hinein. Als er das klicken hörte, wusste er, dass er es bis zum Anschlag eingeführt hatte. Mit der Waffe auf Hüfthöhe schickte er zwanzig Kugeln durch das Türblatt. Er wartete gar nicht erst, um zu sehen, welchen Schaden er angerichtet hatte, sondern drehte sich um und begann zu rennen. Alle drei sprinteten durch das Vestibül in den Altarraum. Harpers Kondition war nicht die beste und er begann laut zu keuchen. Der Altarraum war so lang wie breit. An den Seiten für Spenden alle fein säuberlich auf die Rückseite der Bänke gelegt. Die Wände waren in einem klaren Weiß gehalten, die Vertäfelung und das Gestühl in warmem Braun. Die Teppiche und Polsterungen leuchteten in tiefem Burgunderrot, das in der Mitte des Ganges durch die Abnutzung tausender Füße auf dem Weg zum Altar verblüchen war. Im Chorraum stand eine niedrige Bühne, kaum höher als eine Stufe, samt einer dahinter gelegenen Chorempore. In der Mitte der Bühne stand ein hölzernes Rednerpult in derselben Farbe wie das Kirchengestühl. Ein kunstvoll zusammengestellter Blumenstrauß schmückte die Stirnseite des Pults, aber die Blüten hatten schon längst ihre Farbe verloren, die Blätter waren vertrocknet und die braunen Blütenblätter hatten sich aufgerollt, so tot wie nur irgend möglich. Da! Lee deutete auf zwei Flügeltüren rechts von der Bühne, über denen ein dunkles Ausgangsschild hing und rannte darauf zu. Ich glaube nicht, dass wir hier noch Überlebende finden. Wir müssen zurück zum Truck. Im Laufen zog er eine Schulter und den Arm von seinem Rucksack frei und schwang ihn zur Seite, um eine Hand in die Vordertasche schieben und das Funkgerät hervorholen zu können. Als er kurz vor der Tür war, bückte er sich ein wenig, machte einen seitlichen Ausfallschritt und warf sich mit voller Wucht dagegen. Die Tür gab nach, öffnete sich aber nicht weiter als 15 Zentimeter, ehe sie von irgendetwas blockiert wurde. Lee trat einen Schritt zurück, das Radio in der einen Hand, die Waffe in der anderen, fluchte, holte mit dem Bein aus und landete einen harten Tritt gegen den Türflügel. Er gab ein wenig mehr nach, aber was auch immer dahinter stand, war verdammt schwer. Die ist verbarrikadiert, rief Miller, denn irgendjemand musste immer das offensichtliche aussprechen. Was du nicht sagst, Arschgeige! Harper stellte sich neben Lee auf, zusammen rannten sie auf die Tür zu und warfen sich mit aller Wucht dagegen. Das schwere Ding auf der anderen Seite wurde weiter nach hinten geschoben, genug um die Tür 30 Zentimeter zu öffnen. Harper hielt sie mit einem Fuß im Spalt offen. Miller, zwäng dich durch und räum die Barrikade aus dem Weg. Miller gefiel die Idee, augenscheinlich überhaupt nicht, sich durch einen schmalen Spalt in einen unbekannten Raum zu begeben, aber er hielt nicht dagegen, sondern setzte eine furchtbar entschlossene Miene auf. Er wusste, dass er den dünnen Körperbau eines Teenagers hatte, den der Hunger noch dürrer hatte werden lassen. Er war der geeignetste des Trios für diese Art von Mission. Er beugte sich vor und zwängte sich gerade weit genug durch den Spalt um zu sehen, was sich auf der anderen Seite befand. Kaum hatte er den Kopf durchgestreckt, erstarrte er blitzartig am ganzen Körper. Ach du Scheiße, ach du verfickte Scheiße! Lee legte ihm eine Hand auf die Schulter, um ihn jederzeit wieder herausziehen zu können. Was? Was siehst du? Ist schon gut! Miller entspannte sich wieder und verschwand durch den Spalt. Dann hörten Lee und Harper das Geräusch eines schweren hölzernen Möbels, das über glatten Estrich geschoben wurde. Momente später erschien Miller wieder, wenn auch ein wenig blasser. Er öffnete die Tür weit genug, dass Harper und Lee hindurch gehen konnten. Lee verspürte sofort die schwüle Luft, fühlte den Wind, der von draußen durch die Ritzen wehte. Kaum waren sie auf der anderen Seite, rümpften sie die Nasen. Die Flügeltüren führten in einen kleinen Raum. Zu ihrer linken befand sich eine weitere Tür, die offenbar hinter die Bühne führte, wahrscheinlich zum Taufbecken und zur rechten eine, die nach draußen führte. Letzteres stand offen, und der Wind von dem tosenden Sturm drückte sie hart in die Angeln. Es goss in Strömen, und der Regen peitschte in den Raum, hatte aber noch nicht die dicken vertrockneten Blutflecken weggewaschen, die überall an der Tür und an den Wänden klebten. Die Blutschlieren nahmen ab, je weiter weg man von der Tür ins Innere ging, ehe sie in einer düsteren Ecke des Raums wieder zunahmen und die Wände vollends sein konnte, eine Schlussfolgerung, die sich ihm durch die diversen noch identifizierbaren Körperteile aufdrängte, ein Fuß, ein Ohr, Teil eines Arms. Heilige Scheiße! Harpers Atemnot schien auf einmal zuzunehmen. Lee beäugte das Möbelstück, das als Barrikade gedient hatte, eine kaputte Kirchenbank, die wahrscheinlich zum Reparieren hier gelagert worden war. Das arme Schwein hatte sich wahrscheinlich in diesem Zimmer vor etwas verbarrikadiert, aber dieses Etwas hatte es dann doch geschafft einzudringen, nicht vom Altarraum aus, sondern von draußen. Er starrte wieder auf die nicht sehr zahlreichen Überreste. Kein Zweifel, die ernähren sich von uns. Lee legte eine Hand über den Mund. Der erste visuelle Schock ebbte langsam ab und überließ anderen Sinnen die Bühne. Der Geruch im Raum war dem überwältigenden Gestank der Infizierten sehr ähnlich, aber während jene eher nach widerlichem ungewaschenem Körperschweiß stanken, roch es hier hauptsächlich nach verwesendem Fleisch. Die Schnittmenge der beiden Gerüche lag im Fäkalen, denn die Infizierten schießen sich einfach in die Hose, genau wie die Toten und die Sterbenden. Davon erfährt man in Filmen selten etwas. Der Tod ist nicht anmutig oder romantisch. Er schwebt, er ist bitter und erbärmlich, stinkt nach Gedärmen und Blut, klingt wie das unheimliche panische Geschrei eines verwundeten Tieres und schmeckt wie Kotze, die einem die Speiseröhre hochkommt. Und hier in Smithfield schien er unaufhaltsam und allgegenwärtig. Lee legte die Hand über die Nase und krächzte »Nichts wie weg von hier«. Tief im Inneren der Kirche, jenseits hörten sie fallende Möbel, gefolgt von Kreischen. Lee stellte sich unter dem blutigen Türrahmen auf und suchte die Umgebung ab. Das Rauschen des Regens ließ alles still erscheinen, aber Lee ließ sich nichts vormachen. Er wusste genau, welche Gefahren dort draußen auf sie lauerten. Er versuchte das konstante Prasseln auszublenden, versuchte zu hören, ob... Er reckte den Nacken. Vor ihm erstreckte sich eine zweispurige Straße, deren Namen er nicht kannte. Sie führte zwischen der Kirche und einem quadratischen Backsteingebäude entlang, an dem ein Ladensschild mit der Aufschrift Amys Antiquitäten hing. Weiter rechts sah er eine T-Kreuzung. Das musste wieder die Ford Street sein. Die Kirche stand in der südlichen Ecke dieser Kreuzung, während Amys Antiquitäten Geschäft im Norden lag. Er konnte den Regen auf die Straße die Gebäude und das metallende Dach der Kirche niederprasseln hören. Das Wasser rauschte die Fallrohre hinunter und klang wie ein Radio, das keinen Empfang hatte. Aber da war noch etwas anderes, ein viel schrillerer Ton, ein stetes konstantes Zischen. Da kommt jemand, alarmierte er die anderen. Ein Motorengeräusch erhob sich so laut, dass man es über den Regen hinweg hören konnte. Ein roter Chevy Luminar raste die Fourth Street entlang, bog dann um die Ecke bei Amys Antiquitäten und fuhr auf sie zu. Der Fahrer hatte die Scheinwerfer nicht eingeschaltet, aber die Scheibenwischer huschten im Affentempo über die Windschutzscheibe, als der Wagen hinten ausbrach. Der Fahrer lenkte dagegen, fing den Chevy und stieg erneut aufs Gaspedal. Lee versuchte zu erkennen, wer oder was hinter dem nur eine dunkle Gestalt ausmachen. Ehe Lee es verhindern konnte, war Miller aus der Tür gestürzt und fuchtelte wild mit den Armen in der Luft. Mit einer Schnelligkeit, die Lee selbst überraschte, schoss seine Hand an den Kragen des jungen Mannes und zerrte ihn wieder durch die Tür ins Innere. Aber es war zu spät. Die klatschnassen Bremsen des Chevy Luminar quietschten und der Wagen hielt. Lee wollte gerade seine Waffe in Anschlag nehmen und sich auf ein mögliches Feuergefecht vorbereiten, als sich die Fahrertür öffnete und ein Mann in einer blutbesudelten Uniformhose und einer Kampfmittelweste ausstieg. Er stand zwanzig Meter von Lee entfernt. Ihre Blicke trafen sich und beide spannten die Muskeln an, schätzten ihr gegenüber ein. Ein Kreischen ertönte über dem Regen. Der Mann in der Kampfhose drehte den Kopf nach links und blickte Seiner Reaktion konnte man ohne Zweifel ablesen, dass das, was er sah, nichts Gutes war. Die Augen des Mannes behielten ihren kalten berechnenden Ausdruck bei, aber seine Lippen öffneten sich und entblößten seine zusammengebissenen Zähne wie bei einem knurrenden Hund. Dann wandte er sich wieder Lee zu. Einsteigen, aber schnell! Es gab keine Diskussion. Alle drei stürzten durch die Tür ins Freie und rannten Hapa und Miller rissen die Hintertüren auf und sprangen klatschnass und völlig außer Atem auf die Rückbank. Lee warf sich auf den Beifahrersitz und der Wagen beschleunigte bereits, ehe seine Beine im Auto waren. Anfangs herrschte Schweigen. Sie genossen das beruhigende Brummen des Motors, der sie aus der Gefahrenzone brachte. Alle rangen nach Luft, die Fenster beschlugen und sie tauschten erleichterte Blicke mit einem schwachen Lächeln auf den Lippen aus, das aber rasch wieder abebte. Ja, sie waren alle heilfroh, noch am Leben zu sein. Jetzt aber befanden sie sich erneut in einer prekären Situation. Wer war dieser Mann mit der Kampfhose? Freund oder Feind? Der Wagen bog hart nach rechts auf einen vierspurigen Boulevard ab. Das Schild mit dem Straßennamen rauschte viel zu schnell vorbei, als das Lee es hätte lesen können. Der Motor heulte auf und sie brausten mit fast hundert Sachen über den Asphalt. Die Straße führte geradeaus und schien kein Ende nehmen zu wollen. Plötzlich bemerkte Lee, wie der Mann in der Kampfanzughose ihn musterte. Dann sah er, wie die Augen des Mannes sofort zu dem Namensschild mit den zwei vertikal verlaufenden schwarzen Balken in der Mitte von Lees Kampfmittelweste wanderten. Lee tat es ihm nach und sah das gleiche Schild, allerdings mit drei Chiffrons. Darauf stand LaRouche. Dann kamen die Waffen dran. Lee hielt seine M4 in der Hand, den Lauf zu Boden gerichtet. Der Fremde trug eine Beretta M9 in seinem Beinholster. Lee entging die Tatsache nicht, dass der Mann die rechte Hand an der Waffe hatte und den Eindruck machte, als ob er jeden Augenblick ziehen wollte. Der Mann namens LaRouche richtete den Blick wieder zurück auf die Straße. Wir müssen einander nicht erschießen, oder? Lee schüttelte mit dem Kopf. Wer sind Sie? Wir können uns später vorstellen, entgegnete LaRouche. Was sind Sie? Die Bitte? Militär, so viel kann ich sehen, aber war es genau, hackte er nach. Lee deutete auf seine Uniform. Army, wie Sie. Der andere Mann grinste. Ich bin sehr beeindruckt, dass Sie meine Uniform erkennen, aber das heißt gar nichts, außer, dass Sie schon mal die Nachrichten angeschaut haben. Sie sehen nicht gerade nach Army aus? Das ist eine lange Geschichte, meinte Lee. Sagen wir einfach, dass ich zu einer Sondertruppe gehöre. LaRouche nickte langsam. Wow! Elitäres Verhalten und noch dazu geheimnistuerisches Gefasel. Er grinste erneut. Dann müssen Sie wirklich zu einer Spezialeinheit gehören. Lee runzelte die Stirn und zuckte mit den Achseln. Sie können glauben, was Sie wollen. LaRouche musterte ihn. Machen wir weiter. Wer sind Sie? Captain Lee Harden. LaRouche zeigte auf sein Namensschild. Wird LaRouche ausgesprochen. Harper lehnte sich von der Rückbank vor. Entschuldigen Sie, aber wohin geht es? Johnston Memorial Hospital. Der Sergeant nahm den Fuß vom Gas und bog rechts ab. Wir haben dort einen Flügel gesichert. Die Armee hat die ganze Gegend abgesperrt, um die Infizierten draußen zu halten, hat sich aber schon längst aus dem Staub gemacht. Das Krankenhaus hat seine Vorzüge und wir kommen unbeherrlicht rein und raus. Es gibt also noch Überlebende? Wollte Miller wissen. Nun, ich bin ja hier, seufzte LaRouche. Lee blickte ihn neugierig an. Wie viele Überlebende gibt es? Warum kümmert sie das? Weil es mein Job ist. Also nochmal, wie viele Überlebende? LaRouche überdachte die Situation für einen Augenblick. Lee war LaRouche seinen höheren Rang spüren zu lassen, aber die Option bag Probleme in sich. Überall um sie herum herrschte Chaos. Die Regierung gab es nicht mehr und ihr Führungsstab war ebenso ein Ding der Vergangenheit. Ungehorsam oder Befehlsverweigerung zogen keinerlei Konsequenzen mehr nach sich und Lee hatte keine Lust, es auszukämpfen. Letztendlich glaubte er nicht, dass es sein höherer Dienstgrad war, der LaRouche davon überzeugte, lockerer zu werden, sondern etwas anderes in seinem Kopf, wie ein Schalter, der umgelegt wurde. Ein weiterer Soldat außer mehr, ein Deputy Sheriff von Johnston County und 32 Zivilisten. LaRouches rechte Hand lag jetzt nicht mehr direkt über der Beretta, seine Augen suchten ständig die Umgebung ab und erschien nun weniger Misstrauen gegenüber Lee und seinen zwei Kameraden zu empfinden. Der andere Soldat ist gefreiter, ist verletzt und wird nicht mehr lange durchhalten. Der Deputy ein Mann namens Humade ist so etwas wie der inoffizielle Anführer, hat aber nicht wirklich einen Plan und die Zivilisten sind so ahnungslos und panisch, wie man es von ihnen erwartet. Lee erinnerte sich an sein Funksprechgerät. »Wir könnten uns gegenseitig helfen, Sergeant. Oh, LaRouche schien skeptisch. Lee nickte. Ich habe Zugang zu Medikamenten und einen Arzt an der Hand. Wir mussten alles in einem Pickup im Süden von Smithfield zurücklassen, direkt hinter der Barrikade am Brightleaf Boulevard. LaRouche war noch immer zurückhaltend. Stehen Sie in Kontakt mit ihm? Lee nickte und drückte auf den Sprechknopf vom Handfunkgerät. Nach einer Sekunde begann er mit dem typischen Funkprotokoll, denn der Doc hatte wahrscheinlich keine Ahnung, was er sagen sollte. »Haden an, Doc! Kannst du mich hören?« Er ließ vom Sprechknopf ab. Als Antwort folgte zuerst Rauschen, dann komplette Stille. Alle warteten gespannt. LaRouche steuerte den Chevy Luminar zügig durch das Straßengewirr, bog immer wieder ab, ehe er wieder gerade ausfuhr. Vor ihrer Nase tauchte ein großes Gebäude auf, das sich nach links erstreckte. Straßenschilder erschienen, mit einem weißen Haar auf einem blauen quadratischen Hintergrund und großen Pfeilen, die auf das Gebäude zeigten. Andere Schilder, deren Ständer lediglich mit Sandsäcken beschwert waren, schwankten im Sturm. Sie zeigten ein seltsames rundes Bio-Gefährdungssymbol, gefolgt von Quarantäne-Bereich BSL-4, darunter stand Schutzkleidung Stufe 4 erforderlich. Vor ihnen tat sich eine Straßensperre auf. Die rot-weiß gestreiften Absperrungen waren zur Seite geräumt worden, was einige nicht unbeschadet überlebt hatten. Die weißen Dekontaminationszelte flatterten übersät mit Einschusslöchern im Wind und erweckten den Eindruck, als ob sie jeden Augenblick in sich zusammensacken oder davonfliegen würden. Lee drückte erneut auf den Sprechknopf und sagte diesmal langsam und deutlich »Haden an Doc oder Josh Haden an Doc oder Josh Bitte antworten Versteht ihr mich? Rauschen dann nichts. LaRouche lenkte die Limousine um die Dekontaminationszelte und passierte zwei Zäune mit Stacheldraht, die hinter riesigen Absperrungen aus Beton errichtet waren. Als sie die Sperre umfahren hatten, lenkte er den Wagen zwischen eine Lücke in den Barrikaden, steuerte dann auf ein Parkhaus zu und hielt erst an, als er das oberste Stockwerk erreicht hatte. Lee bestaunte die Aussicht, betrachtete den riesigen Krankenhaus Parkplatz und die schier endlosen Barrikaden, die darum errichtet worden waren. In einer Ecke sah er etwas, das wie ein Stoß langer schwarzer Plastiktaschen aussah. Sie waren einfach unachtsam auf einen riesigen Haufen neben einen großen Flachlader geworfen worden, Leichen Entsorgung. Lee's Magen fühlte sich an, als ob er von einem Bleigewicht nach unten gezogen wurde. Dann entsann er sich des Funkgeräts. Vielleicht würde er von diesem hohen Punkt aus besseren Empfang haben. Doc? Josh? Captain Harden hier. Könnt ihr mich verstehen? Rauschen, gefolgt von Stille. Miller fluchte leise. Irgendetwas stimmt da nicht. Doc Aus Angst stieg Doc härter aufs Gaspedal, als es bei einem solchen Wolkenguss ratsam war. Er hatte es eilig und stand unter Stress. Der Regen prasselte in weißen Schwaden mit einer derartigen Kraft auf die Windschutzscheibe, dass die Scheibenwischer kaum noch mit den Wassermassen mithalten konnten. Wenn er nicht ganz so schnell unterwegs wäre, würde er vielleicht etwas sehen können, aber die Tachonadel hing irgendwo zwischen 100 und 110 auf geraden Strecken. Er bremste nur für Kurven oder Senken ab, in denen das Wasser bereits stand und er Gefahr lief, durch Aqua Planning ins Schleudern zu geraten. Er versuchte, sich die vielen stehen gelassenen Autos und Wracks auf dem Highway 210 Richtung Westen in Erinnerung zu rufen. Er schoss die Strecke zwischen Smithfield und Camp Rider entlang und die Wagen schienen sich an ihn heranzuschleichen, um plötzlich vor ihm zu stehen. Er stieg in die Eisen und musste den Truck in halsbrecherischem Tempo irgendwie um sie herum steuern. Einige Male kam er ins Schleudern und landete auf dem Notstreifen, schaffte es aber jedes Mal den Wagen wieder zu fangen. Er durfte jetzt nicht die Kontrolle verlieren. Nicht jetzt, da das Ziel beinahe zum Greifen nah war. Angst und Stress. Erst jetzt bemerkte er, dass er die ganze Zeit durch den Mund geatmet hatte. Seine Zunge war trocken. Er schloss ihn und wartete, bis er genug Speichel gesammelt hatte, um sie wieder zu benetzen. Er wollte schneller fahren, aber sobald er auch nur etwas mehr Gas gab, würde er einen Unfall bauen, dessen war er sich sicher. Einen Unfall bauen und sterben. Er würde wie diese ramponierten blutigen Typen aussehen, die ständig in die Notaufnahme gebracht wurden, voller Plastikröhrchen und Drähten mit Maschinen, die piepsten. Dazu die obligatorische Sauerstoffmaske. Nur gab es heutzutage keine modernen Gerätschaften mehr. Keine Handys, keinen Notruf, niemand, der ihn retten und seinen kaputten Körper wieder zusammenflicken konnte. Er würde einfach in dem brennenden Wrack liegen, bis die Infizierten ihn fanden oder er seinen Verletzungen erlag. Aber die Angst und der Druck spornten ihn weiterhin an. Er musste es schaffen. Er musste Nicole retten. Plötzlich tauchte wieder ein verlassenes Auto vor ihm auf, aber Gott sei Dank war es ein Fehlalarm. Der Wagen stand weit genug abseits und er musste nur einen kleinen Schlenker darum machen. Er warf einen Blick auf den Kilometerzähler. Trip A, 14 Kilometer. Er hatte den Kilometerstand auf Null zurückgesetzt, als er Smithfield verlassen hatte. 16 Kilometer, hatte er dem Doc gesagt. 16 Kilometer hinter Smithfield ist unsere Stellung. Wir schnappen ihn uns auf dem Rückweg. Das wird das Beste sein, Doc. Und dann lassen wir sie gehen. Das gefällt dir doch, Doc, oder nicht? Sie wiederzusehen, lebendig und wohl auf. Bring ihn uns einfach nur. Aber komm nicht zu spät, Doc. Bloß nicht zu spät. Denn wenn du nicht auftauchst, werde ich sie aufschlitzen, ja? Ich werde sie von der Möse bis zu den Titten aufschlitzen. Glaubst du mir, Doc? Glaubst du mir? Und das tat Doc. Doc glaubte ihm jedes Wort. Nein, er dürfte nicht zu spät kommen. Endlich ging er vom Gas, denn auf dem Kilometerzähler stand jetzt 14,5 Kilometer und er wusste, dass die Straßensperre nicht mehr lange auf sich warten lassen würde. Das Staccato der Regentropfen verwandelte sich in ein dumpfes Trommeln, als er auf 70 Stunden Kilometer abbremste. Zumindest konnte er jetzt mehr von der Straße erkennen, sah eine scharfe Kurve in etwa 500 Meter Entfernung vor sich auftauchen. Dahinter würden sie auf ihn warten, dessen war er sich sicher. Er registrierte, dass seine Hände schmerzten, und er zwang sich, den Griff ums Lenkrad zu lockern, nur um kurz danach wieder genauso fest wie zuvor zuzupacken. Sein Herz pochte heftig, und die Furcht verdrängte den Stress immer mehr. Das Ganze gefiel ihm ganz und gar nicht. Aber er musste es tun. Für Nicole. Für einen verschwindend kurzen Augenblick wünschte er sich, dass er diesen Plan nie zugestimmt hätte. Es wäre viel besser gewesen, wenn sie beide an jenem heißen Nachmittag das Zeitliche gesegnet hätten. Wie Ratten, gefangen in seinem Elternhaus, während ein großer grüner Hammer und zwei Pickups auf dem Rasen hielten und Männer mit Maschinengewehren das Haus stürmten. Er hätte ihnen einfach sagen sollen, dass sie sich ficken sollten, und dann hätte er Nicole während der letzten Sekunden fest an sich gedrückt gehalten, ehe sie in einem Kugellagel umkamen. Aber selbst als ihm diese Gedanken durch den Kopf schossen, wusste er, dass es nie so hätte sein können. Nein. Vielleicht wäre es für ihn die einfachste Art des Sterbens gewesen. Oder auch nicht. Vielleicht hätten sie ihn gezwungen, zuzuschauen. Das machten sie mit Leuten, die sich ihnen in den Weg stellten. Ja, natürlich hätte er zuschauen müssen. Erst dann hätten sie ihn umgebracht. Qualvoll. Aber nicht Nicole. Die hätten sie wie ein Spielzeug am Leben gehalten. Wie eine Puppe, die Männern als Belohnung für geleistete Arbeit zur Verfügung gestellt wurde. Doc hatte die Zähne so hart zusammengebissen, dass ihm der Kiefer wehtat. Nein, er hatte sich auf diesen Deal einlassen müssen. Und hier war er nun, um ihn abzuschließen. Er zwang sich an nichts anderes, außer Nicole zu denken. Bald schon würde alles wieder gut sein. Sobald die Sache hier gegessen war, würde die Zukunft wieder rosig aussehen. Er hatte gar nicht bemerkt, dass er noch langsamer geworden war. Als er in die Kurve einlenkte, fuhr er nur noch dreißig. Der Regen schien etwas nachzulassen, dann kamen sie in Sicht. Zwei Pickup-Trucks und der große grüne Hammer mit dem Geschütz hinten drauf. Der Hammer stand mitten auf der Straße, wie ein riesiger, aggressiver Pitbull-Terrier, dessen Leine gerissen war. Die beiden Pickups flankierten ihn, standen leicht schräg, auf dem Asphalt und blockierten so die gesamte Fahrbahn, wie zwei kleinere Hunde, die sich bereitwillig um das Alpha-Tier scharrten. Ein Mann erschien aus dem Schiebedach des Hammer und hielt sein Maschinengewehr auf Doc gerichtet. Weitere Männer sprangen aus den Pickups. Alle trugen Gewehre vom gleichen Typ, wie die Waffe, die Lee ihm gegeben hatte. Aber das hier waren keine Soldaten. Doc wusste genau, was sie waren und warum man gut daran tat, sich vor ihnen zu fürchten. Es waren Kriminelle. Purer Abschaum. Menschen, die bereits vor Ausbruch der Seuche keinen Regeln folgten. Jeder einzelne von ihnen ein aussichtsloser Fall. Von den vier Männern, die den Trucks entstiegen, blieben zwei stehen und richteten ihre Waffen auf Doc, während die anderen beiden auf ihn zuliefen. Er hielt an, dann streckte er die Hände in die Höhe und berührte den Himmel der Fahrerkabine. Die N4 lag auf dem Beifahrersitz neben ihm. Er schenkte ihr nicht einmal einen Blick. Er wollte ihnen keine Gelegenheit bieten, ihn zu erschießen, denn anders als normale Menschen wie Miller, Harper und Josh suchten sie ständig nach Anlässen, um Menschen zu ermorden, und mussten davon abgehalten werden. Die beiden Jogger hielten plötzlich an und warfen einander einen verwirrten Blick zu. Der eine, ein hochgewachsener junger Typ mit tätowierten Tränen, einem Kreuz und sonstigem Unsinn im Gesicht, hob die Waffe zum Anschlag und rief, »Raus aus dem verdammten Truck!« Doc senkte eine Hand, legte sie auf den Griff und öffnete die Tür. »Ja, schön langsam«, fügte der Tätowierte hinzu und nickte, »und jetzt die Hände hoch! Dreh dich um, Rücken zu mir!« Doc gehorchte und starrte die Straße entlang, die er gerade gekommen war, »und jetzt geh langsam rückwärts auf mich zu!« Vorsichtig machte er einen Schritt nach dem anderen. Er musste zugeben, dass sie die Sache sehr professionell angingen, aber diese Männer hatten diesbezüglich wahrscheinlich mehr als genügend Erfahrungen gesammelt, mit der Polizei, die ihn garantiert des öfteren Besuche abgestattet hatte. »Okay? Jetzt knie dich hin!« Doc kniete sich nieder, und raue Hände tasteten ihn nach Waffen ab, bevor sie ihn wieder auf die Beine rissen. Dann drehten sie ihn um, und er stand dem Typen mit den vielen Tattoos gegenüber. Jetzt sah er auch, dass das vermeintliche Kreuz keines war, sondern ein Dolch mit einer nach unten gerichteten Klinge. Der Mann packte Doc im Nacken und zog ihn eng an sich. Sein Atem stank nach Zigarettenrauch und Alkohol. »Wo zum Teufel ist der andere?« verlangte er zu wissen. Jetzt kam auch der Zweite dazu. »Genau. Wo sind die anderen?« »Mich, äh, ähm...« Docs Herz pochte so heftig in seiner Brust, dass er kaum ein Wort herausbekam. »Die sind nicht hier!« »Wahnsinn!« Der Typ stieß Doc zurück. »Absoluter Wahnsinn! Soll das etwa dein verdammter Ernst sein?« Doc kämpfte, um die Worte herauszukriegen. »Ja, nein, die, die sind nicht hier!« Der Tattoo-Mann wischte sich den Regen aus dem Gesicht, zeigte auf Doc und schüttelte den Kopf. »Das ist dein Problem, Mann, nicht meins. Viel Glück, wenn du dich daraus reden willst.« Hinter den beiden aufgebrachten Kriminellen öffnete sich eine Tür des Hammer, und er stieg aus. Die Quelle allen Übels, zumindest für Doc. Er gab die Befehle. Er hatte die Macht. Das Ganze war seine Idee gewesen. Die Intrigen, Drohungen und Druckmittel hatten Docs Existenz mittlerweile so lange beherrscht, dass er ihm unbewusst einen gottähnlichen Status zugesprochen hatte. Den Status eines rachsüchtigen, hassenden Gottes. Ein Gott, dem Doc nicht freiwillig diente, sondern nur, weil er es musste. Aber eigentlich war er nur ein Mensch. Eine Tatsache, die Doc wieder bewusst wurde, als er ihn mit hochgezogenen Schultern im Regen auf sich zukommen sah. Er war jetzt dünner als das erste Mal, als Doc ihn getroffen hatte. Damals war er nicht gerade übergewichtig gewesen, aber er hatte einen kleinen Kugelbauch gehabt und keinerlei Muskelmasse, die ihren Namen mit Ehre getragen hätte. Sein Gesicht hatte einen abgespannten Eindruck hinterlassen. Die Augen hatten tief in ihren Höhlen gelegen, und seine Zähne waren von den vielen Jahren des Crystal Meth Missbrauchs verfault. Jetzt aber sah er größer aus, gesünder. Jegliches Fett, das er damals noch mit sich herumgetragen hatte, war verschwunden, und seine Haut legte sich straff über die brutal aussehenden Muskeln. Seine Augen waren noch immer finster. Damals war er nur ein harmloser Junkie gewesen, jetzt aber hatte er sich zu einem nüchternen Psychopathen entwickelt. Die Jeans schmiegte sich eng an die Beine, auch wenn es keine Röhrenjeans war. An den Knien und den Säumen war sie bereits ausgefranst, hatte aber keine Löcher. Dazu trug er alte Stiefel mit schwarzen Stahlkappen, er nannte sie liebevoll seine Knochenbrecher, die Sorte, die von Nazis bevorzugt wurde. An seiner rechten Seite hing ein alter .357er Kaliber Revolver in einem tiefsitzenden Ledergürtel, während in der linken ein riesiges Bowie-Messer steckte. Sein T-Shirt war dreckig, hatte die Farbe von ausgewaschenem Grau und war mit einem Kleeblatt bedruckt. Er trug die Haare kürzer, als Doc in Erinnerung hatte, und sein schlankes, markantes Gesicht wies eine frische Messernarbe auf, die von der Wange bis zu seinem Kinn verlief. Als er näher kam, sah Doc, dass die Wunde dilettantisch mit handelsüblichem Faden zusammengenäht war. Er ging auf Doc zu und hielt einen knappen halben Meter vor ihm an. Seine Lippen formten eine blutlose Linie, und er starrte den Medizinstudenten mit diesen kalten, toten Augen an. Eine Hand hatte er gegen die Hüfte gestemmt, die andere um den Griff des Bowie-Messers gelegt. Doc nickte ihm unfreiwillig zu. »Milo?« »Doc?« Milos Stimme war tief und ruhig. »Ich dachte, wir hätten eine Abmachung.« »Tja, ich wollte nicht zu spät kommen, weil du gesagt hattest, dass...« begann Doc, aber Milo unterbrach ihn jäh, und seine Stimme wurde lauter. »Die Abmachung, wenn du dich erinnerst, war, dass du mir den Vorratstypen bringst, sodass ich mich ein wenig mit ihm unterhalten kann. Und für diesen Service gebe ich dir deine geliebte Verlobte zurück, damit ihr beide gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten könnt.« Milo ließ seinen Blick kurz umherschweifen, fuhr dann aber fort. »Jetzt schaue ich mich um und muss feststellen, dass außer dir niemand sonst im Truck sitzt. Deswegen muss ich dir folgende Frage stellen. »Wo zum Teufel ist der Typ?« Doc fand endlich seine Stimme wieder, auch wenn sie zitterte. Dann sagte er, »Ich kann dich zu ihm führen. Ich schwöre bei Gott, ich werde dich zu ihm führen. Das war aber... Er hat plötzlich den Plan geändert, und ich konnte ihn dir nicht rechtzeitig bringen. Dir Bescheid zu sagen war unmöglich, und ich wollte nicht zu spät kommen.« Doc holte tief Luft und blickte sich um, suchte die Trucks ab, die vor ihm standen. »Wo ist Nicole?« »Würdest du verdammt noch mal die Fresse halten?« Milo kniff die Augen zusammen und rieb sich den Nasenrücken mit Daumen und Zeigefinger. »Also, mir gefällt das überhaupt nicht. Aber das soll nicht heißen, dass unsere Abmachung unbedingt abgesagt ist. Wenn du mir das bringst, was ich haben will«, Milo stupste mit dem Zeigefinger gegen Docs Brust. »Und das, obwohl du mich ganz schön verarscht hast und ich dich ohne lange zu fackeln ins Jenseits befördern sollte?« Doc nickte. »Okay.« »Ich sehe, ist der Truck voll beladen.« »Sind das die Vorräte?« »Ja.« Milo fing sich wieder. »Gibt es noch mehr davon?« Doc zögerte kurz aber, als er sah, wie sich Milos Finger um den Griff des Bowie-Messers legte, sagte er, »Ja, der Mann lügt nicht. Er hat Vorräte. Unglaubliche Massen von Vorräten.« Milo starrte Doc finster an. »Welche Art von Vorräten?« »Alles. Essen, Wasser, Medikamente, Waffen, Funksprechgeräte. Alles.« Milo wirkte nachdenklich und blickte gern Himmel. Erst jetzt bemerkte Doc, dass es beinahe aufgehört hatte zu regnen. Hier und da fielen noch letzte Tropfen zu Boden, aber der Sturm war so gut wie vorübergezogen oder schien zumindest eine Pause eingelegt zu haben. Vielleicht ruhte er sich auch nur aus, um neue Kraft zu schöpfen, »Das wäre nichts Ungewöhnliches für einen Sommersturm.« »Okay«, Milo verschränkte die Arme vor der Brust und Doc atmete erleichtert aus, weil er die Hand vom Messer nahm. Er hatte gesehen, wie der Mann es benutzte. »Kannst du dich erinnern, wo die Vorräte gelagert sind?« »Kannst du uns dort hinführen?« »Tja«, Doc war sich nicht sicher, wie er seinem Gegenüber die schlechten Nachrichten überbringen sollte.« »Ja, das kann ich aber. Es wird dir nichts bringen.« »Der Käpt'n muss selbst vor Ort sein. Nur er kann die Tür zum Bunker öffnen.« »Der Käpt'n? Nun, dann brauchen wir wohl den Käpt'n, nicht wahr?« Doc antwortete nicht. »Wo ist er?« »In Smithfield«, antwortete Doc langsam. »Das ist ein kleines Städtchen unweit. Oh, ich kenne Smithfield.« Milo lächelte. »Ja, wir sind gute Bekannte von Smithfield. Sehr gute Bekannte.« Jeder im Chevrolet Luminar starrte aus der Windschutzscheibe auf das Städtchen, das zu ihren Füßen lag, und wunderte sich, warum weder Doc noch Josh antworteten. Der Wind hatte sich gelegt und der Regen so gut wie aufgehört. Ganz im Süden konnte man noch die dicken Sturmwolken sehen, aber im restlichen Himmel begann die Sonne durch die sich auflockernden Wolken zu brechen, als ob sie gegen sie ankämpfte. Letztendlich aber wurde sie doch überwältigt und verschwand hinter der Wolkendecke. Es war kurz vor Mittag. »Von hier bis zu ihren Kameraden ist es nicht gerade ein Katzensprung«, gab LaRouche zu bedenken. »Sind Sie sicher, dass das Handsprechfunkgerät so weit reicht?« Liebe eugte das Funkgerät in seiner Hand. »Ja, die Entfernung sollte kein Problem darstellen.« »Vielleicht hat das Wetter etwas damit zu tun. Der Sturm könnte das Signal stören«, meinte Miller. Harper rutschte auf der Rückbank hin und her. »Wir sollten uns auf den Weg machen.« »Oh nein«, LaRouche schüttelte entschlossen den Kopf. »Es ist keine gute Idee, sich tagsüber draußen blicken zu lassen.« Lee und die Männer von Camp Rider schienen nicht ganz zu verstehen. »Wir sind davon ausgegangen, dass man eher nachts zu Hause bleiben sollte.« LaRouche schaute verdutzt rein. »Während der Dunkelheit darf man nicht in den Wald. Tagsüber dagegen... Während der Dunkelheit darf man nicht in den Wald. Tagsüber dagegen nicht auf die Straßen.« Er legte einen Arm auf die Lehne des Beifahrersitzes und drehte sich zu den anderen um. »Verdammt, Jungs!« »Verdammt, Jungs!« »Wie kann man so etwas nicht wissen und auch immer am Leben sein?« »Sie waren auch tagsüber unterwegs«, gab Miller zurück, als ob es eine Anschuldigung war. »Ja«, gab LaRouche mit lauter Stimme zurück, »um etwas Diesel für unseren Generator zu finden, denn bei uns wird es langsam brenzlig.« Lee hob beschwichtigend eine Hand. »Wir wollen uns nicht steuern.« »Sergeant, können Sie uns den Unterschied zwischen Wald und Stadt erklären, abgesehen vom offensichtlichen natürlich?« LaRouche schien einen Augenblick lang ungehalten und blickte mit einem Gesichtsausdruck in die Runde, der allen klar zu verstehen gab, dass er nicht mochte, wenn man ihn infrage stellte. »Okay.« »Es gibt Horden und Rudel.« »Die Wahnsinnigen in den Städten finden sich bevorzugt zu großen Horden zusammen. Bei ihnen scheint es keinen Anführer zu geben. Sie folgen einfach stumpfsinnig den anderen. Wie eine Herde Rindvieh. Im Wald jedoch sieht das Ganze anders aus. Dort sind sie in kleineren Rudeln unterwegs, obwohl auch die ganz schön groß werden können. Und es scheint immer einen Anführer zu geben, der den Ton angibt und etwas mehr in der Birne zu haben scheint.« Lee erinnerte sich an die Horde, die sie im Haus der Petersons angegriffen hatte, insbesondere den Schaufelmann, der Angela beinahe getötet hatte. Das war offenbar ihr Anführer gewesen, Anführer einer großen Gruppe von ungefähr 80 Infizierten. Lee berichtete LaRouche von seinem knappen Entkommen. Der Sergeant antwortete mit einem Achselzucken und erhobenen Händen. »Keine Ahnung, Captain.« »Ich kann nur über das sprechen, was ich mit eigenen Augen gesehen habe. Aber ich habe Ähnliches von anderen gehört. Ich bin natürlich kein Wissenschaftler und habe keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Wie auch immer. Auf jeden Fall müssen diese Irren sich noch immer ernähren, oder? Was passiert also, wenn die Horden die Städte leer gefressen haben? »Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie sich einfach hinsetzen und darauf warten, zu verhungern. Ich glaube vielmehr, dass sie, dass sie, dass sie abwandern.« Lee wusste nicht, was er von LaRouches Theorie von wandernden Horden halten sollte. »Aber der Sergeant lag immerhin so weit richtig, als dass sie kaum gesicherte Informationen über die Infizierten besaßen. Alles, was sie wussten, stammte von anekdotenhaften Aussagen. Es gab keine Experten mehr, die einem sagen konnten, was normal war. Es passierten die merkwürdigsten Sachen und keiner wusste warum. Sie mussten einfach so damit fertig werden.« »Später, wenn sie genug Zeit hatten, könnten sie sich den Kopf über die Gründe zerbrechen.« »Also«, Lee klopfte sich sanft mit der Antenne des Funkgeräts gegen die Lippen. »Warum ist es in der Stadt gefährlicher, sich tagsüber auf die Straßen zu wagen? Welchen Unterschied macht es?« »Um mich zu wiederholen. Ich habe keine Ahnung.« LaRouche schien langsam die Geduld zu verlieren. »Ich kann Ihnen nur sagen, dass Sie im Wald eher nachtaktiv sind und über beinahe animalische Sinne verfügen. Die wittern einen, und ich schwöre bei Gott, dass Sie ein Eichhörnchen aus einer Entfernung von dreihundert Metern hören können.« Er schüttelte den Kopf. »Die in den Städten sind das genaue Gegenteil. Die werden in der Nacht träge und rühren keinen müden Knochen. Hunderte von ihnen, die einfach im Mondlicht in der Gegend herumstehen. Allein vom Zuschauen wird einen ganz anders. Aber ihre Sinneswahrnehmungen sind nicht so ausgeprägt wie die der Infizierten aus den Wäldern. Sie verlassen sich mehr auf ihre Augen, glaube ich, so wie normale Menschen. Also versuchen wir sie tagsüber zu meiden, wenn sie aktiv sind und besser sehen können.« Harper warf leise ein. »Die haben sich seit dem letzten Monat verändert.« Die Implikationen waren offensichtlich, und alle wussten, was Harper eigentlich damit sagen wollte. Denn sie teilten seine Ansicht. Zuerst fressen sich die Bakterien durch das Gehirn, und die Leute werden krank. Dann verlieren sie den Verstand. Sie scheinen keinerlei Überlebenswillen mehr zu haben und nehmen allerlei Gefahren auf sich. Sie sind einfach voller Aggressionen und richten diese auf alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Dann bilden sie Gruppen, und die Aggression gegen ihre Artgenossen scheint abzunehmen. Diese Gruppen sammeln sich zu Horden, welche die Überlebenden durch ihre schiere Anzahl lebensgefährlich bedrohen. Dann entwickeln sie Rudelinstinkte. Sie stehen kurz vor dem Verhungern und suchen sich dann das einfachste Opfer, welches ein Mensch zur Strecke bringen kann. Einen anderen Menschen. Und dann beginnt das große Fressen. Ein Zyklus instinktiven Überlebens. Und all das in nur etwas mehr als einem Monat. Wenn die Infizierten in der Lage waren, sich derart weiterzuentwickeln, was würde dann in einem weiteren Monat passieren? Oder in zwei Monaten? Oder in einem Jahr? Es gab noch eine Hoffnung, die alle teilten, aber niemand von ihnen aussprach. Hoffentlich würde der kommende Winter einen Großteil der Infizierten dahinraffen, entweder durch Erfrieren, Unterkühlung oder Verhungern oder durch deren Kombination. Aber wenn sie genügend Intelligenz an den Tag legten, um zu jagen, wenn ihre Überlebensinstinkte sich noch weiterentwickelten, was würde sie dann davon abhalten, irgendeine Methode zu finden, um der Kälte zu trotzen? Und was machen wir mit Doc und Josh? verlangte Harper. Lee holte Tiefluft, wollte das schwere, bleierne Gefühl aus seinem Magen verbannen. Vielleicht sollten wir warten, bis es dunkel wird. LaRouche öffnete die Fahrertür. Das ist ratsam. In der Zwischenzeit stelle ich Sie Deputy Shumate vor. Vielleicht können wir uns wirklich gegenseitig helfen. Lee war nicht ganz wohl bei dem Gedanken, Josh und Doc fürs Erste einfach links liegen zu lassen, wusste aber auch, dass der Sergeant nicht ganz Unrecht hatte. Schließlich hatten Harper, Miller und Lee gerade erlebt, dass es zu viele waren und man sie nicht aufhalten konnte. Es war einfach unmöglich, alle zu töten. Die einzige Lösung hieß, auf den Sonnenuntergang zu warten und sich dann hinauszuschleichen, um nach den beiden zu suchen. Die beiden Männer blickten Lee fragend an. Lee nickte und legte seine M4 auf den Beifahrersitz. Erst als alle Waffen im Auto lagen, gestand Lee sich ein, dass ihm nicht wohl bei der Sache war. Vielleicht würde LaRouche jetzt seine Knarre ziehen und sie einbuchten, aber er nickte nur. Gut, dann weiter. Das Krankenhaus Sie folgten dem Sergeant bis zu einer stählenden Tür, an der er zweimal klopfte. »Wer ist da?«, ertönte eine gedämpfte Stimme. »LaRouche, du Arschloch!« Der Sergeant lehnte sich gegen den Türrahmen. »Grapefruit!« Die Tür wurde geöffnet. Lee verstand, dass Grapefruit eine Art Kot war. Auf der anderen Seite der Tür stand ein großer Mann mit einem Gesicht wie eine Ratte. Seine ungewöhnlich langen Finger waren um eine Flinte gewickelt. Er blickte die Leute aus Camp Rider mit zusammengekniffenen Augen an und versperrte ihnen mit seinem Körper den Weg durch die Tür. »Wer ist das?« Seine Stimme war rau. LaRouche zeigte mit dem Daumen auf sie. »Noch ein paar Überlebende.« »Mehr hungrige Mäuler, die es zu stopfen gilt.« Er hatte einen starken Akzent. »Vielleicht Cajun?« LaRouche starrte ihn einen Moment lang an. »Also lässt du uns jetzt endlich rein?« Er starrte sie mit seinen rattenartigen Knopfaugen an, trat dann aber beiseite, sodass sie eintreten konnten. Sie kamen zu einer Treppe. Die Luft war etwas feuchter und kühler als draußen, beinahe wie in einem Keller. Sie stiegen zwei Stockwerke hinab und hielten vor einer Tür, auf der die Zahl vier stand. Hinter dem Treppenabsatz befanden sich ganze Reihen von Stacheldrahtsäunen, um die Stufen, die nach unten führten, zu blockieren. LaRouche öffnete die Tür, und sie traten allesamt ins Krankenhaus. Drinnen war es schummrig, aber nicht finster. Sie standen in einer unscheinbaren Station. Diffuses Licht von dem bewölkten Tag drang durch eine lange Fensterreihe in das Gebäude. Die gedämpfte Atmosphäre wurde von roten Notlichtern unterstrichen, von der Art, die ansprang, wenn es einen Stromausfall gab. »Ist der Diesel für den Generator aufgebraucht?«, fragte Lee, als er die Notlichter bemerkte. »Noch nicht ganz.« LaRouche führte sie zu einem ehemaligen Stationszimmer für Krankenschwestern. »Wir haben hier einen Elektriker. Er hat die Drähte so zurechtgebastelt, dass wir nicht viel Strom für das Licht und ähnliche Dinge verbrauchen.« »Seitdem sind die Notlichter Tag und Nacht an.« »Gehen uns auf die Nerven«, schnaubte LaRouche. »Wir benötigen den Generator eigentlich nur für die automatischen Türen im Parterre. Die sind so gebaut, dass sie sich bei einem Stromausfall öffnen. Wir müssen also permanent Strom haben, oder wir laufen Gefahr, ungebetene Gäste empfangen zu müssen.« Jetzt verstand Lee endlich, warum LaRouche das Risiko eines Tagesausflugs eingegangen war. Die Alternative lautete, ohne Diesel dazustehen und somit die Türen zu öffnen. Was Lee aber nicht verstehen konnte, war, dass LaRouche alleine unterwegs gewesen war. Dann erinnerte er sich daran, was der Sergeant über die anderen Überlebenden gesagt hatte. Es schien ganz so, als ob er keinem von ihnen genug vertraute, um ihn mit sich zu nehmen. Am Stationszimmer angekommen, legte LaRouche seine Hände auf den Schalter und nickte den beiden Männern auf der anderen Seite zu. Sie waren mittleren Alters und hatten Pistolen in ihren Gürteln. Einer war etwas kleiner als der andere und hatte dunkle Haare, während der andere etwas schlanker und strohblond war. Beide erweckten einen gelangweilten Eindruck, und Lee nahm an, dass sie Wache schieben mussten. LaRouche hob zwei Finger als Begrüßung. »Gentleman?« »Wo ist Shumate?« Der kleinere Dunkelhaarige betrachtete die drei Neulinge und deutete dann mit einem Nicken hinter sich. »Der treibt sich mit Daryl irgendwo im Flur herum und versucht, die Sache mit dem Generator unter Kontrolle zu bringen.« »Sie brauchen Diesel, verstehe ich das richtig?« fragte Lee und warf Harper einen verstohlenen Blick zu, der ihm rasch zunickte. Der kleine Mann runzelte die Stirn. »Sie sagen das, als ob Sie wüssten, wo man welchen auftreiben kann.« Lee setzte ein schiefes Lächeln auf. »Können wir mit Deputy Shumate reden?« Die beiden Männer hinter der Theke sahen einander an und zuckten dann die Schultern. »Klar doch«, meinte der Größere. »Ich hole ihn.« Er stand auf, drehte sich um und ging den Korridor entlang. Lee fand, dass sein Gang ein wenig dem Stolzieren eines Storches glich. Lee streckte seinen müden Rücken durch, verlagerte das Gewicht von einem Bein auf das andere und lehnte sich dann mit einem Arm auf die Theke. Der kürzere Mann hieß Javier. Es schien, als ob die Menschen hier grundsätzlich nichts gegen neue Gesichter hatten. Es gab sogar ein gewisses Interesse an Lee, Miller und Harper, aber nicht so wie die prüfenden Blicke und das Misstrauen, das ihm in Camp Rider entgegengebracht wurde. Vielleicht trafen hier öfter Neuankömmlinge ein als in Camp Rider, oder es gab mehr Durchreisende. Lee richtete sich an Javier. »Sie kennen also so gut wie alle hier im Krankenhaus?« Javier legte die Hände auf die Theke und lächelte. Er war freundlich, gab aber auch keinerlei Informationen preis und als Lee danach fragte, wurde er aufmerksam. »Diesen oder jenen?« »Ich suche nach einer bestimmten Person.« Javiers Gesicht blieb ausdruckslos. Lee fuhr vorsichtig fort. »Es gibt eine Frau in der Gruppe, zu der ich gehöre.« »Sie heißt Marie und glaubt, dass ihre Schwester Julia sich hier in Smithfield aufhält.« Anstatt zu antworten, warnte Javier sich an LaRouche. »Sind die Jungs sauber?« LaRouche blickte sie einen nach dem anderen an und sagte dann, »Glaube schon.« Javier drehte sich wieder zu Lee um. »Ja, wir haben eine Julia.« »Weiß aber nicht, ob sie die ist, nach der sie suchen.« Er zögerte einen Augenblick. »Ich werde mit dir sprechen.« Plötzlich kam ein Mann in einem dreckigen weißen T-Shirt um die Ecke. Dazu trug er eine braune Hose mit einem goldenen Streifen an der Seite, die ihn als einem Deputy Sheriff auswies. Er trug entgegen, ließ Erwartung kein Pistolenholster am Gürtel. Stattdessen hatte er seine Dienstwaffe wie die meisten bewaffneten Zivilisten einfach in den Hosenbund geschoben. Auf den ersten Blick schien er ein netter Typ, vielleicht ein bisschen jung, vielleicht ein bisschen naiv. Als er jedoch näher kam, blickte Lee ihm in die Augen, und was er dort sah, gefiel ihm überhaupt nicht. Der Mann zeigte den Blick eines verängstigten Beutetiers, den Blick von jemandem, der überfordert davon war, den Laden zusammenzuhalten. Lee schloss, dass er jemanden vor sich hatte, der kurz vor einem Zusammenbruch stand. Er ging zu Lee, die Hände in die Hüften gestemmt, und machte sich nicht einmal die Mühe, die Neuankömmlinge zu begrüßen. Er blickte jedem in die Augen und nickte dann. Es war die Art von Nicken, die so viel bedeutete wie »Okay, ich weiß schon, was hier vor sich geht«. Seine Oberlippe begann zu beben, als ob er ein Knurren nur schwerlich unterdrücken konnte. Wann wandte er sich an LaRouche? »Sind das Freunde von dir?« Die Worte kamen wie ausgespuckt. LaRouche starrte ausdruckslos geradeaus. »Ja, alte Kameraden von der Armee.« Lee entschied sich dazwischenzufahren, denn es war offensichtlich, dass zwischen Shoemate und dem Sergeant böses Blut herrschte. Was auch immer vorgefallen war, er wollte nicht, dass etwas davon auf ihn abfärbte. Er streckte die Hand aus. »Sir, ich bin Käpt'n Lee Harden von der Armee der Vereinigten Staaten von Amerika, und das sind meine Freunde aus einem anderen Camp Überlebender.« Shoemate nahm Lee's Hand leicht widerwillig entgegen, während Lee fortfuhr, »Ich bin hier, um zu sehen, welche Art Hilfe ich ihrer Gruppe anbieten kann.« Das verschlug Shoemate erst einmal die Sprache. Er ließ Lee's Hand los und stemmte seine eigene wieder in die Hüfte. Seine Augen glänzten vor Misstrauen. »Ja.« »Ja, genau das hat der letzte Typ auch gesagt. Und seitdem gibt's nichts als Ärger.« Lee runzelte die Stirn. »Der letzte Typ?« Shoemate schien über seine nächsten Worte nachdenken zu müssen, aber da ergriff LaRouche das Wort. »Captain, Sie haben nach unseren Dieselvorräten gefragt. Waren Sie nur neugierig, oder haben Sie etwas für uns?« Lee ging einen kleinen Schritt rückwärts, sodass er neben Harper stand. »Nun, das liegt nicht an mir allein. Das hier ist Harper. Er ist sozusagen der Stellvertreter des Anführers im anderen Camp.« Lee warf ihm einen Blick zu. »H Harper?« Harper benötigte etwas Zeit, und Lee hoffte, dass er seine Worte weise wählen würde. Sie hatten keine Ahnung, wie diese Gruppe funktionierte. Schließlich war es durchaus möglich, dass die Smithfield-Gruppe Camp Rider angreifen würde, sobald sie erfuhren, dass es dort genügend Diesel für alle gab. Harper machte endlich den Mund auf. »Vielleicht ist es uns möglich, Ihnen eine bedeutende Menge Diesel zukommen zu lassen.« Schu-Mate ließ seinen Kiefer mahlen. Für eine kleine Gruppe Überlebenden wie der seinen gab es in einem Krankenhaus höchstwahrscheinlich genügend Essen, Wasser und Medikamente, was Diesel zu ihrem größten Problem machte. Sie mussten welchen auftreiben, um zu überleben, und Liebe merkte auf der Stelle, dass Schu-Mate bei den Worten »eine bedeutende Menge« bereits wesentlich freundlicher wurde. »Diesel?« »Diesel?« »Schau einer an.« »Sie wollen Diesel eintauschen?« Der Deputy rieb sich des Kinn voller Bartstoppeln. »Wie viel haben Sie?« Harper schüttelte den Kopf. »Zahlen werden erst genannt, wenn Sie auch etwas anbieten.« Lee lehnte sich zu Harper. »Kann ich dich kurz unter vier Augen sprechen?« Sie gingen ein paar Schritte zurück und steckten die Köpfe zusammen, um sich flüsternd zu beratschlagen. Miller wurde nicht mit einbezogen, aber das schien ihn nicht weiter zu stören. Stattdessen lehnte er sich gegen die Theke und sah genauso gelangweilt wie LaRouche aus. »Wie willst du's angehen?« flüsterte Lee Harper zu. Harper schnitt eine Grimasse. »Ich mag es nicht, mich ohne Bass auf einen Handel einzulassen.« »Pech gehabt«, gab Lee zurück, »was ist nicht hier, du aber schon.« Harper ließ den Kopf hängen. »Verdammt! Was haben die schon für uns? Wir kriegen Unmengen Vorräte von dir, und so kann ich mir kaum vorstellen, dass die etwas haben, was wir nicht von dir bekommen können.« »Stimmt. Aber wir müssen uns etwas einfallen lassen.« Lee warf einen Blick über die Schulter zu Schumate und LaRouche, die ihn anstarrten. »Javier und sein Freund waren verschwunden.« »Wir wollen hier einen Handel abschließen, bei dem niemand dem anderen etwas schuldig bleibt.« »Dein Ziel muss gegenseitige Unterstützung sein.« »Du willst einen fairen Deal für alle.« Harper schien nicht weiter zu wissen. »Aber was brauchen wir?« »Wie sieht es mit einem sicheren Ort aus?« schlug Lee vor. »Bis Camp Rider auf eigenen Beinen stehen kann, müssen wir noch oft genug zum Bunker. Smithfield könnte sich als sehr nützlich herausstellen, vor allem, wenn wir hier jederzeit einkehren können. Das Krankenhaus ist sicher. Und soweit ich es beurteilen kann, haben die den Laden hier einigermaßen im Griff. Langfristig gesehen können wir, wenn wir diesen Diesel bereitstellen, vielleicht sogar das Krankenhaus als solches nutzen.« »Wir brauchen den Diesel nicht wirklich. Könnten also den Tanker anbieten und dafür sicheren Unterschlupf verlangen, wenn wir ihn brauchen.« Wiederholte Harper. »Es liegt natürlich an dir, aber ich glaube, dass das kein schlechter Deal für uns wäre.« »Okay.« Harper schien jetzt fest entschlossen. »Das machen wir.« Die beiden Männer richteten sich wieder auf und traten zurück ins Büro. Shoemade steppte ungeduldig mit dem Fuß auf den Boden, als sie sich näherten. »Und?« »Was soll jetzt passieren?« »Auf wie viel Diesel können Sie zugreifen?« »Es wird kein Problem sein, den Diesel zu beschaffen,« antwortete Harper. »Wir wollen, dass unsere Gruppen einander freundlich gesinnt sind. Wir können Ihnen Funkgeräte und Kommunikationsausrüstung geben, sodass wir jederzeit in Kontakt stehen. Und Sie kriegen Diesel von uns. Als Gegenleistung möchten wir Smithfield als sichere Basis nutzen.« »Wie viel Diesel?« Wiederholte Shoemade. Harper war es offensichtlich nicht recht, eine Zahl nennen zu müssen, denn wenn er verraten würde, dass sie über 30.000 Liter verfügten, war klar, dass es nur einen einzigen Lagerungsort gab. Shoemade musste dann nur noch herausfinden, wo. Stattdessen ging Harper das Problem anders an. »Ich will es mal so sagen. Wir haben genug, dass die Generatoren nie stillstehen werden.« »Nie ist ganz schön lange.« Shoemade rümpfte die Nase und schnitt eine Grimasse. »Können Sie sich nicht etwas deutlicher ausdrücken?« »Zwei Jahre«, meinte Harper, »mehr oder weniger.« Es war eindeutig, dass Shoemade am liebsten vor Freude in die Luft gesprungen wäre. Aber er wollte sich keine Blöße geben, wollte nicht zeigen, welche Erlösung es für ihn bedeutete, an genügend Diesel für die nächsten zwei Jahre heranzukommen. Treibstoff für ihre Generatoren zu finden, war für die Leute in Smithfield offensichtlich ein großes Problem. Wenn ihnen ein solcher Vorrat plötzlich in den Schoß fiel, glich das einem Lotteriegewinn. Aber Shoemade ließ sich kaum etwas anmerken. »Zwei Jahre? Und Sie wollen hier vorbeikommen, wann es Ihnen passt? Womöglich noch mit herzlicher Begrüßung?« Harper schüttelte den Kopf. »Wenn Sie Funkgeräte von uns annehmen, können wir stets in Kontakt bleiben. Dann würden wir auch nicht einfach unangemeldet hereinschneien, und wir werden nichts zu essen oder zu trinken von Ihnen verlangen. Nur einen sicheren Ort, wenn wir ihn brauchen.« Shoemade tat so, als ob er sich die Sache noch einmal durch den Kopf gehen lassen musste. Aber Lee sah ihm an, dass er sich längst entschieden hatte. Es störte ihn nicht im Geringsten, ob die Fremden hier übernachteten oder nicht, solange sie ihm das wertvolle Flüssiggold lieferten. Er wollte Harper schon die Hand reichen, um den Deal zu besiegeln, als Javier wieder auftauchte. Der kleinere Mann warf Lee einen Blick zu, der Lee überhaupt nicht gefiel und seinen Magen verkrampfen ließ. »Hey, Shoemade!« »Was ist los?« fuhr Shoemade ihn genervt an. »Ja, äh«, nuschelte Javier und ließ die Augen nicht von Lee. »Können wir uns unter vier Augen sprechen?« Shoemade folgte Javiers Blick und musterte dann kurz die drei Neuankömmlinge, als ob er einzuschätzen versuchte, ob sie eine Bedrohung darstellten. Dann zuckte er mit den Achseln und folgte Javier um die Ecke. Lee konnte noch seinen Rücken sehen und die gedämpften Stimmen hören, auch wenn er die Worte nicht verstehen konnte. Harper zog eine Augenbraue in die Höhe. »Was denn nun schon wieder?« Lee flüsterte zurück. »Ich hab keine Ahnung, aber es gefällt mir nicht.« »Mir auch nicht.« Lee räusperte sich und sah sich im Büro um. Er atmete gleichmäßig, um ruhig zu bleiben und seine entspannt und unbeteiligt wirkende Haltung zu wahren. Er zählte sechs mit Pistolen bewaffnete Männer, inklusive LaRouche, Shoemade und Javier. Die anderen beiden hatten Flinten, der letzte ein Jagdgewehr. Jetzt starrten sie Lee und seine Kameraden an. LaRouche drehte sich langsam um und stützte den Ellbogen auf der Theke ab. Es schien, als ob er Shoemades und Javiers geflüsterter Unterhaltung mehr Aufmerksamkeit schenkte, denn er neigte den Kopf zur Seite, als ob er mithören wollte. »Ganz ruhig bleiben«, ermahnte Lee sich. »Es ist wahrscheinlich harmlos.« Harper aber flüsterte er wie beiläufig zu. »Hast du die Zweiundzwanziger noch?« Harper antwortete in lockerem Tonfall. »Klar doch.« »Du?« Lee nickte. Er hatte die Pistole zunächst im Truck zurücklassen wollen, sich dann aber dagegen entschieden, denn sie war eine nette kleine Waffe für alle Fälle, die er unter seiner Kampfmittelweste verstecken konnte. Natürlich waren sie waffentechnisch hoffnungslos unterlegen und in Unterzahl, wenn es denn so weit kommen sollte. Aber so weit wird es nicht kommen, versicherte Lee sich. Wieso schießt mein Puls dann derart in die Höhe?« Lee beobachtete Shoemade, als der Deputy Sheriff sich gerade zurücklehnte und Lee einen Blick zuwarf. Sie schenkten ihm zu viel Aufmerksamkeit, dafür Miller und Harper umso weniger. Lee musste an den GPS-Empfänger denken, den er tief in seinen Rucksack gesteckt hatte. Vorsorglich zog er die Riemen noch straffer. Langsam wurde ihm von den Krämpfen in seiner Darmgegend übel. Es war, als ob er genau wusste, was gleich passieren würde. Er hoffte inbrünstig, dass er sich vermeiden ließ. Vielleicht war er nur paranoid. Es sah aus, als ob Javier und Shoemade sich ausgesprochen hatten. Shoemade stand einfach da und wägte seine Optionen ab. Endlich drehte er sich um und kehrte mit gesenktem Kopf zurück. Er schien nachdenklich. Lee beobachtete ihn, achtete besonders auf seine Augen und deren Bewegungen. Er warf den beiden Männern mit den Flinten hinter Lee einen Blick zu. Dieser kleinen Geste folgte unscheinbares Nicken und Lee wusste, dass er nicht paranoid war. Lees Hand schoss in seine Weste, aber Shoemade war mit seiner Dienstwaffe schneller und ehe Lee seine Pistole zu greifen bekam, schaute er in den Lauf von Shoemades Knarre. »Hände hoch«, brüllte der Deputy Sheriff. Lee tat, wie ihm geheißen. Schließlich hatte Shoemade den Finger um den Hahn gelegt. »Was haben Sie vor?« Lee versuchte, Ruhe zu bewahren und seine Stimme unaufgeregt klingen zu lassen. Er überlegte, ob er dem Deputy Sheriff die Waffe aus der Hand reißen sollte. Aber der Mann schien Erfahrung zu haben und hatte sich bereits außer Lees Reichweite begeben. Hinter sich konnte Lee die beiden Männer hören, und er wusste, dass ihm langsam die Alternativen ausgingen. Aber er konnte und wollte nicht einfach ohne Kampf aufgeben. Dann packte ihn eine raue Hand am Arm. Schnell wie der Blitz ergriff er sie und wirbelte seinen Angreifer herum, sodass er zwischen sich und Shoemade stand. Er holte mit dem Bein aus und verpasste ihm einen Tritt in die Brust, sodass er auf den Deputy Sheriff zustürzte. Die beiden Männer schrien auf, ehe sie unbeholfen zu Boden fielen. Lee wurde durch die Wucht des Tritts nach hinten geworfen und musste sich drehen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Der Schwung führte ihn bereits Richtung Tür, und er sprang mit zwei Ausfallschritten darauf zu, ohne zu fallen. Aus dem Augenwinkel sah er, dass Miller und Harper noch immer wie angewurzelt dastanden. »Warum bewegen Sie sich nicht?« Lee warf einen Blick über die Schulter, während er die Hand bereits nach der Klinke zum Treppenhaus ausstreckte, um den Grund zu erkunden. Harpers Hand schwebte über seiner Hüfte, und er schaute nach links, wo LaRouche Miller am Kragen gepackt hatte und ihm den Lauf seiner Beretta gegen den Schädel hielt. Der Sergeant richtete sich an Lee, die Lippen bewegten sich hektisch. »Sofort anhalten, oder ich puste ihm sein beschissenes Gehirn raus!« Lees Hand hielt mitten in der Luft inne, die Augen noch immer auf LaRouche gerichtet. Der Gesichtsausdruck des Sergeants verriet sowohl Verwirrung als auch Entschlossenheit. In diesem Bruchteil einer Sekunde, mit der Hand kurz davor, das Metall der Klinke zu berühren, fragte sich Lee, »Geschieht das wirklich?« »Wird der Miller wirklich umbringen?« Endlich berührte er etwas mit der Hand, aber es war keine Klinke, sondern ein Brustkorb. Kaum hatte er das registriert, gaben seine Beine unter ihm nach, und es wurde ihm kurz schwarz vor Augen. Es war ein merkwürdiges Gefühl, nur funkelndes Strudel und Wirbel sehen, aber doch alles hören zu können. »Nicht töten! Den brauchen wir lebend!« Als Lee wieder sehen konnte, befand er sich auf dem Rücken und starrte den Cajun-Typen mit dem Rattengesicht an, der über ihm stand und ihn höhnisch angrinste. Die Gesichtshälfte, die die Rattenfratze mit dem Gewehrkolben getroffen hatte, begann zu brennen. Wenn Lee nicht kurz gezögert hätte, um nachzudenken, hätte er die Beine nach oben geworfen, sie Rattenfratze um den Nacken gelegt, ihm einen Hieb in die Leistengegend verpasst und den Typen dann zu Boden geworfen. Aber er zögerte. Er zögerte, weil LaRouche noch immer brüllte, dass er Miller auf der Stelle umbringen würde. Allerdings schrie Miller jetzt mit, rief, dass er LaRouche glaubte, dass Lee endlich aufhören sollte, wenn er nicht wollte, dass der Sergeant Miller einen Kopfschuss verpasste. Und die Unterbrechung war lang genug. Sofort stürzte sich Rattenfratze auf ihn, nahm seinen Arm und drehte ihn auf den Bauch. Dann kamen die anderen und schnappten sich seine Beine. Jemand setzte sich ihm auf den Rücken. Er war so schwer, dass Lee Probleme beim Luftholen bekam. Rattenfratze legte sein Knie in Lee's Nacken und drückte ihn zu Boden. Ein anderer zog den zweiten Arm auf den Rücken und verlangte laut schreiend nach Klebeband. Die Griffe waren grob. Die Jungs waren angepisst, eine Tatsache, die sie ihn unbedingt spüren lassen wollten. Aber der Kampf war vorüber, so viel war Lee klar. Wenn er sich nur um sich selbst hätte kümmern müssen, wäre ihm die Flucht höchstwahrscheinlich gelungen. Aber mit Miller und Harper vor dem Lauf einer Waffe würde jeglicher Widerstandsversuch in Blutvergießen enden. Er hatte keine Ahnung, was dieser verdammte Shoemade von ihm wollte, aber er nahm an, dass es etwas mit seinem GPS-Empfänger zu tun hatte. Lee erhielt einen Schlag mit dem Ellbogen gegen die Rippen, sodass ihm ein Grunzen entfuhr. Immerhin brachen keine Knochen. Irgendjemand hielt ihm die Hände auf dem Rücken fest und ein anderer wickelte Klebeband um seine Handgelenke. LaRouche brüllte, »Wehe, ihr zwei, bewegt euch! Einfach schön ruhig bleiben!« Lee wandte sich, damit ihn das Knie im Nacken nicht so störte, und sah, wie Harper und Miller beuchlings auf dem Boden lagen. Ihre Beine waren gespreizt, die Hände über den Köpfen erhoben. Ihre Blicke trafen sich. Miller schien noch immer nicht zu verstehen, was vor sich ging. Harpers Augen glühten vor Wut, und er bläckte die Zähne. LaRouche stand zwischen ihnen und richtete seine Pistole zuerst auf Miller, dann auf Harper. Dann schaute er kurz in Lees Richtung und sah seinen feindseligen Blick. »Warum tun sie das?« schrie Lee ihn an und spürte, wie heißer Zorn und Frust, wie kochende Lava in ihm aufstiegen. »Fick dich, du verfickter Verräter!« Jemand verpasste ihm einen Hieb gegen den Kopf, sodass seine Ohren klingelten und sein Schädel hart auf den Boden schlug. Er wollte sich wehren, aber LaRouche starrte ihn noch immer an, die Pistole auf seine Kameraden gerichtet, den Finger um den Abzugshahn gelegt. Er warf ihm einen warnenden Blick zu, der wie eine dunkle Wolke kurzzeitig über sein Gesicht huschte. Lee musste sich zusammenreißen. Er konnte es nicht zulassen, dass Harper oder Miller zu Schaden kamen, nur weil er entkommen wollte. Sie steckten zusammen drin. Als die Männer aus Smithfield seine Arme gefesselt hatten, schnappten sie sich seine Beine und stießen ihn gegen die Wand. Sie brüllten ihn an, aber er hörte nicht zu. Stattdessen biss er die Zähne zusammen und versteckte sich an dem kalten Ort in seinem Kopf, wo Schmerz sich in Wut verwandelte, in eine Wut, in die er sich wie eine warme und schützende Decke einhüllen konnte. Erst jetzt merkte er, dass sie versuchten, ihm den Rucksack abzunehmen, ihm aber bereits die Arme hinter dem Rücken gefesselt hatten. Dann kam jemand auf die Idee, die Riemen durchzuschneiden. Lee spürte, wie der schwere Rucksack auf den Boden sackte, und er hörte, wie jemand ihn schnappte und zu durchwühlen begann. Ein anderer machte sich daran, ihm die Kampfmittelweste abzunehmen. Als Harper und Miller gefesselt waren, steckte LaRouche seine Pistole wieder ins Holster und drehte sich zu Schumet. »Nass zum Teufel geht hier vor!« Schumet schien sich nicht ganz wohl in seiner Haut zu fühlen. Er warf Lee einen kurzen Blick zu, wandte sich aber sogleich wieder ab, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. »Das war Milo!« Javier hat gerade einen Funkspruch von ihm erhalten. »Milo?« »Der Milo?« LaRouche konnte seinen Ohren kaum trauen. »Der verfickte Milo!« »Was zum Teufel will das Arschloch von Ihnen?« »Ich habe keine Ahnung,« schnappte Schumet zurück. »Ich glaube, die anderen beiden sind ihm völlig egal.« Schumet zeigte auf Lee. »Aber den da!« »Den will er haben!« Lee drehte rasch den Kopf, als ob jemand ein Puzzlespiel in die Luft geworfen hatte und er es in der Luft wieder zusammensetzen wollte. Rattenfratze zog ihn auf die Beine und zerrte ihn Richtung Krankenschwesterstützpunkt zu Schumet und den anderen. Jetzt war es Harper, der sich noch immer auf dem Boden liegend kaum beherrschen konnte. »Ihr steckt mit Milo unter einer Decke? Mit dem verfickten Milo? Ihr Hurensöhne!« LaRouche und Schumet tauschten einen schnellen, unsicheren Blick aus. LaRouche kniff die Augen zusammen. »Willst du ihn wirklich, Milo, ausliefern?« Schumet schien nicht weiter zu wissen. »Was soll ich dagegen tun, hä? Ihm sagen, nein, heute nicht?« »Der wird uns doch alle töten!« »Was haben Sie vor, Deputy?« knurrte Lee ihn an. Schumet konnte sich nicht dazu überwinden, Lee anzuschauen. Er nickte mit dem Kopf Richtung Korridor. »Geht einfach und sperrt sie ein. Milo wird bald hier sein. Er hat sich schon auf den Weg gemacht.« Lee rief sich Jack Burnside's Geschichte in Erinnerung, die von den Leuten, die ihn angegriffen hatten. Es war eine abtrünnige Armee-Einheit gewesen oder eine Gruppe Überlebender, die sich Waffen vom Militär geklaut hatte. Und genau wie Jack es ihm erzählt hatte, drehte Milo jetzt seine Runden und bedrohte Überlebende mit seinen gestohlenen Waffen, um sie zu erpressen. Wenn man ihm gab, was er wollte, blieb man am Leben. Wenn nicht, wurde man ausgelöscht. Und jetzt wollte er Lee, denn irgendwie hatte Milo herausgefunden, dass Lee Zugang zu Vorräten hatte. Welchen anderen Grund konnte es dafür geben, dass er ihn lebend wollte? Lee zerbrach sich den Kopf darüber, welchen Fehler er begangen hatte. Und dann dachte er an sein Haus, an den Bunker und den ganzen Schutt, in dem er so viele Vorräte verwahrte, und an seinen Pick-up, den sie zusammen mit den Fahrzeugpapieren im Handschuhfach gestohlen hatten. Nur so hatten sie sein Haus ausfindig machen können. Sie mussten die Tür entdeckt haben, die Sam offengelassen hatte. Dann waren sie hineingestürmt und hatten den Bunker samt den Vorräten gefunden. Rattenfratze zerrte in den Korridor entlang. Lee wehrte sich. Er brüllte, »Showmate, das dürfen Sie nicht tun!« »Sie können Ihnen helfen.« »Wenn Sie vor Milo einknicken, wird er Sie einfach weiter benutzen.« »Er wird Sie nie in Ruhe lassen, bis Sie gegen ihn kämpfen.« Rattenfratze packte ihn erneut und schleppte ihn weiter den Flur hinunter. Zwei weitere Männer zerrten Harper und Miller hinterher. »Sie müssen kämpfen, sich wehren und dem Ganzen ein Ende setzen.« Dann wurden alle drei in eine Abstellkammer geschoben, deren Tür hinter ihnen ins Schloss geworfen und von außen abgeschlossen wurde. Milo Doc saß eingezwängt auf der vollgepackten Rückbank des Humvee. Um ihn herum standen Schachteln mit Munition, Verpflegungspakete und Wasserkisten. Daneben befanden sich Konserven, alles Spenden von Gruppen Überlebender, denen Milo und seine Männer einen Besuch abgestattet hatten. Dein Leben für eine Dose Obstsalat. Das Einzige, woran es im Humvee fehlte, war Sprit und Doc kam zu dem Schluss, dass es daran liegen konnte, dass Milo nicht die Gase einatmen wollte. Doc waren all die roten Benzinkanister aufgefallen, die auf der Ladefläche eines der anderen Pickups gestappelt waren. Aber der Geruch im Humvee war auf eigener Art überwältigend. Doc wusste sofort, dass keiner der Männer im Truck sich in der letzten Zeit um seine Körperhygiene gekümmert hatte. Und der entsprechende verdorbene Zwiebelgeruch aus Körperausscheidungen und Schweiß brachte Doc beinahe zum Würgen. Ihre vom Regen durchdrängte Kleidung ließ sie wie nasse Hunde stinken. Er sah sich nach etwas um, das ihm als Waffe dienen konnte, fand aber nichts. Und dann bemerkte er voller Selbsthass, dass er sie so oder so nicht bekämpfen würde, ganz gleich, ob er eine Waffe hatte oder nicht. Milo hatte ihn schließlich nach wie vor in der Hand. Er war noch immer der böse Halbgott. Er hatte Nicole. Der Fahrer war groß, trug kurze graue Haare und einen langen Ziegenbart. Sein Gesicht war weniger ein Gesicht als vielmehr das, was allgemein Fresse genannt wird, was aber gut zu seinen fleischigen Händen passte, die man durchaus als Pranken bezeichnen konnte. Er trug eine Oakley-Sonnenbrille, als könnte er noch immer mit seiner Harley durch eine normale und friedliche Welt brausen. Neben ihm auf dem Beifahrersitz saß ein merkwürdiger junger Typ, dürr und anscheinend dem Tragen eines Hemds abgeneigt, vielleicht um auf diese Weise stolz seine vielen Narben, selbst zugefügt, wie Doc vermutete, auf der Brust zu präsentieren. Er hatte große, wahnsinnige Augen, die hauptsächlich ins Nichts starrten. Ab und zu aber blickte er den Doc direkt an, was den Medizinstudenten verunsicherte und ein ungutes Gefühl in ihm heraufbeschwor. Hinter dem Fahrer saß ein dunkelhäutiger Mann mit kurzen, verdreckten Dreadlocks, die aus seinem ungepflegten Afro herausstanden. Er drehte sich auf seinem Sitz, neigte den Kopf zur Seite und schaute den Doc ausdruckslos an, während er die ganze Zeit mit einem Gewehr mit Pistolengriff auf ihn zielte. Auf der hinteren Rückbank saß Milo selbst und sah so konzentriert aus, wie Doc es noch nie erlebt hatte. Seine Augen glänzten euphorisch und er drehte sich um und hielt noch immer das CW-Handfunkgerät, das er aus einem Johnston-County-Krankenwagen hatte mitgehen lassen. Er benutzte es, um in Kontakt mit Deputy Shumate und seiner kleinen Bande überlebender zu bleiben, die sich in Smithfield im Johnston Memorial Hospital verkrochen hatten. Sie haben ihn, verkündete Milo, die Stimme vor Nervosität angespannt. Shumate hat ihn. Der große Mann hinter dem Lenkrad ließ sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Ich würde ganz locker bleiben, bis wir ihn haben. Shumate ist ein Idiot und dieses Arschloch ist ganz schön gerissen. Milos Gesicht wurde nachdenklich. Ha, vielleicht. Er drehte sich zu Doc und sein finsterer leerer Blick glich dem eines Heiß. Docs Nackenhaare stellten sich auf und sein Magen drehte sich. Milo zeigte mit der Antenne des CB-Handfunkgeräts auf ihn. Tja, und genau jetzt ist es mal wieder an der Zeit, dass Doc uns zur Hilfe kommt. Doc biss die Zähne zusammen und spürte, wie sich sein Darm verknotete. Er wollte etwas sagen, aber sein Mund war viel zu trocken. Wie bitte, Doc? fragte Milo nach und beugte sich zu ihm hin. Willst du mich vielleicht etwas fragen? Was willst du von mir? Krächzte Doc. Ah, genau. Was will ich? Milo wackelte genervt mit dem Kopf. Dann hob er das CB-Handgerät an den Mund und drückte auf den Sprechknopf. Schumate! Geh endlich an dein gottverdammtes Handfunkgerät! Milo hier! Es folgte eine lange Pause. Plötzlich begann das Radio zu rauschen und eine bebende Stimme antwortete, Was willst du? Ich will, dass du deinem Gefangenen mitteilst, dass wir seinen Freund haben. Er heißt Doc. Und falls er flüchten sollte oder aus irgendeinem Grund nicht anwesend ist, wenn wir kommen, zwingt er mich, Doc zu töten. Wieder eine lange Pause. Dann? Ich werde es ausrichten. Ich schätze deine Kooperation, Schumate. Milo lächelte glückselig. Wir sind bald da. Keine Antwort. Milo rollte mit den Augen. Sie richten mich, Doc. Sie richten mich, weil sie nicht das tun wollen, was getan werden muss. Beschweren sich aber auch nicht, wenn ich und meine Männer Kopf und Kragen dabei riskieren. Irgendjemand muss die Infizierten beiseite schaffen. Aber wir brauchen Vorräte und Waffen für unseren Job. Ist es zu viel verlangt, wenn wir um ein wenig Unterstützung bitten? Er schüttelte den Kopf. Dieses Land geht noch vor die Hunde. Doc rutschte das Herz in die Hose. Er wollte eine Bedingung aussprechen, aber Milo war derart jenseits von Gut und Böse, dass Doc sich nicht sicher war, ob er ihn anhören oder ihm sofort die Kehle durchschneiden würde. Er glaubte, die Chancen standen 50 zu 50. Endlich brachte er die Worte hervor. Ich tue gar nichts mehr, bis ich Nicole sehen darf. Milo verzog kaum die Miene, aber irgendwie veränderte sich sein gesamter Ausdruck. Er lehnte sich vor. Big G? Halt mal an! Der Fahrer, von dem Doc annahm, dass es sich um Big G handelte, gab keinen Ton von sich, sondern trat auf die Bremse, sodass Doc es nur mit Mühe und Not schaffte, sich mit den Händen abzustützen. Plötzlich bedauerte er, seine Entscheidung eine Bedingung zu äußern. Eigentlich wollte er nicht mehr hier sein. Er wollte nur noch nach Hause. Du hast kein Zuhause, dachte er. Er schloss die Augen, als er hörte, wie Milo und Big G ausstiegen. Nach einem kurzen Augenblick stiller Dunkelheit wurde die Heckklappe des Humvee aufgerissen. Doc öffnete die Augen und sah, wie Big G und Milo ihn anstarrten. Raus mit dir! befahl Milo. Doc schüttelte den Kopf, sodass seine Haare in sein Gesicht flogen. Tut mir leid! Steig verdammt noch mal endlich aus! brüllte Milo und stampfte wie ein Kind bei einem Wutanfall mit den Beinen. Doc versuchte sich und seinen bewegungsunfähigen Körper aufzuraffen, war aber zu langsam. Big G streckte seine riesigen Bärenpranken nach ihm aus und schnappte sich ihn wie eine Tüte mit Einkäufen, um ihn aus dem Wagen zu zerren. Doc schrie auf und spürte, wie er die Kontrolle über seinen Körper verlor. Warmer Urin breitete sich in seinem Schritt aus und lief seine bereits vom regennassen Beine hinab, während er mit Armen und Beinen panisch um sich schlug. Er wird mich umbringen, er wird mich umbringen! Dann stand Big G hinter Doc und hielt ihn so fest, dass er sich keinen Millimeter bewegen konnte. Und aus dem Augenwinkel sah Doc das Funkel der Klinge von Milos Bowie-Messer, das aus der Scheide gezogen wurde. Milo wies mit der Spitze des Messers auf den Griff der Ladeluke des Hamway. »Deine Hand«, zischte er, »auf den Griff«, »oder ich verteile deine Gedärme auf der Straße.« Doc wehrte sich nach Leibeskräften, aber Big G drückte seinen Arm unbarmherzig nach vorne. »Es tut mir leid«, seine Hand berührte das glatte Metall und er ballte seine Finger zur Faust. Milo stand plötzlich neben ihm. »Öffne die Hand, Doc. Wenn du sie nicht öffnest, bringe ich dich um.« Doc schloss die Augen. Er öffnete seine Hand und legte sie um den Griff. Dessen Scharniere quietschten nur leise, als Milo ihn hinabdrückte. Doc konnte hören, wie seine Finger knackten, fühlte die Luft explosionsartig aus seinen Lungen entweichen und versuchte panisch, aber erfolglos seine Hand zu befreien. Neue Luft strömte in seine Lungen, er schrie auf. Dann spürte er Milos heißen Atem an seinem Ohr. »Pssst!« »Hör auf zu brüllen!« »Ruhe!« Doc versuchte, sich zusammenzureißen, aber die Schmerzen durchfuhren ihn bei jedem Ausatmen in kurzen, scharfen Wellen. Milos Stimme beruhigte ihn perverserweise irgendwie. Er wollte nicht länger dagegen ankämpfen. Es war viel einfacher aufzugeben. Also tat Doc wie ihm geheißen. Milo stellte sich vor ihm auf und blickte ihm in die Augen. »Beruhige dich, Doc!« »Okay!« Doc nickte, und Tränen bahnten sich ihren Weg über seine verdreckten Wangen. Zu seiner Rechten hatte ein Pick-up angehalten, und Fahrer und Beifahrer beäugten Milos Arbeit. Ihre Augen verrieten halbherzige Belustigung, und ein gelangweiltes Lächeln umspielte ihre Lippen, als ob sie sich eine leidlich unterhaltsame Sitcom anschauten. »Eigentlich wollte ich dir die Hand am Handgelenk abtrennen, weiß aber nicht, ob ich die Blutung unter Kontrolle gebracht hätte.« Milo klopfte mit dem Messer auf Docs Hand. »Aber ich glaube, du brauchst irgendetwas, was dich ständig daran erinnert, dass...« »Nein!« »Also schneide ich dir einen Finger ab.« »Nein, bitte!« »Doc, jetzt hör mir mal gut zu«, fuhr Milo fort. »Ich will nur dein Bestes, denn wenn du mir noch einmal widersprichst, werde ich dich umbringen. Also vergiss nie, dass es deine ganze Hand hätte sein können.« Doc schluchzte. Die Worte kamen in gekrächzten Silben aus seinem Mund. »Bitte nicht!« Aber Milo hatte bereits die Klinge angesetzt, direkt über dem Ansatz des Zeigefingers. »Doc, es passiert so oder so. Entspann dich einfach.« Dann versenkte er die Klinge in Docs Fleisch. Den Finger abhaken wollte er nicht, vielmehr sägte er langsam vor und zurück. Die Schmerzen waren unbeschreiblich. Bald war er am Knochen angelangt. Verdammt! Doc konnte das Gefühl seinen ganzen Arm hinaufspüren. Dann rissen die Sehnen und Bänder und roter Lebenssaft sprühte in perfektem Rhythmus mit Docs wildpochendem Herzen aus der Wunde und lief die Heckklappe des Humvee hinab. Doc schrie, bis er nicht mehr konnte. Die Schmerzen schienen immer schlimmer zu werden, wie ein Flugzeug, das bis zum Strömungsabriss in den Himmel schießt. Sie erreichten ihren Höhepunkt, als Docs Hand beinahe taub wurde. Er konnte sie gerade noch spüren, aber es schien, als ob sein Gehirn die Informationen nicht mehr verarbeiten konnte und deswegen die Lautstärke verringerte. Gebrochen und am Boden zerstört dachte er schließlich, zumindest hat er mir nicht die ganze Hand abgeschnitten. Milo zeigte jetzt mit der blutigen Spitze des Messers auf ihn. Hast du deine Lektion gelernt? fragte Milo. Doc kniff die Augen zusammen und nickte. Speichel, Rotz und Tränen liefen sein Gesicht hinab, sammelten sich am Kinn und tropften dann zu Boden. Ja. Wirst du mir je nochmal wieder Worte geben? Nein. Milo lächelte so sonnig, als ob zwei alte Freunde gerade eine kleine Meinungsverschiedenheit aus dem Weg geräumt hätten. Er wandte sich an Big G. Prima. Dann nichts wie ab in den Truck mit ihm, damit wir weiter können. Lee stand eine ganze Weile im Schein der roten Notlichter, die die einzige Lichtquelle in ihrer Abstellkammer bildeten. Ihn gegenüber konnte er die undeutlichen Umrisse von Harpers und Millers Gesichtern ausmachen. Die beiden starrten ihn völlig von Sinnen an, schienen verwirrt, wussten überhaupt nicht, was vor sich ging. Sie brauchten Lee als Anführer. Er musste etwas tun, die Kontrolle an sich reißen. In Wirklichkeit aber schlüpfte sie ihm zusehends aus den Händen und ein Knoten bildete sich in seinem Rachen, der ihn zu ersticken drohte. Er ging in der dunklen Abstellkammer auf und ab, suchte nach Gegenständen, die ihm nützlich sein konnten, aber sie hatten sie komplett leer geräumt, als ob sie geahnt hätten, dass sie hier einmal Gefangene unterbringen würden. Lee glaubte kaum, dass das so geplant war, nicht nachdem er ihre Gesichter gesehen hatte. Milo benutzte die Leute aus Smithfield und es war die pure Angst vor einer Vergeltungsmaßnahme, die sie so weit gehen ließ. Schumate hatte eigentlich einen Handel mit Camprider schließen wollen, aber sein Überlebensdrang war doch größer gewesen, denn er glaubte wirklich, dass Milo ihn und seine Gruppe auslöschen würde, wenn sie seinen Wünschen nicht folgen würden. Lee glaubte das auch. Obwohl er ihn nicht persönlich kannte, konnte er sich aufgrund der vielen Geschichten, die er über ihn gehört hatte, ein Bild von ihm machen. Man wurde kein gefürchteter Anführer einer Gruppe Krimineller, in dem man sich liebenswürdig und gutmütig gab. Gewalt und Brutalität waren eher Charakterzüge, die einem eine solche Position und entsprechendes Ansehen verschafften. Alles andere wurde als Schwäche aufgepasst. Nachdem er dreimal durch die Abstellkammer gegangen war und noch immer nichts gefunden hatte, ging Lee zur Tür zurück und trat frustriert dagegen. Es handelte sich um sehr solide, industrielle Ware mit einem Stahlrahmen. Und er konnte den ganzen Tag lang dagegen treten, ohne das Mindeste auszurichten. Er legte die Hand auf die Klinke, obwohl er wusste, dass die Tür verschlossen war. Er fluchte leise in der Finsternis, bemüht eine Idee heraufzubeschwören, ganz gleich welcher Art. Er zog, zerrte und drehte an seinen Handgelenken, aber die vielen Schichten Klebeband, die sie fest um sie geklebt hatten, waren zu stark, um sie zu dehnen oder gar nachgeben zu lassen. Außerdem stoppten sie den Blutkreislauf, sodass seine Finger und Handflächen sich kalt und taub anfühlten. Eine Frage stand neuen Ideen allerdings im Weg. Was würde Milo mit der Gruppe in Smithfield anstellen, wenn Lee flüchtete? Sie hatten ihn erfolgreich festgenommen und Milo zu verstehen gegeben, dass sie jedem seiner Wünsche folgten. Würde er sie trotzdem zur Rechenschaft ziehen, wenn Lee die Flucht gelingen sollte? Und wenn, wie würde ihre Strafe aussehen? Eine noch viel bessere Frage lautete, ob Lee sich einen Dreck darum scherte, was mit Schumet und seiner Gruppe passierte. Schließlich trugen er und die anderen Leute im Krankenhaus die Schuld daran, dass Lee jetzt hier festsaß. Er war in Frieden gekommen, hatte einen Deal vorgeschlagen und wurde festgenommen, um den hiesigen Kriegsherrn übergeben zu werden. Objektiv gesehen konnte Lee Schumets Situation nachvollziehen. Als Anführer schaute jeder zu ihm auf, erwartete von ihm alles zu tun, damit die Sicherheit der Gruppe nicht gefährdet wurde. Es war nicht seine Aufgabe, Bündnisse mit anderen Überlebenden zu knüpfen. Es gab keinen Zweifel daran, dass Milo ihnen haushoch überlegen war. Es würde mit beinahe hundertprozentiger Sicherheit mit großen Verlusten und vielleicht sogar völliger Vernichtung enden, sich gegen ihn aufzulehnen. Milo die Gefolgschaft zu verweigern und Lees Partei zu ergreifen, stellte derzeit keine gute Option für Schumet dar. Subjektiv aber sah Lee keinen Grund, sich um das überleben der Smithfield-Gruppe zu kümmern, wenn er dabei sterben musste. Natürlich hatte er keine Ahnung, was Milo mit ihm vorhatte, aber er bezweifelte, dass sie beste Freunde werden würden. Nein, Milo wollte Zugang zu seinen Bunkern. Wie er das bewerkstelligte, war ihm wahrscheinlich völlig egal. Er würde zu allen erdenklichen Mitteln greifen, einschließlich Folter und Mord, um Lee oder seine Gefährten zum Sprechen zu bringen. Und was soll ich dagegen unternehmen? Stimmen vom Korridor rissen Lee aus seinen Gedanken. Alle drei Gefangenen drehten sich zur Tür um. Die Stimmen wurden lauter, kamen näher, und Lee konnte zwei Männer ausmachen, die sich mit einer Frau stritten. Der Tonfall der beiden Männer verriet Lee, dass sie keine Chance gegen die Frau hatten. Ihre Stimme war laut und deutlich hörbar, und sie klang autoritär und befehlshaberisch. Der Schlüssel wurde umgedreht und die Tür aufgerissen. Selbst das gedämpfte Licht vom Flur blendete Lee, sodass er die Augen zusammenkniff. Die Stimmen stritten sich weiter, und Lee erkannte die beiden Männer als Schumet und LaRouche. Die Frauenstimme war ihm unbekannt. Unter dem Türrahmen konnte er drei Gestalten ausmachen. Schumet und LaRouche versuchten offensichtlich, die aufgebrachte Frau davon abzuhalten, in die Abstellkammer hineinzustürzen. »Nimm deine dreckigen Pfoten von mir!« Sie schüttelte Schumets Hand von ihrem Arm und hielt ihm den Zeugefinger vor die Nase. »Und wenn du mich noch einmal anfasst, trete ich dir deine Eier bis in deine Nasenlöcher!« Schumet schnitt eine Grimasse, als ob jeden Moment Dampf aus seinen Ohren kommen würde, ballte aber lediglich die Fäuste und hielt sich zurück. Hinter ihr hielt LaRouche kapitulierend die Hände in die Höhe. »Lass sie doch einfach mit ihm sprechen!« schlug LaRouche Schumet vor und legte beschwichtigend eine Hand auf seine Brust. Die Frau starrte die beiden Männer an und drehte sich dann zu den drei Gefangenen um. Sie war kaum größer als ein Meter fünfundsechzig, stemmte aber die Hände in die Hüften und blickte derart finster drein, als ob sie allein das Sagen hatte. Sie trug nichts weiter als eine Jeans und ein weißes Trägerhemd, und Lee erkannte sofort die gleichen drahtigen, von harter Arbeit geformten Muskeln, die er schon bei Marie gesehen hatte. »Wer von euch hat meine Schwester erwähnt?« bellte sie die drei an. Lee hob die Hand. »Dann sind sie wohl Julia.« Sie warnte sich an Lee, und er glaubte eine Sekunde lang, dass sie ihm nur so aus purem Vergnügen einen Schlag verpassen würde. Stattdessen ging sie ohne zu zögern auf ihn zu und schien seine Verletzungen zu mustern. Als sie erneut die Stimme erhob, klang sie ein wenig weicher. »Lebt sie noch?« Lee nickte. »Woher kennen Sie sie?« Lee neigte den Kopf nach links zu Harper und Miller, die an die Wand gelehnt standen. »Sie befindet sich in einem Camp, aus dem auch die beiden hier kommen. Wir sind auf Vorratssuche gefahren, und Marie hat mich gebeten, sie zu suchen und Kontakt mit ihnen aufzunehmen.« Lee warf Schumet einen vernichtenden Blick zu. »Sie wollte sicher gehen, dass es Ihnen und Ihrer Gruppe gut geht. Außerdem sollte ich Ihnen CB-Handsprechfunkgeräte übergeben, sodass die beiden Gruppen sich gegenseitig helfen können. Leider aber scheint es so, als ob Mr. andere Pläne hat.« Schumet plusterte sich auf. »Sie wissen, dass ich keine Wahl habe.« »Wir haben immer eine Wahl,« schnappte Lee zurück. Julia drehte sich zu Schumet und LaRouche zurück. »Ihr müsst sie gehen lassen.« LaRouche antwortete nicht, aber Schumet warf die Hände in die Luft und rief, »Heilige Scheiße, Julia, bist du völlig übergeschnappt.« Er zeigte mit einem Finger auf Lee. »Milo will diesen Typen, und wenn wir ihm den nicht geben, müssen wir alle dafür bezahlen.« »Würdest du ausnahmsweise auch mal an deine Mitmenschen denken?« Das brachte Julia erst recht auf 180. »An meine Mitmenschen? Und wie sieht es mit dir aus? Hast du schon mal überlegt, warum Milo ihn will? Hast du die Mühe gemacht, ihn zu fragen? Findest du nicht, dass wir das erst einmal in Erfahrung bringen sollten, bevor wir blindlings jeden von Milos Wünschen erfüllen? Oder hast du einfach den Schwanz eingezogen?« Schumet schien zu kochen und grunzte irgendetwas Unverständliches, ehe er sich Lee zuwandte. »Was will Milo von Ihnen?« Lee überlegte lange, ob es Schumet die Wahrheit unterbreiten sollte. Angesichts der Situation, in der er sich befand, entschloss er, dass es kaum noch schlimmer kommen konnte. Schumet deutete sein Schweigen als eindeutiges Zeichen. »Siehst du? Der will sein verdammtes Maul doch gar nicht aufmachen.« Lee legte seine Mission kurz und knapp dar. »Ich habe Zugang zu Vorräten. Überlebenswichtige Dinge. Die Regierung hat mir diesen Bunker zur Verfügung gestellt, um Recht und Ordnung wiederherzustellen.« Er neigte den Kopf zu den beiden Männern aus Camp Rider. »Die können alles bezeugen.« »Ich habe ihrer Gruppe geholfen. Wir haben Vorräte geholt und waren gerade auf dem Rückweg, als wir hier vorbeikamen.« Schumet schenkte ihm einen zweifelnden Blick, ehe er Harper und Miller anstarrte. »Das soll wohl ein Witz sein,« sagte er schließlich kopfschüttelnd. »Was für ein Schwachsinn.« Lee musste das frustrierte Lachen unterdrücken, das sich in ihm aufbaute. »Das sagen immer alle.« »Beweisen Sie es,« forderte Schumet ihn auf. »Beweisen!« Lee kicherte sarkastisch. »Haben Sie sich vielleicht schon die Mühe gemacht, meinen Rucksack zu durchsuchen? Kennen Sie irgendjemand anderen, der einen Haufen Granaten dabei hat? Vierzig Millimeter und Claymors? Ist bei Ihnen jeder mit einem Haufen brandneuer Handsprechfunkgeräte mit zusätzlicher Sendeleistung ausgestattet?« Lee blickte auf seine Uniform hinab. »Verdammt! Sogar meine Kleidung ist neu. Schumet beäugte Lee's Uniformen und rieb sich dann das Gesicht. »Ach, das beweist doch nichts!« »Jetzt war es Harper, der das Wort ergriff. Vor der Barrikade auf dem Brightlife Boulevard steht ein Pickup voller Vorräte. Den haben wir da stehen lassen müssen, weil wir nicht durchgekommen sind. Gehen Sie selbst dorthin und überzeugen Sie sich. All die Vorräte stammen aus Captain Julia trat zu ihm hin. »Du musst sie freilassen!« LaRouche schien sich ebenfalls auf Lee's Seite zu schlagen. »Das würde erklären, warum Milo so scharf auf ihn ist. Er kann ihnen helfen, drängte Harper. Lee räusperte sich. »Deputy! Sie müssen zumindest die anderen beiden gehen lassen!« Es folgte eine kurze Stille, ehe Harper Einspruch zu erheben versuchte. Aber Captain! Lee unterbrach ihn, die Stimme entschlossen. »Es gibt keinen Grund, sie hier zu behalten, und die Vorräte müssen zurück ins andere Camp gebracht werden. Die Leute da stehen kurz vor dem Hungertod. Sie brauchen Hilfe. Wenn sie die beiden Männer hier nicht gehen lassen, haben sie deren Untergang auch noch auf dem Gewissen. Es wäre so, als ob sie persönlich ihr Todesurteil unterschreiben und gleichzeitig ihr Exekutionskommando bilden. Shoemades Augenbrauen schossen nach oben. Wissen Sie, was nicht passt? Wer zum Teufel lässt einen Pickup voller Vorräte unbewacht in der Gegend herumstellen? Wir haben zwei Männer damit beauftragt, erklärte Harper. Sie heißen Doc und Josh. Kaum hatte Harper die Namen ausgesprochen, als Shoemade und LaRouche einen Blick austauschten, der Lee beinahe die Knie versagen ließ. Es folgte Schumade plötzlich jeden Augenkontakt vermeidend. Übrigens, Milo hat wieder durchgefunkt. Ich soll Ihnen sagen, dass er einen Mann namens Doc dabei hat. Einen Freund von ihnen. Dass er ihn umbringen wird, wenn sie nicht mehr hier sind, wenn er kommt. Lee wollte schockiert sein, wollte, dass die Nachricht ihm den Wind aus den Segeln nahm. Stattdessen aber verspürte er nur eine alles verschlingende schreckliche Enttäuschung. Jetzt herrschte Gewissheit, das war die Bestätigung all der schauderhaften Dinge, die man eigentlich schon wusste, sich aber nicht eingestehen wollte. Darum hatte Doc nicht geantwortet. Milo hatte sie gefunden. Josh war überhaupt nicht erwähnt worden, was wahrscheinlich bedeutete, dass er bereits tot war oder zumindest im Sterben lag. Und der Truck voller Vorräte, für die sie Leib und Leben riskiert hatten, war von dem Tornado namens Milo verschlungen worden. Lee wusste nicht, ob das Feuer in seinem Inneren so heiß war, dass es sich kalt anfühlte, oder ob er überhaupt nichts mehr spürte. Er wusste nicht, ob er völlig niedergeschlagen sein oder vor Wut explodieren sollte. Die beiden gleich starken und gegensätzlichen Emotionen rangen miteinander, und Lee befand sich genau in der Mitte, starrte die roten Notlichter über der Tür an und fragte sich, warum verdammt nochmal er diesen Job angenommen hatte. War die Ausrottung der Menschen Gottes Wille? Und Lee nur ein moderner Jakob, der mit einem Engel um das Wrack namens Vereinigter Staaten rang, auch wenn es vergebens war? Vielleicht hätte Pfarrer Jim ihm darauf eine Antwort geben können. Lee blickte erneut Schumet an, und als er zu sprechen begann, klang seine Stimme für ihn, als ob er Wasser in den Ohren hatte. Lassen Sie Harper und Meller laufen. Sie haben mit der Sache nichts zu tun, und außerdem haben Sie mich. Milo wird sich damit zufrieden geben. Also, wenn Sie sich nicht mit mir schlagen wollen, dann sollten die beiden jetzt gehen dürfen. Und mich lassen Sie verdammt nochmal zufrieden. Schumet schien sich seiner Sache nicht sicher zu sein. Es war ein Gesichtsausdruck, der sich regelmäßig auf seine Miene legte, und es sich dort wie auf einem eingesessenen Sofa bequem machte. Er sah LaRouche an, der intensiv zurückstarrte. Ich kann mich um Sie kümmern, ergriff LaRouche das Wort. Milo weiß nicht, dass Sie hier sind, kann also deswegen auch nicht ausrasten. Julia trat vor. Du musst sie gehen lassen. Meine Schwester ist in ihrem Camp, und wir können einander helfen. Schumet nickte endlich und zeigte mit einem Finger auf LaRouche. Aber Milo wird jede Minute auftauchen. Du musst sie wegbringen, ehe er kommt. LaRouche verschwendete keine Zeit, holte ein langes Messer aus seiner Weste hervor und bat Harper und Miller, sich umzudrehen. Die beiden schienen fassungslos, machten aber keinen Ärger, und Lee wollte auch nicht, dass sie sich irgendwie aufführten. Sie sollten einfach nur weg von hier. Je weniger Worte sie darüber verloren, desto besser. LaRouche durchtrennte das Klebeband um ihre Handgelenke. Die beiden sahen Lee an und rieben sich die klebrige Haut. Als sie ansetzten, etwas zu sagen, schüttelte Lee nur den Kopf. Geht. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Er warf Schumet einen Blick zu. Die beiden sollen meinen Rucksack haben. Behalten sie aber das schwarze Gerät, das sie in meiner Tasche gefunden haben. Ich nehme an, dass Milo sowieso davon weiß. Schumet schien sich die Sache durch den Kopf gehen zu lassen, während LaRouche, Miller und Harper in den Flur drängte. Endlich nickte er. Vielleicht war der Deputy allmählich überzeugt davon, dass das Vertrauen, das LaRouche und Julia in Lee zeigten, tatsächlich begründet war. Lee glaubte auch, dass Schumet sich gleichzeitig mit dieser Aktion Freunde in Camp Rider machen wollte, um an Diesel kommen zu können. Jeder hatte seine Motive. Julia drehte sich zu Lee um, ehe sie ging und sagte, »Vielen Dank«, als Lee nicht antwortete, verschwand sie. Schumet ging als Letzter. Ehe er die Tür schloss, hielt er inne und blickte Lee in die Augen. »Das alles tut mir wirklich sehr leid.« Lee wollte ihm ein paar Kraftausdrücke an den Kopf werfen, entschied sich dann aber dagegen und starrte ihn nur hasserfüllt an. Als er erneut eine Antwort schuldig blieb, schaute der Deputy Sheriff mit beschämtem Blick zu Boden und schloss die Tür hinter sich, um Lee alleine in der roten Finsternis zurückzulassen. Brechpunkte Harper und Miller folgten La Rouge, der denselben Flur zum Ausgang entlang eilte, durch den sie das Krankenhaus betreten hatten. Die beiden Männer gingen mit gefalteten Händen, als ob sie noch gebunden wären. Ihr Gang verriet, dass jegliche Selbstsicherheit sie verlassen hatte. Sie schienen gebändigt. Zu ihrer Rechten hastete die Frau, die anscheinend Maries Schwester war, an ihnen vorbei, um sich mit dem Sergeant zu unterhalten. »Wo bringst du sie hin?« fragte sie. La Rouge schoss ihr einen Blick zu. Er schien zu ahnen, worauf sie hinaus wollte. »Es gibt zu viele Menschen, die hier auf dich angewiesen sind.« »Ich will aber nicht bleiben.« Sie begann zu flüstern. »Schumet wird es so weit treiben, dass wir alle umgebracht werden. Ich weiß, dass er fest davon überzeugt ist, nur in unserem Interesse zu handeln, wo du weißt genauso gut wie ich, wie solche Typen wie Milo ticken. Die bedienen sich und nehmen alles, bis nichts mehr da ist. Aber dann ist es zu spät. Dann haben wir nichts mehr, mit dem wir uns wehren könnten.« La Rouge hielt plötzlich inne und drehte sich zu ihr um. »Willst du es etwa mit Milo aufnehmen?« »Ich bin sofort dabei. Aber wegrennen und sich in einem anderen Camp verkriechen ist nicht der richtige Weg.« »Die Leute hier brauchen dich, Julia. Und wenn du es mit dem Kämpfen wirklich ernst meinst und nicht einfach vor Schumet weglaufen willst, dann bleibst du hier. Ich glaube, deine Schwester hat in dem anderen Camp Einfluss. Aber warum sollte sie uns helfen wollen, wenn du bei ihr bist?« Julia dachte über seine Worte nach. »Dann gib mir wenigstens eins der Handsprechfunkgeräte aus dem Rucksack des Käpt'ns.« La Rouge warf Harper einen Blick zu, als ob er ihn um Erlaubnis fragen wollte, tat es aber doch nicht, sondern nickte nur. »Okay.« Sie gingen zurück zum Stationszimmer, wo Javier und der Mann mit dem Cajun-Akzent noch immer Wache hielten. Sie durchsuchten Lees Rucksack und breiteten den Inhalt auf der Theke aus, um alles genau in Augenschein zu nehmen. Sie behandelten die Sprengstoffe mit Vorsicht, denn sie wussten offenbar, was sie in den Händen hielten. »Packt alles wieder in den Rucksack«, fuhr La Rouge sie unsanft an. Javier zeigte auf die Sachen. »Der hat verdammte Granaten, Mann!« »Damit könnten wir etwas anfangen.« Diesmal klang La Rouge nicht ganz so unwirsch. »Einpacken, Javier!« Javier zuckte mit den Schultern und legte alles wieder vorsichtig zurück in den Rucksack. »Schon gut, schon gut.« »Ich wollte doch nur sagen, dass wir die Sachen gut gebrauchen könnten.« Der Cajun-Mann meldete sich. »Was geht ab?« »Ich bringe diese Typen hier zurück zu ihrem Camp.« »Und was ist mit dem anderen Kerl?« La Rouge schüttelte verneinend den Kopf. »Den will Milo.« »Und Shoemade will ihn ausliefern.« Der Cajun schnaubte verächtlich. »Verdammtes Weichei!« Harper verfolgte die Szene, die sich vor ihm abspielte. Shoemade schien langsam aber sicher die Kontrolle über Smithfield zu verlieren. Er mochte gute Absichten hegen, aber die Leute wollten sich nicht weiter von Milo bedrohen lassen. Harper wusste, dass er an ihrer Stelle ähnlich handeln würde. Ein offener Kampf ist besser. Dann wäre alles gegessen, und sie würden nicht warten müssen, bis kaum noch etwas von ihrer Energie übrig war. Ja, Shoemade verlor die Kontrolle über seine kleine Einheit. Aber was dem Deputy aus den Fingern glitt, nahm sich La Rouge. Er erkannte die anderen Überlebenden vielleicht nicht als gleichwertig an. Wahrscheinlich war er bei der Einheit gewesen, die auf die Überlebenden hatte aufpassen sollen, bis sie evakuiert wurden, und sah in ihnen wohl kaum mehr als erbärmliche Zivilisten. Aber genau diese Zivilisten schauten zu ihm auf, genau wie Harper zu Captain Harden aufblickte. Harper war nicht ganz wohl dabei, so eiskalt über sein eigenes Fleisch und Blut zu denken. Aber mit Milo verband ihn nichts als Blutsverwandtschaft. Seit ihrer Kindheit war die Beziehung zueinander schwierig gewesen und hatte sich mit zunehmendem Alter nicht verbessert, obwohl Harper sich das erhofft hatte. Jetzt aber, wo das Armageddon über sie hereingebrochen war, sah er Milo nicht mehr als seinen Bruder an. Vielmehr war er derjenige, der die Verantwortung für sämtliches Unglück in Harpers Leben trug. Als alles außer einem Langstrecken Handsprechfunkgerät wieder im Rucksack steckte, warf LaRouche ihn Harper zu. Zu seiner Überraschung waren die Trageriemen wieder eingefädelt. Das musste Javier gewesen sein. Er warf ihn über und brach unter dem Gewicht beinahe zusammen. Auf Captain Hardens Rücken schien er leicht, vielleicht zehn Kilo schwer. Dabei wog er mindestens doppelt so viel. Harper verspürte nicht nur die Last des Rucksacks auf seinem Rücken, sondern auch den psychischen Druck, den die Überlebenschancen von Camp Rider mit sich brachten. Harper war kein Soldat, er hatte keine Ahnung, wie man sich in einer solchen Situation verhalten sollte, und jetzt würde er wieder einmal mit leeren Händen zurückkommen, ohne Waffen und Munition, ohne Essen und Trinken, ohne Medikamente, ohne all das, was Camp Rider vor dem Abgrund bewahren sollte. Harper fürchtete, an Ort und Stelle zusammenzubrechen. Miller, der neben ihm stand, klopfte ihm aufmunternd auf den Rücken und sagte, »Dann machen wir uns mal aus dem Staub, Bill!« LaRouche übernahm die Führung. Sie verließen das Krankenhaus durch dieselbe Tür, durch die sie eingetreten waren, betraten das Treppenhaus und erklommen die Stufen, bis sie ganz oben angekommen waren. LaRouche hatte es eilig, und als er die Tür zum Dach öffnete, bewegte er sich mit einer ungeheuren Dringlichkeit, während seine Augen den Horizont absuchten. Harper vermutete, er hielt Ausschau nach Milo, wollte einschätzen, wie viel Zeit ihnen noch zur Flucht blieb. Sie liefen zum Auto und stiegen ein. Diesmal setzte Harper sich auf den Beifahrersitz. Er hatte Captain Hardens Waffe aus dem Weg räumen müssen und beäugte jetzt all die Schalter, Knöpfe und Hebel daran. Es brachte ihm noch einmal vor Augen, dass er dieser Aufgabe nicht gewachsen war, dass er nicht in die Fußstapfen des Mannes treten konnte, der diese Waffe vorher in den Händen gehalten hatte. Aber er würde sein Bestes geben. LaRouche drehte den Zündschlüssel des alten Chevrolet und der Motor sprang zuverlässig an. Die Reifen quietschten auf dem Weg durch das Parkhaus. Als sie endlich am Ausgang angelangt waren, fiel eine schwere Stille über sie. Alle strengten die Augen an, suchten die Umgebung nach Anzeichen von Milos Konvoi ab, der unaufhaltsam Richtung Krankenhaus rollte. Keiner von ihnen wollte sich vorstellen, was er mit ihnen oder den Überlebenden im Hospital anstellen würde, wenn er sie bei ihrem Fluchtversuch entdeckte. Vor ihnen sah Harper die skelettartigen Überreste der Dekontaminationszelte und der Checkpoints, die sie auf dem Weg hatten, passieren müssen. LaRouche wurde langsamer, um den Wagen sicher durch sie hindurch zu buxieren, beschleunigte aber wieder, sobald er sie hinter sich gelassen hatte. Er nahm Seitenstraßen, die Harper vom Weg zum Krankenhaus nicht wiedererkannte. Sie bogen rechts in eine zweispurige Straße ab. Auf dem Schild stand North Street. Harper musterte die geplünderten Häuser zu seiner Linken. Zu seiner Rechten lag ein großer Friedhof. Zwischen den Grabsteinen lagen Leichen, und es schien, als ob die Toten sich einen geeigneten Platz gesucht hatten, um auf ihre Beerdigung zu warten. LaRouche bog links in die Third Street ab, die auf beiden Seiten von alten, neuen und erst kürzlich renovierten Häusern gesäumt war. Hier gab es relativ wenig Hindernisse oder sonstige Gefahrenquellen, und es schien ganz so, als ob LaRouche wusste, auf welchen Strecken man schnell vorankam, und auf welchen nicht. Sie kamen zu einer Kreuzung mit einer Hauptverkehrsader, und es war in diesem Moment, dass eine alte Gewohnheit ihre Leben retten sollte. Gedanken verloren, steuerte LaRouche die Karosse durch die Straße, quasi auf Autopilot, genau wie Harper, der nach der Arbeit auf dem Weg nach Hause über die Geschehnisse des Tages nachdachte, und auf einmal vor der Haustür stand, ohne zu wissen, wie er dort angekommen war. Irgendwie hatte er es geschafft, allen Hindernissen auszuweichen, nicht von der Straße abzukommen und an allen Ampeln und Stoppschildern anzuhalten, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein. In der toten Welt Smithfields gab es keinen Grund, sich um die Verkehrssicherheit zu kümmern, denn es gab niemanden sonst auf der Straße. Aber in diesem Zustand beinahe unbewussten Fahrens bemerkte LaRouche noch immer die Kreuzungen, die Ampeln, auch wenn sie keinen Strom hatten, und die breite weiße Linie, an der es zu halten galt. Vor der Kreuzung trat LaRouche auf die Bremse, wurde langsamer und hielt an. Harper konnte seine Neugier nicht verbergen, als er ihn fragte, warum halten sie? LaRouche bemerkte erst jetzt noch, während er nach links und rechts schaute, was er tat, und wollte den Fuß schon von der Bremse nehmen, um wieder loszufahren, als er einige Häuserblocks entfernt zu seiner Linken etwas bemerkte. Er richtete sich in seinem Sitz auf und stemmte beide Füße auf das Bremspedal. Scheiße! Harper und Miller waren augenblicklich alarmiert und schnappten sich ihre Waffen. Einige Kreuzungen weiter gen Osten rollte ein grüner Humvee in die entgegengesetzte Richtung. Auf der Ladefläche konnten sie einen Mann an einem Fünfziger-Kaliber- Geschütz stehen sehen. Ihm folgten drei weiße Pickup-Trucks. Scheiße! Das ist Milo, flüsterte LaRouche, als ob Milo ihn hören konnte. Als der letzte Truck die Kreuzung verließ, schoss Harper's Arm nach vorne und zeigte auf ihn. Das ist unser Truck. Das ist unser Truck. Milo hat unseren Truck. Miller stand neben sich. Den müssen wir uns wieder zurückholen. LaRouche warf den beiden einen Blick zu, als ob sie den Verstand verloren hätten. Wollte er mich verarschen? Harper merkte nicht, dass er eine Grimasse schnitt. Allein der Gedanke, den Pickup zurückzuerobern, war entsetzlich. Sein Blutdruck schoss in die Höhe und es erinnerte ihn an die Tage im Büro, an denen etwas schiefgegangen war. Aber das war nichts gegen diese Situation. Das hier war viel schlimmer. Der Vergleich schien ihm so lächerlich, dass er ein Lachen unterdrücken musste. Vor zwei Monaten noch war es ein stressiger Tag gewesen, wenn der Boss einen zusammenstauchte, weil man einen Fehler gemacht hatte. Heutzutage bedeutete ein stressiger Tag ein Feuergefecht nur, weil man seine eigene Familie ernähren wollte. Wie die Zeiten sich ändern? Wir müssen ihn uns zurückholen, wiederholte Miller, als ob Harper ihn nicht gehört hätte. Es wäre um so vieles leichter gewesen, nach Camp Rider zurückzukehren als Feigling, aber als Feigling ohne Einschusslöcher. Es wäre nicht nur einfacher, sondern auch sicherer. Einfach aufgeben, nachgeben, sich mit seinem Schicksal zurechtfinden. Einfach seine Familie um sich scharen und auf den Hungertod warten, während man an Ästen und Erde knabberte und sich sonstigen Scheiß zwischen die Zähne schob, um das Loch im Bauch zu stopfen. Ja, selbst das schien besser, als den Truck zurückzuerobern. Aber es ging nicht um ihn. Es ging um Marie, die zwei Portionen Reis und Bohnen streckte, weil sie felsenfest davon überzeugt war, dass Hilfe kommen würde. Es ging um Buzz, der so aufrecht wie ein stolzes Monument dastand, innerlich aber Todesängste um die Leute litt, die zu ihm aufschauten, und der ihre Blicke an Harper weitergab. Es ging um Käpt'n Harden, mit achtzehn Nähten im Rücken und einem fehlenden Zahn, der in einer dunklen Abstellkammer hockte und die Hände hinter dem Rücken verbunden hatte. Und er tat das alles nur, weil er an etwas glaubte, das größer war als er selbst. Käpt'n Harden, der wie ein wildes Tier kämpfte, nur um ein paar unschuldige Leben zu retten, der sich selbst jetzt darauf vorbereitete, alleine einem Verrückten gegenüber zu treten. Käpt'n Harden, der seine Begleiter mit dem Versprechen befreit hatte, dass er auf sich selbst aufpassen könnte. Wenn es möglich gewesen wäre, an Scham und Schande zu sterben, dann war Harper sich sicher, dass ihm genau das widerfahren würde, wenn er mit leeren Händen zurück nach Camp Rider fuhr. Jetzt ging es ums Ganze. Ja, stimmte Harper ein, den holen wir uns zurück. Alles braucht einen Auslöser. Lee wusste das aus persönlicher Erfahrung. Jeder, der behauptete, derselbe Mensch wie noch vor einem Jahr zu sein, war entweder naiv oder ein Lügner. Das hatte auch vor Beginn der Apokalypse, seit Anbeginn der Menschheit gegolten. Die Leute veränderten sich. Jede Minute, jede Erfahrung nagte an ihnen wie Wind oder Wasser, das sich über Jahrtausende hinweg durch Gestein fraß, um tiefe Schluchten zu bilden. Manchmal veränderten einen die Erfahrungen in kleinen, kaum merklichen Schritten. Aber es gab auch andere, die nuklearen Explosionen glichen und einen in einem einzigen Augenblick komplett umkrempelten. Wie auch immer der Auslöser aussah, niemand konnte sich dem Zahn der Zeit widersetzen. Lee's Auslöser an jenem Tag war die Tatsache, dass seine Moralität, sein gesamter Ethikkodex und sämtliche Ideale, die er als junger Mann hochgehalten hatte, wie eine Glühbirne ein- und ausgeschaltet werden konnten. Wie in jedem Menschen, der je einen Fuß auf diese Erde gesetzt hatte, gab es auch tief in ihm ein kleines wildes Tier, das durch die Gesellschaft und ihre Auffassung von Gut und Böse im Zaum gehalten wurde. Es bedurfte nur des richtigen Auslösers, um es freizulassen. Lee war zwölf Jahre alt gewesen, als er Rudy Storwell bei einem American Football Spiel einen Bodycheck verpasste und ihn unsanft zu Boden warf. Das war aus zwei Gründen völlig inakzeptabel. Rudy war ein Jahr älter als Lee und hatte eine Freundin, die unglücklicherweise auch noch zuschaute. Nicht nur tat ihm sein Hintern weh, viel schlimmer noch, sein Stolz war verletzt. Also sprang er sofort auf und stürzte sich auf Lee. Es folgte eine Rangelei, die von einem zufällig vorbeigehenden Lehrer unterbrochen wurde. Lee dachte, dass die Sache damit erledigt war, aber Rudis Stolz wollte keine Ruhe geben. Am nächsten Tag, als Lee vor dem Sportunterricht in die Umkleidekabine ging, rammte Rudy ihn von hinten und verpasste ihm einen Schlag nach dem anderen ins Gesicht. Lee konnte sich noch gut an den anfänglichen Schock erinnern, als er von dem Spind abprallte und ihm erst dann auffiel, was Rudy gerade getan hatte. Die Empörung brannte in ihm wie Feuer. Rudy hatte ihn von hinten angegriffen, ihm nicht einmal die faire Chance gegeben, sich zu verteidigen. Als die Fäuste des älteren Schülers auf sein Gesicht einschlugen, war Lee, wie er sich gut erinnern konnte, immer wieder durch den Kopf geschossen, das ist nicht fair, er kämpft nicht fair. Es war Usus für Zwölfjährige einen Ort und einen Zeitpunkt zu vereinbaren, um so etwas auszufechten, ohne beißen, treten oder kratzen, umringt von Freunden, die die beiden Kämpfer anfeuerten. Und plötzlich legte sich bei Lee ein Schalter um. Plötzlich wusste er, dass Fairness, Aufrichtigkeit, Ehre und Moral allesamt exzellente Ideale darstellten, die man zu Friedenszeiten hochhalten sollte. Aber wenn die Kacke am Dampfen war, gab es keine fairen Kämpfe, sondern nur Gewinner und Verlierer. Und um zu gewinnen, musste man schneller, aggressiver, psychopathischer handeln als sein Gegner. Man musste mit brutaler Entschiedenheit agieren und sehen, dass man den Kampf so schnell wie möglich für sich entschied. Also ließ sich der Zwölfjährige Lee auf seinen Hintern fallen und versenkte einen Aufwärtshaken in Rudis Tovelts Eier. Als Rudy lautstöhnend gegen den Spind sackte, raffte Lee sich unter ihm auf, schlug dreimal die Spindtür in Rudis Gesicht, brach ihm die Nase sowie beide Schneidezähne aus und spaltete seine Oberlippe bis zu den Nasenlöchern. Rudy und Lee wurden beide rausgeschmissen und auf andere Schulen geschickt. Es war der erste und einzige Kampf, den Lee in seiner Kindheit ausgetragen hatte. Aber er hatte ihm eine wichtige Lektion über die Natur des Menschen erteilt. Sie waren lediglich eine Tierart unter vielen. Und wie jedes Biest, vom gefährlichsten Raubtier bis zum kleinsten Aasfresser, konnte man einen Menschen nur so weit bedrängen, ehe er anfing, wild um sich zu schlagen. Lee grübelte in der Dunkelheit seiner Abstellkammer darüber nach. Er hatte sich an die Wand der Tür gegenüber gelehnt und verspürte eine merkwürdige Ruhe. Außer seinen Gedanken und Erinnerungen war er völlig auf seine Umgebung konzentriert, spürte die Vibrationen von Leuten, die an seiner Kammer vorbeigingen, und lauschte ihren gedämpften Unterhaltungen. Er ist da. Scheiße, ab mit dir in dein Zimmer. Ich will nicht in der Nähe sein, wenn dieser Psychopath hier ankommt. Er lauschte weiter und wartete. Wartete wie eine Spinne unter ihrem kleinen Steinchen, zusammengekauert in ihrem dunklen Hort, sämtliche Sinne nach außen gekehrt. Er bestand aus kaum mehr als Geduld und Instinkt, wartete auf den richtigen Augenblick, auf die Chance, auf einen Fehler. Draußen wurde es immer geschäftiger, bis das Treiben einen Höhepunkt erreichte, um dann wieder abzuklingen. Es folgte eine lange, leere Stille im Krankenhaus. Eine Stille wie in einer düsteren Baracke, in der jeder schlief. Aber hier schlief niemand. Sie warteten. Lee nutzte die Gelegenheit, zog sich auf die Beine und blickte sich erneut um. Er hatte mittlerweile so lange in der düsteren Abstellkammer mit dem schummrigen roten Notlicht verbracht, dass seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Jetzt, da er sich sicher war, dass ihn niemand in den nächsten Minuten stören würde, weil jeder damit beschäftigt war, den roten Teppich für Milo und seine Männer auszulegen, wollte Lee sich ein wenig umsehen. Vielleicht gab es doch etwas, was er als Werkzeug oder Waffe benutzen konnte. Die Abstellkammer war komplett leer geräumt. Selbst ein Vorhang in der Mitte der Kammer war abgenommen worden. Auch das Telefonkabel war aus der Wand gerissen und Lee konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, warum. Selbst wenn sie diese Abstellkammer als Zelle benutzten, wovon er mittlerweile überzeugt war, gab es kein Telefonnetz mehr. Vielleicht befürchteten sie, dass jemand das Kabel selbst auf ungute Weise zweckentfremden konnte. Aber Lee war nicht an einem Kabel interessiert. Er suchte nach etwas Scharfen, irgendetwas mit einer Spitze oder Kante. Sie hatten seine Handgelenke mehrere Male auf seinem Rücken mit Panzerwand umwickelt, und während es stark genug war, seinen Bemühungen sich herauszuwinden, standzuhalten, würde er es mit relativer Leichtigkeit schneiden können. Er müsste nur ein Loch oder einen kleinen Riss hineinbekommen, um es aus eigener Kraft aufreißen zu können. Seine erste Aufgabe lautete, die Hände befreien. Er hatte bereits versucht, über die Arme zu steigen, sodass er die Hände zumindest nicht mehr hinter dem Rücken hatte, aber er war einfach nicht gelenkig genug. Die erste Aufgabe war also nach wie vor zu lösen, etwas Scharfes finden. Vier Male durchstöberte er die Abstellkammer, dachte immer wieder, dass es irgendetwas geben musste, mit dem er das Panzerband durchschneiden konnte. Ein Stück Plastik, das er brechen könnte, oder irgendein Stück Metall mit einer Kante. Irgendwo im Krankenhaus wurde eine Tür ins Schloss geworfen. Stimmen. Lee knurrte das einzig beschissene Krankenhauszimmer der Welt, in dem man nichts Scharfes auftreiben kann. Die Stimmen kamen näher, bis Lee die einzelnen Sprecher unterscheiden konnte, die eine hitzige Diskussion führten. Genaue Worte aber konnte er nicht verstehen. Sie hielten inne, und Lee schätzte, dass sie sich irgendwo in der Nähe des Stationszimmers befanden. Frustriert ging er schnell wieder zu seiner Wand, setzte sich genauso hin wie zuvor und wartete. Der Putz war noch warm. Was auch immer die Stimmen besprachen, eine schien das letzte Wort gehabt zu haben, denn die Unterhaltung brach endgültig ab. Kurz darauf ertönten Schritte, die den Flur entlang näher kamen, bis sie vor der Tür zu Lees Abstellkammer anhielten. Lee hörte ein erbärmliches Wimmern. Das Schloss knarzte, und die Klinke begann sich zu bewegen. Lee kniff die Augen zusammen, um sich auf das helle Tageslicht vorzubereiten, das gleich in sein Gefängnis eindringen würde. Die Tür öffnete sich, und er konnte eine Gruppe Männer unter dem Türrahmen ausmachen. Er versuchte, sie zu zählen, aber es war so grell, dass er durch die beiden dünnen Schlitze seiner Lieder keine Details erkennen konnte. Lee fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und bemerkte, dass sein Mund trocken war. Das Wimmern hörte nicht auf. »Darum darf ich Nicole nicht sehen. Was habt ihr mit ihr gemacht?« Lee kannte die Stimme. Die Gestalten im Türrahmen bewegten sich. Lee öffnete die Augen ein wenig mehr, um sie ausmachen zu können. Er sah den dünnen Rücken, das lange, zottelige Haar, nass vor Schweiß, sonstigen Körperflüssigkeiten und Regen. Doc hatte Lee den Rücken zugewandt und redete mit jemandem, aber er erhielt offensichtlich nicht die Antwort, die er sich erhofft hatte. Und dann wurde Doc aus dem Weg geschoben, und ein dünner, großer Mann trat auf ihn zu. Lee konnte sein Gesicht zwar nicht erkennen, wusste aber, dass der Typ ihn anstarrte. Der Mann breitete die Arme aus und lachte. »Jesus, Maria und Josef! Haha! Ist es möglich, oder kann ich meinen eigenen Augen nicht mehr trauen?« Die Stimme des Mannes war in seltsamer Weise melodisch, aber irgendetwas an ihr störte Lee, wie eine Violine in einem Orchester, die nicht vernünftig gestimmt war, eine misstönende Weise, die sich über den Rest erhob und dem Ganzen einen sauren Unterton bescherte. Lee spürte, wie sein Herz schneller zu schlagen begann. Er ist verrückt. Der dünne Mann schlenderte in die Abstellkammer, die Arme noch immer ausgebreitet, als ob er in Lee einen alten Freund sah und ihn herzlich begrüßen wollte. Die ganze Zeit über gluckste er in sich hinein, als ob er ein Kind war, das ein großes Geheimnis bewahrte, von dem keiner sonst wusste. Er hielt vor der Wand an, an der er Lee reglos lehnte und kniete sich nieder. Endlich konnte Lee sein Gesicht im Schein der roten Notlichtlampe studieren. Der Mann besaß eine frische Narbe auf der Wange, die mit schwarzem Faden zugenäht worden war. Seine Augen glühten in der Dunkelheit vor kranker Fröhlichkeit. Dann öffnete er erneut den Mund und sprach mit leiser, zurückhaltender Stimme, als ob er versuchte, seine Zufriedenheit unter Kontrolle zu halten und sich nicht unkultiviert zu geben. »Du musst der Käpt'n sein. Zumindest nennen dich alle so.« Lee nickte. »Und du bist Milo?« »Niemand mag dich.« Milo zuckte mit den Achseln und legte eine Hand auf wie es Schulter. Die Leute sind so, er überlegte, suchte nach dem richtigen Wort, kleingeistig. »Natürlich bin ich der Erste, der zugibt, dass ich keine großen Chancen bei einem Beliebtheitswettbewerb hätte. Aber ich tue, was getan werden muss, und lasse mich nicht von meiner Menschlichkeit regieren, wenn es ums Überleben geht.« Er lächelte, und seine Zähne schienen blutrot zu glühen. »Ich bin sicher, dass du das verstehst.« Lee schwieg. Er lehnte sich näher zu Lee, die Stimme verschwörerisch gesenkt. »Ich kann durchaus verstehen, dass du mich zu diesem Zeitpunkt nicht besonders schätzt, Käpt'n. Aber ich versichere dir, ich will niemandem etwas antun. Leider jedoch werde ich immer wieder dazu gezwungen, und daraus sind dann nun völlig übertriebene Geschichten entstanden, was meine Methoden angeht. Ich hoffe jedoch, dass du als Mann mit gesundem Menschenverstand verstehst, dass eine Zusammenarbeit uns beiden nichts als Gutes bringen würde.« Lee drehte ihm seinen Rücken zu. »Kannst mir das Panzerband abnehmen?« Milo lachte. »Nein, so weit sind wir noch nicht. Ich möchte, dass wir Freunde werden. Aber du hast ein gewisses Geschick, wenn es darum geht, mir Probleme zu bereiten. Deswegen möchte ich dich vorerst gefesselt lassen.« »Das ist wahrscheinlich nicht dumm«, gab Lee zurück. »Aber bevor ich meine Zeit damit verschwende, dich näher kennenzulernen«, Milo rieb sich die Hände. »Hast du überhaupt vor, mit mir zu kooperieren?« »Wie denn?« Milo wischte sich kurz den Schweiß von der Stirn, und Lee sah die nur oberflächlich gaschierte Ungeduld in seinem Gesicht. »Tja, nun, soweit ich weiß, besitzt du da so ein Gerät. Ein Gerät, das es dir ermöglicht, Bunker zu lokalisieren, die vollgestopft sind mit Vorräten und anderen Sachen, die ich brauche.« »Oh«, antwortete Lee und runzelte die Stirn. »Die sind aber nicht für dich.« Milos Miene wurde kalt. »Doch sind sie.« »Denn du gehörst mir, Käpt'n, ob es dir gefällt oder nicht«, er räusperte sich. »Ich würde ehrlich, ehrlich, liebend gerne eine freundliche Beziehung zu dir aufbauen. Ich bringe dir das Gerät, du zeigst mir all seine Geheimnisse, ich hole mir, was ich brauche, und ich lasse dich zufrieden. So einfach ist das.« Lee schüttelte langsam den Kopf. »Das ist eine Lüge.« Die beiden Männer starrten sich stillschweigend an. »Du bist ein gebrochener Mann, Käpt'n.« Milos Stimme schwang beinahe Mitleid mit. »Du kämpfst noch für ein Land, das nicht mehr existiert. Man könnte sagen, dass das System an sich von gestern ist. Du glaubst noch an deine veralteten Konzepte von Güte und Rechtschaffenheit, an all die alten Sachen, mit denen man aufgewachsen ist. Hast du dich in letzter Zeit umgeschaut? Ist dir aufgefallen, dass jetzt alles ganz anders läuft?« »Wir leben in grausamen Zeiten, in fürchterlichen Zeiten, Käpt'n. Das ist eine Tatsache, die niemand mehr hasst als ich.« Er wandte sich von Lee ab. »Ich würde gerne ein Faulenzer sein, Käpt'n, und auf meinem Arsch hocken, wie ich es die letzten Jahre getan habe, und mein Leben als Junkie verbringen. Das ist nämlich einfach. Aber dazu habe ich keine Zeit mehr. Es gibt niemanden, auf den ich mich verlassen kann, sodass ich den Teil meines Lebens getrost abhaken kann. Es gibt Arbeit zu tun. Das musst du verstehen. Die Bedrohung durch Infizierte muss neutralisiert werden, ehe wir mit dem Wiederaufbau beginnen können. Oder hast du vor, diesen Teil einfach zu ignorieren?« »Nein?« Lee sammelte sämtliche Spucke in seinem Mund und schluckte sie dann. »Du hast recht. Es ist notwendig. Aber du bist nichts weiter als ein gemeiner Verbrecher, Milo. Ein gewöhnlicher Gauner. Niemand will dich. Niemand braucht dich. Ich werde dir nicht helfen.« »Gut.« »Milo stand auf. Die Stimme eiskalt.« »Ich mag es nicht, dass du mich dazu zwingst. Es wäre mir wirklich lieber gewesen, wenn wir zu einer beidseitig genehmen Lösung gekommen wären.« Lee's Ton änderte sich ebenfalls. Auch in seiner Stimme klangen keinerlei Gefühle mit. »Es gibt keine Lösung.« »Verstanden.« Milo drehte sich auf der Stelle um und ging zur Tür. Aus dem Schatten trat Doc auf ihn zu und packte ihn am Arm. »Wo ist Nicole? Wo ist sie?« Milo entzog sich ihm und verpasste Doc eine Ohrfeige mit dem Handrücken. Lee sah erst jetzt den blutigen Verband um Docs linke Hand und fragte sich, was darunter wohl alles fehlte. Ein Riese von einem Mann trat ein und warf Doc zu Boden. Es folgte das eindeutige Geräusch des Reißens von Panzerband. Dann wurden Doc die Hände auf dem Rücken gefesselt, während er nur einen knappen Meter von Lee mit dem Gesicht auf den Boden gepresst lag. Doc wehrte sich nicht und mied Lees Blick. Fettige Strähnen hingen ihm ins Gesicht, sodass Lee nicht einmal seine Augen sehen konnte. Er murmelte ständig etwas vor sich hin, fragte immer wieder nach Nicole, wer immer sie auch sein mochte. Während der ganzen Zeit stand Milo stumm daneben und beobachtete das Treiben mit ausdruckslosen Blicken. Als die Männer Doc endlich gefesselt hatten, trat Milo kurz mit dem Stiefel gegen Docs Arm. »Doc«, erhob Milo die Stimme, schien aber ganz woanders zu sein. »Ich bin nicht gerade stolz darauf, aber ich habe dich während der letzten Wochen benutzt.« »Nicole hat eine Kooperation garantiert, und du warst uns eine solche Hilfe, dass ich dich auf keinen Fall verlieren wollte. Aber wie alles im Leben findet auch das gute Mal sein Ende.« Milo beugte sich über Docs kümmerlichen Körper. »Jetzt mal ehrlich, du musst es doch gewusst haben. So ein hübsches Mädchen, zusammen mit einem Haufen zwielichtige Gestalten wie Big G hier. Was glaubst du wohl ist passiert?« Es schien, als ob der letzte Funkenleben aus Doc gewichen war. Er blieb wie ein Leichnam still auf dem Boden liegen. Milo klopfte ihm auf den Rücken. »Klar. Ich bin mir sicher, dass du es schon längst gewusst hast und dir nur nicht eingestehen wolltest. Ich glaube, es war Big G, der sie als letzter hatte, und ich bin mir sicher, dass er beteuern kann, dass sie... Nun, sie war wahrscheinlich zu fertig von den ganzen Pillen, um sich an irgendwas erinnern zu können. Aber was das betrifft, Schmerzen wird sie auch keine mehr gespürt haben. Ich hoffe, dass dich das zumindest etwas tröstet.« Dann drehte sich Milo zu Lee um und schenkte ihm ein Lächeln. Er blinzelte ihm zu, als ob sie alte Schulfreunde wären und die Geschichte von Nicoles Vergewaltigung die Situation aufweitern würde. Unter dem Türrahmen standen weitere Männer, Gesichter, die Lee nicht kannte. Manchen schien das Schauspiel zu gefallen, während andere wie Schumate oder Javier beschämt zu Boden blickten. Doc atmete langsam und regelmäßig, gab aber keinen Ton von sich. Es klang, als ob sein Körper hohl war. »Wie auch immer«, sagte Milo schließlich, schüttelte enttäuscht den Kopf und ging zur Tür, um Lee und Doc alleine zu lassen. Feuer In der Stille der Abstellkammer konnte man lediglich Docs Atmen hören. Lee lehnte sich erneut mit dem Rücken gegen die Wand und wartete auf den Moment, in dem die Nachrichten bis in Docs Bewusstsein vordringen und ihn schreien lassen würden. Lee hatte keine Ahnung, wer diese Nicole war. Doc hatte sie noch nie erwähnt, aber es war offensichtlich, dass sie ihm wichtig war. Nach ein paar Minuten wurde Lee klar, dass dieser Moment nicht kommen würde. Doc begann nicht zu weinen oder zu schreien. Er tat nichts, außer diese langen, tiefen Atemzüge zu nehmen. Allmählich ebten auch diese ab, bis er nur noch mit dem Gesicht zu Boden gepresst da lag. Jetzt vegetierte er nur noch vor sich hin. »Doc«, murmelte Lee. Es kam keine Antwort, nicht einmal eine Bewegung. »Doc«, versuchte es Lee erneut. »Wer ist Nicole?« Endlich rührte sich Doc und rollte auf die linke Seite, um Lee anzuschauen. Sein Kopf hing schlaff herab, die Augen schienen in der Dunkelheit verloren und waren auf tief eingesunkene, finstere Kreise reduziert. Eine Strähne klebte an seinen Lippen und flatterte in der Luft zwischen ihnen hin und her. »Du musst mir sagen«, begann Lee im Flüsterton. »Wäre da nicht die leise Bewegung seiner Lippen gewesen, hätte Lee höchstwahrscheinlich nichts von Docs Antwort mitgekriegt. Und das, was er hörte, ergab keinen Sinn.« »Was?« Lee lehnte sich vor. »Was hast du gesagt?« Docs Lieder flatterten, während er genug Kräfte sammelte, um erneut zu antworten. Als er die Augen wieder öffnete, schienen sie in ihren tiefen Höhlen zu glänzen. »Ich war es.« »Ich habe es getan.« »Ich allein.« »Ich, äh...« Lee schüttelte den Kopf, als er versuchte, das Vernommene zu etwas Sinnvollem zusammenzusetzen. »Wie soll ich das verstehen?« »Weil ich dachte, dass sie Nicole haben, Käpt'n.« Docs Stimme wurde lauter, nachdrücklicher. »Ich habe es getan.« »Ich dachte, Milo hatte sie in seiner Gewalt, und ich war der Überzeugung, dass er sie töten würde, wenn ich nicht seinen Anweisungen folgte. Er hat versprochen, sie am Leben zu lassen. Er hat's versprochen.« »Was hast du getan?«, fragte Lee vorsichtig. Doc wackelte mit dem Kopf und rollte auf den Rücken. Er starrte die Decke an. »Er hat mir befohlen, es zu tun, Käpt'n.« »Ich hatte keine andere Wahl.« »Ich wollte nicht, dass es so ausgeht.« »Aber es ist alles meine Schuld.« »Ich habe es getan und konnte es nicht aufhalten.« »Ich konnte nichts machen.« »Plötzlich sprach er mit einer solchen Inbrunst, dass er zu spucken begann.« »Ich habe Cara nicht retten können und Nicole auch nicht.« »Verdammt«, stammelte Lee, der das Puzzle langsam zusammensetzte. »Ich habe das Loch in den scheiß Zaun geschnitten.« Doc zog eine Grimasse. »Ich habe den Zaun sabotiert, den CD-Spieler aufgestellt und die CD reingelegt. Ich dachte, ich habe es ernsthaft geglaubt, dass ich dich kriegen würde. Und dann wollte ich mit dir und deinem verdammten Gerät mit vorgehaltener Waffe aus Camp Rider fliehen und dich zu Milo bringen. Und ich wollte Nicole retten. Das war der Plan. Nicole retten.« »Er hat das Loch in den Zaun geschnitten.« Er hat es getan, weil er wusste, dass sich alle auf dem Platz versammeln und nicht merken würden, dass er mich entführt. Was er aber vorhatte, nachdem sie durch den Zaun geschlüpft waren, war Lee ein Rätsel. Vielleicht warteten Milos Männer in der Nähe, um ihm Lee abzunehmen. »Doc, aber du warst nicht da. Nichts geschah so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Du bist einfach aufgestanden, als wäre nichts gewesen. Und du hast die Infizierten bekämpft, als ob du Kraftfutter gefressen hättest. Du hast den ganzen Plan vermasselt.« Lee's Stimme unterbrach Docs Geschwafel. »Doc, wo ist Josh?« »Was ist mit ihm passiert?« Es folgte eine unheimliche Stille. Dann antwortete Doc endlich, »Ich habe ihn erschossen.« »Ich habe ihm einen Bauchschuss verpasst und ihn dann zurückgelassen. Wie ein Tier. Wie ein verdammtes Tier. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Hätte ich nur gewusst, dass sie Nicole bereits getötet hatten. Ich hätte ihn nicht umgebracht. Ich hätte auch kein Loch in den Zaun geschnitten. Ich wäre auch nicht...« Jetzt schien er förmlich zu explodieren. »Mit auf diesen scheiß Trip gekommen!« »Lieber Himmel!« Lee spürte, wie sich ihm der Magen umdrehte. »Du!« Lee stellte sich das Erzählte vor. Vor seinem inneren Auge sah er, wie Doc eine Kugel in Joshs Magen versenkte, wie der junge Mann sich wand und starb. Er konnte das Blut sehen, die Gedärme riechen, die erbärmlichen Schreie hören. Es war, als ob er direkt daneben gestanden hätte, und während der ganzen Zeit sah er Doc, der ebenfalls zuschaute, aber nichts unternahm. Doc, der Schwächling. Doc, der Feigling. Doc, der Nörgler. Er hatte sie überredet, mit auf den Trip zu kommen, wollte sie aber die ganze Zeit hintergehen. Er war derjenige, der Josh umgebracht und all die wertvollen, hart erkämpften Vorräte dem Feind überlassen hatte. Der Lügner, der Verräter. Doc. Lee fehlten die Worte. Er wollte etwas sagen, aber es blieb ihm im Hals stecken. Ein wahrer Tsunami an Gedanken überfiel ihn, sodass er mit offenem Mund dasaß und versuchte, sie in Sprache umzusetzen. Aber er schaffte es einfach nicht, als ob er plötzlich stumm geschaltet worden wäre. Der neblige Schock der Fassungslosigkeit rüttelte ihn durch. Oder vielleicht wollte er das Ganze auch einfach nicht wahrhaben. Aber trotzdem war jetzt alles klar. Winzige Details tauchten wieder auf, wie Treibgut das aus einem untergegangenen Schiff an die Oberfläche taucht. Zum einen gab es Docs absolute Überzeugung, dass die Menschen von Camp Rider ihm früher oder später Caras Tod vorwerfen würden. Außerdem war er extrem erpicht darauf mitzukommen. Aber kaum waren sie losgefahren, schien er nur noch zu nörgeln. Nichts passte ihm. Und dann wollte er auch noch zusammen mit Lee nach Smithfield. Lee fragte sich, ob es überhaupt jemals eine aufrichtige Unterhaltung zwischen ihnen gegeben hatte, oder jede Entscheidung, die Doc getroffen hatte, einzig und allein dazu gedient hatte, Lee in eine Falle zu locken. Zwei gegensätzliche Emotionen kämpften in seinem Inneren um Kontrolle. Zuerst gab es den Hass, der Stachel des Verrats, die Schmach, der Erkenntnis, dass er Doc von vorne bis hinten auf den Leim gegangen war. Alles in ihm verlangte nach Rache. Der kindliche Instinkt, seelische Schmerzen mit körperlichen zu vergelten, baute sich in ihm als Erwachsener auf, sodass er Docs Schädel zur Brei hätte treten können. Aber es gab auch eine morbide Neugier in ihm, das unendliche Verlangen nach Erklärung. Das Warum? Er wollte eine Tatsache finden, die alles begründen konnte. Irgendetwas, das Lee aus der Verantwortung zog. Etwas, von dem er sagen könnte, siehst du? Das hätte jeden hinters Licht geführt. Es war nicht deine Schuld. Stattdessen aber brachte er lediglich ein »Wie« hervor. Doc fragte nicht nach, sondern begann einfach wieder zu sprechen. »Als das mit den Infizierten losging, sind wir zu meinen Eltern gefahren. Wir waren Studenten an der Duke-Universität. Aber als wir ankamen, waren meine Eltern schon längst weg. Ich glaube, die waren bereits evakuiert. Ich glaube, alle waren schon evakuiert. Also sind wir einfach da geblieben, hatten keine Ahnung, was wir als nächstes tun sollten. Wir waren fest davon überzeugt, dass die Regierung uns schon früher oder später holen würde, waren uns sicher, dass uns irgendjemand retten würde. Aber die einzigen, die kamen, waren Milo und seine Leute. Sie wussten, dass wir da waren, obwohl wir uns versteckten und keinen Mucks von uns gaben. Ich glaube, die haben das Haus schon eine Weile beobachtet. Oder vielleicht auch nur Nicole. Seine Stimme überschlug sich beinahe. Als sie bei uns eingebrochen sind, habe ich nicht gekämpft. Ich hätte etwas tun sollen, irgendetwas, aber ich stand einfach mit erhobenen Händen da. Ich war mir sicher, dass sie nur Essen oder Wasser suchten. Vielleicht wollten sie auch die Sachen meiner Eltern stehlen. Ich habe ihnen gesagt, dass sie nehmen sollten, was sie wollten, um uns dann in Ruhe zu lassen. Aber sie zeigten keinerlei Interesse an all den Sachen. Ich weiß noch, wie Milo reinkam. Ich hatte eine solche Angst. Allein seinen Blick. Er lächelte. Die Augen aber blieben eiskalt. Sie machten mir Angst. Oder das, was ich darin erkannte. Und dann sah er Nicole. Er fuhr mit den Händen durch ihr Haar. Ich weiß nicht mehr wie, aber irgendwie hat er herausgefunden, dass wir beide Medizin studierten. Das gab ihm zu denken. Und er formte irgendeinen Plan. Dann befahl er seinen Männern, Nicole in den großen grünen Hammer zu bringen, der vor der Tür stand. Ich konnte ihre Schreie sogar im Haus noch hören. Und Milo erzählte mir von Camp Rider, wo es lag. Meinte, er würde mich hinbringen, weil sie einen Arzt brauchten. Aber ich würde für ihn arbeiten. Wenn ich mich weigern sollte, würden sie Nicole umbringen. Also fuhren sie zu Camp Rider und ließen mich einen Kilometer davor aussteigen. Ich habe mir beinahe in die Hose gemacht. Alleine den weiten Weg auf mich zu nehmen. Aber ich konnte an nichts anderes als Nicole denken. Als ich zum Tor kam, sah ich Bass. Er nahm mich auf, gab mir zu essen und zu trinken. Ich erzählte ihnen von meinem Studium. Und sie konnten ihr Glück kaum fassen. Aber ich war nicht da, um ihnen zu helfen. Ich wollte nur mir selbst helfen. Ich hätte alles für Nicole getan. Lee holte tief Luft und zwang sich mit ruhiger Stimme zu sprechen. Wie lange ist das her? Keine Ahnung. So um die zwei Wochen vielleicht. Vielleicht auch ein bisschen länger. Ich habe mein Zeitgefühl verloren. Aber Milo und du, ihr standet weiterhin in Kontakt? Wollte Lee wissen. Klar, der Doc schien völlig geistesabwesend. Da gibt es einen Baum direkt neben dem Zaun. Da musste ich immer hin, um die Nachrichten abzuholen, die er nachts unter einen Stein legte. Wenn nicht er, dann irgendjemand. So hat er Kontakt mit mir gehalten und mir mitgeteilt, dass ich meine Augen nach dir offen halten sollte. Du hast also die ganze Zeit. Ich habe versucht, dich in eine Falle zu locken, nickte Doc. Eigentlich wollte ich es nicht. Herrlich. Aber ich hatte keine Wahl. Wir haben mit einer Straßensperre auf uns gelauert, waren bereit, uns auf dem Rückweg vom Bunker zu überfallen. Wir hätten um zwölf dort sein sollen. Oder Nicole müsste sterben. Das haben sie mir zumindest gesagt. Und wie hat er von mir erfahren? Bohrte Lee nach. Doc zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung. Das hat er mir nie gesagt. Ich sollte nur die Augen nach einem Soldaten offenhalten, der mit einer Frau und zwei Kindern unterwegs ist. Er hat behauptet, dass er mit dir reden wollte, dass du Zugang zu Vorräten hast. Aber er hat mir nie verraten, woher er die Informationen hatte. Muss mein Bunker gewesen sein, mormelte Lee mehr zu sich selbst als zu Doc. Doc starrte Lee an. Du willst mich jetzt wahrscheinlich umbringen, oder? Lee erwiderte seinen Blick und überlegte, was er als nächstes sagen sollte. Wollte er wirklich, dass Doc starb? Die Frage war schwer zu beantworten, denn Lee wusste, dass er keine Träne vergießen würde, wenn sie Doc hier und jetzt die Birne wegpusten würden. Er wusste genau, dass das Einzige, was er dabei verspüren würde, ein Gefühl von Genugtuung wäre. Doc hatte Josh kaltblütig ermordet und war direkt verantwortlich für Caras Tod, der Lee angelastet wurde. Und obwohl Doc zwei Menschenleben auf dem Gewissen hatte, konnte er sich nicht dazu überwinden, zu kämpfen, als sie ihn an der Straßensperre am Vortag so dringend gebraucht hatten. Stattdessen war er zur Salzsäule erstarrt, schlimmer als nutzlos. Nein, Lee mochte Doc nicht. Vor zehn Minuten noch hatte er geglaubt, in ihm einen Verbündeten zu haben, wenn auch einen nervigen, jetzt aber war er nur eine traurige, gebrochene Gestalt, und trotz seiner rechtschaffenen Empörung vor wenigen Minuten spürte Lee, wie das Feuer in seiner Brust nachließ. Er wollte wütend auf Doc sein, merkte aber, dass er nichts weiter als Verachtung für ihn empfinden konnte. Lee schüttelte den Kopf. Nein, ich werde dich nicht umbringen, weil du mir nämlich helfen wirst. »Ist mir alles egal«, Doc klang schläfrig. Lee zog sich auf die Beine. »Mag sein, aber du wirst mir helfen, hier rauszukommen. Und wenn es das Letzte ist, was du je in deinem Leben tun wirst«, zischte Lee mit solcher Inbrunst, dass er dabei spuckte. »Das bist du mir schuldig, Doc. Nicht nur mir, sondern auch Josh und Kara und all den anderen in Camp Rider, die du mit deinem Bockmist an der Nase herumgeführt hast.« Lee ging zu ihm und zwang ihn mit dem Stiefel auf den Hintern. »Hinsetzen«, befahl er. »Hör endlich auf, auf dem Boden herumzurollen und dich in Selbstmitleid zu wälzen. Niemand außer dir trägt die Verantwortung für deine Situation. Und jetzt musst du damit fertig werden. Sei zumindest zu irgendetwas zu gebrauchen.« Doc setzte sich langsam aufrecht hin. Es schien keinerlei Interesse an Lees Plänen zu zeigen, und das war auch gut so. Wenn Doc diese eine Sache für Lee tun und dann umfallen und sterben würde, hätte Lee nichts dagegen. Aber zuerst brauchte er ihn. Als Doc sich endlich aufgerafft hatte, wandte Lee ihm den Rücken zu und streckte ihm dann seine gefesselten Handgelenke entgegen. »Und jetzt fang an, dich durch das Panzerband zu beißen.« Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, begann Doc zu kauen. Trevor Schlitz war psychisch instabil, oder komplett verrückt, um die Worte seines Vaters zu benutzen. Wie auch immer man es bezeichnen wollte, Trevor sah es nicht als Schwäche oder Problem an, das es zu überwinden galt. Er tat Menschen weh, und so mussten sie ihn in eine Schublade stecken, ihn untersuchen und versuchen, ihn zu heilen. Das taten sie auf verschiedenste Art und Weise. Angefangen mit dem Justizsystem, bis hin zu psychischen Evaluationen, bei denen er stets Stunden über Stunden an Sitzungen über sich ergehen lassen und einen Cocktail von Medikamenten schlucken musste. Uppers, Downers, Allrounders. Er musste zugeben, dass die Drogencocktails das Beste an dem ganzen Heilungsprozess waren, denn manchmal erlebte er richtig tolle Räusche. Leider gab es jetzt keine Medikamente mehr für ihn, weil sowohl Apotheken als auch die Pharmaindustrie mittlerweile verschwunden waren. Eigentlich schade. Aber letztendlich gab es keine Heilung für Trevers Zustand. Um es einfach auszudrücken, er liebte Messer. Die Psychiater mit ihrem Gefasel oder dummen Geschwätz übertrieben maßlos. Sie stellten ihn hin, als ob er Probleme mit seiner Wut hätte. Schimpften ihn, einen paranoiden Schizophrenen, mit soziopathischen Tendenzen. Eigentlich aber liebte er einfach nur Messer. Es brauchte keine Wut, um Menschen zu verletzen. Nein, er genoss einfach nur das Gefühl, wenn die Klinge durch die Haut fuhr. Und offensichtlich hatte es nichts damit zu tun, dass er seine Opfer nicht leiden konnte, denn er schnitt genauso gerne in seiner eigenen Haut wie in die anderer. Nur selten trug er Hemden, denn er wollte die Muster der Narben auf seiner Brust zur Schau stellen, wollte mit seinem Meisterstück protzen. Aber jetzt war so oder so alles egal, denn die Welt würde untergehen, und es scherte niemanden mehr, was er tat oder sein ließ. Gerichtstermine, Verstöße gegen seine Bewährungsauflagen, Zwangseinweisungen, Papierkram, das alles gehörte der Vergangenheit an. Um ganz ehrlich zu sein, Trevor liebte diese neue Welt und die Freiheiten, die sie mit sich brachte. Dank all der Leichname konnte er schneiden, so viel er wollte, und niemand würde sich jemals beschweren. Selbst die Lebenden konnte er benutzen, obwohl sie sich zu viel bewegten und er sie somit eher als Spielverderber einstufte. Erst vor ein paar Tagen hatte er einem alten Mann in die Brust geschossen und Stunden damit verbracht, ihn zu verzieren. Dann, aus keinem anderen Grund, als dass es ihm gerade in den Sinn gekommen war, goss er Benzin über den Toten und zündete ihn an. Er tanzte um das stinkende Feuer, lachte und johlte wie ein Wilder, nur weil er es konnte. Er liebte Messer, und er liebte diese neue Welt. Endlich gab es all die Menschen nicht mehr, die ihn mit ihren prüfenden Blicken be- und verurteilten, ohne jemals die Hintergründe verstehen zu wollen, die ihn dazu brachten. Aber das gab es nicht mehr. Von jetzt an gab es nur noch diesen fantastischen neuen Spielplatz, auf dem niemand für seine Vergehen bestraft wurde. Außerdem war er von Leuten umgeben, die, wenn nicht selbst komplett verrückt, ihn doch als das akzeptierten, was er war. Sie gaben ihm sogar den Spitznamen Schlitzi, was ihn über alle Maßen erfreute. Zum ersten Mal in seinem Leben war Trevor Schlitz glücklich. Der jung aussehende Schwarze namens Rock, auf einen anderen Namen reagierte er nicht, reichte ihm den Stummel ihrer letzten Zigarette. Sie war von den Resten gedreht, die sie aus alten Zigaretten und Tabakdosen zusammengeklaubt hatten. Sie hatten beide gesucht und gesammelt, und die Früchte ihrer Arbeit waren drei grässlich schmeckende Zigaretten gewesen. Sie hatten ausgemacht, jeder eine zu rauchen und die dritte zu teilen. Trevor nickte dankbar, und Rock spuckte auf den Boden. Die beiden redeten nicht viel, aber genau deswegen schätzten sie die Gesellschaft des jeweils anderen. Trevor war nicht verborgen geblieben, dass Milo und Big G sie etwas unheimlich fanden. Vielleicht mussten sie deshalb vor dem Krankenhaus Wache schieben und auf die Trucks aufpassen, während alle anderen hineingegangen waren, um das neue Schmuckstück zu begutachten. Trevor zuckte mit den Achseln, sagte aber nichts. Ihm war das ganz recht so. Er hatte keine Probleme damit, ganz oben auf dem Garagendach neben dem Krankenhaus zu stehen und die Aussicht zu genießen. Die meisten Menschen hätten sie wahrscheinlich als kalt und verstörend empfunden, denn sie bestand aus zahllosen ramponierten Straßensperren, Stacheldraht und Leichnamen. Für Trevor aber diente der Ausblick als Erinnerung daran, dass er frei war, dass er er selbst sein durfte. Endlich war die Gesellschaft, die ihm die Luft zum Atmen nehmen wollte, verschwunden. Nein, er hatte überhaupt kein Problem damit. Hey! Rock stupste Travers Arm an und deutete auf die Westseite des Parkhauses. In der Ferne ragten die Dekontaminationszelte in den Himmel. Sie alle wussten, dass das der einzige Weg nach draußen war, vorbei an den vielen Straßensperren, die um das Krankenhaus errichtet worden waren. Jedes Mal, wenn sie sich in Smithfield befanden, mussten sie dieses Nadelöhr im Auge behalten. Jetzt schlängelte sich eine rote Limousine an den Zelten vorbei und um die vielen Zementbarrieren herum. Trevor glaubte, den Wagen zuvor schon einmal gesehen zu haben. Er hatte sich noch nie gut mit Autos ausgekannt, wusste weder Hersteller noch Modell, aber er war sich ziemlich sicher, dass ihm das Auto nicht fremd war. Der Wagen fuhr zügig an den Barrikaden vorbei, als ob der Fahrer genau wusste, was er tat und die Strecke gut kannte. Ich glaube, das ist einer von denen, murmelte Trevor und meinte damit die Überlebenden aus Smithfield. Brock schnappte sich seine Waffe. Man kann nie wissen. Mit Bedauern legte er seinen Zigarettenstummel in einem Riss in Zement ab und hoffte, dass er in der Zwischenzeit nicht komplett verglühen würde. Dann machte er sich auf, um sich um die Typen zu kümmern. Er hatte schließlich noch immer eine Lunge voller Schaufen mit Nikotin und Thea angefülltem Rauch, von dem er zehren konnte. Die Limousine kam näher, und sie konnten sehen, dass sich drei Menschen darin befanden, aber dann waren sie auch schon aus ihrem Sichtfeld unterhalb ihrer Füße verschwunden. Sie hörten das Quietschen von Reifen, die zu schnell um die Kurven schossen und ein Stockwerk nach dem anderen zu ihnen hinaufrollten. Das Heulen des Motors wurde lauter, bis der Wagen endlich auf dem Parkhausdach auftauchte. Trevor und Drog stellten sich vor dem Wagen auf und hielten ihre Waffen auf ihn gerichtet. Die Limousine wurde langsamer und hielt auf der gegenüberliegenden Seite des Parkhauses an. Durch die spiegelnde Windschutzscheibe konnten sie nur die Umrisse der drei Gesichter, die sie anstarrten, ausmachen. Trevor verspürte, wie der anstehende Nervenkitzel und die Vorfreude ihm das Rückgrat hinauffuhren. Vielleicht würde er sie erschießen, um sie dann aufzuschneiden. »Wer zum Teufel seid ihr?« brüllte Rock. Es kam keine Antwort, außer dem im Leerlauf tuckernden Motor. Trevor und Rock tauschten misstrauische Blicke aus. Das war Nervenkitzel pur. Als ihnen klar war, dass die Insassen sich nicht kooperativ zeigten, gingen die beiden auf den Wagen zu. Obwohl sie sich von vorne näherten, war keiner der beiden dumm genug, sich direkt im Fahrt der Limousine zu bewegen, sondern sie hielten sich stets zu beiden Seiten auf, Rock auf der Fahrer- und Trevor auf der Beifahrerseite. Falls der wahnsinnige Schwachkopf hinter dem Steuer vorhatte, sie über den Haufen zu fahren, konnten sie sich retten. Als sie sich bis auf zwanzig Meter genähert hatten, bemerkte Trevor ein merkwürdiges grünes Nummernschild, das an den Kühler des roten Wagens gebunden war. Als er noch näher kam, sah er, dass es für ein normales Nummernschild zu dick war und außerdem eine eigenartige, unübliche Form besaß. Er konnte zwar einige Buchstaben ausmachen, aber sie waren in dem gleichen Olivgrün wie das Schild selbst gehalten, was ihm das Lesen erschwerte. Trevor liebte es, diese Schilder zu lesen. Er musste jedes Mal lachen, selbst bei den aufwendig per Airbrush-Besprühten, auf denen Ich-Liebe-Jesus oder Ruhe-in-Frieden-Schorn stand. Er fand es einfach wahnsinnig lustig, was manche Leute als wichtig empfanden und für jedermann sichtbar ans Auto schraubten. Abgelenkt, neugierig und mit einem Lächeln auf den Lippen ging er unwillkürlich und beugte sich vor, um es vielleicht doch noch entziffern zu können. Er musste einfach wissen, was für ein Schild dieser Idiot am Wagen befestigt hatte. »Immer schön langsam«, rief Rock, der jetzt einige Meter hinter ihm auf der anderen Seite stand. Trevor hatte nicht bewusst registriert, dass er sich so nah an die Limousine gewagt hatte, aber er machte sich keine Sorgen. Schließlich mussten die Typen aus Smithfield sein. Er war nur noch fünfzehn Meter entfernt, als er die Schrift endlich lesen konnte. Er strengte sich an, das Schild zu entziffern, als er aus den Augenwinkeln bemerkte, dass sich alle drei Insassen tief hinter den Motorblock geduckt hielten. Trevor Schlitz kniff verwirrt die Augen zusammen, als er laut las. »Dem Feind die Stirn bieten?« Und kurz bevor Dutzende von drei Millimeter großen Stahlkugeln seinen Körper durchbohrten, dachte er, »Das verstehe ich nicht.« LaRouche und Harper starrten einander an und zuckten zusammen, als die Limousine von der Explosion der M18 Claymore-Mine durchgeschüttelt wurde, die sie am Grill befestigt hatten. Zugegeben, LaRouche war sich nicht sicher, ob es funktionieren oder der Motorblock sie schützen würde. Er war noch nie so nah an einer explodierenden Mine gewesen. Alle hofften inständig, dass die Motorhaube den Schock und die Granatsplitter abhalten würde. Als der Wagen endlich zu schaukeln aufhörte, richtete LaRouche sich in seinem Sitz auf. Er hielt noch immer den Auslöser in der Hand, von dem ein Draht durch das Fahrerfenster und in den Motorraum führte. Er war davon ausgegangen, dass die Fenster des Lumina zerbarsten, aber wer auch immer die Claymore-Mine entworfen hatte, wusste offensichtlich, was er tat. Denn das konvexe Design hatte dafür gesorgt, dass die Energie der Explosion vollständig nach vorne entwich. Dem Feind die Stirn bieten. Harpers Stimme klang halb aufgeregt, halb angewidert, als er endlich sagte, »Heilige Kacke!« LaRouche betrachtete die Szene durch die Windschutzscheibe und erkannte die Leichen nicht einmal mehr, die vor dem Wagen lagen. Er wusste zwar, dass zwei Männer sich dem Chevy genähert hatten, aber jetzt lagen drei Haufen blutigen Fleisches da. Einer der beiden Männer war in zwei Teile gerissen worden. Die hintere Beifahrertür öffnete sich und Miller stieg mit einem Messer in der Hand aus. »Los, wir müssen uns beeilen!« Die beiden anderen Männer folgten rasch seinem Beispiel. LaRouche schnappte sich Lees Sturmgewehr. Eine Tatsache, die Harper nicht kommentierte. Jetzt mussten sie kämpfen. Es gab keine Zeit für Streitereien darüber, wem welche Waffe gehörte. Die Explosion der Claymore-Mine hatte sie unweigerlich für alle hörbar angekündigt, und es würde nicht lange dauern, ehe sie Gesellschaft in Form von Milos Leuten bekommen würden. Als sie auf die vier Trucks zurandten, aus denen Milos Konvoi bestand, der große grüne Humvee, die beiden Pickup-Trucks und der Vorrats-Truck aus Camp Rider, füllte sich die Luft mit Benzingestank. Nicht Abgase oder der wohlbekannte Geruch alter Rasenmäher mit ihrem verschütteten und vertrockneten Benzin, sondern frisch und süß. LaRouche suchte nach der Ursache, und es dauerte nicht lange, bis er sie gefunden hatte. Einer der Trucks von Milos Gruppe war mit Benzinfässern beladen, und die Explosion der Mine hatte unzählige Stahlkugeln in ihre Richtung geschickt. Jetzt floss die wertvolle Flüssigkeit durch die vielen kleinen Löcher auf den Boden, wie bei einem Verwundeten, der blutete. Harper fluchte, als er es sah. »Wäre nicht schlecht gewesen, sich das Benzin zu krallen?« »Lass es«, schnaufte Miller. »Wir holen unseren Truck und verschwinden.« Die beiden Männer von Camp Rider rannten auf den Dodge Ram 2500 zu, dessen Ladefläche noch immer die Vorräte beherbergte. Allein der Anblick ihres Trucks zum Greifen nahe ließ Hoffnung in ihnen aufsteigen, aber sie konnten sich trotzdem der schweren Last nicht entledigen, die auf ihren Schultern lag, und sie immer wieder daran erinnerte, dass dieser Plan zum Scheitern verurteilt war, dass sie nie und nimmer mit dem Leben davon kommen würden. Sie waren keine Soldaten, keine Helden. Sie waren ein alter Geschäftsmann und ein junger Grünschnabel. LaRouche hatte den Humvee erreicht, riss die Tür auf und sprang hinein. Zum Glück steckten die Schlüssel im Zündschloss. Anscheinend war Milo davon überzeugt gewesen, dass die beiden Wachen ausreichten, um die Fahrzeuge zu verteidigen. Diese Anmaßung irritierte und amüsierte LaRouche gleichzeitig. Der Sieg über jemanden, den man wie die Pest hasste, schmeckte immer am süßesten. LaRouche drehte den Schlüssel und der Motor heute auf. Dann legte er den Vorwärtsgang ein und trat auf das Gaspedal, so dass das Dieselmonster nach vorne sprang und mit seiner wuchtigen Stoßstange die Stahlbetonwand des Treppenhauses rammte. Zufrieden stellte LaRouche den Motor wieder ab und stieg aus. Das war ganze Arbeit gewesen, denn der Humvee blockierte jetzt die Tür zur Treppe. So schnell würden sie von niemandem behelligt werden. Harper hatte bereits den Pickup gewendet, dessen Schnauze vom Krankenhaus wegwies. Der große V8-Motor blubberte sonor vor sich hin und Miller winkte LaRouche vom Beifahrerfenster aus zu. »Komm schon!« LaRouche warf sich Käpt'n Hardens M4 über die Schulter und schüttelte den Kopf. »Ich kann diese Leute nicht einfach ihrem Schicksal überlassen.« »Willst du mich verarschen?« brüllte Miller beinahe. LaRouche winkte ihn fort. »Ich habe eines eurer Funkgeräte. Wenn ihr bis heute Nacht nichts von mir gehört habt, ist etwas schief gegangen. Und jetzt haut endlich ab!« Harper salutierte rasch und trat dann aufs Gaspedal. Er wollte nichts mehr hören. Miller aber starrte den Soldaten weiterhin fassungslos an, als der Dodge Ram davonschoss. LaRouche blickte ihm kurz nach und sah, wie der Truck die Rampe hinab Richtung Ausfahrt weg von Smithfield und nach Camp Rider fuhr, wo er hingehörte. Dann trabte er ebenfalls Richtung Rampe, um auf die niedrigere Ebene zu gelangen. Er warf das Magazin aus der M4 und kontrollierte den Lauf. Das Magazin war voll und es steckte eine Kugel im Lauf. Es war an der Zeit, Captain Harden aufzuspüren. Hinter ihm floss das Benzin aus den Fässern noch immer auf die Ladefläche des Pickups, wo es sich sammelte, um dann zu Boden zu tropfen und dort Lachen zu bilden. Diese Lachen entwickelten sich rasch zu Pfützen, von denen kleine Bäche der sanften Neigung des Bodens folgten. Wie ein halbes Dutzend dunkler Schlangen, die von Truck aus über den Boden glitten. Die ersten beiden Bäche flossen knapp an den Überresten von Trevor Schlitz Zigarette vorbei, aber der dritte meanderte direkt darauf zu, und als er die rote Glut erreichte, entfachte er eine fast unsichtbare blaue Flamme, die sich rasch zu allen kleinen Seen und Flüssen ausbreitete. LaRouche merkte zuerst weder Hitze noch Flammen, sondern hörte lediglich ein Zischen hinter sich, das sich schnell zu einem Tosen steigerte, als ob hinter ihm ein Jet abhob. Dann folgte das Gefühl, gegen den Wind anzurennen, und als er Luft in seine Lungen saugen wollte, stellte er fest, dass sie keinerlei Sauerstoff mehr enthielt. Erst danach spürte er die sengende Hitze wie einen harten Schlag auf den Rücken, und plötzlich glaubte er, einen Sonnenbrand erlitten zu haben. Es war, als ob die Haut an seinem Körper und seinem Schädel schrumpfte. Die Luft brannte. Sein Gesicht brannte, sein Mund brannte, seine Zunge brannte, und seine Lungen fühlten sich an, als ob er gerade ein Kilo Pfeffer eingeatmet hätte. Er ächzte, keuchte, hustete, ehe er auf die Knie sank und sich mit den Armen auf dem Boden abstützte. Er krabbelte weiter und wagte einen Blick hinter sich. Eine Feuersbrunst breitete sich über dem Pickup-Truck aus, schien ihn komplett zu verschlingen. Rot und bedrohlich züngelte sie wild umher und hinterließ riesige Schwaden schwarzen Rauchs. LaRouche starrte verzückt auf den gigantischen Feuerball, der über dem Truck immer weiter anwuchs, um dann schwarz zu verpuffen. Auf Händen und Füßen krochte es Sergeant auf die Rampe zu, die nach unten führte. Nach der sengenden Hitzewelle fühlte sich sein Gesicht kalt und starr an. Endlich raffte er sich wieder auf die Beine und begann zu laufen. Er verspürte eine schwarze, unerschütterliche Gewissheit in seiner Magengegend. Das Krankenhaus und das Parkhaus waren die beiden höchsten Gebäude in Smithfield, und vom Dach aus konnte er beinahe die ganze Stadt übersehen. Und das Einzige, was ihn jetzt beschäftigte, war, jetzt kann jeder und alles in Smithfield uns sehen. Unerwünschte Aufmerksamkeit Lee hörte die Explosion. Doc und er saßen wie angewurzelt da und warteten auf irgendeine Erklärung des lauten Donnerns, das den Boden unter ihren Füßen beben ließ. Draußen im Flur, hinter ihrer verschlossenen Tür, ertönten einige Rufe der Überraschung. Es folgten Schreie und sie hörten Männer durch die Gegend laufen. »Was zum Teufel war das?« flüsterte Doc. Lee warf ihm einen scharfen Blick zu. »Irgendeine Explosion. Weitermachen. Ich habe die Hände beinahe frei.« Doc machte sich wieder an die Arbeit und versuchte weiter, das Panzerband durchzukauen. Lee konnte Docs Zähne fühlen, wie sie es Schicht um Schicht durchtrennten. Jedes Mal, wenn er einen Riss vernahm, wurde das Band dünner, das ihn von der Freiheit trennte, und jedes Mal wandte er sich, in der Hoffnung, dass es endlich nachgeben würde. Jetzt war es immerhin bereits so locker, dass er zumindest wieder Gefühl in die Finger bekam. Die erste gute Entwicklung seit langem. Im Flur hörten sie eine Tür knallen. Das allgemeine Schreien und Umherrennen schien vorübergehend abzunehmen. Dann wieder ein Reißen. Lee drehte die Handgelenke, hatte jetzt noch mehr Spiel als zuvor. Weiter so. Du hast es fast geschafft. Lee begann zu schwitzen. Er biss die Zähne zusammen und starrte auf den Boden. Es konnte nicht mehr lange dauern, ehe jemand nach ihnen schauen würde. Schließlich dachten sie mit höchster Wahrscheinlichkeit genau das, was er an ihrer Stelle bei einer lauten Explosion gedacht hätte, Ausbruch. Kurz darauf ertönte von draußen ein weiteres merkwürdiges Geräusch. Es klang wie eine Flutwelle, ohne den harten Knall eine Explosion, eher ein Grollen, wie entfernter Donner, der durch das Krankenhaus rollte. »Was weiter?« bellte Lee Dock an. Er hörte Schritte im Flur, Stiefel. Jemand hielt eine Taschenlampe in den Händen und suchte herum. Lee konnte den kühlen, weißen Lichtstrahl unter der Tür sehen. Dann ein weiteres Reißen, und Lee stöhnte vor Anstrengung, als er versuchte, sich zu befreien. Schon wurde die Tür aufgerissen, und der Lichtstrahl richtete sich auf sie. »Was macht ihr da?« wollte jemand wissen. Lee konnte leider nicht das Gesicht hinter der grellen Taschenlampe erkennen. Er wusste lediglich, dass der Mann sich näherte, um sich zu vergewissern, dass alles beim Alten geblieben war. Jetzt stand er nur noch einen knappen Meter vor Lee, und er sah das Flimmern von Metall, gefolgt von der Silhouette einer Pistole, die auf ihn gerichtet war. Dock hatte aufgehört, an dem Band zu nagen, und saß vor Angst schlotternd in der Ecke. Lee aber wandte sich weiter und versuchte, seine Fesseln endlich abzustreifen. Der Mann mit der Taschenlampe musste die Anstrengung in seinem Gesicht gelesen haben, denn jetzt winkte er ihnen mit dem Lichtstrahl entgegen. »Ich habe gefragt, was ihr da macht?« wiederholte er scharf. Lee wappnete sich. Er spürte, wie das Band nachgab, war an dem Punkt angekommen, an dem es kein Zurück mehr gab. Jetzt musste er den Schalter in seinem Hirn umlegen, den vertrauten moralischen Kodex der Menschlichkeit über den Haufen werfen und stattdessen zu einem wilden Tier in einem Käfig werden. Er starrte auf den dunklen Schatten im Gesicht des Mannes und wiederholte immer wieder in Gedanken, ich werde diesen Mann umbringen, ich werde diesen Mann umbringen, ich werde diesen Mann umbringen. Dann riss das Band. Lee stürzte sich flink wie ein Windhund in Richtung des Mannes, wich nach links aus, ergriff die Pistole mit beiden Händen und drückte sie nach rechts. Die Taschenlampe fiel zu Boden, und das wild umherleuchtende Licht ließ die Schatten in der Abstellkammer tanzen. In dem gespensterhaften Schimmer, der von den Wänden zurückgeworfen wurde, konnte Lee endlich das Gesicht des Mannes erkennen. Die Augen waren vor Schreck weit aufgerissen, die Lippen geöffnet, die Zähne zusammengebissen. Lee zog ihn zu sich und rammte ihm ein Knie in die Magengegend, sodass er zusammensackte. Er merkte, dass der Mann nicht mehr um die Pistole kämpfte, da Lee's Hieb ihm die Luft genommen hatte. Jetzt hämmerte Lee zweimal seine Faust auf den Unterarm seines Gegenübers, genau auf den Radialnerv, sodass der Mann vor Schmerzen aufschrie und die Waffe fallen ließ. Lee verpasste ihm einen heftigen Kopfstoß, spürte, wie sich die Zähne des Mannes in seine Kopfhaut gruben und hörte, dann das Brechen seiner Nase. Die Entschlossenheit, mit der Lee sich auf den Mann gestürzt hatte, drängte diesen zurück und drückte ihn jetzt gegen die Wand. Zu ihrer Linken stand die Tür noch immer weit offen, und Lee wusste, dass er sich beeilen und den Kampf schnell beenden musste, ehe jemand vorbeikam und sie entdeckte. Er besaß die Kontrolle und wollte sie nicht mehr abgeben, spürte, wie sein Gegenüber sich zu wehren begann, von der Wand weg wollte. Ihre Hände und Arme fuchtelten hin und her, und Lee blockierte jeden Versuch seines Gegenübers, sich an etwas festzuhalten. Lee ließ plötzlich von ihm ab, holte aus und verpasste dem Mann einen Schlag gegen den Hals. Er kniff die weit geöffneten Augen zusammen und wirkte. Dann riss er die Hände hoch und legte sie auf seinen zertrümmerten Killkopf. Das war sein letzter Fehler. Lee hatte beide Hände frei und fuhr mit seinen Daumen in die Augenhüllen des Mannes. Er spürte, wie die Augäpfel unter seinem Druck platzten. Heftiger Ekel übermannte Lee, und er musste dagegen ankämpfen, zurückzuspringen und sich die Hände abzuwischen. Er vergrub das Gefühl tief in sich und zwang sich stattdessen dazu, die Daumen zu drehen, das Innenleben des Kopfes zu packen und es herauszureißen. Der Mann verkrampfte, zuckte zusammen und sank dann zu Boden. Lee zitterte am ganzen Leib, schüttelte seine Handgelenke und etwas Warmes, Feuchtes verließ seiner Handflächen, und klatschte zu Boden. Er hatte keine Zeit, um darüber nachzudenken, was er gerade getan hatte, konnte sich jetzt keine Selbstvorwürfe leisten. Das waren Emotionen, die in langen, schlaflosen Nächten aus den finstersten Ecken seiner Psyche auftauchten, wie die Tiefen des Ozeans ihre Toten ausspuckten. Lee verdrängte all das und las stattdessen die Taschenlampe und die Pistole auf. Er richtete den Strahl auf Docs Gesicht und sah, dass dieser mit offenem Mund auf den Leichnam starrte, der schlaff gegen die Wand lehnte. Lee hasste ihn in diesem Augenblick, verabscheute ihn für diesen Ausdruck von Schock und Ekel auf dem Gesicht. »Ich werde dir nicht helfen«, knurrte Lee ihn an, »wenn du fliehen willst, musst du an mir dranbleiben und verdammt noch mal die Fresse halten.« Doc blickte zu ihm auf und ließ sich langsam gegen die Wand zurücksinken. Lee schüttelte den Kopf. »Nun gut.« Damit kehrte er Doc den Rücken zu, und das letzte Bild, das er von dem Mann mitnahm, der ihn verraten hatte, war eine fettige Strähne, die sein Gesicht verdeckte. Er ließ den Kopf hängen, war zu beschämt, um sich selbst zu retten. Lee steckte die Taschenlampe in eine Tasche und überprüfte die Pistole. Es war irgendein Billigfabrikat, das Lee nicht einmal kannte, mit einem kitschigen Chrombeschlag versehen war und neun Millimeterkugeln fasste. Im Magazin, das Platz für fünfzehn Patronen bot, steckten noch acht, bloß eine im Lauf. Dann checkte er, ob die Waffe auch tatsächlich entsichert war. Er schlich sich rechts neben die Tür und schaffte sich so einen guten Blickwinkel in den Flur. Er sah einige Männer vor einem Fenster stehen. Sie gafften hinaus und deuteten auf irgendein Spektakel. Sie erweckten nicht den Eindruck, als ob sie zum Milo gehörten. Nein, sie schienen normal. Eine Gruppe Überlebender aus Smithfield, dachte Lee. Er zwang sich, Ruhe zu bewahren, tief Luft zu holen und sich den Grundriss des Krankenhauses vor Augen zu rufen. Er musste eine Entscheidung treffen, wie er am besten hier rauskam. Das große Ziel hieß Camp Rider, aber er musste die Aufgabe in kleinere, machbare Segmente aufteilen. Er musste sie aufgliedern. Der erste Schritt war, Zeit zum Nachdenken gewinnen. Er müsste die Abstellkammer verlassen, denn jemand würde früher oder später nach dem Mann sehen wollen, den er gerade getötet hatte. Er benötigte eine dunkle Ecke, in der er in relativer Ruhe seine Gedanken sammeln konnte, um einen Plan zu entwerfen. Lee prüfte kurz, ob er voller Blut war. Es war gar nicht so schlimm, und schob die Waffe in den Hosenbund. Er ging davon aus, dass niemand ihn behelligen würde, wenn er einfach ganz normal aus der Tür in den Korridor trat. Er hoffte, dass die Smithfield-Leute den Kontakt zu ihm meiden und ihn für einen von Milos Männern halten würden. Also trat er aus der Abstellkammer und schloss die Tür hinter sich. Er hörte, wie sie ins Schloss fiel, und warf einen Blick nach rechts zum Stationszimmer. Dort standen einige Männer, allesamt bewaffnet, die ihn aber nicht beachteten. Stattdessen richteten sie ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Tür zum Treppenhaus, die von jemandem offen gehalten wurde. Aus dem Treppenhaus drangen Schreie, Grunzen und Salven von Kraftausdrücken an Lees Ohr. Es schien nicht alles nach Plan zu laufen. Lee wandte sich von ihnen ab und ging schnell, aber nicht zu schnell von ihnen weg. Bewegte man sich zu langsam, war es offensichtlich, dass man versuchte, ungezwungen zu erscheinen. Bewegte man sich aber zu schnell, erweckte man den Anschein, flüchten zu wollen. Lee wollte den Eindruck erwecken, dass er etwas zu tun hatte, etwas Wichtiges. Er prägte sich dieses Bild ein und tat sein Bestes, es so genau wie möglich nachzuahmen. Aber die Angst, dass er auffliegen könnte, drängte sich ihm immer wieder auf, schrie nach Aufmerksamkeit. Er ging an der Gruppe Überlebender aus Smithfield, die noch immer am Fenster stand, vorbei. Einer der Männer warf ihm einen Blick zu, senkte ihn aber sofort, als ob er einen Fehler begangen hatte, Lee überhaupt zu beachten. Dann legte er seinen Arm um die junge Frau neben ihm, als ob Lee sie ihm wegnehmen könnte. Im Vorbeigehen riskierte Lee einen Blick aus dem Fenster, auf das alle Augen gerichtet waren. Es bot einen Ausblick auf das Parkhaus neben dem Krankenhaus. Auf dem obersten Level, hinter einer Betonwand, sah er die Dächer zweier Pickup-Trucks. Sie standen hintereinander, ganz in der Nähe des Krankenhauses. Der hintere war völlig ausgebrannt, und Flammen und schwarzer Rauch quollen noch immer aus seinem Inneren hervor. Lee ging weiter. Tausende von Fragen drängten sich ihm auf. Wer hat das Feuer gelegt? Wessen Truck ist es? Sieht ganz nach einem Benzinbrand aus, nach einem großen Benzinbrand. Das war also der Grund für das Beben, das ich verspürte. Der Sprit ist hochgegangen. Hat der Milo gehört? Hat jemand Milos Truck sabotiert? Oder war es nur ein Unfall gewesen? Und was beschäftigt sie so im Treppenhaus? Es wurden immer mehr Fragen, bis ihm beinahe schwindelig wurde. Lee fand eine Tür und legte die Hand auf die Klinke. Aber sie war verschlossen. Auf zur nächsten. Er stieß auf etliche Türen, hielt aber nicht bei jeder an, sondern probierte lediglich die Klinken. Vielleicht gab es eine, die ausnahmsweise nicht abgeschlossen war. Es schien, als ob die Leute in Smithfield genauso paranoid Milo gegenüber waren, wie die in Camp Rider. Man gab sich ihm gegenüber bis zum Kragen zugeknüpft und wartete darauf, dass er endlich wieder verschwand. Ich muss einen leeren Raum finden. Endlich gab eine Klinke nach und Lee trat ein, ohne vorher zu schauen, ob sich jemand darin befand. Sein Instinkt, sich zu verstecken, war so stark, dass es ihm nicht einmal in den Sinn kam, ehe er die Tür hinter sich schloss. Es herrschte komplette Finsternis. Das Zimmer besaß nicht einmal die roten Notlichter seiner Abstellkammer. In der pechschwarzen Dunkelheit drohte ihn erneut ein Anflug der Panik zu übermannen, und er fummelte in der Tasche nach der Taschenlampe, fand sie und schaltete sie an. Der Raum wurde von dem grellen Licht erhellt. Lee sah Eimer, Mops, industrielle Reinigungs- und Lösungsmittel und Sprühflaschen. Das war die Abstellkammer für den Hausmeister. Lee lehnte sich mit dem Rücken gegen die Wand, schloss die Augen und überlegte. Der zweite Schritt bestand darin, aus dem Krankenhaus zu fliehen. Natürlich wäre dies relativ einfach gewesen, wenn er sich hier ausgekannt hätte, aber er wusste von nur zwei Fluchtwegmöglichkeiten, entweder die Treppe zum Parkhaus oder der Hauptausgang im Erdgeschoss. Die Treppe konnte er aus offensichtlichen Gründen abschreiben, denn auf ihr wimmelte es nur so von Milos Lakaien, die versuchten, ins Parkhaus zu gelangen. Lee vertraute zwar seinen Fähigkeiten, wusste gleichzeitig aber auch, dass er kein Superheld war. Der Hauptausgang im Parterre schien also sicherer, brachte aber ebenfalls Probleme mit sich. In jedem Krankenhaus, das er kannte, waren die Türen nach draußen immer automatische Schiebetüren aus Glas gewesen, so dass die Kranken und Verbundeten ohne große Mühe ein- und ausgehen konnten. Es gab welche mit Kartenschlüsseln oder Nummernfeldern, in die man eine Geheimzahl eingeben musste. Aber Lee musste davon ausgehen, dass die Smith-Fielder den automatischen Mechanismus abgestellt hatten, damit sie sich nicht jedes Mal öffneten, wenn ein Infizierter vorbeistolperte. Außerdem waren sie gewöhnlicherweise aus kugelsicherem oder zumindest splitterfestem Glas, so dass er sich nicht einfach den Weg in die Freiheit schießen konnte. Zudem waren sie vielleicht verbarrikadiert, aber das würde er dann schon sehen. Wenn es ihm nicht möglich wäre, die Türen irgendwie aufzukriegen, müsste er den Dieselgenerator ausfindig machen und ihn außer Gefecht setzen. Er vermutete, dass der Generator sich mit aller Wahrscheinlichkeit entweder im Erdgeschoss oder im Keller befand, falls das Krankenhaus einen Keller besaß. Auf jeden Fall wusste er jetzt, dass er nach unten musste. Lee schaltete die Taschenlampe aus und steckte sie wieder ein. Dann öffnete er vorsichtig die Tür, nur wenige Zentimeter, und lugte hinaus. Der gekrümmte Gang war leer. Er trat hinaus, schloss die Tür hinter sich, als ob es das Natürlichste auf der Welt war, sich in der Abstellkammer vom Hausmeister aufzuhalten, und ging den Flur entlang. Er suchte nach Schildern, die auf eine Nottreppe hindeuteten. Der Flur führte an der Außenwand des Krankenhauses entlang, genau dort, wo man normalerweise häufig Nottreppen vorfand. Es dauerte also nicht lange, ehe er einen kleinen Richtungsanzeiger an der Wand sah, auf dem eine Treppe, eine Flamme und ein Pfeil zu einer Tür abgebildet waren. Lee warf einen Blick über die Schulter, um sicherzugehen, dass niemand ihm folgte, aber der Flur schien absolut menschenleer. Die Geräusche aus dem Treppenhaus, das zum Parkhaus führte, erklangen jetzt nur noch gedämpft und weit entfernt. Er drängte sich durch die Tür. Das Treppenhaus war nur spärlich beleuchtet. Zu seiner Linken führte die Treppe scheinbar ins Nichts. Es stank nach abgestandener modriger Luft, wie in einem noch nicht fertiggestellten Keller. Aber er roch nichts Verdächtiges. Erneut schaltete er die Taschenlampe ein und stieg in die Finsternis hinab. Dabei jeweils zwei Stufen auf einmal nehmend. Seine vorige grobe Schätzung, in welchem Stockwerk er sich befand, stellte sich als einigermaßen korrekt heraus, da er nur vier Treppen hinabgehen musste, ehe er unten angekommen war. Wie bei jeder Nottreppe gab es auch bei dieser eine Tür im Erdgeschoss, die zur Außenwelt und ins Freie führte. Lee drückte dagegen, aber sie wollte nicht nachgeben. Er suchte den Rahmen mit der Taschenlampe ab und entdeckte dicke Schweißklumpen, welche die Tür mit dem Rahmen verschmolzen. Irgendjemand hatte es wohl sehr eilig gehabt, sie zuzuschweißen. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, murmelte Lee. Hinter ihm befand sich eine weitere Tür. Sie führte in das Krankenhaus hinein und war nicht verschlossen. Er öffnete sie einen Spalt breit und lugte hindurch. Vor ihm erstreckte sich der Haupteingang. Der Geruch aus dem Eingangsbereich drang durch den Spalt und stieg ihm in die Nase. Er war süßlich, schwer und stank nach verwesendem Fleisch. Lee wirkte, zwang sich aber Ruhe zu bewahren und den Raum weiter zu observieren. Es war eindeutig, dass es hier in den letzten Stunden, bevor in Smithfield alles endgültig den Bach runtergegangen war, wie in einem Irrenhaus zugegangen sein musste. Der Eingangsbereich war ein gedämpftes Tageslicht getaucht, das durch die Fenster und Glastüren fiel. Das Foyer war breiter als lang, der Boden war mit weißem Linoleum ausgelegt und weiße Säulen mit grünen Verzierungen an den Kapitellen dienten als Stützen. Überall lag Mülle herum, war teilweise in die Ecken gefegt, um Platz für die Krankenbaden zu schaffen. Er bestand aus Essensverpackungen, Plastikflaschen, Hüllen für sterile Instrumente und Schachteln für Medikamente. Lee gegenüber stand eine ganze Reihe von Krankenwaren in einer Ecke mit darüber geworfenen weißen Laken. Unter vielen befanden sich angeschwollene, verfärbte Haufen. Hier und da ragte eine Hand oder ein Fuß heraus. Lee verhielt sich weiterhin ruhig, und die Sekunden wurden zu Minuten. Als er glaubte, alleine zu sein, trat er langsam in den Eingangsbereich, die Augen stets in Richtung der automatischen Glastüren gerichtet. Eine große Säule versperrte ihm die Sicht, und als er sie endlich umschlichen hatte und nach draußen sehen konnte, blieb er wie angewurzelt stehen. Angst ergriff ihn erneut und schnürte ihm die Atemwege ab. Hinter der dünnen Wand aus Fenstern und automatischen Schiebetüren sah er, die Hundertschaften von Infizierten sich an den Stahlbetonbarrikaden und dem Stacheldrahtzaun vorbeikämpften und sowohl die Straßen als auch den Parkplatz vor dem Krankenhaus bevölkerten. Doc starrte den toten Mann an. Sein Mund war zu einem Schrei aufgerissen, den Doc nicht hören konnte, und er starrte ihn mit Augen an, die Doc nicht sehen konnte. Das Gefühl, das der Tote in ihm auslöste, war genauso roh und leer wie die Löcher in seinem Schädel, die in dem blutroten Licht dunkel schimmerten. Es war ein schwer lastendes, fürchterliches Gefühl und etwas, das Doc noch nie zuvor verspürt hatte. Aber genau das war der Grund, warum er die Augen nicht von dem Toten lassen konnte. Dieses Gefühl, das sich in seinem Bauch breit machte, dieses Gefühl, das er nicht kannte. Es war ehrlich und pur. Es handelte sich um reinen, unverfälschten Hass. Endlich rührte Doc sich. Er lehnte sich vor, stand auf und stolperte dann die drei Schritte hinüber zum Toten. Wer war er wohl? Irgendein Fremder, irgendeine Person, noch so ein willkürliches Ereignis, noch eine Gewalttat, noch ein Leichnam. Er sammelte sämtlichen noch in seinem Mund vorhandenen Speichel, beugte sich über den Mann und ließ die Spucke dann von seinen geschürzten Lippentropfen. Sie landete mit einem nassen Klatschen mitten auf der Stirn des Totenmannes. Der Tropfen zitterte, und die vielen kleinen Bläschen platzten, um sich dann den Weg die Stirn hinab und in die klaffende Wunde der linken Augenhöhle zu bahnen. Doc kniete sich hin. Endlich einmal kam ihm sein Körper, der nur aus Haut und Knochen bestand, zur Hilfe. Er schaffte es, seine Hände, obwohl sie auf dem Rücken mit Panzerband gefesselt waren, auf die Seite zu ziehen. Dann durchsuchte er die Taschen des Toten. Er fand einen halben Energieriegel, in eine Serviette gewickelt, und ein Taschenmesser. Doc lehnte sich zurück. Seine Beute stimmte ihn sehr zufrieden. Er öffnete das Taschenmesser und bewegte die Klinge in Richtung seiner Fesseln. Sein Gesicht war ein Ausdruck purer Konzentration, als er sich seine Hände hinter dem Rücken bildhaft vorstellte, und die Gelenke drehte, bis er das Panzerband langsam in einer segenden Bewegung gegen die Klinge reiben konnte. Aufgrund des fehlenden Fingers stellte es sich als durchaus langwieriger und schwieriger Prozess heraus, aber nach ungefähr fünf Minuten höchster Anstrengung hatte er sich befreit. Er streckte die Hände vor sich aus und zog das restliche Panzerband von seinen Handgelenken. Er zuckte nicht einmal zusammen, als es sämtliche Haare aus seiner Haut riss. Dann knüllte er das Band zusammen und warf es in eine Ecke. Er rieb sich die Schultern und den Nacken, um seine steifen Gelenke wieder geschmeidig werden zu lassen. Dann untersuchte er das Taschenmesser. Die Klinge war knappe acht Zentimeter lang, der Griff aus Holz mit Messingbeschlägen. Er hielt es in der Hand, die Klinge nach oben gerichtet, und stach dreimal in die Luft. Er blickte das Messer an und nickte. Dann lehnte er sich über den Toten und holte tief Luft, als ob er sich auf etwas vorbereitete. Er platzierte die Messerspitze auf dem Bauch des Mannes, schien sich anders zu entscheiden und legte sie dann an den Hals. Nach kurzem Zögern stach er zu. Als er das Messer wieder herauszog, untersuchte er es neugierig. Der silbern glänzende Stahl wies lediglich eine kleine Blutspur am untersten Teil der Klinge auf. Er kannte das merkwürdige Gefühl, das einen ergreift, wenn man Fleisch mit einer Klinge durchtrennte. Schließlich hatte er sich als Medizinstudent schon an Leichen üben dürfen. Aber jemanden einfach so in den Hals stechen, das hatte er noch nie getan. Das war ein neuer Eindruck. Doc machte es sich vor dem Toten ein wenig bequemer, um ihm dreimal rasch hintereinander das Messer in den Hals zu rammen. Als er fertig war, dachte er über das Getane nach und nickte schließlich zufrieden. Er wischte das Messer an seinem Hosenbein ab und klappte die Klinge ein. Dann setzte er sich im Schneidersitz auf den Boden und nahm den Energieriegel in die Hand. Er musterte ihn kritisch, packte ihn dann aber aus, roch daran und befand ihn für essbar. Doc kaute langsam und beobachtete den Toten. Als er aufgegessen hatte, nahm er das Messer wieder in die Hand, klappte es auf und ging dann zur Tür, um die Klinke zu testen. Käpt'n Harden hatte nicht abgeschlossen. Doc öffnete die Tür, ohne sich darum zu kümmern, was auf der anderen Seite auf ihn warten könnte, und trat in den Flur. Zu seiner Linken befand sich eine Traube von Menschen, die ihm aber keinerlei Beachtung schenkte. Ihre Augen und Ängste waren auf ein Fenster gerichtet, aus dem sie den Asphalt und die mit Stacheldraht versehenen Barrikaden sehen konnten, die das Krankenhaus umgaben. Selbst Doc hielt einen Moment lang inne und starrte aus dem Fenster. Es war ein grauenhafter und zugleich erstaunlicher Anblick. Dicht gegen die Barrikaden gedrängt und nach beiden Seiten ausladend, erstreckte sich eine Horde Infizierter, die hinter Docs Sichtlinie versuchte, die Hindernisse zu überwinden. Sie kletterten, krabbelten und verhedderten sich in ihren Bemühungen, zum Krankenhaus zu gelangen. Hier und da hatten sie den Stacheldrahtzaun bereits anhand menschlicher Brücken überwunden, wie schon zuvor bei der Straßensperre. Wie Sturmfluten durch ein Loch im Deich begann die Menge durch die Barrikaden zu sickern. Es waren so viele, dass es einem den Atem raubte und beinahe so etwas wie Ehrfurcht einflößte. Ein Bakterium, dünner als ein Haar, hatte die Menschheit in die Knie gezwungen und alle in eine Horde wahnsinniger verwandelt. Unglaublich. Doc ging weiter den Flur hinunter, in Richtung des Stationszimmers. Als er näher kam, konnte er zwei ihn bekannte Stimmen brüllen hören. Es dauerte eine Weile, ehe er ihnen Gesichter zugeordnet hatte. Milo und Shoemate. Milo fuchtelte mit dem Finger vor Shoemate herum, verrate mir sofort, wie zum Henkermann aus diesem Krankenhaus rauskommt. Es gibt nur einen Ein- bzw. Ausgang. Shoemate hatte Angst, er jammerte panisch. Das haben wir extra so eingerichtet, damit wir nicht alle Zugänge bewachen müssen. Und was zum Teufel habt ihr mit den anderen Zugängen gemacht? Wir sind alle im Erdgeschoss. Und es gibt keinen anderen Weg, um ins Parkhaus zu kommen. Shoemate zog eine nachdenkliche Miene. Vielleicht könnten wir vom Dach rüberspringen. Aber das dauerte ein bisschen. Und bis wir es geschafft haben, wird das ganze Parkhaus von Infizierten wimmeln. Er zeigte Richtung Fenster. Die brechen ja jetzt schon durch die Barrikaden. Milo hatte genug. Er zog sein Bowiemesser, packte Shoemate am Kragen, hielt ihm die Klinge unter das Kinn und knurrte so leise, dass Doc die Worte kaum verstand. »Das hier ist dein beschissener Fehler. Das war eins von deinen verdammten Arschlöchern. Denn du bist schwach und hast nichts unter Kontrolle.« Shoemate schloss vor Angst die Augen. »Ich habe keine Ahnung, ich schwöre es, beim Grab meiner Mutter. Das kann nur LaRouche gewesen sein. Er hat es auf dich und mich abgesehen, seitdem das hier losgegangen ist.« Doc hatte bereits jegliches Interesse an Milos Machtspiel verloren und ging jetzt direkt auf den großen Mann mit dem Ziegenbart zu, der mit verschränkten Armen direkt hinter Milo stand. Das war Big G. Hatte Milo nicht behauptet, dass Big G der Letzte gewesen war, der es mit Nicole getrieben hatte? »Genau.« Doc glaubte, dass das der korrekte Wortlaut gewesen war. Er drängte sich durch die umherstehenden Männer. Aus einem ihm unbegreiflichen Grund wurde er nicht aufgehalten. Vielleicht erkannte ihn niemand. Vielleicht erwarteten sie so ein Verhalten auch nicht von Doc, denn er war nie etwas anderes als Knetmasse in Milos Händen gewesen, und die Vorstellung, dass er etwas tun könnte, das Milo vorher nicht abgesegnet hatte, war absurd. Wie auch immer, sie machten ihm Platz, als er sie mit dem Ellbogen anstieß und sich direkt neben Big G aufstellte. Big G musste seinen brennenden Blick oder Docs Anwesenheit aus dem Augenwinkel bemerkt haben, denn er drehte den Kopf genau in dem Moment, als Doc sich neben ihn stellte, und schaffte es gerade noch einen schwachen Ton der Überraschung hervorzubringen, ehe Doc ihm das Messer in die Kehle rammte. Es war seltsam, wie alle um ihn herumstanden, aber niemand etwas unternahm. Es war, als ob sie nicht glauben konnten, was gerade geschah. Big G, der Gigant, zur Strecke gebracht von Doc, dem Schwächling. Sicherlich würde Big G Doc einfach packen und den hohen Bogen von sich werfen, um ihn dann zu breit zu schlagen. Also standen sie einfach da und schauten zu, warteten einige kurze Sekunden lang, als ob es eine Art Schauspiel zu ihrer Unterhaltung geben würde. Aber es war kein Schauspiel. Doc spürte das Knirschen all der kleinen Knochen und des Knorpelgewebes, als er die Klinge in den Kehlkopf stach. Die Augen des Riesen weiteten sich, und er öffnete den Mund, um einen merkwürdig kratzigen Schrei auszustoßen, der sich rasch in ein Gurgeln verwandelte, als das Blut sich zwischen seinen Stimmbändern sammelte. Doc hielt Big G's Nacken, als er die Klinge immer tiefer in den Hals schob. Anfangs noch fummelte Big G mit den Händen herum, wollte Doc erst am Hals packen, ihn dann von sich stoßen. Aber seine Bewegungen waren panisch und blieben erfolglos. Doc starrte ihm in die Augen, die dünnen Arme von einer magischen Kraft besessen, sodass Venen und Sehnen an die Oberfläche traten. Auf seinem Gesicht lag purer Hass. »Wo ist meine Nicole?« flüsterte er. Big G sank auf die Knie, und ein überraschtes Raunen entfuhr den Umstehenden. Selbst Milo schien zu schockiert, um zu handeln. »Wo ist meine Nicole?« Docs Stimme schwoll zu einem Brüllen an. »Sie gehörte mir! Sie gehörte mir!« Der Schrei schien Milo zum Leben zu erwecken. Er ließ von Schumet ab, und stürzte sich auf Docs schmächtigen Körper, um sein Bowie-Messer in dessen Rücken zu versenken, bis zum Anschlag, mit derart viel Wucht, dass er Doc beinahe durchbohrte. Docs einzige Reaktion bestand darin, dass er das Taschenmesser aus Big G's Hals zog, um dann wiederholt auf die gleiche Stelle einzustechen, und er hörte nicht zu schreien auf. Aber es waren keine Schmerzen, die ihm diese unmenschlichen Töne entlockten, sondern unbändige Wut, die jeden außer Milo wie versteinert dastehen ließ. Milo zog das Bowie-Messer aus Docs Rücken und hieb wiederholt auf ihn ein. Aber es schien, als ob Doc sich von seinem Körper losgesagt hatte. Er war voll und ganz auf Big G konzentriert, der jetzt kurz vor dem Tod stand. Immer und immer wieder stach er seine Klinge wie besessen in Big G's Hals, bis der schwere Körper nach hinten fiel und Doc mit sich riss. Doc rollte auf den Rücken und fixierte Milo mit wilden, verrückten Augen. Der schmächtige Mann grinste mit blutigen Zähnen. Es war ein böses Grinsen, ein höhnisches Grinsen, das Milo zu verstehen gab, dass Doc etwas wusste, von dem die anderen keine Ahnung hatten. Seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Ihr werdet alle sterben. Ihr werdet alle zugrunde gehen. Heute Nacht. Heute Nacht. Mit diesen Worten stieß er seinen letzten Atemzug aus. Als er starb, standen die Männer einen Augenblick wie angewurzelt da, ohne einen Ton von sich zu geben. Ein schwerer Atemzug entwich Big G's Mund und bespritzte sein Gesicht mit Blut. Dann starb auch der Riese, direkt neben dem kleinen, schmächtigen Medizinstudenten, von dem niemand erwartet hätte, dass er eine solche Tat in sich hatte. Milo starrte die beiden Toten an. Er schien es nicht fassen zu können. Dann schossen seine Hände noch immer das Messer haltend in die Luft. Fuck! Fassungslos ruhte sein Blick auf den beiden Leichnamen. Er ließ die Hände wieder sinken und schlug sich mit der Klinge gegen den Oberschenkel. Plötzlich kam ihm ein Gedanke, und er zeigte mit dem Finger auf zwei seiner Männer. Wenn der frei ist, dann ist Lee auch frei. Geht und seht nach. Die zwei verschwanden im Flur. Milo wies mit dem Bowie-Messer auf Shoemade. Wie lange noch bis euren Generatoren der Sprit ausgeht? Wie aufs Stichwort hörte das stete Brummen, das bisher die Luft erfüllt hatte, plötzlich auf, und die Notlichter begannen, für eine kurze Zeit zu flockern. Milos Männer schauten sich um, schienen wie vor den Kopf geschlagen, während jedes Mitglied der Smithfield-Gruppe ein kollektives Seufzen der Bestürzung ausstieß, denn sie wussten genau, was es bedeutete. Shoemade begann sichtlich zu zittern. Ich glaube, das war es schon. Überrannt Lee stand mitten im Foyer, als das Licht ausging. Auch ihm war das immerwährende Brummen gar nicht aufgefallen. Erst als es aufhörte, bemerkte er es im Nachhinein, und ihm war, als ob sein Hörvermögen ausgesetzt hatte. Er hielt mitten im Schritt inne und sah sich um. Die allgegenwärtigen roten Notlichter flackerten ein letztes Mal und erloschen dann. Ein leises Summen kam vom Eingang her, und augenblicklich wurde das Foyer von den manischen Schreien der Infizierten überflutet, die immer noch versuchten, die Barrikaden zu überwinden. Als Lee sich umdrehte, sah er, dass er plötzlich freien Zugang zur Außenwelt hatte. Die dünne Wand bruchsicheren Glases, die das Johnston Memorial Krankenhaus von der Straße abschottete, hatte den letzten Saft aus den Batterien gezogen, um sich zu öffnen. Das Krankenhaus schien nicht zu wissen, dass diese Sicherheitsvorrichtung seine Insassen nicht rettete, sondern sie dem Untergang weite. Hinter den Türen hatten mindestens hundert Infizierte es geschafft, die Barrikaden hinter sich zu lassen, und als die Glaswand sich öffnete, richteten sich einhundert Augenpaare darauf, wie ein Raubtierkollektiv, das endlich seine Beute erspäht hatte. Ohne nachzudenken, denn sie dachten nicht, sondern reagierten nur, hetzten sie auf den Eingang zu. Lee kam es vor, als ob seine Nebennieren ihre Funktionen aufgaben. Er verspürte nichts als einen dumpfen Schmerz der Enttäuschung, und dann tauchten seine vorherigen Worte wieder in seinem Hirn auf. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Er blickte sich verzweifelt im düsteren Foyer um, während sich die dunklen Umrisse der Infizierten auf ihn zubewegten. Durchnäßte Kleidungsfetzen flatterten im Wind wie bei Drachenläufern. Lee durchquerte schnell das Foyer und schnappte sich eine der Krankenbaren in der Ecke. Er hatte keine Zeit, dem Körper unter den dunkel verfärbten Laken genügend Respekt zukommen zu lassen, sondern drehte das metallene Bett und schob es auf die Tür zum Treppenhaus zu. Er begann zu rennen, warf immer wieder einen seitlichen Blick auf die Infizierten, um zu sehen, wie weit entfernt sie noch waren, viel zu nah. Dann rammte er die Bahre mit voller Wucht gegen die Tür, sodass sie aufflog. Der Leichnam erbebte und fiel beinahe zu Boden. Irgendwelche fürchterlichen Gase, die sich in dem Toten gesammelt hatten, wurden durch den Aufprall freigesetzt und entwichen in einem warmen, widerlich stinkenden Luftschwall, sodass Lee wirken musste. Die Krankenbahre passte kaum ins Treppenhaus und war zwischen der eingeschweißten Tür und dem Rahmen zum Foyer so gut wie eingeklemmt. Lee hatte lediglich zwei Zentimeter Spiel, um die Tür zum Foyer zu schließen, was nicht einfach werden würde. Hinter sich konnte er wildes Knurren hören, und er musste sich gar nicht erst umdrehen und nachsehen, um zu wissen, dass sie sich bereits im Krankenhaus befanden. Lee sprang über die Bahre ins Treppenhaus, landete hart auf der Schulter und verspürte ein Knacken, gefolgt von einem Kribbeln in den Fingern. Er rollte sich auf den Rücken, als der erste Infizierte gegen die offene Tür prallte, die Augen wild und weit aufgerissen. Er versuchte, über die Krankenbahre zu klettern, um an Lee heranzukommen. Lee stieß einen unfreiwilligen Schrei aus, zog die Pistole aus der Hose und schoss drei Kugeln in die Brust des Infizierten, sodass dieser rücklängs von der Bahre gerissen wurde und gegen einen zweiten Infizierten prallte. Der Neue wollte sich am Türrahmen festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, schaffte es aber nicht und fiel zischend zu Boden. Lee sprang auf und riss die Bahre aus dem Türrahmen, lehnte sich über den verwesenden, stinkenden Toten, der noch immer darauf angeschnallt war, und warf die Tür ins Schloss. Aber noch ehe sie zu fiel, wurde sie schon wieder aufgestoßen. Lee war zum Glück schnell genug gewesen und hatte die Bahre so positioniert, dass sie die Tür blockierte. Eine drahtige Hand schoss durch den Spalt, packte Lee am Arm und versuchte ihn durch die schmale Öffnung zu ziehen. Lee schob den Lauf der Waffe durch den Spalt und drückte weitere drei Male ohne zu zielen ab. Die Hand ließ nicht von seinem Arm ab, aber der Griff lockerte sich ein wenig, sodass er sich losreißen konnte. Dann warf er die Tür so hart er konnte gegen den Arm und hörte das Brechen von Knochen. Die Hand des Infizierten zuckte und wurde dann zurückgezogen. Mit Stöhnen und Keuchen schaffte Lee es endlich, die Tür mit beiden Händen zu schließen. Dann klemmte er die Krankenware mit der Hüfte zwischen den beiden Türen ein. Das Fußteil war gegen die Tür zum Foyer gestemmt, das Kopfteil gegen die eingeschweißte Tür, sodass er sich vorerst in Sicherheit wähnte. Leider fehlten einige Zentimeter, damit es hieb- und stichfest war, und die Infizierten würden die Bahre früher oder später umwerfen. Aber zumindest hatte Lee sich so etwas Zeit verschafft. Er zwängte sich an der Bahre vorbei und rannte dann die Stufen hinauf. Als er am ersten Treppenabsatz angekommen war und sich am Geländer festhaltend umdrehte, stand plötzlich jemand mit erhobener Waffe auf dem Treppenabsatz über ihm. Lee fiel beinahe rückwärts über die Treppe wieder hinunter, aber zum Glück hatte er die eine Hand am Geländer, während er gleichzeitig mit der anderen die Pistole nahm und auf sein Gegenüber zielte. »Captain!« Der einzige Grund, warum er nicht abdrückte, war das graubraune ACU-Tarnmuster, das Lee unbewusst als Freund deutete. Er stöhnte auf, als er die Pistole wieder sinken ließ. Ihm wurde klar, wie kurz davor er gewesen war, zwei Löcher in LaRouches Schädel zu ballern. »Sergeant«, sagte er und holte Tiefluft. »Was zum Henker?« LaRouche warf sich das Maschinengewehr über die Schulter. Lee erkannte erst jetzt, dass es sein Maschinengewehr war, und ging auf ihn zu. »Tadampt nochmal, Captain! Ich hätte sie beinahe erschossen!« »Was zum Teufel ist da draußen los?«, wollte Lee wissen. Er klomm die letzten Stufen und stellte sich neben LaRouche auf. »Wo sind Harper und Miller? Haben sie es rausgeschafft?« »Ja.« LaRouche legte eine Hand auf Lees Schulter, um ihn zu beruhigen. »Die haben es beide geschafft. Und zwar mit dem Truck und den Vorräten. Das war die Explosion. War ein Unfall. Ist passiert, als wir zurückgekommen sind, um die Vorräte zu holen.« »Was?« Lee merkte, dass er wütend klang, aber in Wirklichkeit war er stolz auf das, was Harper und Miller zustande gebracht hatten, wie zwei alte Hasen. »Wollen Sie mich verarschen?« LaRouche lächelte. »Nee.« »Wir haben uns eine ihrer Claymore-Minen ausgeliehen.« »Ich hoffe, Sie nehmen uns das nicht übel.« »Scheiße!« Lee rieb sich das Gesicht und versuchte, die neuen Informationen einzuordnen. »Und wie haben Sie es geschafft, wieder ins Krankenhaus zu gelangen?« »Ein Fenster ist draufgegangen. In der Radiologie, glaube ich.« LaRouche ging auf die Tür zu, die in den ersten Stock führte. »Hier kommt niemals jemand runter.« Ich hatte mich gerade reingeschlichen, als ich Schüsse im Treppenhaus hörte. Bin dann sofort hergestürmt. Mann, was freue ich mich, Sie wiederzusehen.« Lee nickte schnell. Seine Pläne änderten sich mit jeder neuen Information im Sekundentakt. Aus dem Krankenhaus flüchten war er erst einmal auf Eis gelegt. Das Foyer im Erdgeschoss füllte sich in diesem Augenblick mit Infizierten. Früher oder später würden sie auch Lees Krankenware aus dem Weg räumen und in die oberen Stockwerke schwärmen. Lee warf LaRouche einen Blick zu. »Wie viele weitere Nottreppen gibt es?« »In diesem Flügel nur noch eine.« LaRouche zeigte durch die Tür auf die andere Seite des Krankenhauses. »Die liegt im Osten.« »Ich nehme an, dass keine der Treppen gesichert ist,« wollte Lee wissen. LaRouche schüttelte den Kopf und schien erst dann das Klopfen aus dem Erdgeschoss zu vernehmen. »Verdammt! Die sind schon im Foyer, oder?« Und daraufhin lauter. »Scheiße, uns ist der Diesel ausgegangen.« Lee schob ihn durch den Türrahmen in den ersten Stock und ließ die Tür hinter sich ins Schloss fallen. »Ich habe die Tür unten verbarrikadiert, aber früher oder später werden Sie das andere Treppenhaus finden.« LaRouche ging hektisch auf und ab und schüttelte dabei mit dem Kopf. »Das waren die Explosion und das Feuer. Die müssen so gut wie jeden Infizierten in der Stadt auf uns aufmerksam gemacht haben.« »Ich weiß,« meinte Lee und klopfte ihm auf die Schulter. »Was geschehen ist, ist geschehen. Das können wir nicht wieder rückgängig machen. Jetzt aber lautet unsere erste Aufgabe, hier rauszukommen.« LaRouche zeigte mit dem Finger an die Decke. »Wir müssen mit Julia reden. Sie hat das Funkgerät und kann mit Camp Rider Kontakt aufnehmen. Vielleicht werden die uns helfen.« Lee schnitt eine Grimasse. »Ich bin mir nicht sicher, wie behilflich die sein können.« LaRouche machte sich schon auf den Weg. »Zuerst muss ich Julia finden. Ich werde diese Leute hier nicht im Stich lassen, damit sie entweder von den Infizierten in Stücke gerissen oder von Milos Schlägern umgelegt werden.« Obwohl Lees oberstes Anliegen darin bestand, so schnell wie möglich aus Smithfield zu verschwinden, musste er zugeben, dass LaRouche richtig lag. Die meisten der Überlebenden hier im Krankenhaus trugen keine Schuld daran, dass Lee eingesperrt worden war. Auch mit Milo wollten sie nichts zu tun haben. Im Gegenteil, sie schienen ihn alle wie die Pest zu hassen. »Shoe Maid, der Milos Launen vollgeleistete, hassten sie vielleicht noch mehr?« »In welchem Stockwerk finden wir Julia?« erkundigte sich Lee. »Im Zweiten«, kam die Antwort, und LaRouche streckte erneut die Finger zur Decke. »Direkt über uns.« »Okay.« Lee ließ seinen Blick von der Pistole in seiner Hand zu dem M4-Maschinengewehrschweifen, das LaRouche hielt. Eine Tatsache, die dem Sergeant nicht entging. »Wollen Sie Ihre Waffe zurück?« Er hielt sie Lee entgegen. »Ja.« Lee lächelte, als ob er einen alten Freund wieder sah. Dann gab er LaRouche die Pistole und schnappte sich die M4. Aber als er den Arm ausstreckte, durchfuhr ihn ein Schmerz von der Schulter abwärts bis in die Hand, sodass er die Waffe beinahe fallen ließ. »Scheiße!« Er fuhr instinktiv mit der freien Hand zur Schulter. LaRouche streckte ihm beide Arme entgegen, als ob er Angst hatte, dass Lee ohnmächtig würde. »Males klar bei Ihnen, Käpt'n?« Lee rollte die Schulter einige Male, um den Schmerz zu lösen. »Geht's schon.« Es fühlte sich wie Gewebeschaden an. Nichts Ernstes. Er regte den Hals Richtung Flur. »Wir sollten los.« »Sie gehen voran.« LaRouche steckte die zusätzliche Pistole in eine leere Tasche seiner Kampfmittelweste und holte eine Beretta M9 hervor, mit der er sich offensichtlich wohler fühlte. Schnell, aber nicht hastig führte er sie vorsichtig durch den Flur. Lee's schlechte Nachricht, dass es ein Stockwerk unter ihnen nur so von Infizierten wimmelte, ließ in ihm Zweifel aufkommen, dass die Radiologie tatsächlich so leer war, wie er bis eben noch angenommen hatte. Sie gingen an den überall herumstehenden cremefarbenen Gerätschaften vorbei, die als Erinnerung an die Zeiten dienten, an denen man ins Krankenhaus kam, um sich heilen zu lassen, nicht um sich zu verstecken. Jeder dieser Apparate, an dem Lee vorbeischlich, kostete wahrscheinlich mehrere tausend Dollar. Jetzt aber lagen sie einfach da und sammelten Staub in dieser düsteren, leeren Radiologieabteilung, die wahrscheinlich nie wieder so viel Strom sehen würde, wie sie in ihrer Blütezeit verbraucht hatte. Zumindest nicht für eine sehr, sehr lange Zeit. Sie hatten den Flur ohne weitere Vorkommnisse hinter sich gebracht und näherten sich jetzt der Nottreppe am östlichen Ende des Flügels. Sie hielten vor der Tür inne und lauschten, ob sich etwas dahinter bewegte, konnten aber nichts ausmachen, außer finsterer Stille. Lee gab LaRue Steckung, während dieser vorsichtig die Tür öffnete und das Treppenhaus betrat. Hier war es genauso düster wie im anderen Treppenhaus, und Lee brauchte wieder die Taschenlampe, um zu sehen, was sich über bzw. unter ihnen befand. Als der weiße Lichtkegel das stille Dunkel durchbrach, gab es keinerlei Reaktion, kein Kreischen, keinen unerwarteten Angriff. LaRouche wollte etwas sagen, aber seine Stimme war kaum lauter als ein Flüstern. Die Angst hatte ihm offenbar die notwendige Kraft geraubt. Sollen wir uns runterwagen? Sie wissen schon. Die Tür verbarrikadieren? Nein, antwortete Lee. Mir ist unten nichts aufgefallen, was wir benutzen könnten, und außerdem läuft uns die Zeit davon. Es war ihm klar, dass er sich diesmal keine Krankenware holen konnte, denn es würde den sicheren Tod bedeuten, sich jetzt ins Foyer zu wagen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, die Leute heil rauszuschaffen. LaRouche schien nicht gerade begeistert von der Idee, dem Treppenhaus in das jeden Augenblick eine Horde infizierter stürmen konnte, den Rücken zuzukehren, aber er drehte sich um und eilte die Stufen zum nächsten Stockwerk ohne Kommentar hinauf. Lee folgte ihm dicht auf den Fersen, leuchtete mit der Taschenlampe aber immer noch die Finsternis unter ihnen aus. Oben wartete eine weitere Tür auf sie. LaRouche öffnete sie einen Spalt weit und lugte hindurch. Lee hörte stetes Gemurmel von der anderen Seite. Die Menschen dort schienen aufgeregt. Sie schrien zwar nicht, denn es hatte noch keine Panik eingesetzt, aber es war deutlich zu vernehmen, dass ein heftiger Meinungsaustausch stattfand. Der Sergeant machte sich ein Bild von der Situation und schien überzeugt, dass die Luft rein war. Er öffnete die Tür und die beiden traten in den Flur im dritten Stock. Hier roch es genauso wie in Camp Rider, nach dreckigen Klamotten und schmutzigen Körpern, untermalt von einem Hauch Latrinenduft. Dieses Stockwerk war dank einer Reihe nach Osten ausgerichteter Fenster zu ihrer Rechten besser beleuchtet als die Radiologie, und der Grundriss war ein anderer als der im vierten Stock, in dem Lee gefangen gehalten worden war. Der Krankenhausflügel war rechteckig, mit den kurzen Seiten im Süden und Norden und den langen im Osten und Westen. Auf der südlichen Seite befanden sich Büros, ihnen gegenüber im Norden lagen die Aufzüge. Im Osten und Westen befanden sich Fenster, hinter denen die Zimmer mit den Krankenbetten lagen. Ein Stationszimmer lag zentral im Gang zwischen den Krankenzimmern. Das Stationszimmer schien als Versammlungsort der Leute zu dienen, die in diesem Stockwerk wohnten. Hier standen sie alle, vielleicht zwanzig oder dreißig Frauen und Männer, und diskutierten heftig, aber doch leise. Als LaRouche sich ihnen näherte, wollte Lee etwas zurückfallen, aber LaRouche drängte ihn, weiterzugehen. Die Leute am Stationszimmer bemerkten die beiden überhaupt nicht, bis sie neben ihnen standen. Ein Mann drehte sich um und warf ihnen einen bösen Blick zu. Er war mittleren Alters und trug eine heruntergekommene alte Baseballkappe mit Browning-Logo, ein dreckiges weißes T-Shirt und eine Jeans. Als sein Blick auf LaRouche fiel, erhellte ein hoffnungsfrohes Lächeln sein Gesicht. »Sarge«, rief er, und packte LaRouche bei den Schultern. »Sie sind zurück.« »Die haben gesagt, dass sie abgehauen sind.« LaRouche lächelte nicht zurück, sondern schüttelte als Antwort nur den Kopf. »Wo ist Julia?« »Wir müssen unbedingt mit ihr reden.« »Ich bin hier.« Die Frau, die Shoemade harsch in die Mangel genommen hatte, um Miller und Harper die Freiheit zu schenken, drängte sich durch die versammelte Menge und schnappte sich LaRouche mit großer Entschlossenheit. »Verdammt! Was geht hier vor?« Ihr Blick wanderte zu Lee. »Und Sie sind frei? Wie zum Teufel haben Sie das angestellt?« Lee schüttelte den Kopf. »Das ist jetzt unwichtig.« Er zeigte auf die Tür zum Treppenhaus hinter sich. »Ich bin mir sicher, dass Sie alle wissen, dass es keinen Strom mehr gibt. Die Eingangstüren im Parterre stehen offen, und die Infizierten strömen in das Foyer. Wir müssen hier raus, und zwar schnell.« Es folgten erschreckte Ausrufe, und man konnte die Angst in der Luft förmlich riechen. Der Mann mit der Browning-Baseballkappe fluchte. »Und worauf warten wir dann verdammt nochmal? Packen wir unseren Scheiß zusammen und hauen ab?« Julia aber schüttelte mit dem Kopf. »Nein!« Lee nahm sie am Arm und starrte sie an. »Wir haben keine Wahl. Das Krankenhaus wird überrannt. Außerdem sind Milos Männer noch immer hier. Und es ist nur eine Frage der Zeit, ehe sie nach mir suchen. Hier ist es nicht sicher. Wir müssen fort von hier.« Sie entriss sich seinem Griff und ließ den Blick von Lee zu LaRouche schweifen. »Das geht nicht. Ich habe Leute hier, die mich brauchen. Menschen, die wir nicht mitnehmen können. Kranke und Verletzte, die ich sicher nicht zurücklassen werde.« Die Menschen am Krankenschwesterstützpunkt begannen erneut zu diskutieren und schienen sich in zwei gleich große Lager aufzuteilen. Das eine wollte bleiben, das andere so schnell wie möglich abhauen. Lee konnte sich vorstellen, dass Anhänger des ersten Lagers Kranke oder Verletzte in ihrem Freundeskreis oder ihrer Familie hatten, während die anderen hier nichts mehr erhielt. Als die Menschen merkten, dass sie sich nicht einigen konnten, wurden sie lauter. Lee unterbrach sie, bevor es hässlich werden konnte. »Können Sie mir ungefähr sagen, wie viele Menschen nicht laufen können?« Julia schob sich die Haarsträhnen aus dem Gesicht. »Es sind nicht nur die Bettlägerigen. Der einzige Ausweg ist jetzt nämlich der Fahrstuhlschacht. Folgt von dem Versorgungsschacht, durch den man krabbeln muss. Ich habe sechs Verwundete, die es nicht in Schacht runterschaffen, und von den Alten und Kleinkindern will ich gar nicht erst reden.« Der Mann mit der Browning-Baseballkappe starrte sie ungläubig an. »Willst du mich auf den Arm nehmen, Julia? Willst du einfach hier warten und nichts unternehmen? Wir sollten zumindest versuchen, ihnen rauszuhelfen.« »Und was machen wir, wenn wir es geschafft haben?«, wollte Julia wissen. »Ich weiß nicht, ob du schon einmal aus dem Fenster geschaut hast, aber wir sind verfickt noch mal umstellt.« LaRouche stellte sich zwischen die beiden und veräugte den Mann mit der Browning-Baseballkappe. »George, wir können uns gleich weiter darüber unterhalten. Jetzt aber brauche ich dich, um die Tür zum östlichen Treppenhaus zu verbarrikadieren.« »Die Tür öffnet sich ins Treppenhaus, nicht nach außen«, bemerkte George wenig begeistert. »Wie sollen wir die verbarrikadieren?« LaRouche hatte sich bereits auf den Weg den Flur entlang gemacht. »Wir häufen einfach alles, was wir finden, vor die Tür.« »Es wird sie nicht für immer abhalten, uns aber etwas Zeit verschaffen.« »Und was ist mit dem westlichen Treppenhaus?«, wollte jemand wissen. »Und dann sind da noch Milos Männer«, entfuhr es einem anderen. Lee hob beschwichtigend eine Hand. »Das westliche Treppenhaus habe ich bereits im Erdgeschoss verbarrikadiert, und was Milos Männer angeht, so müssen wir abwarten.« »Kommt Zeit, Kontrat.« Dann warnte er sich Julia zu. »Wo ist das Funkgerät?« »Ich muss mit Camp Rider sprechen.« Julia lehnte sich über die Theke in das Stationszimmer, schnappte sich das Handsprechfunkgerät von der anderen Seite und reichte es Lee. Er schaltete es sofort an und flüsterte ihr ins Ohr, »Wenn ich die Leute in Camp Rider erreiche, können sie vielleicht das Hintergebäude von Infizierten befreien, sodass wir heil hier rauskommen können.« Julia warf ihm einen verärgerten Blick zu. »Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass...« Lee legte die Hand auf ihre Schulter und lehnte sich zu ihr, sodass die anderen ihre Unterhaltung nicht mithören konnten. »Sie können nicht für alle hier sprechen. Vielleicht gibt es einige, die wirklich raus wollen. Wenn sie bleiben und kämpfen wollen, ist das ihre Entscheidung. Aber ich finde, sie sollten sich Gedanken machen, wie sie ihre Verletzten und Kranken den Fahrstuhlschacht hinunterbekommen. Ich bin mir sicher, dass wir das schaffen können.« Julia warf einen Blick auf die Handvoll ausgemergelter Gestalten, die sich um das Stationszimmer versammelt hatten. Langsam begann sie zu nicken. »Sie haben recht.« Lee betätigte das Funkgerät. »Captain Harden an Camp Rider.« »Captain Harden an Camp Rider.« »An Harper oder Miller oder irgendjemanden in Camp Rider.« »Können Sie mich hören?« Er ließ von der Sprechtaste ab und wartete. Ein kurzes Rauschen ertönte, aber es kam keine Antwort. Alle zuckten zusammen, als sie das grässliche Geräusch des metallenen Aktenschranks auf dem gefließten Boden hörten, den LaRouche und George gerade gegen die Tür zum östlichen Treppenhaus schoben. Sie ächzten und keuchten, bis sie ihn endlich an Ort und Stelle gehievt hatten. Er wog mindestens drei Zentner, würde aber, sobald ein Haufen Infizierter sich wiederholt dagegen schmiss, umfallen. LaRouche und George spannten sich von ihm ab und suchten nach weiteren schweren Gegenständen, die sie gegen die Tür schieben konnten. Lee versuchte erneut, Kontakt mit Camp Rider herzustellen, bekam aber noch immer keine Antwort. Nichts. »Und was machen wir jetzt?« stöhnte jemand. Julia zeigte auf eine rothaarige Frau. »Barb? Hast du etwas Seil?« Die Frau sah kurzzeitig etwas verdutzt ein. »Ich kann versuchen, etwas aufzutreiben.« »Dann tu es«, wies Julia sie an. Dann erhob sie die Stimme. »Hört alle her! Wir brauchen Seile und die Gurte, die an den Krankenbaren angebracht sind. Außerdem noch diese Bretter, auf die Patienten mit Rückenverletzungen geschnallt werden. Die sind entweder orange oder gelb und sehen aus wie Surfbretter mit Griffen an den Seiten.« Dann deutete sie auf Lee. Sie hatte jetzt die Kontrolle völlig an sich gerissen. »Versuchen Sie es weiter mit dem Funken, Captain, und kümmern Sie sich darum, dass nichts aus den Treppenhäusern eindringt.« Ihre letzten Worte wurden von LaRouche's und George's Schreien übertönt, als die Tür zum östlichen Treppenhaus aufgestoßen wurde und ein Dutzend wahnsinniger Stimmen von der anderen Seite der Barrikade zu kreischen begannen.« Der einzig leichte Tag Lee wirbelte herum und zeigte auf Julia und die Gruppe Überlebender, die mit vor Angst weit aufgerissenen Augen und offenstehenden Mündern wie angewurzelt dastanden. Er musste schreien, um sich über dem markerschütternden Kreischen der infizierten Gehör zu verschaffen. »Fakt eure Sachen, wir beschäftigen sie für eine Weile!« Julia nickte und drehte sich auf den Absätzen um. Die Schockstarre in der Gruppe hinter ihr löste sich in reges Treiben auf. Jeder begann zu schreien und in alle Himmelsrichtungen zu zeigen. Zwei Männer lösten sich von der Gruppe. Einer hatte einen abgenutzten, blutbefleckten Baseballschläger in der Hand, der andere eine AK-47 mit Holzgriff. Lee konnte seinen Augen kaum trauen, denn ihm waren hauptsächlich Jagdgewehre und Sportwaffen in den Händen des durchschnittlichen Überlebenden untergekommen, aber die AK-47 war die meistproduzierte Feuerwaffe der Welt. Eigentlich hätte er überrascht sein sollen, dass dies die erste war, die ihm unter die Augen kam. »Wir stehen Ihnen zur Seite, Captain«, sagte der Mann mit der AK-47. Lee antwortete nicht, sondern drehte sich Richtung Treppenhaus und lief auf LaRouche zu, der den Rücken gegen den Aktenschrank stemmte, während George einen weiteren kleineren Schrank heranschleppte, um ihn gegen den größeren zu stellen. Der große Schrank verdeckte den Türrahmen vollends in der Breite, ließ oben aber einen 50 Zentimeter breiten Spalt frei, und die Infizierten hämmerten wild dagegen und versuchten darüber zu klettern, sodass er vor- und zurückschwankte. Ein paar ölige Hände fuhren durch den Spalt, packten den Schrank und zogen verzweifelt, bis seine grässliche Visage aus der Finsternis erschien, die anscheinend aus nichts anderem als aus Sehnen und in der Luft herumschnappenden Zähnen bestand. Lee hielt fünf Meter vor der Kreatur auf dem Aktenschrank an und hob seine M4 zum Anschlag. Hinter ihm rutschten die beiden Männer ihm beinahe in den Rücken, schafften es aber gerade noch rechtzeitig anzuhalten. Der Schuss würde nicht einfach werden. LaRouches Schädel befand sich nur 30 Zentimeter unter dem klaffenden Schlund des Infizierten. »Achtung!« brüllte Lee. Der kleine rote Punkt ruhte auf seinem Ziel, und Lee drückte dreimal rasch hintereinander ab. Der Infizierte zuckte zusammen und lag dann still auf dem Aktenschrank. Nur sein Kiefer öffnete und schloss sich weiterhin, wie bei einem Fisch auf dem Trockenen. LaRouche starrte gleichgültig auf das Einschlagloch 15 Zentimeter neben seinem Kopf. Lee klopfte ihm auf die Schulter, als er sich neben ihm aufstellte. Nichts für ungut. Dann stellte er sich genauso wie LaRouche mit dem Rücken gegen den Aktenschrank und stemmte sich dagegen. »Ich mach das schon. Kümmern Sie sich lieber um den Spalt.« LaRouche ließ vom Schrank ab, zog seine Waffe und zielte auf die Spalte über Lees Kopf. Die drei anderen Männer warfen sich gegen den kleineren Aktenschrank und brachten ihn mit einem metallenen Kratzen wieder in Bewegung. Sie schoben ihn rechtwinklig gegen den großen Schrank und bildeten somit eine T-Form. Lee stellte sich wieder aufrecht hin und streckte den Rücken durch. »Das wird zwar nicht lange halten, verschafft uns aber etwas Zeit.« LaRouche keuchte. »Gibt es noch mehr von diesen Schränken?« »Ja.« George zeigte auf ein Zimmer hinter sich, dessen Tür offen stand. »Es sind noch zwei dort.« Georges rechtes Auge explodierte. Lee hörte das Zischen einer Kugel, die dicht an seinem Schädel vorbeiflog. Eine salzige Wärme breitete sich auf seinen Lippen und seiner Zunge aus. George fiel vornüber. Er war tot, ehe er auf dem Boden aufkam. Lee streckte die Arme aus und schnappte sich den Mann, der ihm am nächsten stand. Das war der Typ mit dem Baseballschläger. Er warf den Arm um seine Brust und riss ihn zu Boden. Als sie durch die Luft flogen, sah er LaRouche und den Mann mit der AK-47. Ihre Blicke folgten Georges leblosen Sturz, ihre Gesichter waren verständnislos. Sie hatten noch nicht begriffen, was vor sich ging. Lee würde nie wissen, ob die Kugel nur für ihn bestimmt war oder Milos Männer der Einfachheit halber alle umbringen wollten. Er würde sich später darüber Gedanken machen, hatte aber gerade anderes zu tun. Er kam auf dem Boden auf und kroch zur Wand. Dann begann der Kugelhagel. Das unverwechselbare Rattern einer M-249 Ordnanzwaffe explodierte und erfüllte den Flur. Verdammt! Er hatte ganz vergessen, dass Milos Leute eines davon besaßen. Die Kugeln bohrten sich in den Boden und die Wände und Putz mit Fetzen von Trockenbauplatten schossen durch die Luft. Eine Reihe von Löchern erschien plötzlich in den Akten schränkten, aber LaRouche warf sich rechtzeitig zur Seite. Der Mann mit der AK-47 schaltete jedoch nicht so schnell. Er versuchte noch, sich zu retten, aber die Kugeln trafen seine Oberschenkel, sodass er herumwirbelte. Er fiel zu Boden, die Beine lahm und nutzlos. Er sah an sich hinab, und ihm wurde klar, dass ihm etwas Unumkehrbares zugestoßen war. Er öffnete den Mund, aber es wollten keine Worte herauskommen. Also begann er zu schreien. Eine weitere Salve 5-5-6-Millimeter-Geschosse bereitete seinem Elend ein rasches Ende. Der Typ mit dem Baseballschläger brüllte, »Dale, steh auf! Beeil dich!« Er war bereits im Begriff, sich auf die Beine zu rappeln und seinem Freund zur Hilfe zu kommen. Lee hielt ihn an der Stelle fest und drückte ihn gegen die Wand. »Der ist doch schon längst tot, Mann. Lass es gut sein.« Die M249 verstummte, aber das Echo klingelte weiterhin in Lees Ohren. LaRouche hatte sich wieder aufgerafft und kniete jetzt auf den Boden. Er stützte sich mit einer Hand ab wie ein Sprinter im Startblock. Lee folgte dem Blick des Sergeants, der auf die AK-47 gerichtet war, die zwischen ihrem ehemaligen Besitzer und Georges Leiche knapp außer Reichweite lag. Lee kroch an der Wand entlang bis zur Ecke und zog an LaRouches Ärmel, um seine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Als der Sergeant ihn anblickte, flüsterte er nur, »Ich gebe Ihnen Deckungsfeuer.« Als Antwort erhielt er ein kurzes Nicken. Lee schob den Lauf seiner M4 um die Ecke und schickte einen Kugelregen blindlinks in die Richtung der Angreifer. Es war ihm klar, dass er nichts außer Wänden traf, aber er hoffte, dass sie währenddessen die Köpfe einziehen und nicht zurückschießen würden. LaRouche musste nicht erst darauf hingewiesen werden, dass er sich jetzt auf die AK-47 stürzen sollte und nach wenigen Augenblicken befand er sich bereits wieder in Deckung, diesmal mit der Waffe in der Hand. Kaum hatte er sich um die Ecke wieder in Sicherheit gebracht, regnete es erneut Kugeln im Flur. Sie schlugen ziellos in die gegenüberliegende Wand ein, und Lee wusste, dass die Angreifer genauso blindlings wie er drauf losballerten. LaRouche krabbelte zu Lee hinüber und hockte sich zwischen ihn und dem Mann mit dem Baseballschläger. Er überprüfte, wie viel Munition in der AK-47 steckte. Der Mann neben ihm begann zu jämmern. Das Magazin war voll. LaRouche zeigte den Flur hinab. »Der Gang geht ganz um das Stockwerk herum. Ich werde Sie weiter beschäftigen, während Sie sich von hinten an die Typen heranschleichen.« Lee formte einen Kreis mit Daumen und Zeigefinger und erhob sich. Ihm gefiel es gar nicht, sich ohne seine kugelsichere Weste in ein Feuergefecht zu begeben. Es war zwar nicht das erste Mal, aber das machte es auch nicht besser. Er wusste nur, dass sein Glück irgendwann überstrapaziert sein würde. Er rannte den Flur entlang bis zum Stationszimmer und bog dann um die Ecke. Der Gang führte jetzt durch den westlichen Teil des Krankenhauses, sodass er seine Angreifer von der Seite überraschen konnte. Aber gerade als er wieder loslaufen wollte, sah er einen Mann mit einer großen schwarzen Flinte mitten im Flur stehen. Der Mann drehte sich in dem Augenblick zu ihm um, als Lee die Waffe hob, und ihre Blicke trafen sich. Aber er reagierte nicht, sondern stand einfach nur da. Im letzten Moment ließ Lee vom Abzugshahn ab, denn er erkannte ihn als einen der Männer aus Smithfield. Dann dämmerte ihm, dass es so gut wie unmöglich war, zwischen den Überlebenden vom Krankenhaus und Milos Männern zu unterscheiden. Alle waren sie müde, magere, dreckige Typen mit Feuerwaffen in den Händen. Lee warf dem Mann im Vorbeilaufen einen finsteren Blick zu, obwohl er nichts gemacht hatte. »Was geht ab?« fragte der Mann dümmlich. »Einfach hinsetzen«, befahl Lee ihm, ohne anzuhalten. Hinter dem Stationszimmer lag ein Haufen unbenutzter medizinischer Gerätschaften im Flur herum, den man zur Seite geräumt hatte. Am Ende des Flurs konnte Lee die Reihe nach Westen ausgerichteter Fenster sehen. Dahinter lagen das Parkhaus und etwas weiter links die Bäume und Dächer von Smithfield. Jetzt musste er nur den Gang entlang und nach links, und schon hatte er Milos Scheißkerle direkt vor der Nase. Hinter ihm drang das schwere Rattern der AK-47 aus dem östlichen Teil des Gebäudes an seine Ohren. Sie schoss langsam, aber stetig. LaRouche war nicht dumm, so sparte er Munition. Man musste schließlich nicht unbedingt tausende von Kugeln durch die Luft jagen, um sicher zu gehen, dass der Feind die Köpfe einzog. Eine Kugel pro Sekunde war da völlig ausreichend. Lee war jetzt am Ende des Flurs angelangt und verschaffte sich stufenweise einen Überblick über das Geschehen hinter der Ecke, indem er seinen Sichtbereich langsam und aus einiger Entfernung erweiterte. Den Kuchen in Stücke schneiden, wie er es nannte. Dort am Ende des Flurs sah er zwei Männer zusammengekauert in der Ecke. Der eine stand, der andere hockte. Beide zuckten jedes Mal zusammen, wenn eine der großen 762-Millimeter-Kugeln aus der AK-47 ein Stück Putz aus der Wand schlug, hinter der sie sich versteckten. Lee schätzte, dass sie sich circa 20 Meter entfernt von ihm befanden. Heißkalt und berechnend dachte er, dass er die beiden erledigen konnte, ohne unnötig Munition zu verschwenden, da sie sich so eng zusammendrängten. Er platzierte eine Hand an die Wand und legte dann die M4 auf die so entstandene Stütze, damit er besser zielen konnte. Es folgten fünf schnelle Schüsse, die sich in den stehenden Mann bohrten. Er fiel vornüber und stolperte über den vor ihm knienden Mann, der panisch aufschrie und verzweifelt versuchte, sich vor Lee's Waffe in Sicherheit zu bringen. Sein Kamerad aber sackte bereits über ihm zusammen und blutete ihn voll. In seinem panischen Versuch, vor Lee zu fliehen, duckte er sich zur Seite, sodass LaRouche ihn ins Blickfeld bekam. Lee hörte zwei Schüsse aus der alten sowjetischen Waffe, konnte sehen, wie eine Kugel wenige Zentimeter vor dem Mann auf dem gekachelten Boden einschlug und Splitter aufwarf. Sekundenbruchteile darauf schlug die zweite in den Schädel des Mannes ein, und Lee stellte sich vor, dass sie sich durch den gesamten Körper bohrte. »Ich komme rüber,« rief Lee und sprintete den Gang entlang. »Verstanden,« lautete die Antwort. Lee rutschte auf dem blutverschmierten Boden weiter vor. Der Mann, den LaRouche in den Schädel getroffen hatte, verlor Unlängen an Blut. Sein Gesicht war geschwollen, und von der Schockwelle der schweren Kugel, die durch ihn durchgeschossen war, völlig deformiert. LaRouche kam um die Ecke, begutachtete sein Werk und rümpfte die Nase, als ob er gerade eine Wolke stinkenden Müllgeruchs eingeatmet hatte. Lee las die M249 mit einer gewissen Ehrfurcht vom Boden auf. Sie war zwar kein Fünfziger-Kaliber-Maschinengewehr, das alles und jeden platt machte, hielt aber genügend Munition und konnte die Kugeln ungeheuer schnell aus dem Lauf katapultieren. Das Magazin war ein Plastikbehälter, der unter dem Lauf angebracht war. Es hielt bis zu 205,56 Millimeter Geschosse in einen Patronengurt. Um Deckung zu geben gab es kaum etwas Besseres auf dem Markt. Sie war außerdem sehr gut dafür geeignet, Horden von Infizierten auf einen Schlag niederzumähen. Der Nachteil lag darin, dass die Waffe gut und gerne zehn Kilo wog. Ein kurzer Blick verriet Lee, dass noch ungefähr die Hälfte der Munition im Patronengurt steckte. Mit dem Ding drehen wir den Spieß um, erklärte LaRouche enthusiastisch. Lee nickte und hielt ihm die M249 hin. Wollen Sie aufrüsten? LaRouche ließ sich das nicht zweimal sagen und griff zu. In der AK-47 sind nur noch um die 15 Schuss. Lee lehnte die M4 gegen sein Bein und wog die schwere sowjetische Waffe in den Händen. Das reicht vorerst. Aber wir sollten erst einmal zurück. Im östlichen Teil des Flurs stand noch immer der Mann mit dem Baseballschläger und behielt sowohl Lee's und LaRouche's Treiben im Auge, als auch das, was bei der verbarrikadierten Tür vor sich ging. Obwohl sie an Inbrunst verloren zu haben schienen, war klar, dass sie nicht aufgegeben hatten, denn selbst von Lee's Standpunkt aus konnte er noch immer Dutzende von ihnen knurren und ab und zu mit einem lauten, metallenen Knall gegen den großen Aktenschrank schlagen hören. »Will«, rief LaRouche, »geh zurück zum Stationszimmer.« Der Mann mit dem Baseballschläger namens Will nickte. Er war offensichtlich kurz davor, sich vor Angst in die Hose zu machen, und gehorchte nur zu gerne. Lee und der Sergeant rannten zurück, und Lee rief LaRouche zu, »Am besten Sie nehmen hier Position mit der M249 ein. Alles, was durch die Tür kommt, wird durchlöchert.« »Verstanden.« LaRouche legte sich auf den Bauch, klappte das Zweibein auf und stellte die Waffe hin. Lediglich der Lauf und sein Kopf waren, um die Ecke zu sehen. Der Rest von ihm blieb hinter der Wand verborgen. Hinter dem Stationszimmer war die Hölle ausgebrochen. Die Schüsse und die Infizierten im Treppenhaus hatten eine Panik ausgelöst. Die Überlebenden hatten die vorübergehende Feuerpause genutzt, um aus ihren Zimmern zu flüchten. Vorher hatten sie sich noch alles geschnappt, was sie tragen konnten. Kinder, Rucksäcke, Taschen, aber manchmal auch nur einzelne Dinge wie eine Decke oder eine Wasserflasche. Alle rannten in die gleiche Richtung, weg von den Gefechten zum hinteren Teil des Krankenhauses mit den Fahrstuhlschächten. Julia bog um die Ecke, als Lee das Handsprechfunkgerät aus dem Rucksack holte, in den er es vorher gesteckt hatte. »Haben Sie Kontakt herstellen können?« Lee schüttelte ernst mit dem Kopf. »Will es aber erneut versuchen. Wissen Sie jetzt, wie Sie Ihre Kranken transportieren?« Julia wischte sich den Schweiß von der Stirn und schloss die flatternden Augen. »Ich habe Seile und Gurte an die Bretter gebunden, sodass wir die Kranken und Verwundeten herablassen können. Ich weiß aber nicht, ob wir genügend Seil haben, damit es bis ganz nach unten reicht. Wir müssen es einfach versuchen.« Sie riss die Augen auf und Tränen schwammen darin. »Sie hatten recht. Wir können hier nicht bleiben. Ganz gleich, ob Ihre Leute uns zur Hilfe kommen oder nicht. Wir können einfach nicht bleiben.« Zuerst müssen die Gesunden den Schacht hinab. Lee tat sein Bestes ermunternd zu klingen, hatte aber das ungute Gefühl, als ob es ihm nicht gelingen würde. »Die können dann den Kranken und Verwundeten durch den Versorgungsschacht helfen, aber sie dürfen unter keinen Umständen nach draußen, bis wir wissen, ob die Luft rein ist.« »Okay.« Sie schien noch etwas sagen zu wollen, drehte sich aber um und verschwand in der Menge der panischen Gruppe. Lee drückte auf den Sprechknopf des Radios und versuchte es erneut, bekam aber keine Antwort. Er verspürte diese grässliche Schwere in seinen Gedärmen, dieses beklemmende Gefühl, dass all seine Bemühungen zu nichts führen würden, ganz gleich, wie sehr er dahinter stand, wie verzweifelt er es versuchte. Alles würde umsonst sein. Die Situation schien aussichtslos. Unten warteten die Infizierten, über ihnen lauerte Milo. »Aber du musst es versuchen.« »Du musst die Aufgaben aufteilen. Erster Schritt. Die Überlebenden heil aus diesem Stockwerk schaffen.« Lee kämpfte gegen die Ängste und Zweifel an, die wie ein böser Wolf, der sich durch den Wald an seine Beute heranschleicht, seinen Kopf zu erobern drohten. Erneut testete er das Funkgerät und sprach diesmal etwas lauter als nötig war. »Captain Harden hier!« »Hört mich jemand!« »Wir brauchen Hilfe!« »Und zwar sofort!« Und dann aus lauter Frust »Verfickt nochmal!« »Hört mich denn niemand von euch?« Plötzlich stand Will neben ihm. »Was soll ich eigentlich am Treppenhaus?« Lee warf ihm einen verärgerten Blick zu. »Ein Scheiß Auge darauf werfen!« Der Mann gehorchte auf der Stelle, rannte zur Ecke und stellte sich LaRouche gegenüber auf, sodass er das östliche Treppenhaus beobachten konnte. Die Kreaturen hatten so lange gegen den Aktenschrank geschlagen und daran gerüttelt, bis sie einen kleinen Spalt von wenigen Zentimetern zwischen den beiden Schränken geschaffen hatten. Ihr aufgeregtes Kreischen war kaum noch zu hören und hatte dem Poltern der beiden Schränke Platz gemacht. »Beeindruckt« war vielleicht nicht das richtige Wort, aber Lee musste zugeben, dass die Infizierten verdammt hartnäckig waren. Vielleicht fehlte ihnen die Fähigkeit, logisch zu denken, aber wie jedes Tier erkannten sie Ursache und Wirkung, und ihre Anstrengungen schienen mit jedem kleinen Sieg über einen weiteren Zentimeter gestärkt zu werden. LaRouche musste brüllen, um über den Lärm gehört zu werden. »Feind rechts!« Die M249 ratterte los, und eine kurze Salve aus drei Kugeln schnellte aus dem Lauf. Die Messinghülsen und Metallverbindungen, die den Gurt zusammenhielten, regneten auf den Boden hinab. Im gleichen Augenblick zerbarst die Fliese zu LaRouches Rechten. Der Sergeant schrie auf und krabbelte in Deckung, die Hände über den Augen. Zwischen seinen Fingern sickerte Blut hervor. »Scheiße! Ich glaube, die haben mich erwischt!« Lee kniete sich augenblicklich hin und schickte blindlinks eine Salve den Flur hinunter, um die Angreifer zu beschäftigen. »Ruhig!« »Immer mit der Ruhe!« Er zog die Hand aus LaRouches Gesicht. Die rechte Seite wies drei tiefe Schnitte auf, die von seinen Wangenknochen bis hin zum zerfetzten Ohr reichten. In den Einschnitten konnte Lee winzige rote Pünktchen sehen, aus denen das Blut ran, die aber nicht nach Schusswunde aussahen. »Ich glaube, das waren nur Scherben von der Fliese. Können Sie noch sehen?« LaRouche versuchte, die Augen zu öffnen, aber sein rechtes Lied war bereits zugeschwollen. »Äh, das rechte geht nicht.« »Kacke!« Wenn LaRouche nicht vernünftig sehen konnte, war er nicht dazu zu gebrauchen, den Flur frei von Infizierten zu halten. Lee rollte den Sergeant beiseite und schob ihm die AK-47 und das Handsprechfunkgerät zu. »Versuchen Sie weiterhin, Camp Rider zu kontaktieren.« Dann begab er sich in Deckung, legte sich auf den Bauch und nahm die M249 in Anschlag. Den Flur entlang zu seiner Rechten öffnete sich die Tür zum westlichen Treppenhaus, und ein Mann in einem schwarzen T-Shirt lugte hindurch und blickte sich um. Aus purem Trotz drückte Lee ein paar Male ab und schickte eine kleine Salve in seine Richtung, die hoch über seinem Kopf einschlug und ihn unter einem Regen von Putz und Staub zurück in das Treppenhaus jagte. »Kurze, kontrollierte Salven«, ermahnte Lee sich selbst. So benutzte man eine M249 oder eine jegliche vollautomatische Waffe. Kurze, kontrollierte Salven. Munition, selbst die Hälfte eines 200er Patronengurt, war im Handumdrehen aus, wenn man den Finger nicht vom Abzugshahn nahm. Zu seiner Linken hörte er LaRouche laut und deutlich in das Funkgerät sprechen, allerdings ohne Erfolg. Lee vernahm ein überraschtes Luft holen und warf einen kurzen Blick über die Schulter, um Julia neben LaRouche knien zu sehen. »Um Gottes Willen!« Ihre Hände fuhren um sein Gesicht, anscheinend unsicher, ob sie ihn berühren durfte oder nicht. »Was ist passiert?« »Ach, nur ein paar Scherben von den Fliesen«, murmelte LaRouche. »Wir haben nicht viel Zeit«, warnte Lee und konzentrierte sich erneut auf das Treppenhaus. Die Tür stand noch immer offen, aber er konnte niemanden mehr sehen. »Wie geht es mit den Leuten voran? Sind sie schon den Fahrstuhlschacht hinunter?« »Äh«, sie flatterte mit den Augen, »es geht gut voran. Die meisten sind schon unten im Versorgungsschacht. Es fehlen nur noch acht, aber darum kümmern wir uns schon.« Lee wollte gerade antworten, als der Typ im schwarzen T-Shirt sich wieder hinauslehnte und mit einer M4 wild um sich schoss. Die Kugeln schlugen ungemütlich nahe ein, sodass Lee die Zähne zusammenbiss und dann seinerseits abdrückte, allerdings nicht bevor ein weiterer Mann aus dem Treppenhaus in den Flur und um die Ecke in Richtung seiner zweigefallenen Kameraden gestürzt war. Dann hörte Lee einen Schrei vom anderen Ende des Gangs. Hatte er vielleicht einen der beiden getroffen? »Könnte sein, dass sie von links kommen«, rief Lee zu LaRouche. Der Sergeant reichte Julia das Funkgerät, die sich mit über dem Kopf zusammengeschlagenen Händen die Ohren gegen den Lärm zuhielt, der erbarmungslos auf ihr Trommelfell donnerte. Weil er sein rechtes Auge nicht zum Zielen benutzen konnte, musste er die AK-47 an der linken Schulter in den Anschlag nehmen, obwohl er eigentlich Rechtshänder war. »Ich kümmere mich darum«. LaRouche kroch bis zur Ecke und spähte über Wills zusammengekauerten Körper hinweg, der sich so dicht an die Wand gedrängt hatte, dass er weniger wie ein Mann, sondern vielmehr wie ein Kind aussah, das sich schutzsuchend im Busen seiner Mutter vorgrub. Ob angeschossen oder unversehrt, der Mann mit dem schwarzen T-Shirt erschien erneut, diesmal etwas tiefer, als Lee erwartete, und begann zu feuern. Lee spürte, wie Julia ihm auf die Schulter tippte, aber er konzentrierte sich voll und ganz aufs Zielen und drückte dann selbst ab, um dem Typen im schwarzen T-Shirt ein wenig Abwechslung zu bieten. Der Mann zuckte zusammen und griff sich dann an den Hals. Seine Waffe polterte zu Boden. Lee verspürte erneut, wie Julia ihren Finger in seine rechte Schulter bohrte, und sie drückte so fest, wie sie nur konnte. Was zum Teufel, fuhr Lee sie an und drehte sich zu ihr um, aber Julia saß einfach da und starrte ihn an. Er sah ihre Hände, aber der Druck auf seiner Schulter stieg weiterhin an und begann sogar zu schmerzen. Julia zeigte auf ihn. Sie sind, sie sind getroffen. Lee rollte auf die Seite und drehte den Hals, um seine Schulter zu untersuchen. Der Druck wurde schlimmer, begann zu brennen, sodass Lee durch zusammengebissene Zähne tief knurren musste. Das kann nicht viel schlimmer als eine Schramme sein, versicherte er sich, aber der Blutfleck auf seiner Schulter wurde immer größer. Er wollte sein Hemd ausziehen und sich die Wunde genauer anschauen, aber dazu hatte er jetzt keine Zeit. Das ist nichts, sagte er kurz angebunden, denn es blieb ihm nichts anderes übrig. Er hatte keinen Sanitäter, saß keine medizinische Ausrüstung, um sich selbst zu behandeln und sich einfach nur die Wunde anzuschauen, würde ihm auch nichts nützen. Also versicherte er sich, dass es trotz der Schmerzen schon wieder werden würde. Manchmal konnten Schmerzen einen ganz schön täuschen, denn oft taten oberflächliche Wunden am meisten weh. Es folgte eine kurze Pause in dem ansonsten ohrenbetäubenden Lärm, und Lee hörte die zwei Männer am anderen Ende des Flurs. Die Unterhaltung verlief ziemlich einseitig, da der Mann im schwarzen T-Shirt gurgelte und verzweifelt versuchte Luft in seine Lungen zu saugen, aber nur Blut schluckte. Dann blubberte und hustete er, während sein Kamerad ihn unentwegt anschrie, als ob er so eine andere Antwort erhalten würde. »Wes! Wes! Steh verdammt nochmal auf! Los, Alter! Alles gut bei dir? Reiß dich verfickt nochmal zusammen!« Lee glaubte nicht, dass es ihm gelingen würde. »Wes, kannst du mich hören?« »Los, Mann! Nun mach schon!« Lee war so auf die bizarre und makabre Unterhaltung fokussiert, dass er die schwache Stimme hinter sich kaum wahrnahm. Als sie endlich bis zu seinem Bewusstsein vordrang, drehte er sich zu Julia um, die ihm das Funkgerät entgegenhielt, als ob sie nichts davon verstand. Lee schnappte es sich und drückte auf den Sprechknopf. »Ist da jemand? Kann mich jemand hören? Hier ist Käpt'n Harden!« Es folgte ein Rauschen, und Lee hielt sich für das Opfer eines grausamen Scherzes, denn der Äther war wieder tot und drohte ihm alle Hoffnungen zu rauben. Aber kaum hatte das Rauschen angefangen, knisterte das Mikrofon am anderen Ende, und er hörte Harpers Stimme. Er hätte nie geglaubt, dass es ihn derart beglücken konnte, die Stimme eines anderen Mannes zu vernehmen. »Käpt'n? Bist du das? Harper hier!« Lee konnte sich eines Lächelns nicht erwehren. »Ich kann dich klar und deutlich hören, Harper. Ich bin noch im Krankenhaus. Wir sind von Infizierten und Milos Männern umzingelt und brauchen Hilfe, und zwar gestern.« »Halles klar, Käpt'n?« Dann ertönte ein Schnarren, und Lee glaubte, einen aufheulenden Motor zu hören. »Wir sind schon auf dem Boulevard und haben Hilfe an Bord. Haltet aus, wir sind fast...« Dann folgte eine lange, scheinbar endlose Stille, die von einem »Ach, du heilige Scheiße« abrupt unterbrochen wurde. Dann erklangen Feuerstöße und Schreie aus dem Funkgerät. War gestern Lee drückte auf den Sprechknopf. Aber Harper übertrug noch immer, und das Funkgerät gab lediglich ein negatives Piepen von sich, als ob es sagen wollte, »Nein, diese Funktion ist jetzt nicht verfügbar. Bitte warten.« »Scheiße!« Lee schüttelte das Funkgerät in seiner Hand. Endlich brach die Übertragung mit einem leisen Knistern ab. Julia starrte Lee an. Vor Anspannung hatte sie die Hände vor den Mund gelegt. Will blickte zu Boden. Er hatte den Kopf auf den Baseballschläger gestützt, als ob alle Hoffnung verloren war. Selbst LaRouge schien ihn anzuschauen, aber es war seine verwundete, blinde Seite, und er wandte sich rasch wieder dem Flur zu. Lee erhob die Stimme und versuchte, ruhig zu bleiben. »Hapa! Käpt'n Harden hier!« »Ist alles okay bei dir?« »Die haben Schüsse gehört. Bist du da?« Harper nahm sich die Zeit zu antworten. So viel musste man ihm lassen. Die Antwort war kurz und knapp und über dem Kugelhagel kaum hörbar, aber zumindest wussten sie, dass es ihm gut ging. Noch. »Kann jetzt nicht reden!« Lee las die M249 vom Boden auf und lugte um die Ecke. Er sah den Mann, der zuvor den Gang entlang gelaufen war, zurück Richtung Treppenhaus Sprinten, als ob es um sein Leben ging. Der Anblick stellte Lee zufrieden, aber nur, bis er LaRouches Stimme hörte und erkannte, dass nicht er es war, vor dem der Mann Angst hatte. »Sie kommen durch! Wir müssen weg!« Dann drückte er ab. »Einmal, zweimal, drei, vier, fünfmal.« Aus der Richtung des östlichen Treppenhauses hörte Lee etwas Schweres auf dem Boden aufkommen und auf den Kacheln schlittern. Lee steckte das Handsprechfunkgerät in die Tasche und hob die M249. Die Schusswunde in seiner Schulter schrie jetzt förmlich vor Schmerzen. Er eilte zu LaRouche und klopfte dem Sergeant Hart auf die Schulter, um ihm zu signalisieren, dass er übernehmen würde. LaRouche entfernte sich langsam, das unversehrte Auge noch immer auf den Türrahmen gerichtet, bis er in der Mitte des Korridors stand. Lee richtete die M249 nach Osten aus. Die Horde Infizierter hatte sich so lange gegen die provisorische Barrikade geworfen, dass ein 15 Zentimeter breiter Spalt entstanden war, schmal, aber eine Öffnung. Lee wartete, während eine Infizierte mit langen, dreckigen Haaren sich mit dem Kopf zuerst durchschob, um dann den Rest des Körpers nachzuziehen. Er musste kurz an die Worte seines Vaters denken, als sie zu ihrer Überraschung einen Waschbären in der Garage gefunden hatten, nachdem sie das Tor über Nacht nur wenige Zentimeter aufgelassen hatten. Wenn sie mit dem Kopf durchkommen, schaffen sie es immer, den Körper hinterher zu ziehen. Die Infizierte tat genau das, zog zuerst den Oberkörper nach und schien keinerlei Schmerzen zu leiden, obwohl ihre Brüste platt gedrückt wurden. Dann folgte der restliche Körper. Lee trat in den Flur, denn es war sinnlos, sich in Deckung zu halten, wenn niemand auf einen schoss, rief über die Schulter hinweg, »Los, verschwindet!« und drückte ab. Er schickte eine Salve aus fünf Kugeln in die Richtung der Infizierten, von denen jede bis auf die letzte ihr Ziel traf, und sie von der linken Hüfte bis zur rechten Schulter aufriss, ehe sie zu Boden ging. Hinter sich hörte er, wie Julia, Will und LaRouche den Rückzug Richtung Fahrstuhlschacht antraten. Auch Lee bewegte sich jetzt rückwärts, die Waffe stets auf den Spalt in der Barrikade gerichtet. Insgeheim schickte er ein Stoßgebet gen Himmel und bedankte sich, dass er nicht größer war. Auf eine gewisse Art war es sogar ein Segen, dass die Infizierten die Barrikade nur um fünfzehn Zentimeter verschoben hatten. Es gab ihnen genügend Anreiz, sich hindurchzwängen zu wollen, sodass sie anscheinend kein weiteres Interesse daran hatten, die Öffnung zu vergrößern. Aber sie war so klein, dass immer nur einer von ihnen durchpasste. Lee war töricht genug, um Trost in dieser Tatsache zu suchen, als er plötzlich Schüsse von Westen her vernahm. Das war das garstige Rattern von LaRouches AK-47, gefolgt von einer kurzen Feuerpause, einer Flinte und dann dem dünnen Knallgeräusch einer kleinkalibrigen Pistole. Hatte LaRouche schon jetzt keine Munition mehr für die AK-47, sodass er auf seine Pistole zurückgreifen musste? Lee wartete, bis der nächste infizierte, versuchte sich durch den Spalt zwischen dem Türrahmen und der Barrikade zu drängen. Als er stecken zu bleiben schien, verpasste ihm Lee zwei Kopfschüsse, sodass er in der ohnehin schon schmalen Öffnung zu einem weiteren Hindernis wurde. Lee hatte ungefähr den halben Weg vom Stationszimmer bis zum nördlichen Ende des Krankenhausflügels mit den Fahrstuhlschächten hinter sich gebracht. Er drehte sich um und rannte die letzten zehn Meter. Als er um die Ecke bog, bot sich ihm der Anblick totalen Durcheinanders. Die Fahrstuhltüren waren auseinandergespreizt, und drei Männer standen in Reihe und Glied vor dem gähnenden Abgrund des Fahrstuhlschachts. Sie hatten sich breitbeinig hingestellt, und ihre Armmuskeln waren von dem straffgespannten Seil voll angespannt. Offensichtlich war etwas Schweres ans andere Ende gebunden. Hinter ihnen war das Seil an einer Krankenware festgemacht, die in einem Türrahmen eingekeilt war. Stück für Stück ließen sie die Last langsam hinab. Alle drei erweckten den Eindruck, Angst zu haben. Nur ihr Anführer schien sich dabei voll und ganz auf die Arbeit zu konzentrieren, während die beiden hinter ihm sich immer wieder besorgt umblickten, um zu sehen, ob ihnen irgendwelche Gefahren drohten. Um sie herum stand eine rege Traube von Menschen. Sie suchten allesamt nach einem sicheren Versteck, aber es gab keinen Fluchtweg außer dem Fahrstuhlschacht. Einer von ihnen ging immer wieder zu dem gähnenden Abgrund, blickte hinunter und hob die Hände alarmiert über den Kopf, als ob er ernsthaft in Erwägung zog, hinunterzuspringen. LaRouche und zwei andere Bewaffnete hatten den westlichen Gang gesichert und schossen aufs gerate Wohl den Flur hinunter. Lee konnte Harpers dünne Stimme aus seiner Tasche hören, hatte aber keine Zeit, ihm zu antworten. Er drängte sich durch die panische Menschenmenge, schrie LaRouches Namen und erlangte endlich seine Aufmerksamkeit. Auf was auch immer sie schossen, es schien sehr hartnäckig zu sein, während der Spalt in der Barrikade immer nur einen Infizierten durchließ. Es ergab also Sinn, die M249 dort zu stationieren, wo sie am dringendsten gebraucht wurde. Lee bedeutete LaRouche, dass er sich um den östlichen Korridor kümmern sollte, während er hier übernahm. LaRouche folgte den Anweisungen ohne zu zögern. Als die anderen abgehauen waren, stellte Lee sich an der Ecke auf. Kugeln zischten nahe seinem Kopf durch die Luft und schlugen in der Wand hinter ihm ein. Der beißende Geruch von Schießpulver stieg ihm in die Nase. Stimmen schrien ihn von allen Seiten an, kämpften um seine Aufmerksamkeit, bis seine Sinne hoffnungslos überfordert waren. Das hier war ein richtiges Gefecht. Man erschuf Chaos, durfte gleichzeitig aber nicht Teil davon werden. Es war eine merkwürdige Mischung aus heißblütigem Instinkt und kaltblütiger Logik. Man musste mit Leidenschaft kämpfen, aber mit dem Kopf denken, als ob der Kopf der Dompteur und der Körper das Biest war. Einerseits arbeiteten sie zusammen, andererseits waren sie völlig unterschiedlich. Aber wenn die beiden auf einen Nenner trafen, einen gemeinsamen Tritt fanden, dann war das so erschreckend wie aufputschend. Lee hatte keine Zeit, um sich mit derartigen Gedanken zu beschäftigen. Das alles waren Dinge, die er sich beinahe instinktiv angeeignet hatte. Genau wie man wusste, dass ein Ball zu Boden fallen würde, sobald man ihn losließ. Für ihn gab es jetzt nur folgende Prioritäten. Die nächste Ecke sichern, die Bedrohung einschätzen, sie neutralisieren. Standort der M249 überdenken, die Überlebenden in Sicherheit bringen. Begleitet von einer ganzen Reihe unbewusster Gedanken und Erfahrungen auf einer niederen Ebene, die sämtliche seiner Handlungen beeinflussten. Als er um die Ecke kam, sah er den Mann, der Wes' Partner gewesen war, unbewaffnet direkt auf sich zukommen. Er hatte beinahe den Gang erreicht, der zwischen den Krankenzimmern verlief und zum Stationszimmer führte. Ihre Blicke trafen sich und die Augen des Mannes waren vor Furcht und Flehen weit aufgerissen. Ihn verfolgten Dutzende von Infizierten und immer mehr schwärmten aus dem Treppenhaus. Lee wurde klar, dass sie zwar den Eingang zu diesem Stockwerk verbarrikadiert hatten, die Infizierten sich nun aber den Weg zum Stockwerk über ihnen gebahnt hatten, wo sie höchstwahrscheinlich die Flure eingenommen und Milos Männer zurück in das westliche Treppenhaus gedrängt hatten. Und Wes, ehemaliger Partner, hatte seine Waffe entweder fallen gelassen, weil er keine Munition mehr hatte, oder weil er dachte, dass er mit ihr nicht schnell genug rennen konnte. Er fuchtelte wild mit den Armen und schrie, »Nicht schießen! Nicht schießen!«. Lee biss die Zähne zusammen und drückte ab. Die erste Salbe zerfetzte die Beine des Mannes, sodass er völlig verdutzt, dreinschauend zu Boden ging. Ganz gleich wie Eisern Lee's Entschlossenheit war, dieser Gesichtsausdruck würde sich für alle Zeiten in Lee's Gehirn brennen und ihn stets daran erinnern, zu was er fähig war, wenn er sich in einer »Wir gegen den Rest der Weltsituation« befand. Ein infizierter Jugendlicher sprang mit einer geschmeidigen Bewegung über den Mann hinweg, ignorierte ihn aber völlig und sprang auf Lee zu, die Augen voller Angriffslust. Die zweite Salbe ließ ihn nach rechts taumeln, wo er gegen eine Wand prallte, um dann zu Boden zu sacken. Er röchelte zwar noch, konnte sich aber nicht mehr bewegen. Der Mann, dem Lee in die Beine geschossen hatte, begann zu schreien, und Lee dachte, dass er es mehr aus Angst heraus als aus Schmerzen tat. Zwei schmächtige, beinahe gespensterhafte Kreaturen warfen sich auf ihn und erstickten sein Gebrüll. Zu Lee's Überraschung nahm sich einer einen Arm und die andere packte den Kopf. Zusammen zerrten sie ihn rücklinks um die Ecke, um in Sicherheit fressen zu können. Waren sie sich etwa bewusst, dass Lee sie töten konnte, wenn sie sich vor ihm im Flur aufhalten würden, oder hielten sie ihn für jemanden, der ihnen ihre Beute streitig machen würde? Wie auch immer, sie zerrten den Mann außer Sicht, während sie Lee mit einem Blick anstarrten, der dem eines knurrenden Hundes glich. »Kommt nicht näher, das hier gehört mir.« Lee spürte, wie sich Gänsehaut auf seinem Körper ausbreitete. Mit ihrer Beute in Sicherheit schwärmten auf einmal mehr Infizierte um die Ecke in den Gang, und Lee konnte kaum mehr als strampelnde Beine und fuchtelnde Arme ausmachen, während der Mann heiser aufschrie. Diesmal war es ein Schmerzensschrei, dessen war Lee sich sicher. Die Szene traf Lee bis ins Knochenmark, sodass seine Arme zu zittern begannen und sein Magen sich leer und schwach anfühlte. Er feuerte wild drauf los und musste mit sich selbst kämpfen, um sich wieder unter Kontrolle zu bringen. Er schickte weitere Kugelseifen den Gang hinab. »Du hast das getan«, dachte Lee, »das geht einzig und allein auf dein Konto.« Von der anderen Ecke her konnte er das gelegentliche dünne Knallen von LaRouches Pistole hören, das ab und zu vom Krachen einer Flinte unterbrochen wurde. Ein rascher Blick über die Schulter verriet ihm, dass LaRouche und zwei andere Männer übrig geblieben waren. Der erste half LaRouche mit seiner Flinte, die Ecke zu verteidigen, während der zweite Vorbereitung traf sich in den Fahrstuhlschacht abzuseilen. »Wie sieht's aus?« schrie Lee LaRouche zu. »So weit, so...« Drei weitere infizierte Stunden aus dem westlichen Treppenhaus. Lee deckte den Gang mit heißem Blei ein und tötete zwei von ihnen auf der Stelle. Der dritte ging zu Boden, arbeitete sich aber weiterhin mit einem funktionierenden Arm und Bein voran. Das rasende Kreischen verwandelte sich in ein jämmerliches Husten und Kläffen. »Nichts wie weg!« brüllte LaRouche und aus dem Blickwinkel sah Lee, wie der Mann mit der Flinte auf den Fahrstuhlschacht zurannte. Das Sergeant folgte ihm dicht auf den Fersen, nachdem er noch zweimal abgedrückt hatte und der Schlitten zurücksprang. »Ich bin leer!« »Ich übernehme! Schnell!« rief Lee ihm zu. LaRouche wirbelte herum und lief zum Fahrstuhlschacht. Der Mann mit der Flinte stand bereits direkt davor und starrte in den Abgrund. Er rief einen Namen und warf ihm dann die Flinte zu, ehe er sich das Seil schnappte und im Schacht verschwand. LaRouche kniete sich nieder und ergriff ebenfalls das Seil. Lee sah nicht, wie er sich in Sicherheit brachte, denn er zwang seine Aufmerksamkeit auf das Bewachen des Gangs zurück. Fünf auf einmal kamen aus dem westlichen Treppenhaus, und ein Monster stolperte hinter der Ecke hervor, hinter die sie den Mann gezerrt hatten, welcher mittlerweile keinen Ton mehr von sich gab. Der Kreatur hing ein Fleischschwätzen vorm Kinn, und sie stolperte wie besonderlich. Bis die anderen fünf an ihr vorbeirasen. Erst dann wurde sie schneller und folgte ihren Artgenossen wie ein normales Herdentier. Lee schickte eine Salve nach der anderen den Flur hinab, aber sie waren zu schnell und kamen immer näher. Der letzte Infizierte brach nur einen knappen Meter vor Lee zusammen, sodass Lee zurücksprang und ihm ein Schrei entwich, während sein Gehirn noch darüber nachdachte, wie er das Monster davon abhalten konnte, die Zähne in seinem Bein zu vergraben. Es lebte noch immer, hob den Kopf und streckte langsam den Arm nach ihm aus, um ihn an den Füßen zu packen. Lee verlor für einen kurzen Augenblick die Fassung. Er drückte ab, und der Flur blitzte stroboskopartig im Mündungsfeuer auf. Die Kugeln schlugen auf dem Boden und in die Wände ein und tauchten den Korridor in einen Hagel aus Kachelsplittern, Putz, menschlichem Gewebe und geronnenem Blut. Kaum hatte er vom Abzugshahn abgelassen, kamen mehr Infizierte aus dem westlichen Treppenhaus und stürzten den Flur entlang. Sie zeigten keinerlei Interesse mehr an der frischen Beute, und das östliche Treppenhaus verlangte auch unbedingt nach seiner Aufmerksamkeit, schließlich war es bereits eine ganze Zeit lang nicht mehr bewacht worden. Lee wusste nur zu gut, dass diese Kreaturen vorzugsweise von zwei Seiten angriffen. Er trat zwei Schritte zurück, so dass er kurz vor dem Fahrstuhlschacht stand und beide Korridore im Blick hatte. Sein Mund schien voller Sand, und sein Atmen schien wie ein rauer Wüstensturm, der sämtliche Feuchtigkeit aus seinen Zellen verdampfen ließ. Der Puls dehnte die Arterien in seinen Nacken bis zum Zerreißen. Im Hinterkopf registrierte er, dass er einen Tunnelblick entwickelte, und er zwang sich dazu, immer wieder in beide Richtungen zu schauen. Seine ganze Welt reduzierte sich auf Kimme und Korn der M249, die er ständig zwischen der rechten und linken Ecke hin und her schweifen ließ, rechte Ecke, linke Ecke. Sie kamen aus dem westlichen Gang, rannten auf ihn zu, als ob sie schon vorher genau wussten, wo er stand. Als sie um die Ecke bogen, zögerten sie keinen Augenblick und standen im Handumdrehen direkt vor ihm. Zurück konnte er nicht. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Sie kreischten, und er schrie zurück und hielt den Finger auf dem Abzugshahn, genau das, was er nicht tun sollte. Aber jetzt standen sie so dicht vor ihm, dass er keine andere Wahl mehr hatte. Der Gang füllte sich mit einem dünnen, pinkfarbenen Nebel, der aus dunklem, verseuchten Fleisch emporsprühte, und Lee schloss den Mund und hielt den Atem an, obwohl sein Körper nach Sauerstoff rang. Unbewusst registrierte er ein Quaken aus seinem Handfunkgerät und Stimmen, die aus dem Fahrstuhlschacht seinen Namen riefen. Drei weitere infizierte im westlichen Gang, nur einer im östlichen. Als sie keine sechs Meter entfernt von ihm um die Ecke kamen, wusste er, dass er diesen Kampf nie gewinnen konnte, sondern nur das Unvermeidliche hinauszögern würde. Erneut drückte er den Zeigefinger gegen den Abzugshahn und tauchte die Korridore in ein Höllenfeuer, in der Hoffnung, die Infizierten zumindest für ein paar Sekunden aufzuhalten. Mit der 249 noch immer in der rechten Hand wickelte er sich das Seil doppelt um den linken Unterarm und packte es mit der linken Hand. Ihm war klar, dass es wehtun würde, aber er hatte jetzt keine Zeit, einen besseren Plan zu schmieden, und irgendein Plan war immer noch besser als gar keiner. Dann sprang er nach hinten. Das letzte klare Bild, das er vor Augen hatte, waren zwei Hände, die sich nach seinem Gesicht ausstreckten. Die langen schmutzigen Fingernägel und die Haut waren mit Dreck unvorstellbarer Herkunft verkrustet. Und dann fiel er in den dunklen Abgrund, spürte, wie er immer schneller wurde. Eigentlich war es wie bei einem Fallschirmsprung über feindlichem Gebiet, finster, laut und furchteinflößend. Dann lief ihm das Seil aus. Es spannte sich, rieb sich in seiner Haut und glitt dann den Arm entlang. Seine Gelenke schienen zu explodieren, zuerst das Handgelenk, dann der Ellbogen, und das Brennen in seiner Handfläche und seinem Unterarm war so intensiv, dass er kaum das Reißen seiner Bänder spürte. Es kam ihm vor, als ob er unendlich lange fiel, und es schien immer heißer zu werden, wie ein Meteorit, der auf die Atmosphäre trifft, und er war davon überzeugt, dass sein Arm Feuer fing. Ganz gleich, wie sehr er sich bemühte, er konnte das Seil nicht fest genug in die Hände bekommen, um seinen Sturz aufzuhalten. Zum Schluss wurde das Brennen so heiß und unerträglich, dass es ihn fast nicht mehr kümmerte. Als er aufkam, spürte er nichts. Die Schlacht Kein einziger Plan übersteht den ersten Kontakt mit dem Feind. Dieses Konzept wurde jedem Soldaten von Anfang an eingetrichtert, nicht nur mental und körperlich, sondern auch inoffiziell durch Indoktrination und die militärische Subkultur. Nichts, was man als neuer Rekrut tat, war richtig, auch wenn es tatsächlich richtig gewesen sein sollte. Die Ausbilder waren darauf erpicht, das Scheitern zu einer Grunderfahrung zu machen. Denn früher oder später würde jeder Soldat, jeder Krieger mit absoluter Gewissheit den Punkt erreichen, indem er sein Bestes gegeben hatte, es nicht genug sein und der ausgefeilteste Plan der Welt fehlschlagen würde. Dieses Scheitern konnte zwei Sachen in einem Menschen hervorrufen, aufgeben oder kämpfen. Ein gewöhnlicher Mann gab auf, während ein Krieger erst recht zu kämpfen begann. Die psychologische Beurteilung der Kandidaten des Projekts Hometown legte großen Wert auf genau dieses Konzept. Sie wussten, dass es keinerlei Autorität mehr geben, dass die gesamte Befehlsstruktur zusammengebrochen sein würde und die Koordinatoren in einem Machtvakuum agieren müssten. Also machten sie es sich zur Aufgabe, wahre Krieger herauszufiltern. Sie brauchten Männer, die kämpfen konnten. Männer, die sich ergaben, waren nicht erwünscht. Männer, die sich ergaben, waren nicht erwünscht. Sie brauchten Soldaten, die zu dickköpfig waren, um zu wissen, wann man sie besiegt hatte. Denn der Wert eines Kriegers wurde nicht daran gemessen, ob sein Plan reibungslos gelang, sondern wie er auf das unausweichliche Scheitern reagieren würde. Der Weg zum Sieg wurde nicht auf einem Stück Papier erzielt, sondern im Herzen des Mannes, den man in die Schlacht schickte. Sobald Lea also das Bewusstsein wiedererlangte, begann er zu kämpfen. Trotz der unglaublichen Schmerzen im linken Arm, trotz des heftigen Pochens seines frisch gebrochenen Steißbeins, trotz der Tatsache, dass er aufgrund von drei angebrochenen Rippen kaum vernünftig Luft holen konnte, kämpfte er gegen LaRouches Hände an, als ob der Sergeant infiziert wäre, um ihm dann einen ordentlichen Kinnhaken zu verpassen. »Fuck!« LaRouche wich zurück, schützte sich so vor Lees nächstem Hieb und legte eine Hand auf seine gebrochene Nase. Lee kam zu Sinnen, merkte, dass man ihn nicht angriff und hörte auf der Stelle auf, auf LaRouche einzuschlagen. »Verdammt doch mal, Herr Käpt'n!« Lee versuchte, seinen Namen auszusprechen, brachte aber lediglich ein kaum verständliches »LaRouche« über die Lippen. Dann rollte er sich auf Knie und Hände und entdeckte all seine neuen Verletzungen, die mit jeder Bewegung einen anderen Körperteil vor brennendem Schmerz aufschreien ließen. Sie schienen sich gegenseitig übertreffen zu wollen und verschmolzen zu einem weißen Rauschen aus Qualen, was es beinahe einfacher machte, sie zu ignorieren. »Sie sind verletzt!« »Bleiben Sie, wo Sie sind!« Das war Julias Stimme. »Nein!« Lee setzte einen Fuß auf den Boden und kam dann taumelnd auf die Beine. »Gut! Mir geht es gut!« Das Handsprechfunkgerät in seiner Hosentasche lief langsam heiß. Es war ein kleines Wunder, dass es seinen Sturz überhaupt überlebt hatte. Lee wollte es hervorholen, aber seine linke Hand weigerte sich, seinen Befehlen zu folgen. Er versuchte es mit der rechten und war erfolgreich, auch wenn sein sich sträubender Oberkörper Flutwellen des Schmerzes durch seine Rippen jagte. Harper brabbelte panisch am anderen Ende. Lee drückte auf den Sprechknopf. »Lee, hier!« Er blinzelte rasch, um die schwarzen Flecken vor den Augen loszuwerden, die den bevorstehenden Verlust des Bewusstseins ankündigten. Über ihm ragte der Fahrstuhlschacht in die Höhe und endete in einem kleinen, aber hellen quadratischen Fleck, von dem aus Lee sich in die Tiefe gestürzt hatte. Vor der Öffnung hatten sich Scharen von Infizierten versammelt und kreischten frustriert auf, wagten es aber nicht hinabzuspringen. »Harper! Wo seid ihr?« »Wo zum Teufel bist du?« lautete die panische Gegenfrage. »Ich habe schon die ganze Zeit versucht. Kacke, vergiss es!« Harper schnappte hörbar nach Luft. Im Hintergrund konnte Lee einen aufheulenden Motor, jedoch keine Schüsse hören. »Als wir am Krankenhaus ankamen, haben wir ganz schön für Aufsehen gesorgt. Also sind wir umgedreht und abgehauen, und die meisten Infizierten sind uns hinterher. Aber wir haben sie abgehängt und sind dann umgedreht.« »Alto, wo bist du?« Lee vollbrachte es, einen intelligenten Gedanken aus dem vernebelten Wirrwarr seines Gehirns zu pflücken. »Wir sind gleich hier raus, werden wohl an der Nordseite das Gebäude verlassen. Aber pass auf!« Lee drehte sich um und blickte den Versorgungsschacht hinunter, der lediglich von dem Schein flackernder Taschenlampen erhält wurde. Aber es genügte, sodass Lee kurz die Leute durchzählen konnte. »Scheiße! Ich habe um die dreißig Überlebende dabei, und du hast nichts weiter als den Pickup.« »Ha! Gott ist auf unserer Seite, mein Bruder.« Lee starrte verdutzt auf das Radio. Er begriff nicht, was Harper damit sagen wollte. »Na wunderbar, Harper. Aber wie sollen wir die ganzen Leute transportieren?« »Erinnerst du dich an Fahrrad Jim?« Die Hoffnung fegte den Nebel augenblicklich aus seinem Schädel, und der Anflug eines Lächelns huschte über sein Gesicht. »Klar. Was soll mit ihm sein?« »Das erkläre ich dir später. Jetzt fahren wir erst mal wieder Richtung Krankenhaus, in die Nähe der zwei großen Zelte. Wo seid ihr?« »Ich gebe dir Sergeant LaRouche, sodass er euch zu uns lotsen kann.« Lee reichte LaRouche ohne weitere Worte das Handsprechfunkgerät. Der Sergeant versuchte noch immer, den Blutfluss seiner Nase zu stoppen, nahm aber das Radio entgegen, drückte auf den Sprechknopf und wies Harper hastig ein. »Sobald sie die Barrikaden hinter sich gelassen haben, halten sie sich links vom Parkhaus, bis sie zum Rückgebäude des Krankenhauses kommen. Davor stehen ein paar Stromverteilerkästen. Sie werden eine braune Tür sehen, auf der Wartungszugang steht. Wir sind genau auf der anderen Seite der Tür. Sagen Sie Bescheid, sobald Sie da sind, und wir kommen raus.« »Alles klar. Wir brauchen noch ein wenig.« Lee zeigte den Tunnel entlang. »Beeilt euch! Wir müssen zum Ausgang.« Die Gruppe tat, wie ihr geheißen, und schlich sich in angespannter Stille zur Tür vor. Der Wartungstunnel war nicht lang, aber eng, sodass zwei Leute nur schwerlich nebeneinander gehen konnten. An beiden Seiten waren Schalttafeln, Stromverteilerkästen und sonstige Sachen angebracht, deren Namen Lee nicht einmal wusste. Über ihren Köpfen schlängelten sich Rohre und Kabel die Decke entlang. Als sie sich langsam vorwärts bewegten, beugte Lee sich zu der M249 hinab, und es fühlte sich an, als ob jeder einzelne Knochen in seinem Körper gebrochen und jeder Muskel und jede Sehne gerissen war. Als sie vor der Tür versammelt waren, rief LaRouche von hinten, »Noch nicht die Tür aufmachen! Wir müssen auf unsere Leute warten!« Lee warf einen reumütigen Blick auf LaRouches gebrochene Nase. »Tut mir leid.« Der Sergeant winkte ab. »Fünf-Sekunden-Regel, kein Thema.« Beinahe hatte Lee gelächelt. Er erinnerte sich an den Alltag in der Kaserne, wo Streiche auf der Tagesordnung standen und oft damit anfingen, dass jemand unsanft aus dem Schlaf gerissen wurde. Wenn er dann aufwachte und seinen Angreifer verprügelte, durfte man sich nicht beschweren, denn die allgemein anerkannte Regel lautete, dass er die ersten fünf Sekunden nach dem Aufwachen als nicht zurechnungsfähig galt. Aber Lee musste sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren, und er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, was zum Teufel Harper und Pfarrer Jim bei sich haben sollten, um die ganze Gruppe von Überlebenden zu retten. Und woher kam Pfarrer Jim überhaupt? Harper war nach Camp Rider zurückgekehrt. War Pfarrer Jim etwa schon vor ihm dort angekommen? Und dann dachte er, Harper hatte nicht einmal Zeit, um es bis zurück zu schaffen. Plötzlich ertönte Harpers Stimme inmitten von Rauschen. »Okay, wir sehen die Tür. Wir sind da. Aber wir sind nicht alleine, also beeilt euch.« »Los«, rief Lee der Gruppe zu. Die Tür wurde aufgerissen. Nach dem düsteren Tunnel blendete sie das schwindende Tageslicht, obwohl der Himmel mit Wolken verhangen war. Lee's Aufregung, ja Hoffnung, wurde von einem verheerenden Gefühl des Grauens verdrängt, als er die Ausrufe der ersten Überlebenden hörte, die sich nach draußen gewagt hatten. Alle Köpfe schienen sich automatisch nach rechts zu drehen, ehe das Schreien, die erhobenen Arme und das Laufen begannen. Getrieben wie ein wildes Tier wollte Lee sich durch die Menge kämpfen, aber bei jedem Schritt schickten sowohl sein Steißbein als auch sein linkes Bein Schmerzensschübe sein Rückgrat hinauf. Seine Zähne waren zu einem grimmigen Grinsen zusammengebissen, und er spürte, wie sich kalter Schweiß auf seiner Stirn bildete. Endlich trat er ans Tageslicht und wandte sich nach rechts. In ungefähr hundert Meter Entfernung hatte eine kleine Gruppe von etwa zwanzig Infizierten sie bemerkt und rannte auf sie zu. Lee setzte ein Knie auf den Boden und verlor vor Schmerzen beinahe das Bewusstsein, zwang sich aber ruhig zu bleiben und zu zielen. Einmal abdrücken, fünf Kugeln schossen in ihre Richtung, und zwei Infizierte gingen zu Boden. Ein weiterer Schuss, noch ein Infizierter weniger. Doch die Dinger breiteten sich fächerförmig aus, sodass Lee nie mehr als einen Infizierten erwischen konnte. Es war beinahe so, als ob sie wussten, dass sie in einer formierten Gruppe machtlos dem Maschinengewehrfeuer ausgesetzt waren. Sie können nicht logisch denken, rief sich Lee ins Gedächtnis. Die Teile des Gehirns, die dafür zuständig waren, existierten nicht mehr, waren völlig zerfressen. Alles, was Logik auch nur im Entferntesten ähnelte, war entweder purer Zufall oder ein Resultat willkürlich feuernder Synapsen. Oder nicht? Er schoss weiter, erledigte ein Zielobjekt nach dem anderen, während sie immer näher und näher kamen, und sobald er ein neues Ziel erfasst hatte, drückte er ab. Als er die letzte Kugel der M249 in Richtung der Verfolger geschickt hatte und die Waffe zu einem zehn Kilometer schweren Briefbeschwerer mutierte, rief irgendjemand hinter ihm seinen Namen. Es rannten noch immer ungefähr zehn Infizierte auf ihn zu. Vielleicht ein paar mehr, vielleicht ein paar weniger. Die ganze Welt schien jetzt vernebelt. Er drehte sich um, und es dauerte eine ganze Zeit, bis die Welt seiner Drehung folgte. Als er endlich wieder klar sehen konnte und so schnell die Straße entlang humpelte, wie sein geschundener Körper es zuließ, konnte er seinen Augen kaum trauen. Harper lehnte sich aus der offenen Tür und winkte ihn wie wild zu sich. Irgendwo auf dem Weg hatten sie einen Bus aufgegabelt. Es handelte sich um ein riesiges weißes Fahrzeug, nicht ganz so groß wie die gelben Schulbusse, aber mit genug Platz für sämtliche Überlebende, wenn sie sich ein wenig hineinzwängten. An der Seite unter den Fenstern sah Lee in großen blauen Buchstaben die Worte »First Baptist Church« geschrieben. Angesichts dieses außergewöhnlichen Zufalls musste er beinahe lachen. Wo zum Teufel hatten sie nur dieses Ding her? Vor dem Bus stand der Dodge Ram 2500. Der Motor lief im Leerlauf, und auf der Ladefläche stand noch immer der Proviant. Es schien ganz so, als ob alles noch an Ort und Stelle stand und nichts fehlte. Miller saß am Lenkrad und sah so aus, als ob er es kaum erwarten könnte, endlich auf das Gaspedal zu treten und von hier wegzukommen. Kaum hatte Lee den Bus erreicht, zogen LaRouche und Harper ihn an Bord, während der Fahrer startete. Einer der Infizierten warf sich auf den Bus. Sein Kopf knallte gegen die Windschutzscheibe und hinterließ eine Blutspur und einen großen Riss in der Scheibe, ehe der Mann zur Seite geworfen wurde und der Bus über ihn hinwegrollte. »Alles klar, Käpt'n?« brüllte LaRouche. Lee lehnte sich mit dem Rücken gegen die Seite des Fahrersitzes. Die M4 stach ihn in die Seite, und seine Beine baumelten die schmale Treppe hinab, die zur Tür führte. Er reckte den Hals und drehte sich um, wollte wissen, wer den Bus fuhr, und sah Pfarrer Jim, der ihm ein ungekünsteltes Löcheln schenkte. Lee erwartete irgendeine Binsenweisheit oder einen Spruch, wie Gott den Armen zur Rettung verhilft. Aber der Pfarrer nickte einfach nur wissend. Er musste den Blick in Lees Augen gesehen haben, die Fassungslosigkeit darüber, dass Pfarrer Jim zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort mit genau dem richtigen Fahrzeug anrückte, um ihn in den Arsch zu retten. Also sagte der Pfarrer nichts und klopfte Lee stattdessen auf die Schulter, ehe er nach links steuerte und in weitem Bogen die nordöstliche Seite des Krankenhauses hinter sich ließ, während ein paar letzte infizierte Nachzügler ihnen wie wild hinterher sprangen. »Halles klar mit Ihnen?«, wiederholte LaRouche und folgte sich zu Lee hinab, sodass sie auf Augenhöhe waren. Lee versuchte tief Luft zu holen, verspürte aber sofort einen stechenden Schmerz, der durch seine Rippen fuhr. Er unterdrückte ein Wimmern und streckte dem Sergeant einen aufgerichteten Daumen entgegen. »Bei mir ist alles in Ordnung.« Der Bus lehnte sich in die Kurve, ehe sie auf den Brightleaf Boulevard fuhren, um dann nach Süden Richtung Camp Rider abzubiegen. Nichts wie weg von hier. Lee verspürte eine enorme Erleichterung. Es war ihm, als ob sich eine warme Decke über seinen erschöpften Körper legte. Zu ihrer Rechten erstreckte sich der riesige Parkplatz des Johnston Memorial Krankenhauses, der abgesehen von einigen Leichen und dem einen oder anderen Auto völlig leer stand. Die riesige Herde, die den Platz vor kurzem noch gefüllt hatte, war verschwunden. Sie hatte sich aufgelöst, um Harpers Dodge durch Smithfield zu folgen, ohne ihn jemals einholen zu können. Zu ihrer Linken lag der Hauptflügel des Krankenhauses. Lee konnte auch das Parkhaus ausmachen, sowie die noch rauchenden Überreste des Pickup-Trucks, den LaRouche und Harper aus Versehen in die Luft gejagt hatten. Dahinter sah er den riesigen grünen Humvee, und es machte ganz den Anschein, als ob man ihn mit Absicht gegen die Wand gefahren hatte, und zwar genau an der Stelle, an der sich die Tür befand. Lee nahm die Szene in sich auf und konnte nicht anders als laut aufzulachen, aber die Schmerzen ließen ihn sogleich wieder verstummen. Das war offenbar der Grund, warum Milo und seine Männer sich im Treppenhaus so aufgeregt hatten. LaRouche, Harper und Miller hatten den Humvee gegen die Tür gefahren, so dass sie nicht angegriffen werden konnten, während sie den Pickup mit den Vorräten zurückeroberten. Lee musste zugeben, dass sie das klug eingefädelt hatten. Aber in gewisser Weise war es auch schade. Es schien eine Verschwendung, den Humvee einfach zurückzulassen. Lee wollte gerade die Augen schließen und sich für einen Moment ausruhen, als er etwas auf dem Dach des Krankenhauses bemerkte. Er setzte sich auf und biss die Zähne zusammen. Seine Augen wurden zu Schlitzen. LaRouche sah Lee nach oben starren und drehte sich um, um ebenfalls aus dem Fenster zu schauen. Lee zeigte auf das Dach des Gebäudes. »Ist das etwa?« Eine finstere Gestalt lief den Rand des Daches entlang. Die merkwürdigen schlagsigen Bewegungen offenbarten jedem, der ihn kannte, um wen es sich handelte, und LaRouche rief aus, »Scheiße, das ist Milo!« »Was?« entfuhr es Harper, und er drehte sich schlagartig um. »Wie zum Teufel ist er da lebend rausgekommen?« LaRouche deutete mit einem Finger auf das Krankenhaus. Er muss es irgendwie auf das Dach geschafft haben. Allen war klar, was Milo vorhatte. Die oberste Ebene des Parkhauses war nur wenige Meter vom Dach des Krankenhauses entfernt, und es war offensichtlich, dass er darauf zulief. Er wollte sich den Hamweh schnappen. Der Fluss Lee setzte sich aufrecht hin, blickte durch die Windschutzscheibe auf den Truck vor ihnen und rief, »Milla muss anhalten!« »Was?« LaRouche legte eine Hand auf die Brust. »Wir können doch jetzt nicht anhalten! Sie sind verletzt! Sie müssen sich...« »Er muss anhalten!« schrie Lee so laut, dass sowohl LaRouche als auch Pfarrer Jim zusammenzuckten. Der Sergeant musste etwas in Lee's Stimme gehört haben, einen Unterton, der ihm sagte, dass Gegenargumente gerade höchst unangebracht waren. Er nahm das Handfunkgerät, drückte auf den Sprechknopf und sagte, »Milla! Sergeant LaRouche hier! Sie müssen anhalten! Auf der Stelle! Wir halten an!« Die Antwort kam sofort, die Stimme eine Oktave höher als normalerweise. »Wir können jetzt nicht anhalten!« Lee schnappte sich das Radio aus LaRouches Händen. »Verdammt, Milla! Du hältst jetzt sofort an! Milo macht sich aus dem Staub, und er hat meinen gottverdammten GPS-Empfänger dabei!« Auf einmal fiel bei den Umstehenden der Groschen. Ohne Lee's Gerät standen ihre Sicherheit sowie die Versorgung mit Nahrungsmitteln, Munition und Medikamenten auf dem Spiel. Sie schienen alle zu merken, wie sehr sie an Lee geglaubt hatten, wie sehr sie sich an der Tatsache festgehalten hatten, dass er sie retten könnte und ihnen beim Wiederaufbau helfen würde. Aber ohne seine Vorräte war er nichts weiter als ein guter Soldat, jemand, den man gerne bei einem Kampf auf seiner Seite hatte, aber mehr auch nicht. Miller stieg in die Eisen und bremste abrupt. Hinter ihm tat Pfarrer Jim dasselbe und hielt mit quietschenden Reifen Zentimeter vor Millers Stoßstange an. Ehe jemand ihn davon abhalten konnte, sprang Lee aus dem Bus und humpelte zum Dodge, wobei er versuchte, kein Gewicht auf sein kaputtes Bein zu verlagern. Mit steifen Bewegungen holte er sich die M4 vom Rücken, ehe er zur Fahrertür kam und sie aufriss. »Rüber mit dir!« bellte er Miller an. Miller stellte die Automatik auf Parken und hüpfte auf den Beifahrersitz. »Hier, halt mal!« Lee warf ihm die M4 auf den Schoß und bemühte sich, sich auf den Fahrersitz zu hieven. Er grunzte, fluchte und atmete rasch und oberflächlich, um die Luft dann wieder zwischen zusammengebissenen Zähnen auszustoßen. Durch die offene Tür konnten sie das Quietschen von Reifen auf dem Asphalt hören. Sie blickten auf und konnten gerade noch den grünen Humvee sehen, wie er im Bauch des Parkhauses verschwand. Die lange Antenne schien ihnen zum Abschied zuzuwinken. Lee legte den Gang ein, als ihm plötzlich etwas einfiel. Er drehte sich zu Miller und sagte, »Wenn du nicht mitkommen willst, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um auszusteigen.« Miller zögerte keinen Augenblick. »Captain, du weißt, dass ich an deiner Seite bleibe.« Lee stieg aufs Gas, der Motor heulte auf und der Dodge ging in die Knie, um im nächsten Augenblick den Brightleaf-Boulevard hinunterzuschießen. Sie beobachteten den Humvee, wie er aus der Finsternis der Garage raste und einen Zementpoller auf dem Weg zur Barrikade und der dahinterliegenden Straße anfuhr. Lee konnte das Steuer mit einer Hand kaum halten und musste die zweite hinzunehmen, um sicherzugehen, dass der Wagen nicht außer Kontrolle geriet. Immerhin, die Bewegungsfreiheit seiner einen Hand hatte sich etwas verbessert. Die Nadel des Tachometers erreichte neunzig Kilometer pro Stunde, ehe er hart auf die Bremse treten musste, um rechts in die North Street einzubiegen. Vor ihm hatte der Humvee die Barrikade hinter sich gelassen und bog jetzt zwei Häuserblöcke vor ihm ebenfalls in die North Street ein. Es schien, als ob Milo wusste, dass man ihn verfolgte. Nicht mehr ganz so mutig, ohne seinen Pack Handlanger und Schläger. »Sag dem Bus, dass sie nicht hinter uns herfahren sollen,« rief Lee mit lauter, angestrengter Stimme. »Die sollen direkt nach Camp Rider. Wir kommen nach, sobald wir mit Milo abgerechnet haben.« Miller schien jetzt erst zu begreifen, was es bedeutete, beim Käpt'n zu bleiben. »Scheiße.« »Okay«, er drückte auf den Sprechknopf. »Miller an den Bus.« »Folgt uns nicht. Käpt'n Harden sagt, ihr sollt direkt zum Camp Rider fahren. Wir kommen nach.« Nach einer zögerlichen Pause meldete sich LaRouche. »Verstanden.« »Aber immer schön vorsichtig sein.« An seinem Tonfall erkannte Lee, dass er am liebsten dabei gewesen wäre, aber dafür war es jetzt zu spät. Er konnte nicht mit Lee in die Schlacht ziehen, nicht mit all den unschuldigen Überlebenden an Bord. Er konnte nicht mit Lee in die Schlacht ziehen, nicht mit all den unschuldigen Überlebenden an Bord. Lee kannte LaRouche mittlerweile gut genug, um zu wissen, dass er sich nicht drücken würde, aber manchmal musste man einfach das Beste für die Allgemeinheit tun und seine eigenen Wünsche hinten anstellen. »Millers Stimme durchbrach auf einmal Lee's Gedankengänge.« »Alles klar bei dir, Käpt'n? Du siehst ganz schön mitgenommen aus.« »Mitgenommen?« Man hatte ihn verprügelt, er hatte einen Zahn verloren, die Schulter war angeschossen, und er war so gut wie ungebremst drei Stockwerke einen Fahrstuhlschacht hinuntergestürzt. Einerseits hatte ihn das Seil vor dem sicheren Tod gerettet, andererseits hatte er sich jedes Band seines linken Arms gerissen. Er konnte aufgrund seiner angebrochenen Rippen kaum atmen, das linke Bein war nur bedingt gebrauchsfähig, und Sitzen war wegen des gebrochenen Steißbeins eine Höllenqual. Ja, vielleicht war er etwas mitgenommen. »Die Pumpe funktioniert noch,« erwiderte er starkköpfig, »vielleicht mehr, um sich selbst davon zu überzeugen als Miller. Er erinnerte sich an seine Ausbilder, die zwei Liter Maissirup in einen Eimer kippten, roten Farbstoff dazumischten, um ihn dann in einer großen Lache auf den Bürgersteig zu schütten. Dann zeigten sie darauf und sagten, »Schauen Sie sich das gut an, Gentleman. Da halten Sie die Größe dieser Lache immer im Gedächtnis. So viel Blut kann ein normaler Mann verlieren, ehe er um sein Leben fürchten muss. Sollten Sie glauben, dass Sie sterben, ehe Sie so viel Blut neben sich sehen, dann sind Sie ein Weichei. Sie dürfen kein Weichei sein.« Sie waren drauf und dran, Milo einzuholen, als dieser so plötzlich auf die Bremse trat, dass die Reifen des Humvees eine schwarze Gummispur auf dem Asphalt hinterließen, während er von der North Street links in die Second Street abbog. Beinah verlor er die Kontrolle über den Wagen und parkte das riesige grüne Fahrzeug fast im Wohnzimmer eines Hauses. Lee bremste rechtzeitig ab und stieg dann wieder aufs Gas. Die Wahl von Milos Fluchtfahrzeug war vielleicht nicht die beste gewesen. Hätte er sich den Chevrolet Luminar geschnappt, wäre er schon längst über alle Berge. Aber das Militärfahrzeug fuhr nicht schneller als 110, und im Gegensatz zum quicklebendigen Dodge Ram beschleunigte es wie ein altes Schlachtross. Kurz nachdem Lee Gas gegeben hatte, hockte er dem Humvee im Nacken. Milo schlitterte hin und her, wartete stets bis zum allerletzten Moment, um auf der Straße stehenden Wagen auszuweichen. Lee's Reaktionen waren gut, und er verlor keinen Meter gegenüber dem grünen Monster. Als Milo rechts von der Second Street in eine einladende, vierspurige Straße abbog, dachte Lee, dass er nun vielleicht genügend Platz haben würde, um ihnen zu entkommen. Lee bemerkte es sofort. Die Straße wurde kaum merklich steiler, während die Umgebung absank. Sämtliche Geschäfte und Häuser hörten wie auf einen Schlag auf, und auch der Standstreifen war plötzlich verschwunden und hatte Blöcken aus Zementplatz gemacht. »Pass auf!« rief Miller und zeigte nach vorn. »Habe es gesehen,« erwiderte Lee und trat Sekundenbruchteile vor Milo auf die Bremse. Es war nicht die Brücke, wegen der sie anhielten, sondern die Barrikade aus Stahlbeton, die sich über die gesamte Straße erstreckte und jeden davon abhielt, in Smithfield einzudringen oder es über den Fluss zu verlassen. Dem mittlerweile üblich war die Barrikade der gesamten Länge nach mit Stacheldrahtzaun gesichert. Auf ihrer Seite der Brücke stand ein einzelner verlassener Polizeiwagen. Der Pickup-Truck hielt mit quietschenden Reifen an. Es dauerte nur den Bruchteil einer Sekunde, ehe Milo erneut aufs Gaspedal trat. Der Humvee schoss vor und nach rechts, flog über den Straßenrand und auf den steilen Abhang zu, der von der Straße zum Ufer führte. »Was zum Henker?« Miller klang verwirrt. »Kann ihr mit dem Ding den Fluss überqueren?« Lee benötigte nur einen flüchtigen Blick auf das Gewässer, um die Antwort zu wissen. »Nee im Leben.« Der Fluss unter der Brücke war tief, braun und reißend. Der Sommerregen hatte ihn derart anschwellen lassen, dass die Wogen bis zu einem Joggingpfad reichten, der am Ufer entlang führte. An einigen Stellen war er von dem trüben, schmutzigen Wasser überflutet. Aber trotz des unwirtlichen Anblicks schien Milo seine Entscheidung getroffen zu haben. Der Humvee rumpelte zügig die Böschung hinab, fuhr für circa dreißig Meter den Joggingpfad entlang, ehe er durch eine Lücke in den Bäumen direkt auf das Wasser zuraste. »Um Gottes Willen!« normelte Miller. Für einen kurzen Augenblick glaubte Lee, dass Milo es schaffen würde. Der Humvee raste in die tosenden Wassermaßen und verursachte eine gewaltige Bugwelle, als ob er ein Amphibienfahrzeug wäre. Dann aber schoss er erneut nach vorn, und die Kühlerhaube verschwand unter Wasser, tauchte aber nicht wieder auf. Lee fragte sich, wie viele Leute dieses verzweifelte Manöver bereits versucht hatten, um dem Terror in Smithfield zu entgehen, nur um jämmerlich zu ertrinken. Vielleicht war es eines dieser versunkenen Fahrzeuge, auf dem der Humvee gelandet war, denn er sank nicht tiefer, und ein Teil der Kabine ragte noch immer aus dem Wasser. Die obersten 15 Zentimeter der Türen waren nach wie vor zu sehen, aber Milo würde sie bei dem Wasserdruck nie und nimmer öffnen können.« »Da kommt er nicht mehr raus«, konstatierte Miller in kühlem Ton. Mit der Einschätzung war er allerdings etwas voreilig gewesen. Zwei drahtige Arme erschienen aus der runden Drehkuppel, auf der das Geschütz stand, und nach einem kurzen Moment folgte eine durchnässte Gestalt, die sich aus dem Inneren des Humvees befreite. Eine Hand hielt sich am Dach fest, die andere lag bereits auf dem 50er-Kaliber-Maschinengewehr, und dann starrte Milo sie an. Lee wusste, was als nächstes passieren würde. Er öffnete die Fahrertür, während er die rechte Hand nach seiner M4 ausstreckte. Aber sie war nicht da, genauso wenig wie Miller. Der junge Mann war bereits ausgestiegen und hob Lies Waffe an seine Schulter, während Milo das schwere Geschütz mit beiden Händen packte und auf sie richtete. Miller drückte ab. Die Kugel traf Milo mit einem lauten, nassen Klatschen, das Lee sogar aus 50 Meter Entfernung hören konnte. Er sah das Blut aus seinem Rückenspritzen, als Milo von dem Aufprall nach hinten ins reißende Wasser geworfen wurde. Miller atmete laut aus. »Malle Achtung!« Lee hob bei dem beeindruckenden Schuss die Augenbrauen, aber mehr fiel ihm nicht ein. Er suchte den Fluss hinter der wuchtigen grünen Karosserie des Humvee nach Bewegungen ab und humpelte so schnell er konnte Richtung Böschung. »Wenn er noch lebt, wird er versuchen zu entkommen.« Lee stand am Straßenrand, und Miller hatte sich zu ihm gesellt. Sie wollten gerade die Böschung hinab zum Joggingpfad, als Milo sich von dem halb versunkenen Humvee abstieß und mit einer Hand zu schwimmen begann. Mit der anderen hielt er sich die linke Brust, sein dunkles T-Shirt war blutgetränkt, und es war schwer zu sagen, ob die Kugel noch in seinem Körper steckte oder hinten wieder ausgetreten war. Offensichtlich war nur, dass Milo noch einigermaßen bei Kräften war. Miller begann zu rennen, Lee's M4 noch immer in den Händen. »Er flieht!« »Warte!« rief Lee und streckte die Hand nach ihm aus. Er wollte ihn am Arm festhalten, aber Miller war schneller als er. Der junge Mann war völlig auf Milo fokussiert, wie ein Hund, der einen Hasen jagt. Er hatte alle Bedenken und Vorsichtsmaßnahmen in den Wind geschlagen, erreichte den Pfad und rannte ihn entlang. Mit der M4 in beiden Händen und von einer Seite auf die andere schwingend sprintete er Milo hinterher. Lee war klar, dass es zu lange dauern würde, die Böschung hinabzurumpeln. Also nahm er zwei quellende Schritte Anlauf und sprang. Er kam auf seinem bereits gebrochenen Steißbein auf, rutschte dann auf dem glitschigen Schlamm die Böschung hinab und rief dem dummen Jungen hinterher, »Miller!« »Verfickt noch mal! Komm zurück!« Aber selbst wenn Miller ihn gehört haben sollte, blieb er ihm eine Antwort schuldig. Lee purzelte die Böschung hinab und rollte auf den Pfad. Er landete mitten in einer Pfütze und spürte das kühle Wasser am ganzen Körper, registrierte aber keinerlei Schmerzen. Er starrte den marmorierten Himmel an, bewölkt und in ständiger Bewegung. Es war beinahe friedlich, beruhigend. Dann hustete er und schleppte sich auf die Beine. Miller befand sich ungefähr 25 Meter vor ihm. Milo hatte sich aus dem Wasser gerettet und rannte jetzt zehn Meter vor Miller den Laufpfad entlang. Mit jedem Schritt, den Miller in den seichten Wasserlachen tat, schickte er weiße Perlen glänzender Gischt in die Luft. Lee konnte nicht umhin, an seine Kindheit zurückzudenken, wie er bei Regen im Hof gespielt und so getan hatte, als wäre er ein Soldat in Vietnam. Er rannte von Pfütze zu Pfütze, sprang mitten hinein und es fühlte sich so an, als ob jedes Mal eine kleine Explosion unter seinen Füßen stattfand. Er aber rannte einfach weiter, als ob er unbesiegbar war. Jetzt schien Miller genau das Gleiche zu tun, denn er hetzte mit hirnloser Entschlossenheit durch den Regen, als ob niemand ihm etwas anhaben könnte.« Milo war offensichtlich verletzt und konnte kaum schneller laufen als Lee, sodass Miller bald zu ihm aufholte und die Blicke, die Milo über die Schulter warf, verrieten, dass er genau wusste, was auf ihn zukam. Selbst aus dieser Entfernung, immerhin waren es jetzt noch knappe 30 Meter, konnte Lee sehen, wie Milo sich ans rechte Bein griff und dann stehen blieb. Natürlich war er zu weit entfernt, um einzugreifen. Ihm blieb nichts anderes übrig, als Miller zu warnen. »Vorsicht! Er hat eine Waffe!« Jetzt bemerkte auch Miller den großen 357er Revolver in Milos Hand, den er stets bei sich trug. Miller hielt taumelnd an. Beide Männer erhoben die Waffen. Milo sein Revolver, Miller ließ M4. Sie standen gerade einmal sechs Meter auseinander. Milos rechter Arm war ausgestreckt und hielt die große silberne Waffe. Miller hatte den Schaft der M4 zwischen Körper und Arm geklemmt und zielte mehr oder weniger aus der Hüfte. Dann begann sie zu schießen. Das Feuergefecht dauerte eine Sekunde. Eine Kugel schoss aus der 357er und Miller zuckte zusammen, als sie sich in seine Brust bohrte. Aber er verlor nicht das Gleichgewicht. Als Antwort drückte er zweimal ab. Die erste Kugel traf auf das Wasser vor Milos Füßen, die zweite seinen Bauch. Erneut dröhnte der Revolver und brachte Miller ins Wanken. Er taumelte rückwärts und fiel dann auf die Knie, wo er wie ein Volltrunkener versuchte, sich aufrechtzuhalten, um dann dreimal abzudrücken. Zwei der drei Kugeln trafen ins Ziel, eine in Milos Bein und eine andere in seine rechte Körperhälfte. Auf ihrem Weg traf sie auf Milos Schulterblatt und zerschmetterte es. Und dann war es vorbei. Lee näherte sich, konnte schon das lauter werdende Stöhnen von Miller hören. Dahinter wand sich Milo wie ein Fisch auf dem Trockenen und versuchte, sich zu erheben. Er wollte noch immer flüchten, hatte noch nicht begriffen, dass die letzte Kugel seine Milze hatte explodieren lassen und ein Loch in seinen linken Lungenflügel gerissen hatte, ehe sie durch den Rücken ausgetreten war. Ihn konnte kein Davonlaufen mehr retten. Lee erreichte ihn, als er sich gerade auf Hände und Knie aufgerichtet hatte. In der linken Hand hielt er noch immer den silbernen Revolver. Milo bemerkte, dass Lee über ihm stand und wirbelte herum, um die Waffe auf ihn zu richten. Lee aber schlug sie ihm mit einer raschen Bewegung aus der Hand, sodass sie auf dem Joggingpfad aufkam und dann im Fluss verschwand. Milo stieß einen Schmerzensschrei aus, als sie ihm aus der Hand glitt. Es hatte nichts Bedeutsames an sich. Es gab keine poetische Gerechtigkeit, nichts Künstlerisches. Lee richtete weder Milos eigene Worte noch sonst einen der Situationen angemessenen Spruch gegen ihn. Nichts. Es gab lediglich einen kurzen, aber intensiven Kampf, ohne jeden Augenkontakt. Milo versuchte, Lee die Augen auszukratzen, aber Lee ergriff seinen Arm. Dann packte er mit seiner einsatzfähigen rechten Hand Milos Nacken und hämmerte dessen Schädel so oft auf den Beton des Pfads, bis das harte Geräusch des auf pflastertreffenden Knochens zu einem viel weicheren, nasseren Geräusch abebte. Milos Körper erschlaffte, Lee ließ von seinem Nacken ab. Er atmete schwer. Dann blickte er gern Himmel, um nicht anschauen zu müssen, was er gerade getan hatte. Weit über ihm konnte er das Muster der Wolken kaum ausmachen. Rasch durchsuchte er Milo nach seinem GPS-Empfänger und fand ihn in einer Hosentasche. Das robuste Gehäuse hatte das Gerät tatsächlich vor Stoß- und Wasserschäden bewahrt. Dann ging er zurück zu Miller, der nicht mehr jammerte, sondern mittlerweile kämpfen musste, um überhaupt Luft zu kriegen. Die Lache, in der er lag, hatte sich rot verfärbt. Hier entflossen einzelne rosa Arme, die sich bis zum Fluss erstreckten und mitgerissen wurden. Lee glaubte, das feuchte, saugende Pfeifen, das aus Millers Brustwunde entwich, über dessen angestrengtes Atmen hinweg hören zu können. Lee kniete sich neben ihn und warf einen Blick die Böschung hinauf zum Pick-up, der noch immer auf der Straße stand. Er schien weiter entfernt, als Lee es in Erinnerung hatte. Er starrte erneut auf Millers Gesicht hinab und wollte optimistisch klingen. Alles klar, Kumpel? Ich laufe mal kurz zum Wagen und hole den Verbandskasten, okay? Miller sah verängstigt aus, nickte aber. Tränen strömten seine Wangen hinab. Lee hob seine M4 vom Boden auf und warf sie über die Schulter. Dann kletterte er, so schnell er seinen geschundenen Körper bewegen konnte, die Böschung hinauf, auf allen Vieren krabbelnd. Es war viel schwieriger, als hinunterzurutschen, und er glitt zweimal im glitschigen Schlamm aus und schlitterte fast den ganzen Hang wieder hinab, sodass er von vorn anfangen musste. Als er endlich oben angekommen war, fühlte er sich erleichtert, beinahe Siegesgewissen. Erst dann wurde ihm klar, dass seine kleine Reise nichts weiter als reine Zeitverschwendung gewesen war, denn er würde es nie und nimmer bis zum Truck schaffen, nicht angesichts der Hundertschaften von Infizierten, die auf ihn zustürmten. Die Rückkehr In weniger als 300 Metern Entfernung sah Lee eine riesige Horde Infizierter. Sie kam die vierspurige Straße entlang, auf der der Pickup-Truck geparkt war, füllte die gesamte Breite der Fahrbahn von Bürgersteig bis Bürgersteig. Sie rannten nicht übermäßig schnell auf ihn zu, verschwendeten aber auch keine Zeit. Sie hatten Schüsse gehört und kamen nun, um zu sehen, was geschehen war. Hatten sie etwa gelernt, Schüsse mit Fressen zu verbinden, fragte sich Lee. Oder handelte es sich lediglich um eine normale Reaktion auf unerwarteten Lärm? Er wusste, dass Tiere sogar niedere schnell begriffen und dazu lernten, wenn es um Nahrung ging. Lee musste über zwei breite Spuren humpeln, um zum Truck zu gelangen. Die Horde würde ihn sehen und zweifelsfrei angreifen. Er suchte die Gegend nach irgendetwas ab, das er als Sichtschutz hernehmen konnte, um zum Truck zu gelangen, aber die Straße war komplett leer. Es lagen nicht einmal Müll oder Leichen herum, woran es ansonsten in Smithfield nirgends mangelte. Lee kam sich vor, als ob die kleine Stadt ihn verhöhnen wollte. Seine einzige Chance bestand darin, sich zu verstecken, bis die Meute sich wieder aufgelöst hatte, und da sie langsamer als gewöhnlich unterwegs war, würde er wahrscheinlich sogar genug Zeit haben. Er schlitterte erneut die Böschung hinab und humpelte zu Miller. Sie mussten sich irgendwo verschanzen, und der beste Ort schien der halbversunkene Hamweh. Er packte Millers Arm und hatte Mühe, ihm aufzuhelfen. »Durch, Kumpel, wir haben Besuch.« »Nein«, brachte Miller hervor. »Doch.« Lee strengte sich an, bis er Miller endlich im Wasser hatte, wo er sofort um ein Vielfaches leichter wurde. Die Strömung wollte ihn mit sich reißen, aber Lee kämpfte dagegen an und zog den jüngeren Mann auf dem Weg zum Hamweh hinter sich her. Die ganze Zeit über achtete er darauf, dass Millers Kopf nicht untertauchte. Wenn sie es rechtzeitig nach vorne bis zur Motorhaube schafften, würde die Karosserie sie vor den Blicken der Infizierten schützen. Er hoffte nur, dass sie sich nicht ins Wasser wagten. Die Strömung wurde immer stärker, je weiter sie Richtung Flussmitte kamen. Die Karosserie hatte sie weitgehend davor geschützt, jetzt aber spürte Lee die wütenden Wassermassen, und es kam ihm vor, als ob sie von der Natur einzig und allein geschickt worden waren, um ihn mitzureißen. Er legte den einen Arm um den Frontschutzbügel und den anderen um Millers Brust und versuchte ihn mit seinem kaputten Handgelenk festzuhalten. Miller stöhnte auf. Ist schon gut, Junge. Miller hatte den Kopf gegen Lees Schulter gelehnt, den Mund nur knapp über der Wasseroberfläche. Seine Haut war schon ganz kalt. Halte durch! Wir müssen nur abwarten, bis die Wahnsinnigen wieder weg sind. Danach können wir uns um dich kümmern. Tu mir den Gefallen und mach nicht schlapp. Einschlafen darfst du auch nicht. Machst du das für mich? Miller antwortete nicht. Lee rutschte das Herz in die Hose. Es schüttelte den jungen Mann, bis er aufstöhnte. Gut, er befand sich noch immer unter den Lebenden, kämpfte weiter. Lee konnte das immer lauter werdende Grollen der sich nähernden Meute hören. Wenn sie nicht aufgeregt waren, gaben sie merkwürdig kehlige Geräusche von sich, die durch die Menge zu wandern schienen. Lee hätte wetten können, dass sie so zumindest auf instinktiver Ebene miteinander kommunizierten. Das Grollen wuchs zu einem lauten Grollen an, aber Lee konnte die Herde von seinem Standpunkt aus nicht sehen. Vor seinem inneren Auge sah er sie alle, hunderte, wie sie das Ufer stumpfsinnig auf- und abwanderten. Kaum hatten sie Milos Überreste entdeckt, wurde das Grollen aufgeregter. Sie ergötzten sich an seinem Körper, und ein kurzer, aber erbarmungsloser Kampf entwickelte sich zwischen zwei Infizierten. Es klang, als ob sich zwei Kampfhunde verbissen hätten. Lee stellte sich vor, wie sie sich um die letzten Happen von Milos Fleisch stritten. Das Tageslicht schwand. Lee war sich nicht sicher, wie lange es dauerte. Die Infizierten trieben sich noch immer am Ufer herum, aber es hörte sich so an, als ob nichts mehr von Milo übrig geblieben war. Lee hoffte, dass sie bald wieder verschwinden würden, um woanders nach Nahrung zu suchen. Er fragte sich, wie viel normales Essen sie wohl aus Müllcontainern oder irgendwelchen Geschäften plünderten, die noch Essbares auf Lager hatten. Marie hatte erwähnt, dass der Geruch von Essen sie anlockte. Dann überlegte er, wie lange eine so große Horde wohl von den Resten und von Leichen überleben konnte, die in ganz Smithfield verstreut umherlagen. Vielleicht waren die Herden auch nur der erste Schritt, bildeten sich nur in Zeiten, in denen es einen Überfluss an Nahrung gab, und die Rudelbildung kam erst danach, wenn sie auf irgendeiner unterbewussten Ebene realisierten, dass sie auf Jagd gehen mussten, um zu überleben. Stunden vergingen. Es herrschte komplette Finsternis. Die Wolken hatten sich in den letzten Stunden verzogen. Es herrschte beinahe Vollmond, und die Landschaft wurde in kaltes, blaues Licht getaucht. Lee konnte nicht mehr klar denken. Gedanken, die gerade noch von immenser Wichtigkeit schienen, waren sehr bald vergessen, lösten sich in Luft auf. Eine Tatsache, die Lee ungemein frustrierte, geradezu verwirrte. Das Wasser war nicht besonders kalt, aber nach Stunden forderten die Temperaturen ihren Tribut. Sein ganzer Körper begann zu beben, seine Muskeln schmerzten von der Anstrengung, sich am Frontschutzbügel festzuhalten und gleichzeitig Miller zu sichern. Die Infizierten hatten sich inzwischen zwar wieder beruhigt, wanderten aber immer noch in beide Richtungen am Ufer entlang. Er konnte ihre Stimmen hören, wie sie vor sich hin murmelten. Manchmal waren sie so leise, dass das Rauschen des Wassers sie übertönte, aber ab und zu kreischten sie sich auch lautstark gegenseitig an. Lee verlor das Bewusstsein, kam aber gleich wieder zu Sinnen. Das geschah immer häufiger. Man konnte es nicht als Schlaf oder kurz Ohnmacht bezeichnen, denn er ließ kein einziges Mal von Miller ab. Danach öffnete er stets die Augen und konnte sich des Gefühls nicht erwehren, dass das Wirrwarr seiner Gedanken Resultat seiner träumenden Psyche war. Außerdem war ihm durchaus bewusst, dass zwischen seinen lichten Momenten Zeit vergangen war. Die ganze Nacht über hatte er es nicht gewagt, Miller aufzuwecken. Schließlich hätte er laut stöhnen oder gar aufschreien und somit die Aufmerksamkeit der Infizierten auf sie lenken können. Also verhielt er sich ruhig und gab keinen Laut von sich. Er konnte nur hoffen und beten, dass Miller noch eine Weile durchhalten würde. Am frühen Morgen dann, gerade als der Himmel über seinem Kopf eine tiefblaue melancholische Note annahm, bemerkte er, dass Miller steif in seinen Armen lag. Lee drückte sein Gesicht gegen das seines jungen Kompagnons. Das war nicht nur kühle Haut, die er an seiner Wange spürte, sondern die Grabeskälte des Todes. Lee wartete noch eine Weile. Wieso er das tat, wusste er nicht. Vielleicht wollte er Miller einfach nicht loslassen, ihn nicht wie jeden anderen Toten in Smithfield sich selbst überlassen. Vielleicht aber konnte er sich selbst in ihm wiedererkennen. Er hatte gesehen, wie Miller mit aller ihm von Gott gegebenen Kraft gekämpft hatte. Aber es hatte nicht gereicht. Dieses Gefühl der bevorstehenden Sterblichkeit flößte Lee mehr Angst ein als alles andere. Endlich ließ er Miller aus seinem Griff gleiten. Die Strömung riss ihn mit, auch wenn sie jetzt viel sanfter war. Lee beobachtete ihn, wie er auf dem Rücken im blassen Morgenlicht davongetragen wurde. Er stellte sich ihn als kleinen Jungen vor, der sich in einer warmen Sommernacht vom Fluss treiben ließ. Es war schon hell, als Lee hörte, wie sich auch die letzten Stimmen von Infizierten entfernten. Zum ersten Mal seit Stunden bewegte er seinen Körper und musste vor Schmerzen, die seine steifen Muskeln und Verletzungen verursachten, beinahe aufschreien. Langsam arbeitete er sich um den Hamvi herum, lugte zum Ufer und sah einen blutigen Haufen menschlichen Gewebes, der früher einmal Milo gewesen war. Außer seinen Überresten war das Ufer leer. Langsam und vorsichtig kletterte er das Ufer hinauf. Als die Sonne sich über die Baumwipfel hob und auf den Fluss strahlte, bildeten sich Nebelschwaden, die vom Wasser aufstiegen. Lees Haut fühlte sich dünn und von Wasser durchtränkt an, sein Mund allerdings schien völlig ausgedörrt. Die ganze Nacht über hatte ihn Durst geplagt, aber er wollte nicht riskieren, das Wasser aus dem Fluss zu trinken, insbesondere wegen all der verwesenden Leichen, die überall herumlagen. Sein linkes Handgelenk war übel angeschwollen, und er hatte gehofft, dass der Auftrieb des Wassers den Druck auf seine Rippen linderte und die Schmerzen in Schach hielt. Das dreckige Wasser war allerdings alles andere als gut für die Schusswunde in seiner Schulter gewesen. Die umliegende Haut war straff und heiß, und Lee konnte das Fieber schon spüren, mit dem sein Körper sich gegen die beginnende Infektion wehren wollte. Als er aus dem Wasser kroch, meldeten sich all seine Verletzungen intensiver als je zuvor. Er wollte sich ausruhen, wusste aber, dass dies hier keine gute Idee war, nicht mit so vielen Infizierten in der Nähe. Er arbeitete sich unter schlimmsten Schmerzen und ungeheuren Anstrengungen die Böschung hinauf. Als er oben angekommen war, blickte er sich vorsichtig um, checkte die vierspurige Straße, sah aber nichts. Er lag eine Weile lang da, sein Oberkörper auf ebenem Boden, während seine Beine die Böschung hinunterbaumelten. Er wollte schon die Augen schließen, wusste aber, dass er auf der Stelle einschlafen würde, wenn er es zuließe. Er war gerade mal dreißig Stunden wach gewesen, aber die Schmerzen zehrten an seinen Kräften und seinem Durchhaltevermögen. Sein Körper brauchte Ruhe, um sich zu erholen, und unterstrich seine Forderungen, indem er ließ, Gedanken wild durcheinanderwirbelte. Bloß kein Weichei sein. Er blinzelte rasch und glaubte, für einen kurzen Augenblick eingeschlafen zu sein. Hatten sich die Schatten verändert? Nein. Vielleicht doch nicht. Er glitt vorwärts und zog sich an einem der vielen Betonblocks hoch, welche die Straße säumten. Seine M4 zog an seiner Schulter und klopfte gegen sein Bein. Sie hing noch immer wie eine treue Begleiterin buchstäblich an ihm. Nach einer ganzen Nacht in schlickigen Wasser war Lee sich sicher, dass sie völlig verdreckt war. Wahrscheinlich würde sie aber trotzdem noch funktionieren. Er ging über die Straße zum Truck, und erst als er beinahe direkt davor stand, bemerkte er, dass er den Motor über Nacht angelassen hatte. Lee fluchte leise, war aber viel zu müde, sich dabei richtig zu bemühen. Vorsichtig schloss er die Beifahrertür, die Miller aufgelassen hatte, und ging dann um die Kühlerhaube. Er spähte in den Wagen, um sicher zu gehen, dass kein Infizierter es sich während der vergangenen Nacht darin bequem gemacht hatte. Aber der Wagen war leer. Er fand eine halbvolle Flasche Wasser auf der Rückbank und kippte den Inhalt in sich hinein. Das Wasser war zwar warm, aber es war sauber und benetzte zumindest seine ausgedörrte Zunge. Er ging die Ladung durch, sah, dass einige Waffen fehlten, und ging davon aus, dass Pfarrer Jims Truppe sie sich für den Fall geschnappt hatte, dass es bei der Rettungsaktion ungemütlich werden konnte. Oder sie waren von Milos Gefolgschaft geplündert worden. Er tauschte seine private, extra nach seinen Wünschen ausgestattete M4 gegen eine serienmäßige, saubere M4 auf der Ladefläche aus. Vielleicht würde seine trotz des schlammigen Flusswassers noch funktionieren, aber warum sollte er das Risiko eingehen? Außerdem nahm er sich einen Magazingurt und warf ihn sich über die Schulter, denn seine Kampfmittelweste lag jetzt irgendwo im Krankenhaus. Er lud vier Magazine, schob drei in den Gurt und eines in seine brandneue M4, ehe er seine verschmutzte und verschlammte Waffe auf den Boden des Trucks legte. Lee setzte sich ans Steuer und schloss die Tür, achtete aber darauf, sie nicht zuzuwerfen. Er warf einen Blick auf die Tankanzeige, und die Nadel befand sich nur knapp über dem roten Reservefeld. Das Warnlicht leuchtete aber noch nicht, er konnte kaum glauben, dass sich noch immer Benzin im Tank befand, erinnerte sich dann aber, dass Milos Leute den Truck gestohlen hatten. Sie besaßen genügend zusammengeklauten Treibstoff und hatten ihn wahrscheinlich vollgetankt, zumindest bis Harper, Miller und LaRouche ihren Vorrat in die Luft gejagt hatten. Er lehnte sein Maschinengewehr auf den Beifahrersitz und schaltete das Automatikgetriebe auf D. Dann fuhr er mit quietschenden Reifen eine Kehrtwende und direkt auf die aufgehende Sonne zu. Ihm schien, als ob sich seine Gedankengänge verknotet hatten, und in seinem geschwächten Zustand konnte er den Wulst nicht lösen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als das hoffnungslose Gewill in seinem Schädel zu ignorieren und sich auf die weißen Linien zu konzentrieren, die an ihm vorbeisausten. Er hielt am Brightleaf Boulevard an und blickte sich in beide Richtungen um. Von der riesigen Horde, die sich vor nicht allzu langer Zeit hier getummelt hatte, war weit und breit nichts mehr zu sehen. Er erinnerte sich an die senigen, gierigen Hände mit Fingern wie Krallen, wie sie an den zerfetzten Klamotten gerissen hatten, die von ihren abgezehrten Körpern hingen. Die Meute Infizierter, die Smithfield bevölkerte, hungerte. Dessen war er sich sicher. Die Frage, die sich stellte, lautete, würden sie verhungern und aussterben, oder führte es nur dazu, dass sie sich anpassten und in kleinere Gruppen aufteilten, um besser auf Jagd gehen zu können? Er rief sich die Barrikade am südlichen Ende des Brightleaf Boulevard in Erinnerung. Zwei Häuserblöcke weiter sah er eine kleine Eisenbahnbrücke, die parallel zum Boulevard verlief. Wer auch immer für die Quarantäne Smithfields verantwortlich gewesen war, hatte diese Brücke mit ziemlicher Sicherheit nicht mit in Betracht gezogen. Lee hatte keine Ahnung, ob es der schnellste Weg um die Barrikade war, aber er wollte keinen Sprit verschwenden, um einen anderen Weg zu finden. Einen kurzen und holprigen Augenblick später passierte er die Straßensperre, um sogleich wieder auf den Brightleaf Boulevard zu biegen. Er beschleunigte auf siebzig Stundenkilometer und fuhr dann Richtung Süden auf Camp Rider zu. Die Straßen schienen leer, ganz als ob sich die stets lauernde Gefahr der letzten zwei Tage in Luft aufgelöst hätte. Lee wusste, dass seine Erschöpfung ihn unvorsichtig und nachlässig werden ließ, und er musste sich dazu zwingen, sich den verlassenen Autos und möglichen Hinterhalten vorsichtig zu nähern. Aber er traf auf nichts und niemanden. Es war, als hätten sämtliche Kleinkriminelle Wind davon gekriegt, dass Milo in der Nähe war und sich während seiner Anwesenheit zurück in ihre Löcher verzogen. Lee konnte sich kaum vorstellen, was Milo mit ihnen angestellt hätte, falls sie jemals den Fehler begangen hätten, ihn und seinen Konvoi anzugreifen. Die einzigen lebenden Wesen, an denen er vorbeifuhr, waren drei Infizierte, die am Straßenrand vor einem Wald standen. Als Lee sie bemerkte, trat er aufs Gas, aber sie beobachteten ihn lediglich, ohne auch nur den Anschein zu erwecken, ihn angreifen zu wollen. Für einen Augenblick, als der Truck an ihnen vorbeirauschte, blickte Lee aus dem Beifahrerfenster und dachte, dass sie vielleicht gar nicht infiziert waren. Aber dann bemerkte er die wilden Augen, die zerrissenen Kleider, das getrocknete Blut in ihren Gesichtern und an den Hälsen, sowie ihre krallenartigen Hände, die sich krampfhaft zu Fäusten bildeten, als ob sie die Luft an ihrer Seite erwürgen wollten. Wie er sie so anstarrte und sie seinen Blick teilnahmslos erwiderten, bekam Lee beinahe den Eindruck, dass er auf Safari wäre und an einem Rudel Hyänen vorbeifuhr, welches sich durchaus bewusst war, dass er nur als Beute eingestuft werden konnte, wenn er aus der großen Metallkiste stieg, in der er sich befand. Oder sie hatten schon volle Bäuche. Lee raste mit einem kalten Gefühl im Magen an ihnen vorbei. Es war noch immer früh am Morgen, als er in den Schotterweg nach Camp Ryder einbog. Gedanklich bereitete er sich bereits auf das vor, was jetzt kommen würde. Die letzten sieben Tage hatten ihn ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Er hatte gelernt, dass diese Welt eine ganz andere war, als die, in der er sich vorher bewegt hatte. Selbst ein amtliches Schlachtfeld war ein Witz gegen das Chaos, das nun herrschte. Zumindest hatte er immer gewusst, dass er nach einem Einsatz zur Basis zurückkehren konnte. Jetzt aber konnte er nicht einschätzen, was ihn erwartete, und so machte er sich auf das Schlimmste gefasst. Vor seinem inneren Auge sah er die Tore von Camp Ryder aus den Angeln hängen, die behelfsmäßigen Hütten in Rauch aufgehen und die Überreste der Bevölkerung in der Mitte des Platzes wie Holzscheite zu einem Haufen aufgetürmt. Als er aber die letzte Kurve des Schotterwegs hinter sich gelassen hatte, sah er, dass die Tore noch intakt waren, dass eine Wache davor stand und den näherkommenden Truck anstarrte. Lee traute seinen Augen kaum. Dann öffnete der Wachmann den Mund und all die Leute hinter ihm, die sich mit Alltagsaufgaben abmühten, hielten inne und drehten sich zu ihm um. Andere fingen zu laufen an. Bas war der Erste am Tor und riss es auf. Dicht auf seinen Fersen hielt sich Harper, gefolgt von La Rouge. Zuerst war Lee außer sich vor Erleichterung all die vertrauten Gesichter wiederzusehen. Dann aber füllte sich sein Herz mit Grauen, denn er wusste, was er ihnen mitteilen musste. Nilla ist tot. Ich habe ihn nicht retten können. Ich habe mein Bestes gegeben, aber das war nicht genug. Ich habe ihn nicht retten können. Schweren Herzens fuhr er durch das Tor. Als er den Motor abstellte und langsam und vorsichtig ausstieg, wartete Bas mit müden Augen und einem verstörten Gesichtsausdruck auf ihn. Kurz darauf gesellte sich Angela zu ihm. Sie zögerte einen Augenblick lang. Dann aber, als ob sie nicht länger warten konnte, warf sie sich ihm entgegen und drückte ihn so fest, dass er vor Schmerzen beinahe aufschrie. Er spürte ihren Körper, warm gegen seine noch immer feuchten Kleider, und ihre Haare streiften seinen Hals. Es war ein merkwürdiges Gefühl, schien irgendwie bewusstseinsverändert, ohne dass er genau hätte sagen können, auf welche Weise. Es war nicht Liebe oder Verlangen, nichts in der Art. Nein, es war vielmehr ein einmaliges Gefühl der Geborgenheit, der menschlichen Nähe. Es handelte sich um etwas, was ihm seit jeher gefehlt hatte, schon vor dem Ausbruch der Seuche. Wie jeder Mensch verlangte er danach, und er konnte nicht anders, als einen Arm um sie zu legen und ihre Umarmung zu erwidern. Aber sie dauerte nicht lange an, ehe Angela sich mit vor Scham errötetem Gesicht von ihm befreite. Sie vermied Augenkontakt, lächelte aber, als sie sich von ihm löste. »Wir haben uns Sorgen um sie gemacht,« sagte sie ohne Umschweife. Als sie sich zurückzog, übernahm Buzz, der Lee sofort abstützte, indem er Lees unverletzten rechten Arm über seine breiten Schultern warf. Er hatte den Schmerz in Lees Gesicht gesehen, als Angela ihn umarmt hatte. Das und die Tatsache, dass Lee sein Gewicht vorzugsweise auf das linke Bein stützte. »Sie müssen endlich aufhören, sich ständig zu verletzen,« sagte Buzz scherzhaft. Lee zuckte bei jeder Bewegung zusammen. »Aber ich mag es, wenn sich alle um mich kümmern.« Und plötzlich stand Harper vor ihm. Er starrte auf dem Truck und in seinem Blick schwang eine düstere Gewissheit mit. Ihre Augen trafen sich, aber keiner sagte ein Wort. Es war nicht notwendig. Harper war nicht blutsverwandt mit Miller, aber es war offensichtlich für Lee, dass die beiden etwas verbunden hatte, dass sie aufeinander aufgepasst hatten. So ähnlich wie Vater und Sohn. Harper vermied es, sich nach Miller zu erkundigen. Er würde Lee später fragen, wie er umgekommen war, und Lee würde ihm die Wahrheit sagen. Er war im Kampf gestorben. Er hatte alles gegeben, was er hatte, und Harper konnte stolz auf ihn sein. Aber in diesem Augenblick der Stille, den die beiden teilten, legte Harper lediglich einen Arm um Lees Hüfte und half ihm beim Gehen. Lee blickte ihn an und sah die Röte in seinen Augen und die Tränen, die sich in ihnen sammelten, aber nicht flossen. Sie setzten ihn auf die gleiche Krankenbahre, auf der Doc ihm den Rücken wieder zusammengeflickt hatte. Doc. Lee begann von Doc zu erzählen. Zuerst wollten sie, dass er sich ausruhte und ihnen später alles berichtete. Doch dann verstummten sie und lauschten gebannt jedem Wort, während Jenny wortlos die Schusswunde an seiner Schulter säuberte. Sie weinte lautlos, während sie arbeitete, und ihre heißen Tränen tropften auf Lees Arm. Er erzählte ihnen von Docs Verrat, aber auch davon, dass er keine Wahl gehabt und es für seine Verlobte getan hatte, die von Milo gekidnappt und als Mittel zur Erpressung benutzt worden war. Er berichtete, dass Milo tot war und die meisten seiner Anhänger mit ihm, aber niemand wusste, was mit Deputy Shoemate geschehen war. LaRouche hatte ihnen bereits von der Explosion sowie der Schießerei im Krankenhaus erzählt, aber jeder schien erleichtert zu sein, dass der Anführer kein Problem mehr für sie darstellen würde. Ohne Milos fanatische Führungsqualitäten war der Rest seiner Leute auf das Niveau vereinzelter Soziopathen geschrumpft. Es waren Menschen, mit denen man nichts zu tun haben wollte, die aber auch nichts mehr miteinander verbannt. Als Lee ihnen alles erzählt hatte, begann Harper mit seiner Geschichte, die Miller und er zum Krankenhaus zurückgekehrt waren, um den Truck mit den Vorräten zurückzuerobern. Er berichtete von der Claremont-Mine, die LaRouche entsprechend manipuliert und am Kühlergrill des Chevrolet Lumina angebracht hatte, um die Wachen auszuschalten. Harper schien sehr stolz auf die Aktion zu sein, auch wenn ihm beinahe die Stimme versagte, als er Miller erwähnte. Er fuhr fort und erzählte, dass sie dieselbe Brücke wie Lee benutzt hatten, um an der Barrikade vorbeizukommen. Auf dem Highway 210 auf dem Weg zurück nach Camp Rider waren sie dann auf den Bus mit Pfarrer Jims Leuten gestoßen. Pfarrer Jim, der sich mittlerweile dazugesellt hatte, um nach Lee zu sehen, lachte gutherzig, als er erzählte, wie Harper ihnen so aufdringlich nachgefahren war. Dabei war er nicht gerade sparsam mit der Hupe umgegangen und hatte sie so mit dem Aufblenden des Fernlichts bedrängt, dass sie beinahe das Feuer auf ihn eröffnet hätten, weil sie dachten, es handelte sich um einen Überfall. Zum Glück hatte eines der Kinder ihn erkannt, ehe jemand abdrücken konnte. Also hielten sie an und Harper berichtete von den Geschehnissen in Smithfield. Pfarrer Jim lächelte und legte sanft eine Hand auf Lees Schulter. Nach dem, was sie für uns getan haben, konnte ich es nicht über mich bringen, ihnen den Rücken zuzukehren. Das geht übrigens jedem in unserer Gemeinde so. Dann fügte er in ernsterem Tonfall hinzu, »Wir haben Glück gehabt, dass wir ihnen helfen konnten, ohne jemanden umbringen zu müssen.« »Aber ich will, dass sie wissen, dass wir alles getan hätten, um sie zu verteidigen. Alles.« Lee nickte und fragte sich erneut, was es mit diesem Pfarrer auf sich hatte. Dann trat Julia ein. Marie folgte ihr dicht auf den Fersen und brach sofort in Danksagungen aus. Julia schien eine medizinische Ausbildung genossen zu haben und machte sich sogleich daran, Jenny bei der Behandlung von Lees Verletzungen zu helfen. Sie säuberten und versorgten die Schulterwunde, so gut es ging. Sie war zu alt, um sofort genäht zu werden. Insbesondere, da sie sich einig waren, dass die Infektion bereits ihren Fuß in der Tür hatte. Sie verabreichten ihm ein Antibiotikum von den Vorräten im Truck, die Doc noch zusammengestellt hatte. Außerdem gaben sie ihm genügend Wasser, während sie ihn weiter untersuchten. Sie entschuldigten sich, dass sie keinen der wertvollen Infusionsbeutel benutzten, da sein Flüssigkeitsmangel nicht so schwerwiegend war. Nach vielen Unannehmlichkeiten und dem Beantworten von Fragen wie »Tut es weh, wenn ich das mache?« und »Können Sie Ihren Finger so bewegen?«, erklärten sie ihm, dass er, soweit Sie es beurteilen konnten, Bänder im Handgelenk und Ellbogen gerissen hatte. Außerdem konnte er von Glück sagen, dass seine Schulter nicht ausgekugelt war. Darüber hinaus diagnostizierten sie ein in der Tat gebrochenes Steißbein, ein entweder gebrochenes oder schwer geprelltes rechtes Schlüsselbein, drei ähnlich ramponierte rechte Rippen, ohne Röntgenapparat konnte man dies aber nur schwer mit Sicherheit sagen, außerdem hatte er sich den linken Knöchel verstaucht. Diverse Nähte, mit denen Doc seinen Rücken zusammengeflickt hatte, waren aufgeplatzt und mussten erneuert werden. Außerdem waren auch sie infiziert. Seine Freunde schlichen sich einer nach dem anderen aus dem kranken Container, während die beiden Frauen sich um ihn kümmerten. Letztendlich blieben nur noch Julia und Jenny übrig, und bald war auch Julia verschwunden. Jenny maß seine Temperatur und fragte ihn, ob er irgendetwas brauchte. Als er meinte, dass es ihm gut ging, lächelte sie nur und wusste, dass nichts der Wahrheit ferner sein konnte, er aber zu stolz war, es zuzugeben. Der Weg voran Nach einer Weile erschien Harper. Seine Augen waren jetzt trocken, aber die Röte um deren Ränder und um die Nase verriet ihn. Er trug einen langen, geraden Ast aus Hartholz, an dessen Ende er eine Querstrebe angebracht hatte, sodass das Holz ein Tee formte. Die Strebe hatte er mit Stoff umwickelt, um sie zu polstern. »Habt ihr eine Krücke gebastelt?« sagte er, und reichte sie Lee. Lee war aufrichtig gerührt. »Vielen Dank, Harper.« Harper steckte die Hände in die Hosentaschen. »Wird zwar verdammt wehtun mit den angebrochenen Rippen, aber wie ich dich kenne, wirst du nicht lange das Bett hüten wollen.« Lee lächelte. »Da hast du wahrscheinlich recht.« Er nahm die Krücke mit der rechten Hand, da die linke mit reichlich Mullverband umwickelt war, um sie zu fixieren. Dann richtete er sich auf. Es kam ihm so vor, als ob sein Knöchel immer empfindlicher wurde, je weniger er sein linkes Bein benutzte. Er wusste aber gleichzeitig, dass er ihn ruhigstellen sollte. Dann klemmte er sich Harpers Geschenk unter die linke Achsel und probierte die Gehhilfe aus. Er versuchte, das linke Bein so weit wie möglich zu entlasten, während er unter Jennys wachsamen Blick durch den Krankencontainer rumpelte. Sie beäugte ihn kritisch, griff aber nicht ein. Harper hatte in zweifacher Hinsicht richtig gelegen. Seine Rippen taten tatsächlich ungeheuer weh, und Lee wollte nicht das Bett hüten, bis er wieder gesund war. Überleben war ein Job, bei dem man 24 Stunden am Tag zu arbeiten hatte. Da gab es keine freien Tage oder Urlaub. »Das ist gut«, nickte Lee. »Ach, da gibt es noch eine Sache, von der du wissen solltest.« Harper zeigte in Richtung der Ryder-Fabrik zu ihrer Linken. Lee humpelte mit seiner Krücke zur offenen Tür des Containers, sodass er Harpers Geste folgen konnte. Das zweistöckige Gebäude hob sich düster vor dem Himmel ab. Über dem Eingang hing die amerikanische Flagge und wehte sanft im Wind. Die Menschen gingen ein und aus, und einige von ihnen warfen einen wehmütigen Blick in ihre Richtung. »Das ist die, die du von dem Parkplatz mitgenommen hast«, erläuterte Harper. »Eine kleine Erinnerung für die Leute«. Die beiden starrten das Sternenbanner eine ganze Zeit lang an, ehe Lee endlich die Stille unterbrach. Er brauchte eine Weile, um den Frosch in seinem Hals hinunter zu schlucken und seine Stimme unter Kontrolle zu bringen. »Nochmals vielen Dank«. Ehe Harper antworten konnte, erschien Buzz neben der Tür, mit einem bekannten Gesicht an seiner Seite. Lees Miene veränderte sich ein wenig. Es sah aus, als ob er gerade schlecht gewordene Milch getrunken hätte. Jerry, nicht wahr? Genau. Jerry, der Politiker. Derselbe Jerry, der darauf bestanden hatte, dass Lee ihnen beweisen sollte, dass er nicht mit Milo unter einer Decke steckte. Der Jerry, der einen Großteil der Menschen hier gegen ihn aufgehetzt hatte. Der Jerry, der Lee mit lediglich der Hälfte der von ihm benötigten Männer in die Wildnis geschickt hatte. Ein bitterer Geschmack machte sich auf Lees Zunge breit. Wenn Jerry seinen verdammten Mund gehalten hätte, wäre es dann anders ausgegangen? Wären Miller und Josh vielleicht noch am Leben? Es stand Buzz ins Gesicht geschrieben, dass ihm durchaus bewusst war, dass es nicht der beste Zeitpunkt für eine Unterhaltung zwischen den beiden war. Aber Jerry hatte wahrscheinlich darauf bestanden. Lee glaubte auch von Buzz' Körpersprache ablesen zu können, dass er wusste, dass weder Lee noch Harper glücklich über das Thema sein würden, das Jerry ansprechen wollte. Jerry öffnete den Mund, aber Lee unterbrach ihn. Was zum Henker wollen sie? Er konnte und wollte seine Feindseligkeit nicht verbergen, und eigentlich sollte Jerry ihm dankbar sein, dass er ihn nicht mit seiner Krücke zu Brei schlug. Jerry hob die Hände über den Kopf, aber dieses dämliche Grinsen umspielte noch immer seine Lippen. Das beschwichtigende Lächeln eines Politikers, das Lächeln eines Mannes, der glaubt, dass niemand ihn durchschauen kann. Captain! Ich nehme alles zurück. Es scheint jetzt eindeutig erwiesen, dass Doc für das Loch im Zaun verantwortlich war. Ich lag falsch, als ich sie, der Mitarbeit mit Milo, bezichtigte. Die Entschuldigung ließ Lee völlig kalt. Sie versüßte ihm weder die Verletzungen, noch erweckte sie Josh oder Miller wieder zum Leben, und einzig und allein, um Jerry in eine noch misslichere Lage zu bringen, meinte Lee, »Ich habe Milos Schädel mit meinen bloßen Händen eingeschlagen, Jerry.« »Also ja, sie hatten Unrecht, als sie mich beschuldigten.« Jerry warf Buzz einen Seitenblick zu, als ob er um Hilfe bat, aber Buzz hatte die Arme vor der Brust verschränkt und schenkte seinem Gegenüber einen Blick, der so viel sagte wie, »Ich habe dir doch gesagt, dass du nicht hättest kommen sollen.« »Nun, ja«, Jerry verstummte sofort und versuchte dann offensichtlich, den Faden wieder aufzunehmen. Es schien auf einmal der Überzeugung zu sein, dass Buzz diesmal recht gehabt hatte und jetzt nicht die richtige Zeit war, um Lee mit was auch immer zu konfrontieren. Vielleicht wäre er einfach wieder hinausgegangen und hätte die Sache auf sich beruhen lassen, aber Lee wollte ihn nicht so einfach ungeschoren davon kommen lassen. »War da nicht etwas, worüber Sie mit mir sprechen wollten?«, hakte Lee nach. »Nun, äh«, Jerry schien sich nicht wohl in seiner Haut zu fühlen, verlagerte das Gewicht unruhig von einem Bein auf das andere und fummelte nervös an seinem Ohr herum. »Ich wollte mich eigentlich nur entschuldigen und...« Buzz meldete sich zu Wort. »Ich glaube, du wolltest Käpt'n Harden hier eine Frage bezüglich seiner Einladung zu einer Busladung Überlebender stellen, ohne sich vorher mit uns Anwohnern von Camp Rider abzusprechen.« Buzz klang so, als ob er Jerry lediglich daran erinnern wollte. »Und übrigens, Käpt'n Harden, ich stehe vollkommen hinter Ihrer Entscheidung.« Jerry warf Buzz einen giftigen Blick zu, antwortete ihm aber nicht direkt. Er war sich durchaus bewusst, dass ihnen eine kleine Traube von Schaulustigen zum Krankencontainer gefolgt war und sich jetzt hinter ihm versammelt hatte. Bei dem Gedanken an das Publikum veränderte sich sein Auftreten plötzlich. Er richtete sich auf und stellte sich hin, als ob sein dreckiges Hemd und die kaputte Hose ein Dreiteiler wären. »Ja.« Jerry räusperte sich und erhob dann die Stimme, als ob er auf einer Bühne stand. »Dessen wollte ich mich vergewissern.« »Soweit ich es beurteilen kann, haben Sie die ganze Arbeit geleistet, um die Vorräte für Camp Rider zu organisieren. Jedoch...« Er blickte sich um, wollte sicher gehen, dass alle Augen auf ihn gerichtet waren. »Ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein, Käpt'n.« »Die Vorräte reichen nicht für alle.« »Und ich werde mich dafür einsetzen, dass wir das letzte Wort haben, wenn es um die Aufteilung geht. Schließlich sind es unsere...« Lee kochte bereits. »Es sind Ihre...« »Ja, es sind unsere Vorräte. Wir haben dafür mit unserem Blut bezahlt.« »Meint er das etwa ernst?« dachte Lee. »Glaubt er wirklich, was er da sagt?« »Wir haben Ihnen das Leben von vier unserer Männer anvertraut, und sie sind mit nur einem zurückgekehrt.« »Ich werde ihm sämtliche Knochen brechen, wenn er nicht sofort aufhört.« »Ich glaube, dass ich im Namen aller spreche, wenn ich sage...« Harper ersparte Lee die Mühe und verpasste Jerry einen gewaltigen Kinnhaken, der sein Ziel genau traf. Der Politiker sank zu Boden, wo er sich krümmte und zu winseln begann, wie es Leute zu tun pflegten, die bewusstlos geschlagen wurden. Als er Sekunden später wieder zu sich kam, stand Harper mit erhobenem Zeigefinger nur wenige Zentimeter von ihm entfernt. Harper's ohnehin dünnbeharter Schädel nahm die Farbe roter Beete an. »Und wo warst du, du Wichser? Wo warst du, als wir gekämpft haben? Wo warst du, als Josh ermordet wurde? Wo warst du, als Miller starb? Du hast nichts bezahlt, keinen einzigen Pfennig. Wir haben geblutet. Wir haben Opfer gebracht. Und wehe dir, wenn du noch einmal dein Maul in Gegenwart des Käpt'ns aufreißt. Wenn ich dich einmal dabei erwische, wie du ihn auch nur anschaust, dann schwöre ich zu Gott, dass ich dir jeden einzelnen Zahn aus der Fresse schlagen werde. Benommen und schockiert führte Jerry seine Hand zum Mund und betrachtete dann seine blutbefleckten Fingerkuppen, als ob es das erste Mal war, dass er seinen eigenen Lebenssaft sah. Er sah verängstigt und angewidert zugleich aus. Dann wandelte sich sein Ausdruck zu einem der Empörung. Er warnte sich zu Buzz, um Hilfe bittend. Buzz aber schüttelte den Kopf. »Ich habe dir gleich gesagt, dass du nicht hierher kommen solltest.« Dann reichte er ihm eine Hand und half ihm aufzustehen. Jerry stolperte ein paar Schritte rückwärts, weg von Harper und Lee, die ihn beide anstarrten, als ob sie ihn anfallen würden, wenn er nicht augenblicklich verschwand. Mit zitternder Hand zeigte er auf sie. »Ihr habt beide den Verstand verloren. Ihr seid völlig durchgedreht.« Einzelne Stimmen meldeten sich aus der Gruppe der Zuschauer. »Jetzt hör endlich auf, Jerry.« »Ja, warum hältst du nicht einfach deinen Mund?« »Fick dich ins Knie, Jerry!« Jerry blickte zornig in die Menge, konnte aber keinen der Zwischenrufer ausmachen. Ein paar Leute, die sich offensichtlich auf seine Seite geschlagen hatten, schienen ihn wie Bodyguards wegführen zu wollen, die einen VIP beschützten, und warfen verachtungsvolle Blicke über ihre Schultern nach hinten. Voller Bestürzung musste Lee feststellen, dass noch immer mehr als ein Dutzend Männer ihn unterstützten. Der Rest der Menschentraube löste sich auf. Einige beglückwünschten Harper, andere klatschten oder riefen ihm ermunternd zu. Ein jüngerer Mann streckte ihm den Daumen entgegen und sagte, »Das habe ich schon seit Wochen tun wollen.« Buzz, Harper und Lee blickten ihnen hinterher, und eine dunkle Vorahnung legte sich über sie wie eine Wolke. Jerry und seine Anhänger waren nach rechts, die anderen nach links gegangen. Einige von ihnen lungerten noch in der Mitte herum, anscheinend unsicher, was sie als nächstes tun sollten. Buzz war der Erste, der es in Worte fassen konnte. »Camprider ist in zwei Lager gespalten.« »Tut mir leid, Buzz«, entschuldigte sich Harper und schüttelte mit dem Kopf. »Ich hätte mich am Riemen reißen sollen.« »Das hat er verdient«, lautete Buzz knappe Antwort. »Das Essen macht alles nur noch schlimmer,« meinte Lee. »Anfangs wird es die Lage noch schlichten und jedermanns Hoffnung hochschrauben. Aber wir haben nichts, das wir ernten können, und werden den ganzen Winter lang hart arbeiten müssen.« »Und mit so vielen Leuten müssen wir uns doppelt ins Zeug legen,« stimmte Buzz zu. »Sobald die Essensvorräte knapp werden, wird sich der Graben wieder auftun. Es sei denn, wir unternehmen sofort etwas dagegen.« Lee verlagerte das Gewicht auf die Krücke. »Wie schlimm ist es?« Buzz kratzte sich das bärtige Kinn. »Jerry will uns wie Klosterschwestern abschotten, die Verteidigungsmaßnahmen hochschrauben und niemanden rein- oder rauslassen.« Er glaubt, dass das Überleben umso schwieriger wird, je mehr Leute wir haben. Und es gibt eine ganze Menge Menschen hier, die seiner Meinung sind, nicht nur die paar, die gerade mit ihm davongegangen sind. »Und was glauben Sie, Buzz?«, wollte Lee wissen. »Ich stehe auf Ihrer Seite.« »Jerry will den Laden hier isolieren. Seine Idee ist abwarten und aussitzen, bis alles vorbei ist. Ich glaube, damit ist er auf dem falschen Dampfer.« »Das ist jetzt unser Leben, und wir müssen anfangen, uns damit abzufinden und uns darauf einzurichten. Mehr Überlebende bedeuten auch mehr Arbeitskräfte. Wir brauchen einfach mehr Ressourcen, um sie versorgen zu können.« »Wir müssen mit dem Jagen beginnen,« nickte Lee zustimmend. »Genug Wild ist da. Außerdem können wir uns jetzt ein bisschen umschauen. Es gibt Sachen da draußen, die nützlich sein werden. Wir müssen sie nur finden. Mit besseren Waffen und mehr Leuten wäre es noch sicherer. Außerdem brauchen wir ein größeres Lager, das wir besser verteidigen können. Mit genug Platz und Land, um im Frühjahr Gemüse anbauen zu können.« Alle drei Männer nickten. Sie waren einer Meinung, aber wie sah es mit den anderen aus? Und was war mit der Gruppe von Pfarrer Jim und der aus Smithfield? Mittlerweile gab es drei völlig unterschiedliche Lager im Camp Rider, die verschiedenen Leuten vertrauten. Selbst im Camp Rider-Lager gab es einander gegenüberstehende, sich bekriegende Parteien, und Lee konnte sich nur vorstellen, wie es innerhalb der Smithfield-Gruppe aussah. Einige würden auf LaRouche und seine militärische Ausbildung vertrauen, während andere eher zu Julia tendierten, weil sie sich um sie kümmerte. Pfarrer Jims Leute schienen zumindest wie eine Eins hinter ihrem Anführer zu stehen, aber sie bildeten auch die bei weitem kleinste aller Gruppen. »Das wird ein steiniger Pfad, der vor uns liegt, Gentleman.« Lee schaute sie an, sah ihre fest entschlossenen Gesichter. »Ich hoffe, Sie wissen, worauf Sie sich einlassen.« Harper, der noch immer den Blick über Camp Rider schweifen ließ, nickte. Er klang wie Miller, als er sagte »Wir stehen hinter dir, Käpt'n.« Bass holte Tiefluft. »Ja, das tun wir.« Der Wunsch eines Toten Die beiden Männer lehnten sich erschöpft gegen einen Baumstamm. Einer trug eine löchrige Jeans und ein fleckiges weißes T-Shirt. Der andere steckte in einer Tarnuniform, hatte eine Kampfmittelweste angelegt und eine M4-Maschinenpistole über die Schulter geworfen. Beide schnappten am Fuß des Baumstamms keuchend nach Luft. Dem Mann in Uniform schien es offensichtlich nicht gut zu gehen. Er atmete schwer, und bei jedem Zug schien seine Lunge feucht zu rasseln. Seine Haut glänzte unnatürlich bläulich im Mondlicht, und er schwitzte stark. Wenn er die Augen offen hatte, was nicht mehr oft vorkam, schien sein Blick nicht von dieser Welt zu sein. Um seinen Oberschenkel war ein blutiger Verband gewickelt. »Jacob«, flüsterte er. »Ich bin hier.« Jacob legte dem Uniformierten die Hand auf die Schulter. Dies war einer der seltenen Momente, in denen Captain Mitchell nicht nur klar denken, sondern auch noch deutlich sprechen konnte. In den letzten Stunden seit der Brandbombe hatte Captain Mitchell nur zwei Male versucht, sich mitzuteilen. Einmal wollte er Wasser, das andere Mal stammelte er lallend irgendeine Wehklage über einen Raubfisch namens Oskar, der noch immer in seinem Bunker steckte. Aber er nannte ihn nicht den Bunker, sondern das Loch. Jetzt aber hatte er die fiebrigen Augen aufgerissen, als ob er sein bevorstehendes Ende ahnen würde. Nicht seinen körperlichen Tod, sondern das Erlöschen seiner Persönlichkeit. Jacob starrte ihn im Mondlicht an und dachte an das effiziente kleine Bakterium, das sich gerade durch das Gehirn des Käptens fraß und alles Menschliche zerstörte, um etwas Neues zu hinterlassen. Aber was? Einen Verrückten? Ein wildes Tier? Vielleicht eine neue Spezies? Captain Mitchell hustete und sein Blick begann erneut umher zu irren. Dies tat er eine gute Minute lang, bis seine Augen plötzlich wieder die Realität um sich herum aufnahmen und er Jakob mit dem für ihn typisch intensiven Blick anstarrte. »Jacob, wo ist mein Messer? Ich brauche mein Messer.« Jakobs Augen wanderten hinab zu der Waffe, die an der Kampfmittelweste des Käptens befestigt war. Er sprach verständlich genug, aber war es eine gute Idee, ihm ein Messer zu geben, wenn er so kurz davor war, abzudanken. »Wozu brauchen Sie Ihr Messer, Captain?« »Ich, äh...« Der Käpt'n hatte bereits wieder den Faden verloren. Aber das machte nichts, denn Jakob wusste die Antwort auf seine Frage. Dann fiel es dem Käpt'n wieder ein, und er fuhr hastig fort. »Ich brauche mein Messer. Sie müssen mir helfen. Ich will nicht so enden.« Ihn zu erschießen wäre keine gute Idee, denn der Lärm würde die Aufmerksamkeit der Infizierten, von denen es im Umkreis von zwei oder drei Kilometern nur so wimmelte, auf sich ziehen. Der Käpt'n wollte das Risiko nicht eingehen, Jakob einer solchen Gefahr auszusetzen. Jakob glich einem Orakel, etwas, das man wertschätzt und das beschützt werden muss. Genau deswegen befanden sie sich in der augenblicklichen Misere. Der Käpt'n hatte Jakob verteidigen müssen, auf Kosten der anderen.« Jakob zog das Messer aus der Scheide und legte es in Käpt'n Mitchells offene Hand. Er zuckte zusammen, als er den Griff losließ, und fragte sich insgeheim, ob der Käpt'n auf ihn losgehen würde. Aber der starrte nur auf das kalte Metall der Klinge und stammelte. »Sie erinnern sich daran, was ich Ihnen gesagt habe?« Jakob nickte. »Ich erinnere mich.« »Ich werde es dorthin schaffen. Das verspreche ich Ihnen?« Mühsam schaffte es der Käpt'n, die Schlaufe der M4 von der Schulter zu heben, ehe er seine Kampfmittelweste auszog und die beiden Sachen neben Jakob legte. Da er nichts Verständliches mehr aus seinem Mund herausbrachte, zeigte der Käpt'n einfach auf die Sachen. »Die soll ich anziehen?« Der Käpt'n nickte schwach. Er hatte bereits zu zucken begonnen. »Vor der Morgendämmerung kann ich sowieso nicht fort«, sagte Jakob und warf einen Blick auf den dunklen Wald. »Sie wissen doch, wie gut die Nachts hören können. Glauben Sie, Sie schaffen es durch die Nacht?« Käpt'n Mitchell schüttelte mit dem Kopf. Das Zucken breitete sich jetzt aus und sein ganzer Körper begann zu beben. Es konnte sich nur noch um Minuten handeln. Der Käpt'n war sich jetzt nur noch einer Sache sicher. Er musste sterben, und das am besten schnell. Außerdem hatte er Jakob bereits das Versprechen abverlangt, dass, ganz gleich, was passieren würde, Jakob nicht zuließe, dass er sich verwandelte. Jakob hatte es versprochen, wie der Käpt'n das Gleiche ihm gegenüber versprochen hatte. Der Käpt'n hielt Jakob das Messer hin und bemühte sich krampfhaft, die Worte verständlich herauszubringen. »Sie«, mehr schaffte er nicht, dann erneut. »Sie«, Jakob versuchte eiskalt zu bleiben. Aber wie tötete man einen Menschen mit einem Messer, ohne ihm Schmerzen zuzufügen? War es überhaupt möglich? Als er den Arm ausstreckte, um das Messer entgegenzunehmen, wandelte er die Frage ab. Wie tötete man einen Freund, ohne ihm Schmerzen zuzufügen? Und als seine Finger den Griff des Messers umschlossen, begann er zu weinen. Der Käpt'n schien jetzt zu entschwinden, und sein Kopf begann hin und her zu rollen, während seine Augen irgendwelchen Halluzinationen hinterherjagten. Seine Beine zuckten, als ob er nach etwas treten wollte. Er ballte die Hände zu Fäusten, um sie sogleich wieder zu entspannen, und sein Atem wurde flach und immer schneller. Schnell! Er musste es hinter sich bringen. Jakob blickte sich um, suchte nach etwas Schwerem und fand einen Stein, der etwas größer als seine Hand war. Der würde reichen. Er kniete sich hin, konnte seine Atmung und die Tränen, die jetzt sein Gesicht hinabliefen, kaum kontrollieren. Seinem Magen ging es ähnlich, und er war davon überzeugt, dass er sich übergeben müßte, zwang sich aber damit abzuwarten, bis er sein Versprechen eingelöst hatte. Der Käpt'n schien diese Welt bereits verlassen zu haben, war aber noch nicht gewalttätig, sodass Jakob ihn ohne weitere Probleme auf den Boden legen konnte. Lediglich der Kopf des Käpt'ns wehrte sich und zuckte. Dann hielt Jakob mit zitternder Hand die Klingenspitze gegen die Schläfe des Käpt'ns und umschloss den Stein mit der anderen Hand. »Das tut mir leid«, flüsterte er. Aber Käpt'n Mitchell reagierte nicht. Seine grauen Augen zeigten einen leeren Ausdruck, und obwohl sie offen standen, sahen sie nichts, erkannten nicht einmal Jakob. »Er ist nicht mehr«, dachte Jakob insgeheim, »also bringe ich ihn nicht um.« Das half wenig. Er biss die Zähne zusammen, holte mit dem Stein aus und schlug ihn mit aller Wucht auf den Messergriff, sodass die Klinge erstaunlich leicht bis zum Anschlag in den Schädel fuhr. Der Käpt'n zuckte noch einige Male zusammen und lag dann regungslos auf dem Laub unter dem Baum. Jakob lehnte sich mit dem Rücken gegen den Baumstamm und weinte bitterlich, wenn auch leise. Er musste sich wieder erwarten, nicht übergeben, und das Unwohlsein in seinem Bauch machte einer tiefen, gnadenlosen Trauer Platz. Als er nichts anderes mehr spüren konnte als das kalte Gefühl in seiner Magengegend, sammelte er die Sachen des Käpt'ns auf und zog sie an. Die Kampfmittelweste war noch warm und feucht vom Schweiß des Käpt'ns. Sie fühlte sich schwer und sperrig an, aber er wusste, dass sie ihn schützen würde. Dann warf er sich die M4 über die Schulter. Jetzt fühlte er sich zumindest ein wenig besser, obwohl er kaum wusste, wie man die Waffe bediente. Zumindest wusste er, wo der Abzugshahn war. Im Norden konnte er das orangefarbene Schimmern des Feuers sehen, das noch immer in ihrem Lager am Randgebiet von Petersburg, Virginia brannte. Ihm fuhr ein Stich ins Herz, als er daran dachte, wie viele Tote in dem Feuer zu Asche reduziert wurden, wie viele Männer, Frauen und Kinder er gekannt hatte, die der Käpt'n mit aller Kraft hatte beschützen wollen. In jener Nacht schloss er kein einziges Mal die Augen, sondern suchte die dunklen Schatten zwischen den Bäumen kontinuierlich nach allem ab, was es auf ihn abgesehen haben könnte. Während der vielen Stunden konnte er das Heulen und Kreischen der Infizierten hören. Manchmal schienen sie ganz nah, dann wieder weit entfernt zu sein. Sie durchkämmten die Wälder auf der Suche nach ihm. Er wartete auf das graue Licht der Morgendämmerung, ehe er aufstand und Richtung Süden marschierte. Nach Süden, denn im Norden war nichts mehr übrig geblieben. »Halten Sie sich von den Straßen fern«, hatte Käpt'n Mitchell ihm immer wieder eingebläut, »und Sie müssen marschieren. Ich weiß, dass es ein langer Weg ist, aber da müssen Sie durch. Die brauchen ihre Informationen. Die können es noch schaffen. Die haben nach wie vor eine Außenseiterchance.« Seine anderen Ratschläge schwirrten durch Jacobs Kopf. Es waren so viele Informationen, dass er sich nur mit Mühe und Not an alles erinnern konnte. Im Augenblick schienen sie willkürlich und unorganisiert in seinem Schädel umherzuwirbeln, ohne Vernunft und Ordnungskategorien zu folgen. Nichts trinken außer frischem Regenwasser, den Abzug nicht gedrückt halten, das verschwendet nur Munition, immer der Interstate folgen, aber sich ihr nicht zu sehr nähern. Immer die Umgebung im Auge behalten, mit niemandem in Kontakt treten, es sei denn, man hat ihn bereits für mindestens 24 Stunden beobachtet. Niemanden darüber aufklären, warum man nach ihm sucht. Er wünschte, er hätte sich alles aufgeschrieben. Jacob warf einen letzten Blick über die Schulter und sah den leblosen Körper von Captain Mitchell auf dem Boden neben dem Baumstamm liegen. Dann checkte er seine Uhr. Es war sechs Uhr früh. Zeit aufzubrechen. Es war ein langer Weg bis nach North Carolina. Saarcoin Saar bei en